Hallo, Chat. Könnt ihr mich überhaupt jetzt erst hören? Ihr hört mich erst jetzt, oder? Hallo, Chat? Könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Das ist mein Hintergrund, ja, der LEC-Hintergrund, klar und deutlich. Ich grüße euch, geliebter Twitch-Chat. Wir dürfen aktuell noch nicht die Arena zeigen, das darf erst um 17 Uhr enthüllt werden. Deswegen seht ihr hier gerade einen Wartebildschirm und hört meine Stimme, ganz ohne Facecam. Dennoch sind wir, ja, wir sind live, es sind auch schon einige Leute da, aber ich kann euch noch nicht alles präsentieren. Das geht erst in wenigen Sekunden los. Ich hoffe, ihr seid gehypt, so sehr, wie ich es bin. Heute ist nämlich der ganz große Tag in der LEC, Wintersplit 2024. Wir haben eine Menge, Menge kranke Änderungen, die wirklich einfach geil sind. Also, heute direkt mal angekommen, ne? Direkt K-Drill, die eBay und die ganzen französischen Fans sind alle da und alle haben Bock gehabt. Und ja, die Energie ist echt krass jetzt schon im Stadion, weil, und das wird euch gefallen, hoffentlich im Stream, mal gucken, wie es dann wirklich in dem Game ist, aber hinter mir sitzt der komplette K-Cop-Block. Also, das sind wahrscheinlich so wieder ein paar hunderte französische Fans, die eingeflogen wurden, dass sie hier wieder Energie für K-Cop mitbringen. Und dann sieht man noch in der Ferne die Fnatic-Fans. Und das Geile ist, die Fnatic-Fans sind so zu dritt gekommen. Sie waren zu dritt in Person, die ersten paar, und haben direkt sechs Flaggen dabei gehabt, die sie über die Bühne gelegt haben, so. Also, mit vielen Energie. Jetzt wird sie langsam auch richtig voll. Plätze ausgebucht, Spieler sitzen schon. Aber ich darf euch das nicht zeigen, weil die Räne dann umgebaut wurden, und ich muss das, äh, darf es erst zeigen, wenn wir in den Game sind, ne? Aber wirklich geil, Leute. Maxim schluss gleich dazu. Ich glaube, der Bro ist gerade auch nachher losgefahren. Der kommt dann mit der Zeit dazu, und dann machen wir einen geilen Schuh draus mit euch gemeinsam. Mein Ziel ist, es ist, einen geilen Vibe zu vermitteln für euch, dass wir einen coolen Kostüm haben, ne? Der Vibe, den wir auch bei MSI, bei Worlds, bei ECK, PL, wann auch immer hatten, dass ihr quasi mit einem Bro auf der Couch sitzt, den wir Fragen über dich stellen könnt, und wir können dann gemeinsam uns in das neue Game, in die neue Season reinarbeiten. Ja, natürlich habe ich schon viel gespammt in Solo-Q, wir haben sogar Top-17 war in unserer Solo-Q-Rank gestern. Und, ähm, ja. Wir können mal ganz so Soundcheck, Soundcheck machen, das ist ein guter Call. Weil gerade sollte eigentlich nichts hören, außer mich und Hans. Hört ihr, Hans? Hans ist die Text-to-Speed-Stimme, wenn jemand resubbt. Und die darf nicht zu laut sein, weil sonst ist es echt anstrengend. Zwar manchmal auch ganz lustig, Stimmen aus dem, ne? Also, das vorgelegten zu haben, und dann darauf einzugehen, aber es sollte auch nicht lästig sein, right? Bisschen lauter deine Stimme. Meine Stimme lauter. Das ist natürlich, vielleicht, ist sie lauter geworden, hallo? Bin ich lauter? Bin ich lauter geworden? Bin ich lauter? Bin ich jetzt laut? Bin ich jetzt komplett laut? Bin ich lauter geworden? Nein. Nein. Nice. Ja, was soll ich, warte, ich kann mal das noch komplett hochdrehen, aber höher geht es tatsächlich gar nicht. Also, ich habe es jetzt so hoch gemacht, wie es geht. Noch lauter machen, ne? Lauter geht es nicht, ja. Das sind die französischen K-Cop-Fans. Oh, der Techniker ist da zurückgekommen. Ich rede mit ihm. Hey, hallo! Koppelkoppelkoppelkappen! Koppelkoppelkoppelkappen! Koppelkoppelkappen! Koppelkoppelkappen! Koppelkappen! Koppelkappen! Man hört Text-to-Speech doppelt. Hertz ist zu laut?�waらkt? Okay, das war ich jetzt gar nicht, Chatz, also, geil. Ja, das ist ein bisschen am ersten Tag, dann die Technik, das wird verrückt noch, aber es ist, was es ist. Kriegen wir hin, Chatz, ich mach's gleich leise, wenn ich weiß, wie. Okay, okay, okay. Jetzt fehlt der Bass in deine Stimme, als ob alle Höhen rausgenommen wurden. Ist das so? Ist das so, ist das so? Ja, wir werden das fixen, Leute, also, vielleicht werden wir es auch nicht heute fixen, aber vielleicht morgen. Es ist eher noch ein bisschen scuffed gewesen, alles heute vorzubereiten, dass wir die Technik komplett zum Stimmen kriegen, aber der Bro ist gerade neben mir und der sitzt da dran, macht euch keinen Stress. Ja. Bin ich, ja? Can you stay for one, just one second to check? Chatz, bin ich lauter geworden? Ist es besser? Ist es angenehm als vorher? Also, er hat gerade mich wohl hochgedreht und er meinte, jetzt ist es besser. Sag mir gerne mal kurz Feedback, ob es für euch gut ist. Jetzt ist gut, ja, ja, besser. Und sind auch die Bassen, die Bässe und Höhen und Tiefen gut, wenn ich jetzt so ein bisschen tiefer spreche, oder? Hey, hallo, Twitch chat. Ist es besser oder schlecht? Wir sagen, okay. Can I also hear you myself? Not as loudly? Myself? This is just for myself? Okay. Alright, thank you. Awesome. Bass ist noch nicht gut, aber trotzdem. Okay. Das finde ich ein bisschen seltsam. Hintergrund leiser. Oh Leute, das geht gerade nicht. Die geben gerade so eine Ansprache ins Publikum für den Hype am Anfang, weil die französische Fans sind ja organisiert. Ja, das ist ein bisschen zu laut, 4 Meter, also das kann ich gar nicht, das kann ich, also mein Headset geht halt nicht leiser. Mir wird ja die Casey-Fans, das wird heute nicht wirklich sein, Latz, aber ist auch geil, wenn die Stimmung mit reinbringen. Würde man dich auch sehen und deine Stimme hören. Ich darf noch nicht die Arena zeigen. In 17 Minuten darf ich meine Kamera anmachen. Leute, ich will ja auch, dass ihr mich seht, dass ihr mich riecht, aber ich kann die Kamera noch gar nicht anmachen. Ich darf sie erst anmachen in wenigen Minuten. Und die Arena, so ist es. Gute Stimmung vor Ort. Das kriegen wir aber gemeinsam hin. Das kriegen wir gemeinsam hin. Maxim! Er ist gerade angekommen, aber man wird ihn nicht sehen. Maxim has arrived. Und wir werden gleich... Kommt Maxim noch, der ist gerade in der Sekunde gespawnt. Gespawnt! Maxim, willst du deine Headset aufsetzen und hallo schreien? Schreien oder sagen? Sagen. Dann können wir doch bei dir Soundcheck, Soundcheck machen. Soundcheck! Oh, das klingt aber gut. Du bist sehr laut. Ja, ist krass, oder? Aber ich bin noch so laut. Warte, sag mal was. Laut! Oh ja, ist ein bisschen leiser. Das ist übersteuert, aber 100 Pro. Ja, ich habe dich gerade leiser gemacht. Na gut. Maxim ist gut. Wo bin ich? Nice. Wo ist das Programm? Aber wir dürfen noch nicht die Kamera zeigen. Es wird 17 Uhr groß, natürlich, deswegen darf ich die Kamera nicht anhaben. Ah, wir sind nur zu hören. Wir sind sieht uns nur. Und du siehst, das ist das, was die Leute sehen. Hi, Leute. Sido hat ja gerade die Tontechnik gemacht. Sido? Ja. Der Typ mit der Bandana und der Sonne. Ja, ja, ja. Der Bro, Alter. Der ist ja auch aus Berlin. Maxim, der gut. Tolkien klingt leider wie ein Webcam-Mikrofon. Webcam. Das stimmt nicht. Da kann man vielleicht nochmal den Bro fragen. Wir können auch tauschen, dann klinge ich mir die Webcam. Die meinten vorhin, ja, dann kann ich es nachher benutzen. Ja. Also, aber mach den Ding erst mal. Aber wenn wir den Bro holen könnten, weil da meinten gerade eben schon, bevor du da warst, dass ich schlecht klinge, keine Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, wieso. Keine Höhen und Tiefen? Tolkien klingt wirklich scuffed. Maxim hat mehr Bass als du. Ja, gut, deine Stimme ist basslastiger. Wir tauschen mal, komm. Wir tauschen mal die Headsets. Erzählt mir, er gibt uns Feedback, ja? Ich muss ganz eng machen. Oh ja, jetzt höre ich aber auch was. So, jetzt habe ich Maxim. Hallo, ich bin euer Kapitän und wir haben jetzt die Mikrofone getauscht. Ist schon ein bisschen anders. Also, höre ich mich jetzt anders, Lansett, oder ist es ein bisschen anders? Aber vielleicht ist es auch geil. Ich kann ja versuchen, es ist besser so. Maxim riecht gut, das ist unfassbar gelogen. Ich habe heute nicht geduscht, ich habe heute sehr viel Leu gespielt. Ich habe sogar im Auto ein bisschen geschwitzt. Du hast im Auto geschwitzt? Geschwitzt. Nicht perfekt, aber geht schon klar. Das Headset ist der Grund, sagen sie. Also, du klingst für mich richtig gut. Ich kling, also, das Headset auch für mich auch sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann, also, es ist ja auch gar nicht so wichtig, was ich sage am Ende. Ich bin wohl wieder zu leise, aber ich weiß nicht wie. Tolgen lauter. Pass auf, guck mal, ich rede jetzt mal. Ich bin die Eins. Guck mal, ich bin überkrass. Wenn du nachher schreist, wirst du... Ich mache lauter, leiser. Ich mache so. Ja. Und du bist grün. Ja, aber ich werde ja auch ein bisschen schreien, aber ich werde nicht übersteuern. Aber du bist schon, guck mal, du bist schon gelimited. Ja, warum bin ich gelimited? Da, siehst du das? Ja, ich sehe das. Das steht ja gar nicht richtig aus. Papa, Papa, ich bin auch gelimited. Jetzt hast du dich auch runtergedreht ein bisschen. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Okay, Papa, ja, doch, ist da. Tolkien lauter und Maxim ein bisschen leiser. So, wir machen das schon. Okay, wir machen jetzt so. Ja, ich muss ganz kurze Sekunde. Und dann, oh, hier ist auch Streamlack drauf. Mach ich gleich. Mach ich gleich, ja, ja. So. Also, du bist ganz oben, du bist grün. Ich bin grün, ja, ich bin grün. Ich bin die zwei jetzt aktuell. Okay, Maxim ist perfekt. Guck mal, ich habe mich jetzt hier runtergedreht. Hier, so. Also, zu leise. Ja, aber ich weiß nicht, ob du wirst überhaupt leiser. Oder ist das nur das Mikro? Ist das nur das Feedback für uns? Ja, FIGRED 5. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Lass uns noch zurücktauschen, bitte. Na gut. Jetzt ist Maxim mega, sagen die, ne? Ja, siehste, dann geht's doch. Wenn ich jetzt, lalalalalalalalala. Ja, der Technik-Shot hat... War das gerade so, als wenn ich kurz in den Raum reingelaufen bin und wieder raus? Ich hoffe nicht. Ja, funktioniert. Siehste, funktioniert heißt, es klappt. Ich beiß dich jetzt in den Arm. Die Leute können das nicht sehen. Also scheinbar ist mein Mikrofon nicht gut. Und ich bin zu leise und ich kann sich lauter stellen. Nee, haben alle geschrieben. Haben legit alle geschrieben. Haben alle geschrieben. Von Headset 2. Headset 2. Headset 2 bin ich das? Warte, ich gucke hier kurz. Nee. Ich bin die 9. Headset 9. Du bist Maximum 1, ne? Nee, pass auf, ich bin in 1 und 2 drin. Nee, nee. Ah, das ist hören und sehen, ne? Also wenn der Broski noch mal eine Sekunde Zeit hat, einfach nur... Keine Ahnung. Die sagen, weil ich klinge schlechter. Die ganze Zeit. Also wollen wir noch mal tauschen? Nein, aber ihr seid beide gut zu hören und die Qualität ist okay. Lars, scheiß. G2 freuen sich. Scheiß drauf. Es geht ja auch gleich los. Kommen wir noch 13 Minuten, dann können wir auch mal die Kamera anmachen. Oh, die Kamera ist... Das ist kreisförmig aufgebaut, die Arena. Maxim, darfst du nicht spoilern? Darf ich das nicht spoilern? Na klar. So, ich mal den Leuten jetzt ein Bild. Die haben auch richtig coole LED-Panels jetzt verwendet. Du darfst nicht das zeigen, was da zu sehen ist? Nein, das ist nicht zu sehen, gerade auch im Mainstream nicht. Das ist nicht mal im Mainstream zu sehen? Nein, nein, nein. Was ist denn gerade im Mainstream zu sehen? Das ist die Pre-Show aus der Analysedecke, soweit ich weiß. Ah. Dann können die mal aufrufen hier nebenbei, für dich und mich. Mal sehen. Ah, okay. Das ist aber nicht richtig. Also ich höre jetzt gerade Schocks. Also wenn Schocks da was sagt, dann würden die noch... Ich höre Schocks ganz weit weg. Als wenn sie aus der Analysedecke... Als wenn sie aus der Analysedecke... Guck mal, die winken uns. Wollen wir auch winken? Wir machen einfach mal so. Aber die winken ihren Fans. Die winken wahrscheinlich den Fans. Die winken ihren Fans. Schwierig. Wollen sie ein bisschen cringe? Das ist kein Problem. Wir machen das, Maxim. Ich winke jetzt G2 ein bisschen. Wie bitte? Okay. Siehste, klingen beide super. Maxim ist gut. Guck. Siehste? Der ist vorgestaubender Browser. Ja, der hat doch ein richtig großes Atrox-Schwert. Das ist rosa. Ist rosa die höchste Form von Atrox? Nee, nee, nee. Challenger. Die Challenger. Die Challenger. Und das ist golden und blauen Elementen? Und danach kommt der eine Ring. Oh. Ja. Bei mir kommt eine Flask. Die füllt sich dann immer mehr auf. Aber ich habe nichts nach Flask. Ich habe schon einige Leute eine volle. Okay. Mit 73 Monaten oder so. 73? Okay, so lange ist es noch nicht heftig. So lange ist es noch bei Weitem. So lange muss ich selber nicht das streame. Ich muss dann immer zurückgucken. So, wie fühlt man sich denn als Allvater der deutschen Casting-Szene? Sehr alt. Jetzt mal als Arena hier live vor Ort nach all der Zeit, Maxim. Also ich sage mal so, je weniger ich mich mit Carsten und LOL beschäftige, desto näher komme ich zur Situation. Jetzt musst du dir ja vorstellen, wie geht das? Ja. Das ist so, wie kann man sich das denn erklären? Weißt du, je mehr Bock der Hobbit hat, ins Auenland zu gehen, hast du näher kommt Mordor? Ich weiß es nicht. Der Vergleich ist wild gewesen. Ja, ich habe ihn angefangen und mein Gehirn so, das schafft er, das schafft er, das schafft er. Und die Zunge, blablabla. Und dann hat das Gehirn komplett outplayed. Aber bei der League-Opple-Sonne-Walter-Caster richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Dann wird er nicht zusammengecastet. Nicht ein einziges Mal. Das war ein bisschen unlucky von der Organisation. Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Wir haben das Papier vor uns gesehen. Ach, du hast mich also nicht vermisst? Ich habe dich hart vermisst. Aber es ist so, das war so, bei Game 6, 7 war es so, wait a minute. Ja. Jetzt bin ich ja hier stuckt in der Analyse. Du bist da oben. Ey, scheiße. Das war ein bisschen komisch. Aber für die Fans war es geil, weil wir konnten mit denen noch ein bisschen tüdeln. Ja, die Carmen-Fans, Alter. Oh, die haben riecht Bock. Das ist auch knapp die Hälfte des Stadions. Ja, es ist aber krass. Das ist wirklich schön. Chat, ich darf es euch nicht zeigen. Erst in 10 Minuten darf ich die Kamera machen. Also wenn ihr das sehen würdet, Leute. Ich würde halt, wenn ich nur so ein Zuschauer wäre, so einer wie ihr, boah, da würde ich kotzen. Weil das ist wirklich krass. Ich bin auch kurz davor hier auf die Regie irgendwelche Tasten zu drücken. Und die spielen erst in drei Games, Kamelkorn, ne? Oh, das krass. Die spielen in drei Games. Nicht, dass sie ihre ganze Power jetzt schon rauslassen. Ja, die haben genug davon. Die gehen aber nach Game 3. So lange die nicht Faker auspulen, bin ich okay. Ja, aber gehen die nach Game 3? Ja, hoffentlich nicht. Wissen wir nicht? Ich zähle nach. Du zählst, du zählst. Ich gucke jetzt. Du fragst sie, es gibt so ein Tempflit rum, da müssen sie unterschreiben drauf. Wie lange sind die denn schon hier? Ich dachte, jetzt... Oh, ich bin gekommen, so vor 20 Minuten, 30 Minuten. Oh. Da haben die so Instagram-Stories gemacht, haben sie sich vorbereitet, wer wann wie laut schreit und wann sie was sagen und so. Schwierst du bei deinem Leben, dass du das so war? Ja, also ungefähr so. Ich kann kein Französisch. Ah, du kannst Französisch. Ja, nicht wirklich. Doch. Du hast mehr Französisch als ich gehabt. Je ne Coppa. Je ne Coppa, siehst du? Und ich kann nur sagen, Equus heißt Pferd auf Lateinisch. Ah, okay, stark, Alter. Das war's eigentlich schon. Ja, Mann. Maxim, ich bin auch richtig gehalbt auf das K-Cop-Game, weil da spielt ja K-Cop gegen Fnatic. Ja. Das dritte Game heute. Oh, dritte. Dritte weiß ich nicht, ob ich da bin noch. Ja. Mach den spannend. Ich mach so, wie ich gucke. Mach, wie du Bock hast. Aber das geile ist halt, da spielt Upsets gegen Fnatic, was ja auch eins seiner Ex-Teams ist. Gegen Noah und Jun, die ja gerade aus Russland-Korea-Duo in Champions-Q waren die insane. Der ist der EDC? Noah. Ah, aber wer war der Jun? Was spielt er? Der ist der Support. Der ist gerade erst in den EDC gekommen. Der ist gerade frisch. Der ist noch ein komplett unbeschriebenes Blatt eigentlich. Und der wurde gescoutet, reingeholt und der Bro sah in den Champions-Q extrem gut aus. Geil. Auch schon so auf Englisch ein bisschen rumgemimt. Er kann Englisch. Ja, scheint nicht so gut. Noah will dem helfen. Aber das ist ja super spannend, wenn K-Cop gegen Fnatic Ramos das... Wie viel hast du denn heute schon über Leute? Rede mit den Leuten. Über League? Ja, über das Meta und so einen Scheiß. Ich bin gerade das Live gegangen. Ich hab noch gar nicht gehört. Voll gut. Da haben wir noch alles vor uns. Ich hab tatsächlich dann noch ein Game gemacht. Gut. Nachdem du mich heute gecoacht hast. Ja. War, also die Batterie war leer. Also ich war wirklich, ich stand 3-1 kurz oder 3-0 und dann bin ich gestorben mit Nocturne. Und dann nur noch gefeedet. Ja. Das Todes war schlimm. Und dann hat mein Olaf aber beschlossen. Der hat schon zwei Turrets innerhalb von 10 Minuten genommen, dass jetzt Schluss ist. Und dann hat er den Nexus schneller zerkloppt als drei andere. Das war ein Base Race? Ja. Cool. Und das hat er gewonnen, 3 gegen 1. Das ist heftig. Der ist auch, glaube ich, kurz in den Laser für die Attack Speed gegangen. Also das war einfach insane. Wirklich? In den Laser? Also damit hat keiner gerechnet. Das wäre schon sehr, sehr, sehr cool. Ich war quasi siebenmal dabei, mir einen Burger zu bestellen, weil ich so oft tot war. Der dann auch ankam. Und dann habe ich im Stream einen Burger gefressen wie das letzte Schwein. Und währenddessen im Duo-Q mit Bröki. Wow. Der dann auch was bestellt hat. Und wir standen dann oft AFK rum und haben gegessen. Geil. Und gewonnen am Ende. Das ist natürlich verrückt, dass es geklappt hat. Ne, das ist stupid. Aber so ist LOL normal. Hat aber actually sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe richtig Bock. Und normalerweise, wenn mir ein Game schon Spaß macht, ist es übelst schön zu sehen, was da die Pros machen. Weil du hast ja selbst gemeint. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass du noch gar nichts weißt. Also nicht gar nichts, aber ich habe bei zwei Tagen Solo-Q gespammt. Ja. Das ist gute Info, aber es ist nicht außergekehrt nicht viel. Es ist keine Team-Info, ne? Ja, es ist nicht viel Team-Info. Die habe ich eher aus Champions-Q. Und die Items halt wirklich komplett zu kennen und zu verinnerlichen. Das dauert dann noch durchaus ein bisschen länger, als man denkt. Kathleen, hast du was zu trinken für mich? Ja, hier, bitte. Oh, das ist super lieb von dir. Ich habe wirklich Durst. Könnte Maxim. Ich höre dich nicht, aber ich sehe dein Sandwich. Habt ihr Saft? Ja? Dann nehme ich so einen O-Saft. Direktsaft, nicht trüb. Mit Eis und einer halben Zwiebel. Das ist aber lecker. Zwiebel, weißt du nicht? Dann nur eine Kartoffel. Eine große Kartoffel hätte ich da gerne. So, Leute. Wir haben noch so circa drei Minuten, glaube ich. Dann darf ich rüber wechseln. Maxine, die Frage ist, wollen wir das dann im Stehen machen? Oder wollen wir sitzen starten? Ich glaube, wenn wir jetzt stehen, sieht das Kamerabild sehr geil scheiße aus. Haben wir eingestellt, dass es geht? Wie? Ich habe eine Stehenszene und eine Sitzenszene. Boah, das will ich sehen. Wenn ich jetzt drücke, bist du gebannt? Also, dann würde du auch nicht glücklich sein mit mir. Aber wenn ich das mache, ist das auch nicht. Ja, ich würde ungern am ersten Tag... So für ein Frame? Nein. Na gut, okay. Nein. Ich stelle mein Gesicht davor. Armin, nein. Dann siehst du eh nichts, was du sehen willst. Nö, die sehen nur ganz kurz mein Face. So ganz nah. Maxine Böse, das was Madikun schreibt. Sehr böse von dir. Ich zeige einfach kurz meinen Arsch. Nein, das gefällt doch Riot. Was hast du noch so für Tasten? Dive Deep steht ja. Das ist der Einsegnet mit FVM. Oh, krass. Was ist das? Einfach Analyse von dem Weekly. Oh, cool. Und was ist... Ah, Stand-Up verstehe ich. Stand-Up, Full-Shot. Ja, komm, die Szene sind easy. Das musst du alles selber machen. Ich habe auch gedacht, hey, wo sind meine Handlanger? Hat hier die Regie für mich übernehmen. Ich dachte, Philipp ist hier. Ja, Philipp warst ein Loser, oder? Philipp hat mir gesagt, er ist ein Drittel Kathleen heute. Ja, weiß ich nicht. Kathleen ist ein Drittel Kathleen. Ja, maximal ist ein Drittel Kathleen. Und dann ist noch jemand hier. Alina oder so? Ja, die ist maximal ein Viertel Kathleen. Alina ist ein Viertel Kathleen. Boah, da haben wir richtig... Warte mal, wie viele Kathleen haben wir denn dann? Ja, zu wenig. Bei zwei Viertel sind nicht ein Drittel, ne? Die arbeitet eh nicht, sage ich Ihnen schon seit Jahren. Boah, das ist krass. Kathleen, hörst du das? Leute, klipp das, schick dir das. Kathleen.de.vm. Sie hat noch nie gearbeitet. Oh mein Gott! Ich drücke jetzt hier gleich auf den Knopf. Auf den Stand-Knopf. Weil ich dann wegrenne. Das ist geil. Das ist total. Kathleen muss ja hier einiges aushalten. So, Leute, noch zwei Minuten, oder? Der Trautern bei der DC sagt zwei Minuten. Wie spät ist es denn überhaupt? Bei mir steht hier fünf vor, aber es ist gar nicht. Es ist zwei vor. Glaubst du nicht eigentlich, dass die ganzen On-Air-Talents in der Hauptanalyse so unfassbar gut aussehen? Und dann schalten wir bald zu uns. Ja, das sehen die Leute zum Glück nicht. Boah, das ist krass. Aber die anderen Großstümer, ich habe schon Eber gesehen, Cadell und so, die sind extra hierher gekommen. Ja, die waren auch alle hier. Eber ist auch hier. Heftig. Ja, und die sehen aus wie wir. Das ist gut. Da bin ich sehr froh. Das ist entspannt. Das ist ein richtiger Oger. Ich weiß nicht, ob ich hier schon in die Analyse geguckt habe. Die sehen alle so hübsch aus. Und dann, oh, vielen Dank. Wo ist die Zwiebel? Ich habe reingeguckt. Na gut. Danke dir. Das ist voll lieb. Sollte mal gucken, ob wir gleich gemeinsam runterzählen können. Also wir haben halt keinen Timer, deswegen geht es wahrscheinlich eh nicht. Aber in einer Minute darf die Kamera an sein. Und dann könnt ihr uns endlich sehen. Und ihr seht dann auch. Ach du, woher? Also du, weil die Analyse dann vorbei ist? Nein, weil da oben der Timer vorbei ist. Da steht aber 30 Sekunden da. Sind wir in der Vergangenheit? Ich weiß nicht, ob wir unsere Fresse halten müssen, wenn der Timer los geht. Weil die wollen die Arena präsentieren. Das kann ich nicht. Also wir müssen mir gucken. Ich werde die ganze Zeit durchreden. Ja, weiß ich nicht. Ich rede sogar auf dem Klo alleine weiter. Strong. Ich gucke dann deinen Stream und antworte dir einfach. Auf Fragen, die du nie gestellt hast. Bis ich rausgeschmissen werde. Ich kannte auch irgendwo die andere Szene in den Preview reinnehmen, aber ich weiß legit nicht wie. Mach keinen Fehler. Ich lenk dich nicht ab. Du verkackst jetzt nicht den tollsten Moment in dem Adlershof. Wir hören mal Schocks so. Schocks redet ja gerade. Wir müssen gleich rüber schalten. I think we can do it too. Also ich höre den Bass. Wir gehen rüber, oder? Das sieht nach Arbeit aus. Wir gehen rüber. Let's do this. Wir gehen rüber. Rein da. Hoffentlich klappt das. Guck mal. Oh, Maxi, man sieht dich. Man sieht nur mich. Perfekt. Nee, sag mal. Das ist schon ein ganz guter Co-Stream so. Das ist aber wild. Warte mal. Chat, ihr müsst mir jetzt helfen. Habt ihr genug Sound? Die Kamera ist nicht mehr komplett. Die Kamera ist nicht mehr richtig. Die Kamera ist ganz schlecht. Habt ihr habt den Sound? Also Sido macht den Ton. Können wir bitte Bushido reinholen für die Camp? Also wir machen jetzt die Stand-Up-Camp. Ja, ich habe auch keine Sound-Up-Camp. Warte mal, hier waren die Leute gerade geboot. Das ist heftig. Oh, die kamen Kopfhands. Die sind crazy. Ja, wie machen wir das? Das ist immer machen wir jetzt. Nein, nein, also erst mal müssen wir Sound. Da steht kein Sound. Bruder, guck mal. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich stehe jetzt auf. Ich gehe jetzt nach vorne. Aber wir kriegen auch keinen Sound-Feed gerade. Das schaffst du. Achso, weil das keine OBS ist. Das ist irgendwie komisch. Aber ich gehe einfach nach vorne. Habt ihr jetzt Sound? Wenn ich brauchen, wir drängen, Techniker. Aber ihr hättet jetzt immer noch keinen Sound, oder, Chat? Chat, habt ihr Sound? Nope. Okay. Wir brauchen Hilfe. Äh, denn wir haben, warum ist Maxim so vor der Kamera? Look at Maxim. Kathleen, wir haben gar keinen Sound. Wir haben gar keinen Sound. Also überhaupt nicht. We need the sound. Vor allem, man sieht dich gerade. Warte, ich halt wieder. Ja, man sieht, das ist ja egal. Wir brauchen einen, wir haben keinen Sound-Oppout, so oder so. Wir haben keinen Sound allgemein. Wir haben keinen Sound-Oppout. Uns wird keiner gesendet. Ich kann ihn nicht anmachen und er ist nicht da. Er wird mir nicht gegeben. Ich kann ihn nicht einspeisen, weil er nicht da ist. Jetzt hat Kathleen, während sie rausgelaufen ist. Kathleen hat den Stuhl kaputt gemacht. Mein Monitorkabel rausgekickt. Jetzt habe ich einen Monitor weniger gehabt. Das ist schon schlimm. Aber ist das jetzt mit Ton? Wir haben gar keinen Ton. Wir können keinen Ton anmachen, da ist kein Ton. Guck mal, ich habe ein Stück Stuhl. Riot Games. Das ist wie so ein großes Handy. Hallo? Können ihr uns hören? Sound da. Guck mal, da steht Sound da. Ist kein Chaos. Seid ihr dumm? Es gibt keinen Clean-Feed-Sound. Wir sehen jetzt gerade, was wir sehen mit Kasi. Ja, aber da steht auch alles drunter. Ich muss mal lesen, Bitch. Die Kameras sind jetzt auch nicht gut. Darf ich Bitches sein? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Sie hat den Stuhl zerstört. Sie hat legit den Stuhl zerstört. Jetzt sind wir ja noch kleiner. Ja. Was hast du denn hier für Camps eingestellt? Das habe ich nicht eingestellt. Jetzt ist es wieder kein Sound. Sirus-Sound. Ja, wir haben ja die ganze Zeit keinen Sound. Wir hatten nur uns. Entschuldigung. Das war Kathleen. So. Ja, Chat, ne? Also soll ich euch sagen, der erste Tag im neuen Studio kann manchmal ein bisschen verrückt sein. Wieso? Verrückt. Das ist doch toll. Und die Kameras auch komplett scaft. Also da steht Maxim XD. Nee, das ist für mich ein toller Tag am Ende. Soll ich wieder vorgehen? Man zieht halt unsere... Also müssen uns einfach nachher hinstellen. Wieso? Wir machen den Sitz einfach hoch. Toll. Oh, das ist aber ein großer Hebel. Holy shit. Ich kenne es hier. Das ist doch ein Katapult bestimmt. Lass einfach hinstellen. Oh, der hat doch nicht. Maxim, ich hätte jetzt hin. Ich nehme mich jetzt hin. Ja, mach mir das hier. Oh, ich habe dir kurz einen Arsch gegriffen. Was hat keiner gesehen. Das kann auch Licht aus. Das ist schwarz jetzt. Ganz sage hier, dass es doch wirklich dunkel ist. So müssen ein heißes sein. Oh, jetzt hell. Ohne Musik. Boah, das ist krass. Soll ich die Musik machen? Ja. Das ist ein Beatbox. Ich wurde gerade heftig geblendet. Aber von einem super Scheinwerfer, Bruder. Ich mache mal eine Instagram-Story. Ja, das ist richtig. Na gut. Wir sind einfach schwarze Schatten. Ja, wir können so ein Schattenspiel machen. Ich bin Nasus. Und da kommen die Coaches. Das Bild haben sie ja. Oh, der ist aber höchst attraktiv. Die sehen die alles gut aus. Der sieht so scheiße aus. Deswegen ist das Licht auch aus. Die machen jetzt das ist Selbstschutz. Aber sieht schön aus. Oh, da freuen sich die Leute schon. Also G2-mäßig sind die wirklich gut dabei. Ah, jetzt ist das Licht. Guck. Ja? Man sieht deinen Kopf fliegen. Ja, das ist mein Kopf. Also hier ist auch ein Kopf. Das ist doch toll, Leute. Kannst du den Monitor hier sehen? Weißt du, warum die alles am Ende ändern mussten? Mit den Kameras und dem Monitor? Nein, warum? Weil du von der Bühne aus auf unsere Monitore gucken kommst du sonst. Weil die Spiele hätten auf unseren Monitoren sehen können, wenn jemand Nasus macht. Bro, das ist aber so weit weg. Ja, man. Ich weiß. Aber deswegen ist es ja auch voll cool von heute. Das sind die competitive integrity bewahren. Deswegen haben sie alles umgestellt. Und jetzt ist halt alles umgestellt. Willst du hier reinkommen? Ja. Willst du reinkommen? Ich bin ein fliegender Kopf. So, pass auf. Also ich mach jetzt den Stuhl weg. Dann bin ich jetzt hier. Aber wenn wir uns hier ans Geländer lehnen. Also das müssen wir noch ein bisschen. Dann reicht das Kabel nicht. Alter, es muss noch jemand zurechtkommen. Alter, das geht ja wirklich nicht. So, warte, aber so sind wir gut. Also, Pick-und-Bann-Phase. Möchte ein bisschen über Loll reden? Ja, super gerne. Die Kamera ist auf. Wir machen mal die Draft an. Das ist jetzt auch nicht richtig. Das ist ganz schlecht. Mach nochmal zurück. Mein Kopf ist. Oh, guck, ich bin schockst. Warte, bleib so. Aber unsere Kamera ist fein. Hi. Wir sehen jetzt nicht die Bands, Maxim. Wieso, wir sehen die Bands? Die sind da unten. Ja, wir sind über den Champions nur drüber. Das ist doch nicht schlimm. Ja, Chad, es tut mir leid, aber das ist, die haben nochmal alles umgeschnitten. Das ist jetzt leider Monsters-Kraft. Also kein Knopf ist gut, ja. Es ist jetzt für den Start Monsters-Kraft, aber es gehört ja auch dazu, weißt du? Das gehört für die. Oh, die werden noch höher. Und Philipp macht seinen Kopf einfach weg. Da. Die ist runter. Oh, mein Gott, Philipp. Aber jetzt sind wir oben abgeschnitten. Das ist auch peinlich. Du musst noch ein bisschen höher jetzt. Guck mal, sie steht da und guckt, ob wir richtig eingeschritten sind im Stream, weißt du? Ah, das ist... Sie hat ein bisschen Delay. Und jetzt kommt... Oh, ja, guck mal. Das ist schwierig. Auf lange Sicht. Ist das schrecklich. Na gut. Also, ihr habt schon ein paar Pics eingeloggt. So, ich gebe jetzt Info über League of Legends. Das ist Kalista. Ja. Champions-Q, Kalista, Turbo-OP. Warum ist Turbo-OP? Weil du für Priorität Botnag ist und wählen kannst. Baut ihr dieses Static-Dash-Aufbau-Item? Nee, du kannst ganz viele Textpäder einfach gehen. Ein-onored-Items-Railspit. Unseren Koalik-Ratsstube ist sehr, sehr happy. Akali, Storm-Search-Abuse, mega-OP. Am DHB-Patch ist ja auch noch nicht online. Ja. Ich habe Storm-Search verstanden. Ich habe jetzt auf dem Weg hierhin Johnny's Patch-Notes gelesen. Ja. Und gehört, meine ich. Kann ich hier lesen. Und die Idee ist ja übel cool. Der Bürst ist ja... Die schafft ja immer ein Drittel der HP, oder? Ja. Mit der Kombo. Ja. Was los? Mach ich was falsch? Du musst das mal abnehmen. Ich muss das abnehmen? Ja. Den ganzen Pullover? Nein, nein, dein Patch. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, warum. Alles gut, alles gut. Da wurde ich mir gerade darum gebeten. Ich habe was lernen gehabt. Ja, sorry, wo waren wir? Storm-Search. Ich bin jetzt nackt. So, Storm-Search. Storm-Search ist geil. Vor allen Dingen, wenn du ihn tötest, dass es extra Kohle gibt. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die Explosion selber gemerkt, weil ich das mit Norfolk gespielt habe. Ist ja klar. Und die extra Kohle fand ich sehr, sehr cool. Glaube aber nicht, dass es einmal im Spiel passieren wird. Weil dürfen andere helfen innerhalb der ersten drei Sekunden? Damit einer platzt? Du willst ja den Procifer nur haben für den Damage danach. Ja, für den Damage ist klar. Aber wenn du den tötest, gibt es Geld. Werden wir das sehen? Ey, komm, das ist ein Kast am Minier. Ey, das ist so egal. Und noch eins. Ist so egal. Ist so egal. Na gut, okay. Aber Akali mit den neuen Items, gerade so Storm-Search, Shadow-Flame, selbst Protobelt kann man reinwerfen. Das ist das Ding mit den neuen Items. Einige sind so unfassbar günstig, dass du einfach diese kleinen, frühen Pause-Block haben kannst, die im Lidic-Alms einfach nicht möglich waren. Warum ist Jaxx okay? Ja, Dathenik Hydra kann er recht gut nutzen. Er ist wahrscheinlich der beste Bruiser-Top-Laner und er wurde in Champions-Queue absurd viel gespielt. Aber ich dachte, Bruiser sind scheiße. Er ist der einzige. Wir haben vielleicht Artox, der okay ist. Ich denke, Fiora, Camille, Renekton, alle recht dead. Aber es gibt wohl auch einen Dathenik Hydra, Black Cleaver, Tank Renekton-Build, der ganz gut sein soll. Ich bin auch persönlich extrem gespannt auf Top-Laner. Range-Top-Laner? Ah, AP-Top-Laner eigentlich. Okay. Je nachdem, wie viel MR der Gegner kaufen kann. Aber du siehst, also wenn wir auf BDS-Draft-Lats achten, gibt der Twitch-Chat. Kalista, Nocturne, Akali. Das sind alles ST-Champions auf dem neuen Patch in Season 14. Allesamt geil. Hack-Stack-Chessblade haben wir heute Maxime Busen sehen in der Solo-Queue. Akali mit Storm-Search und auch natürlich Kalista für permanente Priorität. Was ihr jetzt sehen könntet mit dieser Art-Draft ist, dass sie permanent Botnet-Prio kriegen und dann Jungle einfach permanent die Bot-Seite erwähnen können. Das ist nämlich auf Red-Seite extrem angreifbar. Umso wichtiger ein Champion wie Renate, um nicht gedrived werden zu können. Ja. Weiß super stumpf. Wir haben heute eine schlimme Wahl gesehen. Wir werden nicht diese Assassin-Wahl sehen. Auf gar keinen Fall. Wir sehen einfach eine normale Bruiser aus, sogar eine Full-Tank-Variante. Ich glaube, Standard Sky of E is nicht toll. Es ist auf jeden Fall schlechter als Divine Sandra. Hail of Blade 2 kann ich mir nicht vorstellen, wie sie ab und zu zur Lucke gespielt wird. Ja. Aber ich werde gerne von Yike überrascht, denn wenn jemand gucken kann, dann die Spieler von T2. Broken Blade, Yike Caps sind auf jeden Fall für wirre und wilde Champions bekannt. Während die Botnet, Miki und Hans-Tame auch oftmals normal gespielt. Na klar, Miki, somit der Sandra-Pick, bla bla bla. Ja. Aber gerade auch Yike ist ja einer unserer wenigen wirklichen Carry-Jungler in Europa. Und gerade das kann diese Season sehr geil sein, weil Tanks recht weak aussehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Team von BDS sieht richtig nach Geballer aus. Also für ein erstes Game ist es doch Best of One. Ist es Best of One. Alter, die hauen sich halt auf die fucking Fresse. Aber die darf das geil. Die ist brutal. Also wirklich geil. Also das ist schlimm. Also das ist geil. Wir Assassin-Champions. Kalista ist ja auch reibwegs permanent in deinem Gesicht. Ey, das hast du gesagt, das ist scheiße. Ja, nee, mit der Technik High oder Tankbit habe ich gesehen, dass es okay war. Okay. Aber ich würde selbst nicht spielen wollen. Ja. Weil ich gehörschen ist auf einem anderen Level natürlich. Der gute Adam ist natürlich für seinen Rack bekannt. Der Adam besser als du? Wir haben ihn gescrimmt mit einem O sogar. Oh, und? Von Miracron. Und er ist besser als ich. Okay. War auch damals schon. Bisschen besser oder übelst krass? Bisschen. Also am Ende in den Extremen macht das nochmal einen großen Unterschied. Wenn du ein bisschen besser bist, kann sich das hart snowballen. Okay. Und da haben wir auch gegen ihn gescrimmt, als er Renekton gespielt hat. Ja. Und einfach permanent Waves geproxied und hat ganz viel Info auf der Argo-Ring geholt. Das war schon sehr stark von ihm. Gerade Renekton ist ein Charakter, das ist, wenn er einmal Priorität kriegt, kann er die halten. Und das macht Adam sehr, sehr stark. Definitiv. Broken Blade jetzt mit der Gwen. Ja, ist das eine gute Antwort? Ja, sehr gut. Vor Worlds wurde Renekton 6 Magic Resistance weggenommen. Das hat ihm sehr wehgetan gegen Rumble, Kennen, Gwen. Ja. Der Patch natürlich immer noch, die Daten sind gleich geblieben, auch wenn sie sind 14. Heißt, Gwen ist immer noch nice gegen ihn, kann auch ihr Gneit spielen und ihn aber das Leben zur Hölle machen. Generell AP-Top-Land aus meiner Sicht sehr, sehr strong. Was hältst du von Nico? Ist Nico eine Option gegen Akali, weil sie so frei eingeloggt worden ist? Auf jeden Fall. Du kriegst Prio Early Game, was Bot denn absichert. Und das muss die Tour auf jeden Fall cover. Top-Land ist eine Insel in dieser Begegnung, weil Top-Land generell hart zu ganken ist. Und dann willst du permanent diesem Mann helfen, den ihr auf eurem Bildschirm seht, nämlich Micky. Aber du hast gesagt, die Voidlinge sind übelst krass. Ist das dann keine Insel mehr? Ja, Voidlinge. Die ersten Voidlinge ist von der fünften, genau wie der Drache. Wenn du Voidlinge für Drake treibst, bist du glücklich. Ja. Also ist okay. Wenn du der WhatsApp noch einen Dive und eine Platte kriegen kannst, wäre es insane. Bist du, was auch insane wäre, ihr Liebter Chat? Was denn? Wenn wir jetzt bitte Sound kriegen für In-Game. Aber wir brauchen einfach noch Ton. Also ihr habt ja Sound ein bisschen über uns. Wir können auch die Mics nach außen drehen. Ja, bei In-Game brauchen wir jetzt schon Sound. In-Game brauchen wir Sound. Also es wäre jetzt schon geil gewesen, aber in-Draft ist nicht so schlimm zu sagen, wir hören das. Bei uns ist übel geil. Aber hilft euch ja nicht, habe ich gehört. Ja. Ja, mal kurz, ihr seht jetzt hier vor uns so leicht, die K-Cop-Fans. Da hinten sitzen die Jungs, die Spieler. Da, und da ist Gwen. Wir haben quasi, es geht es mir, ihre Kokos, der Boos, und wir sind halt so in der Ecke drin, dass wir so einmal komplett rumgucken können. Die gehen das jetzt so rund. Und es sieht wirklich richtig aus, mit den ganzen Panels. Wir gehen rein ins Game. Ich hoffe, wir können euch schnellstmöglich auch Sound-In-Game geben. Wir können uns wieder hin, jetzt wenn du willst, willst du das zum Stehen machen, oder? Wir können ja auch stehen. Ja, dachte ich eigentlich. Guck mal einfach mal, kannst du die Kamera bewegen? Oh, du bist schlau. Ja, ich habe alle Kameras vorbereitet, aber dann haben sie, wie gesagt, die Moni-Side selber vorbereitet. Nein, der Typ, der Techniker hat alles gemacht. Sido. Sido, genau. Und dann mussten die aber nochmal das anpassen, weil halt die Moni-Side sich bewandt. Das ist geil von BDS. Das sollten sie das ganze Game machen. Einfach permanent Blue-Side-in-Vade. Leute, das Ding, nachdem die Wände weg sind, ist, Grumble-Roofs sind so nah beieinander, du kannst super easy invaden und dann großen Erfolg haben, was Camps angeht, aber du kannst natürlich auch ebenfalls aber Botlane-Dive mit all den Wänden. Werden die die ganze Zeit Push haben? Also die dürfen es ja irgendwann nicht mehr. Ja. Werden die ganze Zeit Push haben? Also sie werden, Kalista wird den Push halten, Aphelos kann frühestens auch Flammenwerfer eigentlich entgegenhalten. Das Problem ist halt, wenn du einmal nach vorne steppst, 1, Level 2 oder so, kann Pyke einfach Hook treffen und dann kannst du fast All-In werden. Deswegen später zahlen wir hier mit unfassbarer Sicherheit. Mit Ghost Exhaust und noch Fleet Footwork, nicht unbedingt üblich. Die spielen beide Halo Blade. Ja, die Bullen dich, Ölige. Das sieht so scheiße aus, aber es ist echt insane. Und da Sido kommt. Sido ist on his way. Ja. Oh mein Gott, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen den Ton von ihm. Ja. Ihr sagt aber Bescheid, ihr müsst jetzt auch mitspielen, Leute. Wir hören ja auch gar nichts. Das ist tatsächlich nicht. Ich höre was. Ja, du heißt nicht In-Game. Ich will In-Game-Sound. Ah, In-Game-Sound stelle ich mir gerade nur vor, ja. Wobei, ne, ein bisschen überhören wir es quasi darüber. So, wir müssen nichts machen. Oh, nice move. Das ist krass. Hier ist quasi Reckseye-Tunnel. Einfach hier reingetunnel. Das war fantastisch. Und dann immer noch nicht zu sehen. Richtig kalt von Mickey und Hans. Also gerade, wenn sie im Early-Game die Double-Head-of-Blades-User so einschränken können, dass sie eben nicht von Level 2 überrascht werden, wäre das der Traum. Aber die werden jetzt ja den Push haben. Oh, der war aber dünn. Da war ich mir sehr, sehr sicher, dass der Bums eigentlich hätte treffen sollen. Was passiert in der Mitte? Prügelt man sich bis alle Pots wechseln? Arcade ist super schwer rauszuressen, aber tatsächlich hat Nuklear sich dafür entschieden, so viel Footwork zu gehen, weil er so viel Angst hat vor Caps Harass. Das heißt, eigentlich harass Caps einfach die ganze Zeit, Arcade so staynt dagegen. Und der Niko-Pick sorgt dafür, dass du Prühe hast und den Bot-Land absichern kannst, weil solange das passiert, kann Caps auch irgendwann theoretisch move'n auf einem Slow-Push und den Bot-Land beistehen. Boah, das sieht auch scheiße aus, muss ich sagen. Ist Gwen da einfach so überlegen oder braucht Renekton drei Spells? Nee, Gwen ist einfach überlegen. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Wenn Brobland nicht missplayed, hat er Counter-Pick ihm die Lange gewonnen. Was ja da auch gut ist, du hast die Ignite-TP, alles stark davon. Ja, er geht in Vaden und er hat natürlich die ganzen Camps Bot-Side verloren. Deswegen braucht er unbedingt einen kleinen Crossman, sag ich mal. Das wird nach wie vor gemacht? Also wird's quasi Schee irgendwann rüberlaufen? Macht das Sinn, dass er dann trotzdem noch seine Wölfe oder sowas ausfordert? Er würde Sinn ergeben, er wird in beiden Solo-Lanes reingepusht. Das heißt, wenn er jetzt move'n würde, würde er einfach invaded werden von Caps auch noch. Guck mal, siehst du, die Wand hinterher weg ist? Caps kann einfach durchlaufen, sofort bei Wölfen, Blue-Bow, was auch immer. Ach so, weil der Turm halt nicht auf ihn schießen würde, wenn er in den ganzen Kack-Minions. Ganz genau. Das ist so stark von G2 gewesen, dass sie halt Nico einloggen, um einfach ihre Lanes abzusichern oder ihren Jungler auch. Ja. Weil sie halt durch diese Prio und Mitlein einfach super viel Lanes im Playmaking einschränken können. Okay, aber er macht das ja bisher nicht schlecht. Also die Vi wird gut gefüttert, der Nocturne da unten ist ebenfalls am Chillen. Ja. Das sieht eigentlich noch halbwegs okay aus. Ich hätte es schlimmer erwartet. Chat, für euch jetzt kurzes Feedback, ne? Der Bro ist gerade dran an der Techniker und er schreibt, dass wir Clean-Feed-Sound kriegen. Es tut mir leid, dass es nicht direkt geklappt hat. Aber es sollte gleich möglich sein. Der Bro ist am Arbeiten. Richtig. Und es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Wir werden das gleich gefixed bekommen. Es ist auch so ein kleiner Podcast jetzt auch. Ihr könnt ja auch die Augen zumachen, das ist auch nicht schlecht. Müsst ihr uns auch nicht sehen. Ihr müsst euch vorstellen, es stehen gerade so sechs Leute vor unserer Tür und einer ist... Ja, das macht uns voll nervös. Die gucken auch alle durch die Tür durch. Alle versuchen den Sound zu fixen und er geht nicht an. Ah, es ist einfach schwierig. Also wir hören... Ne, also das hören wir nicht. Aber das hört sich gut an, muss ich sagen. Für die Leute vor Ort ist es Banger. Und ihr seht auch jetzt gerade die Ruhnen. Alles recht Standard, nichts überraschendes. Hell of Bad ist natürlich super dominant im Early-Game. Bis auf Anzama hat mich nichts überrascht eigentlich, was Flipsdruck angeht. Und hier Broken Blade. Und er denkt an, der Typ spielt Ignite. Also Adam eine Kombo plus... Also eine komplette Q-Kombo mit Auto-Tag und Ignite ist da oben schon solo-Kill. Das Krokodil muss aufpassen. Und She-O kann es aktuell covern, also sollte Adam okay sein. Aber Broken Blade macht dann einen starken Job. Hat aber fairerweise auch Spielkollz. Oh, das können Sie aber feiern. Oh, er flasht schon nach oben. Stark. Er flasht die Q. Jetzt kommt der Stunt vielleicht durch. Das ist She-O da. She-O trifft die Q. Und das ist fast Platz. Das ist vielleicht mit 400 Gold. Aber in der Mitte, Solo-Kill, Solo-Bolo. Ah, der muss flaschen. Das weiß ich gar nicht, ob man da Flash-Auto-Tag und nach oben rauflaufen kann beim Turm. Ob man da actually sicher ist. Also BDS macht hier einen sehr, sehr guten Start. Das hier sieht sehr, sehr Dive-mäßig aus schönes Glänz. Ganz stark, der überlebt das tatsächlich. Jetzt platzt er auf. Sehr, sehr spät. Na, und Labrov jetzt ein bisschen alone. Wird klein mal angepokt werden. Heilt sich noch nicht gegen. Turret tut auch nicht weh. TB war noch bad. Oh, mein Gott. What? Einfach Adam kam dazu. Der wirst du reported im Solo-Queue. Aber jetzt geht er sofort Bass und läuft wieder hoch. Das klappt vielleicht sogar actually. Ja, das ist super gut, weil die Bave rausgepusht war. Also BDS hier auf mehreren Leveln. Super erfolgreich. Sie kriegen noch nebenbei die Void-Grubs gemacht. Und wirklich toller Bait von Adam. Er sorgt dafür, dass Broken Blade natürlich in Solo-Kill will. Aber er hat halt Flash-Advantage, weil Broken Blade hat die Gneid spielt. Ja. Also Flash hat die viel gestreckte Queue, baitet damit die Gwen rein. Gwen ist tot dadurch. Einfach automatisch quasi. Und das ist etwas, was für G2 sonst immer funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier nochmal so einen Filter drüber gehauen, damit man es besser sieht. Der Replay-Filter. Das ist der Replay-Filter. Das ist auch so ein bisschen an den Tod angelehnt, weil man sich, das wird ja grauer Bildschirm. Das ist eine leichte Vorstufe davon. Ist aber gar nicht so schlimm. Na, und Hans Sammert, der letzte Auto-Take, der hat so, ah, das ist, also das, dass das noch gut ging, war krass. Aber das muss ich für ein Kompliment generell an T2 aussprechen, weil es machen sie sehr oft. Sie sind absolut bereit zu stehen. Oh, Problems, der ist getötet. Oh, ein Auto-Take noch. Der hat er macht. Und er stirbt sogar nicht. Adam Smurf. Darf er das? Adam Smurved. Er smurved, alles klar. Na gut. Er baitet Top-Lane rein, er baitet Top-Lane, tötet ihn damit. Na, die Beter Bot-Lane, tötet ihn damit jemanden und jetzt solo-Kidt er noch Top-Lane. Wieso hat er einen Level-Vorteil? Also bringen Champions mittlerweile ordentlich Level, wenn man die unten tötet? Er ist runter-Tip, hat doch die ganze Wave gefarmt. Weil das ist das, was G2 besser macht als jedes andere europäische Team. Sie sind bereit, auf Waves zu sterben und damit Leute zu traden, weil sie die ganze Wave verlieren werden. Und diesmal hat Adam runter-Tip-Lane und hat super viel XP aufgesaugt. Das ist krass. Siehst du BDS als Favoriten? Nein, überhaupt nicht. Du kennst G2 überhaupt nicht? Ich kenn G2 überhaupt nicht. Ich hätte plus gedacht, das ist ein Random-Team. Aber die machen sich gerade gut für ein Random-Team. Ja, also die sind halt alles Rookies. Vielleicht Rookie of the Split könnte an Caps gehen, das ist ein unbekanntes Spielerchen. Caps kenne ich nicht. Unbeschriebenes Blatt. Ja, vielleicht könnten sie hier der Favorit sein, aber er ist ein BDS, ein paar Fehler macht. Du siehst du da, Goldforder. Oh, Miggi, das Gesicht im Busch? Nee, hat er nicht. So, Lavrov, das ist hier die Frage. Dash kommt durch. Oh, das war schön gemacht von Caps. Ich hätte gedacht, das war der obere gewesen. Also keine entsprechende Reaktion. Deswegen passt das. Voidlinge wurden jetzt allerdings drei Stück gemacht. Ist ab sechs hier auch Schluss, so wie im Solo-Q? Wird man da schon geflamed? Ja, nein, so schlimm ist es nicht. Aber sechs sind schon sehr stark. Also die Chance, das sechs zu kriegen mit dem True-Damage an Turrets, wie auch den extra Voidling-Spawns, fallen schnell mal fünf Platten. Weil du kannst ja schon in der zehnten Elf-Minute haben, die sechs Voidlinge. Ja. Und dann geht's richtig los. Heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die True bereit ist, beide Spawns abzugeben. Vor allem, weil sie auch nicht in der Lage waren, einen Drag zu trainen. Okay. Sehen wir schon. She-O wieder da. Ist Level sechs. Die grüne Taste. Jetzt muss er eigentlich reingehen. Oh, er wartet ja übel lange. Ist er nicht in Range? Wer genau, sorry? Der Nocturne war doch in Ranges für die Ult. Wieso hat er jetzt nicht geultet? Ich glaube, sobald du nicht, wenn du nicht siehst, musst du aufpassen auf diesen Slow-Push. Gerade auch Hans Thomas Dizling-Gadget ist sehr stark. Jetzt geht er aber das Licht aus. Paranoia geht an. Ja, das ist aber übel spät. Ja, und damit ist man safe. Man ist safe. Da kann man nicht sterben. Oh, da kann man nicht sterben. Jetzt ein Reset, aber es klappt nicht. Hä, das war alles falsch gerade. Er hat vorher nicht geholt, wo der Hook gesessen hat. Die Frage ist halt, ob sich Jeyk Mitte gezeigt hat. Weil manchmal wartest du lieber auf den Giant, damit du nicht 3 gegen 3 spielen musst. Ja. Und Jeyk hat sich, glaube ich, Mitte gesagt, ich habe es nicht ganz gesehen. Aber wenn er darauf gewartet hätte, wäre es ein guter Play. Aber das ist halt das Absurde. Also, wie du gesagt hast, ist es ein super spät, der Play. Und trotzdem klappt er halt, die Peiko gesitzt. Ja, genau, weil der Hook nochmal überstark von Labroff war. Du bist ja geviert. Der übrigens auch viel in der Prime League gespielt, der, Leute. Ihr seht, der Aufstieg. 2020 war der mein primärer Gegner mit Big. Oha, siehst du? Da hast du noch viel gecastet. Da habe ich noch sehr viel gecastet. Das ist ein geiles Tage. Escape from Labroff. Na, es ist da gewesen. Ich habe sehr, sehr viele Wortwürze-Systeme aufgeschrieben. Labroff ist eines der tollsten Beispiele für europäische Talente. Denn wir haben ja nur wenige so gute Supportspieler. Aber der ist durch die ERLs durchgegangen und dann durch die Prime League. Und dann, ihr mal ist das gewonnen. Und es sind ja jetzt hier aufgestiegen. Gemeinsam damals mit dem Line-Up mit White Knight, Kasi. Also Kasi ist ja gleich ein Jahr quasi aufgestiegen. Und die beiden haben es absolut verdient. Also Labroff ist ein toller Spieler. Das ist auch tatsächlich der erhoffte Weg für Prime League Spieler. Dass man sich wirklich präsentiert und dann mit den Titeln natürlich. Das ist genau das, was ich nie geschafft habe. Toll. Und jetzt ist er hier. Du bist trotzdem hier. Du bist noch nicht da. Du bist halt hier. Hier ist auch schön. Weißt du, weil ich habe gegen Labroff bei Demi-Masters nämlich verloren. Ich habe gegen gespielt, also gegen Big. Und da haben wir verloren. Er hat gewonnen. Und Peng, L-10. Und ich nicht L-10. Du nicht hier. Und jetzt reportet der Mikaelin nämlich von Labroff. Und Labroff. Oh, Level Up! Der 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 Level Up! Oh, sofort uninstall. Der Level Up! Da würde ich jetzt einfach Minecraft installieren. Das ist ja absolut lost. Und jetzt nochmal die Y-Ult hinterher. Ja, der schafft das nicht. Der wird noch einmal gefisstet werden. Boah, die Demi-Mini! Schön übers Minion! Ehe! Ja, einfach fantastisch. Also das war sehr, sehr gut gemacht. Hat mir gefallen, aber der Level Up hat mich hier gebrochen. Ja, mich auch. Wir reden auch ein halbes Jahr über der Broff. Hype me und dann direkt wird er getötet. Das ist schlimm. Der Kassaker ist. Aber das tut auch weh. Sechs Voidlinge verlieren? Ja. Das ist schon viel True Damage of Turrets. Ich habe ja heute schon erzählt, dass mir das auch passiert ist. Und unser Team stand 15-0. Und dann wurde ich geflamed, weil ich die nicht gemacht habe. Alter, Adam... Das war nicht schön. So, Adam juckt einfach gar nichts. Der ist einfach... Der ist Stein. Der ist wirklich strong. Verstehst du? Weil er die Schere countert. Ja. Maxim, ich bin doch auch ein Boomer. Du bist halt übelst boomig, Mann. Ja, aber solange er kein Brunnen ist, ist alles gut. Oder das gefährliche Eichhörnchen. Naja, das ist natürlich auch... Also man muss doch sagen, Broken Blade ist mittlerweile so far behind, dass er nichts mehr machen kann nach diesem Play. Ja. Nachdem er gesurkert wurde, ist eh zu spät. Und der Titanic Hydra into Black Cleaver into Tank Build soll wohl gut sein. Einige Racken-Round-Tracks haben diesen Bild angespielt in Solo-Q. Und vielleicht kann Adam uns alle überzeugen davon, dass es insane ist. Er hat aktuell nicht W gemaxed, was wichtig ist. Oftmals ist W-Max geil mit so einem Out-Attack-Reset. Ja. Das progt ja auch auf deiner W, aber... Ach, weil es einfach mehr Damage macht. Und das war's. Aber so komisch, oder? Die Utility bleibt doch gleich. Oder geht der Pulldown ohne? Ja, geht nicht... Nein, die Utility bleibt gleich. Okay, dann ist es Shit. Aber was hat er für Burst, ne? Ja, aber es ist Shit. Ja, Shit generell, ne? Das ist ein bisschen so die Nostalgie-Saison. Wir haben super viele alte Items und Teams. Und Botlin, Micky. Oh, schöner Flash. Micky weiß da Bescheid. Hat auch noch seine Ult am Start. Labrov weiß noch nicht, wie die R-Taste funktionieren könnte. Es ist ja nicht da. Ja, dem geht hier für den Turm. Der Turm ist fast weg. Man hat Counter-Gang-Potenzial. Es ist 2 gegen 2. Oh, schöner Double Dash. Aber da sieht man schon, dass die Scherren dahinter fliegen. Aber das hat er nicht getroffen. Das ist bitter. Jetzt kommt so ein leichter Re-Engage. Hier wird nicht klappen. Das sind eine Menge Spieler oben. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Schöner Stun. Oh, Cap. Oh, Power die Ult nach vorne. 500 Gold waren das, by the way, für Wey. Das ist ein bisschen scheiße. Na, aber passiert den besten. Mitte wird hier ordentlich weggevoidet werden. Da sieht man natürlich den Bonus-Schaden. Das ist wirklich absurd viel. Jetzt tickt das ja noch nach der True-Damage von den Voidlings. Das macht sehr viel Damage. Also wirklich, auch nur wenn du nur ganz kurz hittest, ist es oftmals so 300 Damage, wenn du sechs Stück hast natürlich ausschließlich. Ja, deswegen ist es goldmäßig auch eigentlich okay, muss man sagen. Also beziehungsweise BDS sogar noch vorne. Botlin-Dive bin ich mir nicht ganz sicher. Boah, da ist Akali hinter den. Will Nuklear jetzt dazukommen? Die Antwort ist nein. Nein, das ist wirklich gut am Renata-Pick. Es ist sowohl ein Take-Away von der Kalista, weil es eine insane gute Combo ist, aber eben auch sehr hart zu diven. Haut Kalista-Sperre in die eigenen Leute? Ja, aber die kannst du nicht rausziehen. Boah, okay. Aber es kann ja sein, dass alle rausgezogen werden. Boah, das weiß ich. Chat, das müsst ihr mal sagen. Chat, auch mal helfen. Es sind ja zwei verschiedene Sperre. Nachdem du aus der Old rauskommst, dann kannst du dir auch selbst aus deinem Team mit rausziehen? Nee, oder? Ja, weil es kann ja sein, dass du noch welche im Gegner, aber auch in deinem Homie hast. Ja, nee, das geht ja nicht. Das wäre krass. Dann wird er geslowt. Warte, warte, warte. Chat, habt ihr gerade In-Game-Sound? Also ich höre ein bisschen was. Aber vielleicht stelle ich es mir auch nur vor. Vielleicht ist das der Button hier. Guck mal. Nee, der Strich. Ich habe den hochgezogen. Du hast den jetzt richtig hochgezogen. Guck mal, da steht Nö. Aber ich habe ein Jahr gesehen. Das reicht mir eigentlich. Ich habe auch keinen Sound. Das sind viele. Oder warte, das sind viele. Aber ich sehe wieder ein Jahr. Wollen wir kurz die Fresse halten? Entschuldigung. Also ich höre gar nichts. Ich höre den Cast auf jeden Fall. Weil ich höre den In-Game-Sound aus der Halle. In unserem Mikrofon. Ja, Leute, es stehen auch immer sechs Leute vor der Tür, die versuchen das zu fixen. Ich glaube, wir haben einfach keinen Sound. Die stehen auch nur da. Irgendwann ist es auch ineffizient. Ja. So. Du würdest jetzt sagen, es sind alles Kathleen. Aber die arbeiten eigentlich. Die arbeiten nicht. Es ist Standard. Es ist schwierig. Es ist schlimm. Es ist einfach unangenehm. So, Nuck. Nein. Ich stelle mir gerade so vor, wenn ich jetzt Zuschauer werde und ins Team reinkommt, wenn ich dieses Meme-Cat mit Kathleen arbeitet nicht, dann ist das hier hartes Mowing. Der muss das so weird finden. Na gut. Das muss dann so eine richtige Karen quasi sein. Ja. In dem Moment. Na, ist er aber nicht. Ja, Ted, wir sehen jetzt einfach ganz Standard-Item-Bilds eigentlich, wenn es um die neue Season geht. Protobet ist zurück. Dieser Item kostet nur noch 2.500 Gold. Wurde auf dem B-Patch genervt. Das ist noch nicht der B-Patch, ne? Der kam gestern Nacht. Ja. Der musste raus. Der war auch groß. Ja, war ziemlich groß. Das hier ist noch recht entspannt natürlich. Du hast jetzt hier easy mit 2.500 Gold bei Caps sehr viele Playmaking-Tools. Protobet war für Jahre bad, weil es einfach zu teuer war als Mythic-Item. Aber jetzt die Wlademirs, die Nikos und Co., die es alle eh schon gerne gekauft haben, lieben sie jetzt noch mehr. Können sie das in der Ultcasten? Hat sie da irgendwelche Restriktionen? Ja, sie können sogar flashen und so alles vorbereiten. Bam, Explosion. Das ist drastisch. Vor allem aber, sie wird sie jetzt Minion-Tal und Caps ist ein toller Playmaker. Caps ist ein bisschen so der wilde, wilde Part von D2, was Playmaking jetzt angeht. Gemeinsam mit Mickey. Und wenn D2 hinten liegt, dann guckt man auf Caps und auf Mickey, ob die nochmal irgendwo einen Vorteil rausholen können. Der Black Cleaver auf Yike, ist das worth, wenn man quasi nur Aphelios hat? Boah, das habe ich mich auch gerade gefragt tatsächlich, weil ich finde es nicht so nice. Natürlich Black Cleaver nur noch ein gutes Item. Aber was ist die Alternative? Genau. Du kannst halt nur Sun at Sky oder Spear of Children gehen. Spear of Children wurde geändert. Das macht ja 2% mehr Schaden auf Fähigkeiten. Yike macht nicht mehr Fähigkeit Damage, er macht viele Auto-Tags. Ja. Und Sun at Sky ist nicht so krass. OTP. Da kommt Adam. Der ist schon groß. Der ist sauer. Na, die Frage ist, was kann er machen? Hier ist jemand komplett blind. Mickey ist tot. Also es wird hier kein Reset geben. Er wurde geopfert, er ist selber geopfert, selber geweht. Klassiker. Na, und kommt da so raus. Ist er eigentlich okay? Oder für Drake? Ist er der zweite mittlerweile? Ja, ist fein. Sehr gut für sie getraded, wenn Broken Blade den ganzen Turm da nehmen darf. Danach sieht es aktuell aus. Als wäre es eigentlich langsam an wie die SDN Recall anzustreben. Denn sie sind stärker und sollten auf gar keinen Fall noch Harald abgeben. Ja. Wird jetzt hier wahrscheinlich auch dann entsprechend passieren. Eine Wave nimmt er noch. Kann man natürlich machen. Nook. Turm ist auch schon ordentlich down. Adam ist zur Stelle. Das ist ein ordentlicher Brock hier an der Stelle. Und diese Kack-Weutlinge. Na, die rasieren den da durch. Und noch mal zum Turm. Aber es bringt ja tatsächlich nicht wirklich viel. Kleinock. Was ist das da bitte? Okay. Die HP ist wieder ordentlich bei Caps. Na, das hat mich ein bisschen erschrocken. Das ist eine leichte Teamfighter-Engel, aber ohne Nocturnal, das macht dann keiner. Ein neues Overlay während des Teamfighters noch nie gesehen. Ich habe nicht hingeguckt. Oh. Ich war schon bei Caps. Mein Gehirn war so brutaler Alarm. Ja, Mann. Was ist mit seiner HP los? Teddy sieht auch gerade neue Items, ne? Bei Nocturnal sieht das Hextech-Chessblade. Das ist ein Item, das nur für ihn designt ist. Das ist nicht richtig. Doch. Das kannst du auch auf Jarvan spielen. Olaf und er. Olaf und er. Jarvan. Olaf. Truntle. Ich will nur kurz erklären, das Item gilt durch Attack-Speed, Leben und AD und eure Ult kriegt 30 Ability-Haste und wenn ihr ultet, kriegt ihr für 8 Sekunden 35% Attack-Speed und 15% Movement-Speed. Ist auch richtig gut auf Rexai. Nein, ist terrible auf Rexai. Als Nocturnal hat permanent Ult ab, hat insane Sets, wenn ihr ultet und ihr permanent reinholtet. Das ist super OP. Und Storm Surge ist das alte Storm Raider Surge, die alte Rune. Wenn du jemanden burstest, kriegst du ein Movement-Speed, macht dann noch ein bisschen Damage um drauf und ist ein sehr gutes AP-Item, für Champions, die kein Mana brauchen. Das heißt, viele Jungler brauchen ja kein Mana und halt sowas wie Akali, Rumble, Cannon lieben diese Seite. Ist auch wirklich geil. Also das verstehe ich. Ich habe jetzt noch im Chat gelesen, Twitch. Twitch, Marc? Mit Hextash-Played. Ja, aber ich habe über Vayne nachgedacht, weil Twitch will die Tank-Innen nicht wirklich, weil nicht so Nahkampf spielt, wenn ihr ultet. Aber Vayne wird gespottet. Ja, Vayne spielt super Nahkampf. Also die braucht ja oftmals so Triforz-Leben früher. Das heißt auch, Vayne ist interessant. Ich glaube nicht unbedingt auf Twitch. Aber wer weiß schon. Am Ende wird die Meta dann noch rausgefunden in den kommenden Wochen. Aber es ist eigentlich eine geile Idee. Also darüber nachzudenken, finde ich auf jeden Fall not bad. Oben haben wir natürlich die Healing-Variante. Das ist natürlich auch sehr, 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 sehr entspannt. Und Türme ist schon mal um nicht down. Also das ist tatsächlich jetzt so eine Frage, wie man weiterhin die Voidling auf der Seite von BDS nutzt. Erste Turret-Line tot wird. Das Spiel würde sich jetzt massiv entschleunigen, oder? Ja, 100%. Waves sind sonst wo. Es ist so, in die Dues Interesse zu warten. Ihr bestes Plan-Making-Tool ist Caps, der irgendwie auf eine Mini-Mave geht. Und währenddessen will BDS halt snowboarden. Aber BDS hat die beiden ersten Drags verloren. 32, unser europäischer Champion, kann einfach noch chillen. Und sind auch beides Teams, die bei den Worlds dabei waren. Und beide sind aber dann natürlich in Planes rausgeflogen. BDS, äh, nicht in Planes, Entschuldigung, in Swiss Stage. BDS hat sich die Planes richtig gut durchgekämpft. Geiles Comeback, ne? Sogar Reverse-Sweeped. Jetzt hier gegen die Tune der ersten Woche des Wintersblitz. Und da machen sie gerade eine gute Figur. Also ihr Meta-Reat finde ich ganz nice. Botland so viel Priorität generieren. Und das vollzogen der Snowboard ist stark. Sie haben keine Drachen bekommen, was für sie halt zackt. Aber vor allem Adam überzeugt hier durch seine Landingfest-Stärke. Aber du würdest sagen, dass sie verlieren? Ich würde sagen, die Tune kann easy outscalen. Also Palk und Kalista können sich später uses anfühlen, wenn sie halt dementsprechend outranged, outdisengaged werden. Gerade die Renate Holt ist da extrem gefährlich für. Ja, auf die Renate Holt freue ich mich tatsächlich. Generell ist hier super viel AOE-Schaden dabei. Wenn ich später gleich Caps vor Blossom Flash machen sehe, so ein bisschen Nico-World-Style, wenn der noch Richtung Stormsearch geht, der wird so viel Schaden machen. Auf Caps darf man da auf jeden Fall das Augenmerk richten. Wird das Stormsearch her? Nee. Das wird Stormsearch, denke ich. Er könnte Shadowflame gehen. Sie haben die Teile so nicht angeguckt. Du, ich muss auch noch alles auswendig lernen. Okay. Also ich habe schon ein gutes Gefühl, weil ich eine Menge Rumble- und Canyon-Games gespielt habe. Aber hier nicht Stormsearch auf Nico zu gehen, erscheint mir fahrlässig. Und Caps kann den Itembild dafür, also warum nicht? Na gut. Ja, ich habe bisher nur Nocturne-Games, Leute. Das ist absolut los. Nocturne und Rek'Sai. Nocturne und Tanks. Wobei die Tanks halt, also die Items, die Johnny heute in Patch Notes vorgelesen hat, klangen schon teilweise hin. Also einige Tanks-Items lesen sich geil. Aber sind, glaube ich, alle shit. Hier ist doch das Coole irgendwie, in Solo-Key sind wir jetzt super viel Nocturne-Ultid, einfach off-cooled on. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Nocturne-Ultid gesehen in dieses Game und er ist fast Level 11. Geo kriegt da kein Opening von D2. Genau wie du gesagt hast, das Game entschleunigt sich einfach ein bisschen, weil eben die Tue hier den Ton gerade angibt. In defensiver Art und Weise. Ja, bei D2-Counts liegt die Karte, aber die Tue-Catcher, alle Ressourcen, die sie brauchen, Camps und Waves, ist so sicher, dass sie quasi keinen Fight eingehen müssen. Und das ist sehr in ihrem Interesse, denn das kann man sonst easy snowballen. Der Golf-Versprung ist doch alles auf Atom. Also ist doch eigentlich schon egal, oder? Renekton, ich meine, er ist ein Ball, ein dicker Ball und nervt halt ohne Ende. Wird man sowas Glänziges noch gehen, um seinen W zu entgehen? Darf man das noch? Gibt es das noch? Ja, du kannst das Kauf-Mikaels Richtung QSS sowas gehen, aber ich denke nicht wirklich, dass das Notwendige ist. Irgendwer wird den Flash dann einfach tanken müssen mit seinem Stun. Alles klar. Ja, ist hart, aber du musst dann Renata wehen oder Renata ulten, während der Rest dann nicht wirklich voll und kann. Weil wenn er reinflasht, dann hast du so ein paar Blossom von Nico, während der Rest versucht, Damage zu machen. Das ist kein guter Play von Adam. Ich bin sehr interessiert. Der Thunder Sky, auch ein neues Item. Du hast alle sechs Sekunden noch die gleiche Person, kriegst du einen Auto-Attack, der kritet und teilt dich. Je weniger gelesen hast, desto mehr kritet hast. Das habe ich bereits gespielt auf Atox. Sah sehr gut aus gegen Meleys. Und das ist ein bisschen Divine-Sandra-Ersatz. Nicht so gut wie Divine-Sandra, aber eben können benutzt werden von der Drenakton und Aatrox, die ja sonst nie Schieneffekte auslösen konnten. Ja, jetzt kommt der nächste Drake. Das ist der erste tatsächlich für BDS. Ja. Entschleunigt natürlich auch das Vorhaben von G2. Der Endeffekt von dem Drachen ist aber ganz geil, oder? Die Seele. Die war actually gut. Die Seele ist insane. Aber immer noch sehr starke Stats von Ability-Haste und Tech-Speed. Exerjack macht viel und Jaiq wird hier Broken Blade Covern. Ist ganz, ganz wichtig, weil man eben nicht genau sichern und keinen Pro-Nocturn ist. Und jetzt aufgepasst, Miki, du kannst halt genocktern-ultet werden. Er muss ja wahrscheinlich sein Flash oder sein Ult zu den Joker. Läuft einfach raus, langweilig. Nee, Seele ist das so... Mach mal was, C2. Wir haben keine... Wie langweilig. Aber beruhig dich mal hier. Maxime, ich hab keinen Sound. Du hast selber gesagt, ich soll nachdenken. Ich hab keinen Sound. Ich stell mir den die ganze Zeit vor. Ich hab den nocturn-ultet in meinem Hör. Ich habe keinen Sound. Ich will Action. Was ist das überhaupt? Ist das Ghost? Wenn ich kein Audio habe, will ich visuell unterhalten werden. Was ist das hier? Was guckst du? Ich kann es nicht sehen. Das ist ein Smite. Das ist Shiggy. Das Smite ist ja unfassbar hässlich. Gut, dass ich das nicht höre. Das ist ja krass. Das ist Shiggy. Hey, guck mal. Ja, das ist Shiggy. Du smitest und dann, ja, Shiggy. Nee. Du slowest den Gegner. Du spielst dich selbst. Mach damit. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich sogar, Actually. Aber ich immer noch das Grüne wegen dir. Boah, ich mag. Das Grüne ist meines Schönes. Ich finde, ich habe es so geil, weil so generell ein Bruiser-Item mit Armour-AD. Oh, der Herbert. Wieso sitzt da keiner drin? Du musst ja nicht einsteigen. Maxime, nicht jeder. Also dein Drift heute war crazy. Ich war ein kompletter Torgerüttel. Das war verrückt. I wonder if you know. Ich habe es einfach nur in meinem Kopf gehört. Wer heute Morgen das Coaching mit Maxime gesehen hat, wo wir da... Ah, der macht's. Und er macht den Markov. Wo fährt er denn hin? Was auf, der macht voll. Caps. Nein, nein, er ist schlau. Er resettet das Ding, er fährt's zurück und dadurch ist es länger da. Aber es läuft gleich aus. Wie läuft aus? Er bleibt doch am Leben. Er hat jetzt helft des Spiels. Wieso hat er verloren? Ey, der hat nicht gecrashed. Es ist komplett useless. Es ist komplett useless. Er hat nicht gecrashed. Warum würdest du einsteigen? Das steht in den Patch Noles. Nein, er hat gemischtlicht. Er hat gemischtlicht. Das tausend Mal passiert in den Solo-Cue. Weil er ist rausgegangen oder was? Nein, er ist eingestiegen aus Versehen. Es hat eine riesige Box, die Scheiße. Du willst da hinklicken und du schlägst einfach ein. Du kannst es nicht canceln. Ja, das ist mir auch passiert. Weil der Play von Yike war, er will Harry Botlin spawnen und dann versuchen für NashVision und vielleicht sogar Nash-Setup zu generieren. Ja. Und dann geht Caps mit in den Drift. Also Caps ist auch nur ein Mensch, sagt. Amin, Caps hat gemischt liegt. Also keine andere Erklärung. Keine andere Erklärung. Aber dann hätte ja gleich gegen niemand von. Also das muss ich gleich nämlich nicht analysieren. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist krass. Das ist verrückt. Wir haben jetzt die nächsten Rektsai-Tunnel von Sido gesehen. Das war absolut fantastisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber. Das versteht niemand aus Hamilien. Das versteht wirklich keiner, oder? Aber für dich mache ich es einfach. Weil es einfach nur... Die Hauptsache erhultet uns nicht. So. Das wäre das Wichtigste. Gut. Der Techniker sieht aus wie Sido-Chat und der gleitet unter dem Tisch hindurch und fixe die ganze Zeit. Also das ist überkass. Er sieht wirklich aus wie Sido. E hat keinen Cooldown. Das ist einfach auch fantastisch. Was ein Bro. Ah, der Trier-Hard. Das finde ich gut. Der Trier-Hard komplett, dass wir Sound kriegen. Hoffentlich. Die haben übrigens einen geilen Pit. Die haben sogar drei Namen. Die Barons. Das habe ich auch gehört. Die haben drei Namen? Die haben drei verschiedene Namen. Wirklich? Weil die drei verschiedene Formen haben. Einer klingt sogar... Die machen sogar andere Spells. Das weiß ich. Das weiß ich auch. Das heftig. Das ist der Trichter-Nash. Der kann ich so ranziehen. Der heißt nicht Trichter-Nash. Ihr sagt nicht Trichter-Nash. Das ist der Trichter-Nash. Das ist der Doom-Nash. Das ist der Trichter-Nash. Nein, bei Doom Eternal gibt es so einen Typen, der holt jetzt zwei Spalten neben dir. Chat, abstimmen. Und dann kannst du weniger doll... Chat, ist es Trichter oder Doom? Das ist nicht Trichter. Das ist Doom-Nash. Trichter-Nash. Trichter-Nash klingt wie so ein Student, der die ganze Zeit... Ich habe einen guten Namen dafür. Der muss wirklich gut sein. Ich würde sagen, sowohl Doom als auch Trichter sind... Trichter... Habe ich fast schon wieder Bock drauf. Der Trichter. Aber es ist kein Trichter. Wer macht diesen Trichter-Move? Warum ist ein Trichter-Move? Rund. Das ist doch dumm. Nein, der macht so einen Trichter-Move. Erzähl dich so rein. Ach so. Ist ein Trichter-Move. Hä, das ist ein Grabber. Oh, warte, da ist passiert was. Oh, es passiert was. Oh, mein Gott. Da ist jemand gestorben. Aber ganz langsam und Quart toll. Ich liebe Broken Blades Plates. Das wird jetzt clean gesmited. Das wird clean gesmited. Der ist free. Free your mind. Nook. Nook guckt von der Seite. Oh, vielleicht Adley. Adam hat ja gar nichts dabei. Und Bob. Oh, sauberes Smile. 1100 habe ich da gesehen. Jetzt aber Adam. Jetzt aber Adam. Die Frage ist, er hat schon mal Yike ordentlich penetriert. Das ist ihm relativ scheißegal. Die gesamte HP ist noch da. Micky geht es nicht gut. Na, der ist auf jeden Fall aufgeplatzt. Aber ihn zu tauschen für den Baron, actually worth. Ja. Micky stirbt für Nash. Broken Blade stirbt Botnan. Am Ende okay für die Two. Sie sind immer noch in Gold. Okay, kämpfst du zum Minion. Ich suche vielleicht dann ein Play oder will er einfach nur... Aber die zählen durch. Ich habe ganz viele Insta-Videos gesehen. Okay, gut. Die zählen wirklich. Die sind so paranoid. Du kannst auf dem Scoreboard das auch sehen, ob das Fragezeichen da ist und nicht. Dann kannst du Niko auch sagen. Aber das ist schon eine Taste mehr drücken. Das ist schon unangenehm. Aber zählen ist auch sehr anstrengend wie The Wave. Also sieben. Kann das Menschen gehören nicht bis sieben gerade noch so zählen, wenn es anguckt? Das Ding ist, das Problem mit dem Zählmechanik ist, wenn Niko das dritte Caster-Minion ist. Das dritte Midi-Minion. Und sie läuft in Reichweite. Dann siehst du das vierte Midi-Minion nicht, weil dann gibt es ja vier Midis. Dann siehst du das nicht, bevor du in Reichweite bist von Flash-Protobelt-Ult. Heißt, wenn du zählst, ist es zu spät. Okay. Also wenn du siehst, ist es quasi schon Lost. Deswegen ist Niko ja so P gewesen mittlerweile. Und weil die W komplett unsichtbar gemacht hat. Oh, aber ja, apropos P. Schön auf Stunnen. Aber es ist bisher ein Abtausch, den man eigentlich nicht für G2 will. Protobelt, Defensive verwendet. Adam kommt hier nicht nochmal ran an den Kill. Wichtig, dass Protobelt, der Protobelt sagt schon, dass Broken Blade dabei war. Na, und der Protobelt für die Flucht gesorgt hat. Das könnte jetzt tatsächlich für G2 ein ordentlicher Goldregen sein. Absolut. Der Nash bringt ihn jetzt so viel, sind vielleicht gleich erstmalig in Gold vorne. Der Trum hier 800 Gold wert. Und das ist natürlich huge, wenn du noch ein paar Kills oben drauf bekommst. Broken Blade ist jetzt auch im Game endlich angekommen. Nach 0 direkt gibt er zwei Kills. Und er ist richtig stark bei den Items. Und der Mann zeigt das genau wie Gunji 2, dass man von behind einfach stallt und dann irgendwie BDS so die Optionen ausgegangen sind. Ja. Jetzt kommt das ganze Toral Gold noch dazu. Das fand ich so cool, weil Broken Blade war Botlane und die Mechanik bei Gwen ist eine ganz geile. Wenn Nocturne Licht ausmacht, muss er ja kurz auf die Ult warten, bevor er die reaktivieren kann. Ja. In der Sekunde kann Gwen W drücken und er kann sie nicht anklicken. Oh, das ist dies. Du kannst Splitpushen gegen Nocturne ohne Angst zu haben, wenn du halt mechanisch rechtzeitig timest. Aber du, wobei dein W kostet ja auch keinen Cooldown so wirklich, ne? Das heißt, du kannst immer drücken, wenn es dunkel ist. Basically ja. Immer, wenn du immer es dunkel ist, drückst du einfach W und du bist safe gegen Nocturne. Wenn Broken Blade es gut anwendet, kann man ihn nicht wirklich von B2 an den Punkt. Dann ist es mittlerweile ein Level über Adam. Kriegt das Senna auch? Senna? Ja. Ich glaube, Senna dauert länger. Also Gran ist ja instant. Senna muss erst noch seine Animation starten. Na gut. Also, hier sehen wir nochmal den Dive-Versuch. Adam sofort die Ult gezündet, was man verstehen kann. Dass man hier so lange durchstellt, ist absolut erschreckend von Jaik. Na, das heißt, hier muss man auch durch den Westen und da ist Broken Blade zur Stelle. Der ist da am Chasen. Lavrov muss ebenfalls zurück, kann da wenig helfen. Ich glaube, die Pai Golds haben bisher auch noch nicht so gefruchtet. Na, das heißt, extra Gold ist hier noch nicht viel geregnet worden. Absolut. Die Action hat im Early-Game recht schnell für BDS auch aufgehört. Jetzt kommt der Botnengang auf Caps, aber der ist strong. Aber er hat den Falschen geäht. Das ist bitter. Vier einfach auf die Puppe. Das ist natürlich doppelt bitter. Der Scheo muss jetzt quasi zurückziehen. Eis kommt noch von der Seite. Er traut sich nicht. Ist eine ADC. Er kann nur zuschauen. Na, absolut grausam. Adam währenddessen prügelt sich wie der letzte Vollidiot. Na, kann da einfach wenig tun. Er ist Renekton. Er ist langsam währenddessen Broken Blade. Sich da schön durchmacht. Was ist das für ein Damage, by the way? Holy shit. Labrov, Escape, Ult, könnte man fast schon sagen. Oh! Ein Crit. Na, der war ja übelst schnell tot. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Eis hat zugeschaut. Als Kalista ist das ganz toll. Du hast auch mehr Vision als andere ADCs. Na, um tatsächlich hier so als halber Caster für dein Team zu fungieren. Was natürlich in der Damage-Dealt-Geschichte nicht so gut ist. Absolut. Es sind wie so ein bisschen sad fast aus Sicht von BDS. Aber einfach geil von 22. Das ist so, BDS hat darauf gespielt und das geübt in Skrims und Co. mit Double Hell of Blades gegen Bot Empire. Und wir wollen das Game mit Drakes auch gewinnen. Aber sie tut direkt die ersten Mal Drakes. Und wenn Storms selbst das ganze Game haben sie kaum was gemacht. Weil BDS aus eigener Kraft nichts forsten konnte. Und auf einmal haben sie quasi outscaled. Gerade Brokeblade mit einem tollen Comeback. Mittlerweile 700 Gold wert. Wenn der Broke als Base geht für Death Cap, dann machen da die Scheren wirklich, also die Nadeln tatsächlich. Das ganze Team fast alleine. Die sind ja nicht tanky. Ich fand das jetzt schon genug Schaden, wenn ich ehrlich bin. Safe, Mann. Das war halt dumm. Weil das Ding ist halt, man chastet halt nach. Warum hält Caps eigentlich so viel aus? Das irritiert mich so ein bisschen. Weil Protobait und Stormstead beides sehr viel HP gibt. Sehr viel Leben. Stormstead gibt auch Leben? Ja, ja, ja. Ah, das ist dumm. Gibt Stormstead Leben? Ja. Ja, 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 Chat. Lass mich jetzt nicht dumm sein. Doch. Ich kauf das auch von mir. Full Dummheit. Trichter-Dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Trichter-Dumm. Komm, SR. Nein. Ich bin nicht dumm. Das ist Fremnein. Oh, nein, das ist heftig. Doch, es gibt doch Leben, oder? Oh, guck mal, guck mal, wie viele Neins das auch sind. Es werden auch immer mehr. Es werden nicht weniger. Du bist dumm, Tolkien, ja, Chat, ich denke, ich denke. Man sagt das nicht, man sagt das hier. Das peinliche ist, ich habe irgendwie zwölf Rumble Games und irgendwie 13 Candy Games oder so. Oh, das ist jedes Game gekauft. Das ist krass. Das ist bitter. Na gut. Da muss man so ein Stück weit schon... Ah, nee, Thomas. Warum ist er dann so tanky? Die Frage ist, hast du nicht beantwortet? Protobait ist doch nicht so OP. Was ist das Level? Oh, nee, er ist Level 17. Ja, mittlerweile. Ah, okay, er hat 300 Leben mehr. So, das war übrigens auch sein Leben. Das Verzweiflung von BDS. Er ist Verzweiflung. Zuck ist tot. Nee, Nuck, Entschuldigung. Und Sheo, schönes Flash, aber es wird ja nichts bringen, weil da kommen die Superscheren und irgendwie hat Nico durch die Blicke den anderen getötet oder irgendeine andere krasse Fähigkeit. Ich weiß es nicht mehr, ist der Area in den hergeflogen? Was war das? Das muss Area Scorch gewesen sein. Was ist Scorch? Der Storm Search Brock vielleicht, der progt ja auch ein bisschen später. Aber der war sehr langsam. Der war wirklich sehr, sehr spät. Sie pusht auf jeden Fall durch. G2, aber nach wie vor eine absolute Granatenmannschaft, bin ich ehrlich. BDS Anfang war absolut fantastisch. Jetzt versucht man leicht den Dive, dass der Renate holt und da dreht er sich um. Ein Stunt sein eigenem gefühlt. Na, kam aber, kann ich ein Stunt? Ja. Oh, das ist fies. Na, dann geht wahrscheinlich auch noch die Sperre. Tower Diven würde ich jetzt machen. Ja, oh, ja, ärgerlich. Na, ist gestorben, war aber ein sehr geiles Game. War, es hatte fünf Minuten lang keinen Spaß gemacht. Haben wir jetzt eigentlich Ton? Wir haben die ganze Zeit gar keinen Ton. Ah, ich hab dir den wirklich vorgestellt. Es ist super wirklich leicht. Ich hoffe, wir kriegen das gefixed für Game 2. Danke für die DGs in den Chat. Wir haben sie schon sich verdient. Ich würde wirklich sagen, so dumm es klingen mag, es war ein Unterschied von Erfahrung. Ich hasse das, wenn Leute so analysieren. Aber BDS hat in Scrims safe gepracticed. Wir haben Usen Bot, wir Diven Bot. Wir spielen dafür. Caps drafted Nico und das ganze Early Game ein bisschen hops. Dann traden sie diese Void Cups für Drachen, aber es ist nicht wirklich Worf. Sie kriegen keine Seele. Und dann wissen sie aber nicht, was sie machen, sondern mit Game. Und Stu sagt halt, ey, wir warten halt. Wir warten auf eure Fehler. Der Fehler war, wenn wir in the Botlane zu ganken, Nash zu verlieren. Game auf einmal in G2's Händen. Und dann ist halt auch ein Summit uns zu Ende. Wir sehen die Handshakes, die jetzt durchkommen, durchgekommen sind. Und die neue Arena, wie sie präsentiert wird, ist das vorne so eine LED-Fläche. Und da könntest du Sachen einblenden. Hast du da auch gerade reingeguckt? Ja, meine Augen wurden auch geblendet. Oh, nochmal! Ja, dreht sich um Maxim. Die snipen uns. Es ist nicht Worf. Es ist wirklich nicht Worf. Da ist auch der, da siehst du den? Der links unten. Links unten von Fanatic. Der zielt immer auf uns. Pass auf, gleich kommt er. Und jetzt. Der ist krass, oder? Ja, der leuchtet uns an. Der leuchtet uns heftig an. Ich sehe euch nicht mehr. Wenn ich die Augen zumache, habe ich überall Kreise. Das wird nachher so schlimm, ne? Wir sitzen ja bei der KC-Kurve und spielen gegen Fanatic, das ist ja die Kurve. Ja. Heißt, die werden sich vielleicht prügeln, oder? Oh, das wäre cool. Das wäre... Aber wie machen wir das? Das wäre nicht cool, weil du jetzt mal anfasst. Müssen wir ein Coolbild anmachen. Nee, dann mache ich einfach hier mein Handy an. Und dann können die Leute auf mein Handy gucken. Nach da. Abgewinkelt. Geil. Okay. Ich mache jetzt das Programm. Er hat das Headset abgenommen. Ich werde ihn jetzt befummeln. Look at that. Ich kann ihn anfassen. Okay, geht dir, Chat. Jetzt hat er wieder Macht. Chat, ich soll in Kamera kurz ausmachen und in den Mute-Schem gehen. Damit wird es kurz gefixt bekommen. Heißt, ihr seht uns gleich wieder hoffentlich mit Sound an in-game. Boah, was ist das? Das ist der Trailer. Das ist der neue Trailer gewesen. Was ist das? Da war ein Würfel. Ja, das ist der neue DLC-Trailer. Was ist das? Das ist ein krasser Dagger, Diggi. Diggi. Was ist das? Das ist der Giant-X-Roboter. Was ist das? Das ist ein Autolust. Das ist ein Autolust. Das ist ein LZ-Trophäe. Was ist das? Das ist ein Typ mit einem Kristall. Das ist Fanatic. Parcours? Oh, der hat eine Jacke. Das sah ein bisschen aus wie Perks. Warte, jetzt stehen die da oben. Was machen die jetzt? Die drehen sich oben ein. Ja, wir müssen kurz den Zähnen haben. Wir müssen kurz das Sound fixen. Was war das in der Mitte? Lass mich kurz Sound fixen jetzt, Maxi. Wir machen jetzt kurz hier Ding. Was ist das? Die Zähne erstellen hier oben. Maxi, bitte kitzel mich nicht. Was ist das? Ey, ich kann das nicht mehr. Was ist eigentlich das hier? Nein, hör auf mich an. Also, ich mache jetzt das Spin-Buff. Ich stehe mir, es geht so. Okay, eins, zwei. So, Chad, ihr kommt jetzt hier hin. Peng. Wir machen kurz Sound runter und dann versuchen wir Sound zu fixen. Bis gleich. Was ist das? Sound gleich gefixt. ? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Objektiv bester Kostrima. 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 Vielen Dank. 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 Ohrreinigung? Vielen Dank. Vielen Dank. Ach so, das war schlecht. Jetzt ist es. Ohrreinigung. Oh, ist das geil. Ohrreinigung? Yeah. Ja, yeah. Oh, man. Okay. 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 Aber 2t wird da nicht in der Meter. Okay. Ich würde sowas mögen wie Kanin hier. Ich finde das Matchup ist ganz nice und die Leute später haufflashen. Ich glaube, das wird irgendeine Art Frontline Tank werden. Nochmal Gwen? Gwen wäre nicht so gut gegen Aatrox. Ist okay. Weil Aatrox ganz gut… Oh, es wird die Gwen. Maxime, The Anyness. Haben Sieг Madaginess. Das ist natürlich World's Final? Ja. Ein drittes Game hat das Seus gegen The Shai auch gepickt und ihn dann später sogar solo killen können. Das Match-Up ist aber für Arthas absolut stable. Anders als Renekton hat er eben nicht Magic Resistance Nerf erfahren, er ist okay in dem Match-Up. Diese achte mehr machen, sechste mehr machen so viel aus wie riesig. Wirklich? Sie haben sieben Prozent mehr Schaden oder so. Das ist riesig, wirklich riesig, gerade wenn League Knight spielen kann. Das Ding ist, du kannst auf Arthogs aktuell sehr gut Sunred Sky gehen, gerade gegen viele Melee-Champions. Mal gucken, ob Seagenda das macht, denn dann ist er okay gegen Relevant. Was macht die Sinn für Items? Er kann sowohl Spear of Chojin als auch Sunred Sky gehen, sah beides gut aus. Ich habe auch einige Eclipse gesehen, das ist geil, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten für Makun. Am besten gefallen hat mir trotzdem Spear of Chojin, weil nach vier Schwierigkeiten kriegst du zwölf Prozent mehr Schaden auf allen Fähigkeiten. Lee Sin ist ein Charakter mit mehreren Fähigkeiten auf einer Fähigkeit, er hat ja zwei Qs zum Beispiel. Genau wie Arthogs er drei Qs hat, das macht es halt ganz nice. Okay, weil der Goddrinker ist ja raus und den vermissen, glaube ich, echt viele. Absolut, da würde ich dir hart beipflichten. Wir haben Jankos T-Liste gesehen und er hat darüber geredet, so Champions wie Jarvan, Lee Sin sind sehr genervt, weil die Goddrinker geliebt haben. Und ich mag er nicht mehr so sehr wie vorher als Playmaker, aber immer noch auf jeden Fall playable bei der anderen Variation. Okay. So, einmal ganz kurz Chat, ist gerade der Draft Sound laut genug gewesen für euch? Ja, ihr müsst uns Feedback geben, wir sind ja, wir sind die einzigen, die arbeiten. Ja. Ihr müsst auch mal mitmachen. Ihr müsst mitmachen. Ist laut genug gewesen? Die Uhr ist eine Stunde vor. Die ist eine Stunde vor. Bei meinem Auto ist es auch so. Die Musik ist zu laut. Okay, dann machen wir sie gleich nochmal leiser ingang. Können wir auch gleich mal direkt... Sagen wir Musik leiser bitte. Genau, dann können wir gleich ingang auch einfach einen gemeinsamen Soundcheck machen. Natürlich nicht jeder hat... Alexa, Musik leiser! Wir werden es nicht jedem recht machen können. Einer hat ein Headset, der andere am Fernseher, der nächste hat ein Handy. Deswegen müssen wir gucken, dass das Sound für alle passt. Hey Google! So gut es geht. Entschuldigung. So. Okay, wir gehen rein. Oh, wir werden die Spoiler, guck mal. Das Goldlied. Oh, jetzt schon da. Warte mal, ist der manuell hingegeben? Das ist ja eklig. Ich glaube, die müssen nur das Overlay wegmachen. Das ist nicht manuell. Das ist nicht manuell. Nur das Overlay ist manuell. Ah. Öh. Warum ist das dann noch gespeichert? Weiß ich nicht. Da sind die Jungs von Rogue. Alles. Okay, für wen würdest du den Win geben? Was sagen dir die Teamcoms? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube Rogue ist insgesamt das bessere Team. Ich hoffe, SK liefert mal ab. Sie sind ja das deutsche Team eigentlich. Ja. Aus Köln, das Schröt-Kommando, eine OG-Deutsche eSports.org. Heißt eigentlich, ich müsste mehr für sie biased sein. Ich habe mit den französischen Streamern gerettet, die hier sind. Ja. Ja. Mit den englischen, mit den spanischen. Alle mega halt beiß für Team. Warum haben wir hier kein Team für das wir beiß sind? Das ist Kacke. Wo ist Schalke? Ja. Schalke kann es euch anfangen. Schwierig. Ja. Schwierig. Bodenloser Abstieg, Leute. Na gut. Und jetzt Ingame-Sound. Check. Soundcheck. 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 Ich sehe zwei Drittel meines... Vier Fünftel. Fünf Sechstel meines Namens. Ich kann mich nicht zurückhalten. So, wir können gleich mal bei einem Camp. Perfekt. Ingame-Sound passt lauter. Soundcheck. Wir können gleich... Ich warte mal auf Palastitz-Chat und dann gucken wir nochmal. Okay? Dann machen wir das gemeinsam. Dann machen wir das gemeinsam. Na gut. Ihr müsst das Bescheid sagen. Warum ist hier Bart dabei? Bart finde ich ein bisschen weird. Boah, ich liebe Bart in den Patch. Wirklich? Dieses Trailblazer-Item, wie auch günstiges Frozen Heart, geben Bart so viele günstige schnelle Optionen, dass er... Oh! Ist es noch nicht mal Fanatic am Spiel? Aber die Fanatic-Fans freuen sich. Die freuen sich doch. Die wussten ganz genau, wie haben die Pause beschworen. Pause. Fanatic. Finde ich natürlich not bad. Das Larsen. Stimmst du? Den kenne ich. Das Larsen. Ich bin gut. Richtig. Aber den Rest schaffe ich nicht. Der Bro ist auch bekannt für seine absurde... Weißen, ob es gesehen hat. Auf Corki hat er so ins Package und die Base benutzt. So, in die Base rein. In die Fountain rein. Ist gestorben. Das war einer seiner bekanntesten Plays. Das ist nicht gut, wenn das ein bekanntes Play ist. Ja, das ist halt das Ding mit Larsen. Er fällt nie negativ auf eigentlich. Er ist immer gut solide. Hast du deswegen geschrien, als der Corki kurz gehabt hat? Ja. Ganz genau deswegen. Okay. 1 zu 1. Er hat auch gelacht, als der Corki gehoffert hat. Ah, lol. Er hat doch locker daran gedacht. Krass. Ne, und Zygenda zum Beispiel, der Top-Lainer hier. Ich hab früher super viel gegen Neo Masters gespielt. Der hat auch für Rogue Academy gejoggt. Und da hab ich immer gespürt, wann immer ich gegen Zygenda gespielt hab, er ist besser als ich. Hab ich immer gemerkt. Weil ich war für eine Weile so kurz vor Top-Ten. Und ich hab immer gemerkt, also Top-Ten-Top-Lainer in Competitive halt. Und er war halt safer und besser als ich. Und dann haben wir beide Neo Masters dann auch in 2020 gegen ihn verloren. Absolut berechtigt, denn er war wirklich besser als ich einfach. Und wie heißt er nochmal? Zygenda. Zygenda, okay. Ist ein dänischer Spieler, genau. Namen aussprechen, Leute. Zygenda ist wirklich, wirklich gut. Zygenda. Soas und Co. Aber am Ende sind Top-Lainer immer mal so und so. Und wechseln sich ab je nach Meta. Zum Beispiel Odo Amne ist auch einfach ein Spieler, der kriminal underhyped ist. Und das ist ja Rogue Wars nicht mehr bei Rogue dabei. Ist auch verrückt eigentlich. Aber Zygenda auf jeden Fall ein junges Talent, das immer noch nicht gepiekt ist. Das in ihnen der Vertrauen reinsteckt und nicht bad. Nicht gepiekt, irgendwie auch traurig. Ja, es gibt halt so Spieler, da weißt du halt nach irgendeinem Punkt, wenn die Karriere lang genug ist, der Peak ist wahrscheinlich erreicht. Das war bei mir auch der Fall. Also wenn du halt vier Jahre Prime League spielst und die gewinnst, dann weißt halt, der Spieler wird nicht mehr peaken als das. Der wird jetzt nicht LEC Erster werden oder so. Der ist vielleicht maximal LEC dann Zehnter oder sowas. Das ist traurig. Also gibst du vielleicht jemanden eine Chance, jemanden wie Irrelevant. Der hat ein jüngerer Spieler ist, der auch einfach mehr Erfahrung noch aufsaugen kann. Offener ist für Veränderungen, für Kritik vielleicht. Und auch natürlich, ich glaube, Isma. Das sieht auch sehr jung aus. Ich freue mich jetzt nicht so aus, Alter. Ja, ist Isma. Okay, gut. Ich fordere dich gerne. Das war Isma. Ist der Challenger? Ist der Challenger? Ne, gibt noch keinen Schalter gerade. Ich war gestern Platz 17. Du warst noch nicht dort oben. Ich war gestern Platz 17. Wie ist es da unten? Ja, ich bin jetzt wieder Platz 85 oder so. Guckst du noch in Luft? Ja, schrecklich. Warte, du warst kurz Platz 1, ne? Ne, ne, ich war nur Platz 17. Ich habe gegrindet, aber heute konnte ich nicht mehr grinden. Platz 17 von allen? In Europa. Ja, aber Early Season Grind ist halt ... Ja, genau. Ist auch wirklich gut bin ich nicht. Ich bin washed up. Ich bin washed up. Ist nur, weil du im Early Season halt viel grinden kannst, während halt die NEC-Jungs allesamt für die Spiele heute und morgen und übermorgen üben müssen, konnte ich ja die ganze Zeit so rückgespielen. Das ist halt einfach was anderes. Wie viele Wochen, Monate haben die davor auf dem Tournament-Realm und so verbracht? Ungefähr so einen Monat. Einen Monat nur? Einen Monat Champions-Cue. Ich würde sagen, sie haben nicht, also vielleicht sogar weniger als das. Ich weiß nicht, wie aktiv der Server war vor Weihnachten. Nach Weihnachten ging es gut los. Aber nur in Scrims? Ne, nur in Champions-Cue. Keine Scrims. Also du musst dir vorstellen, da gibt es einen Server, da gab es einen Discord-Server. Ja. Da konnte jeder Pro-Player, der mitmachen wollte, aber rein schreiben, ist gerade da. Dann bist du reingejoint, dann hast du einen SK-Top-Länder gehabt. Ach, das waren einfach random. Und du hattest Perks mit den, also Reddix mit Lainer. Ah, okay, okay. Und dann sind die in Voice-Comps reingegangen, aber sie haben quasi gute Practice ohne One-Trick-Spieler. Auf der neuen Karte mit den neuen Items und halt mit Voice-Comps untereinander, weil auf den Normals-Server gab es das halt nicht. Ist das neu? Nein. Das war das erste Mal, dass der Server so erfolgreich war. Wie war das Feedback? Also, die Leute wie die Streamer haben es gehasst. Warum? Also, zum Beispiel Freddy, ich und viele andere. Du musst dir vorstellen, in Hilo gibt es ja wenige Leute. Und alle IRL-Spieler, also auch die Prime-League-Spieler, nein, nicht nur Vorteil, aber die waren nicht da. Die haben ja alle auf einem Server gespielt. Wir waren in einer Wüste. Wir waren stuck mit niemandem. Wir hatten so One-Tweak-Script da. Ihr habt nur gegen N.M.O. gespielt. Wir hatten halt alle Pro-Player waren nicht da. Die waren alle auf dem anderen Server. Und dann spielst du für einen Monat, kein neuer Patch. So, zwei Spieler. Auch selbst die waren auf dem Server. What?! Aber sie haben nicht die gleichen Games bekommen. Du musst dich dafür Games bewerben quasi. Warum bist du da jetzt nicht? Weil du das nicht streamen darfst. Ich hab die Games gestreamt Champions-Q. Ah, okay. Ich hätte die auch mitspielen können, aber dann nicht LEC-Lobby. Ich hätte so irgendeine National-League gespielt. So Private-League. Ich wollte in LEC-Games gehen, Alter. Ich will ja wissen, was die Pros machen. Ich will ja was kopieren und lernen und so, weißt du? Ja, aber du warst auf diesem Spaß-Server. Ja, der Spaß-Server. War der gut? Die Games waren geil. Und die waren natürlich auch wild. Es ging am Ende ja um nichts außer Erfahrung. Es gab kein LP oder so. Es gibt Prestige zu gewinnen, weil es viele gestreamt haben. Ja. Aber teilweise hatten die Champions-Qui-Games über 100.000 Zuschauer. Wow. Cater had spectated. Ja. Wir haben spectated. Yamato-Canon, die französische... Das ging komplett an mir vorbei. Ich wusste ja gar nichts. Über 100.000 Zuschauer auf einen Streams. Champions-Qui war richtig big. Krass. Und haben alle geübt, basic. LOL. Was? Wie? Wann? Wann war das? Zwischen den Jahren. Einfach jeden Tag eigentlich. Jeden Tag gab's ein Lobby. Warum hast du darauf gekommen? Weil du hast gefragt, wo die geübt haben, ne? Das ist ja heftig. Es ist auch super cool von Riot gewesen, denn dieses Konzept gab's ja schon oft, dass ProPlayer sich beschwert haben, Solo-Qui ist nicht gut genug. Wir wollen einen eigenen Server haben, aber es hat nie geklappt. Die waren immer zu faul zu spielen. Und jetzt war es das erste Mal, dass es geklappt hat, weil halt, wow, die Season geht erst am 10. Los. Ja. Und dann kannst du erst am 10. für die ADC-Practice, die am 13. startet. Ja. Das ist halt viel zu spät, ne? Noch mal, ne? Viel, viel, viel zu spät. Von daher supergeile Änderung von Riot, dass sie da auch den Leuten geholfen haben, ne? Danke Riot Games. Ja, aber das war für uns halt doof. Ich hab's nicht gemocht. Nicht, danke. Doch, danke Riot Games. Wir lieben Riot Games. Wir lieben Riot Games. Wir spielen hier Riot Games. Aber ich hätte gerne trotzdem gegen jemanden, wie sie gerne gespielt, von dem ich lernen kann. Der ist besser als ich. Ich kann von ihm lernen. Gerne gegen einen Broken Blade, der stoppt mich, wenn ich gegen ihn lerne. Ruh ich mir nächstes Mal an, dann machen wir einfach Top-Lane. Ja. Ganz genau. Ich nehm dann meinen Namen Mumu Top-Lane. Mir war super coole Zeit zu sehen. Ja, Leute, wir haben gerade noch eine Game-Pause. Ich kann euch nicht zuflüstern, wieso? Wahrscheinlich gerade ein kleines Problem mit dem Headset der Maus. Du kannst es aber von hier aus sehen, tatsächlich. Boah, die Arena. Guckt's euch an, wie es aussieht. Wenn hier live vor Ort seid ihr nach das Hof, so wie wir. Oh, wir sind drin. Oh, let's go. Das ist das Game. Let's go, Maxime. Das heißt, das wird da gezeigt. Ja. Das ist ja cool. Na gut. Ich dachte, das war jetzt ein Replay. Nein, nein, nein. Einfach aus Langeweile. Das wär auch geil. Ja, auch hier sehen wir in Ruhen eigentlich nichts wirklich Verrücktes. Wenn wir kurz gucken, flieht Putwerk Azir. Ist das nicht schlecht? Wird der in irgendeine Variation gehen mit den Enhanced Items? Der wird doch gepokt und deswegen poked er zurück. Die sind aber ganz schön nah beieinander, die beiden da unten. Das. Warte, Azir mit Flie, das ist aber wirklich verrückt. Lange nicht gesehen. Viele Variationen gegen Oriana, die Comics spielt. Wie heißt der? So-so-elus? Seilis? So-elis. 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 Wollen wir ihn soe nennen? Seilis. Seilis. Chat, wie würdet ihr es aussprechen? So-elis oder Seilis? Eins oder zwei? So-elis. So-elis oder Seilis? Ich finde, Kompf finde ich gut. Larsen ist banger, Marcun liebe ich jetzt schon. Sygenda finde ich schwierig. Das zweite. Zwei. Zwei? Was heißt zwei? Seilis. Jetzt habe ich kein bisschen anders aussprechen. Also Seilis. Das wird so sauer werden. So sauer werden. Ihr müsst das gut ausschreiben. Na gut. So. Eskei Isma. Isma oder Isma? Isma. Bei mir staunen sich viele Wortwitze hintereinander. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich schreibe sie alle in meinem Geister auf. Naja, wir haben wieder hier wirklich viel, viel Poke auf Seiten. Er gankt auf Level 3. Das ist verboten. Nee, musst du machen. Der Champion cleert so langsam. Er muss ganken gehen. Aber jetzt hat er gar nichts gemacht. Ja, Larsen macht hier ein gutes Basis. Er macht jetzt ein... Oh, jetzt ist die Slow da. Jetzt ein... Ohne W. Er ist tot, oder? Er hat einfach ohne W. Jetzt noch ein W. Da ist das W. Er ist geslowed. Er macht Peaks. Er macht Fuchs. Und dann macht er... Gar nichts! Oh, Blutblatt! Rap-Up-Kill! Das heißt... Sinjau hat ein Camp mehr als die anderen. Basically, ja, ja, ja. Er muss das Mid-Camp farmen. Das Mid-Camp. Den Oriana-Mittländer abholen. Und Lars einfach gegrieft. Ganz ehrlich. Er war raus, ist rückgelaufen, um einfach böse auszusehen. Er fährt die Tunnel. Das... Das haben wir schon mal gesehen. Das hab ich von Miki schon mal gesehen. Aber er geht da rein. Äh... Reportable? Das ist wirklich Reportable. Reportable? Hallo? Kiri hat angerufen. Er will seine Skin-Wahl ändern, weil er zu schlecht auf Bad sind oder was? Das ist so geschädlich. Das passiert ganz selten, aber sieht's scheiße aus. Man fühlt sich auch sehr schlecht, wenn's passiert. Ja! Aber es ist auch immer an der Stelle. Dieser Felsen ist dafür prädestiniert. Auch in der Base. Wenn ich Bad spiele, ich muss den Spell anbinden, damit er auch nicht auf Smartcast ist. Und dann fährt ich's trotzdem. Oh, Kausam! Aber hier, Larsen versteht nicht. Er steppt zurück. Weil er arrogant ist und sagt, nö, ich kann das spielen. Dann wird er einfach geslowt von Niskis E. Die Shifting Sands und die Conquering Sands verlangsame ihn. Und jetzt hier, der eingeflashte Wind becomes Lightning von Sensor Peng. Oh! Wie viel Slow hat der? 35, glaub ich, 40. Oh, da zählt der Red Buff oben drauf. Der zählt noch drauf, der stärkt. Oh, Isma setzt nochmal nach. Warte, das ist ein Replay! Nein, nein, das ist ein Kampf. Okay. Isma ist noch nicht Level 4, dafür hat er bereits gewählt. Guck mal, der redet mich mit den Sinan, mit einem Level drunter. Ja, aber der hat Items schon, weißt du? Der hat schon Items. Ja, zwei, ein Schwert und ein Stein. Ja, so ein Level ist so 300 Gold wert. Longstore 350, Request of 400, ist schon stark. Isma kann hier kämpfen, der kann in Wälden. Na gut. Hat er nicht schlecht gemacht, Dorst ist natürlich da oben nicht beim Helfen. Und jetzt werden wir gucken, was passiert hier. Wird sich Bart Mitte bewegen, Diven? Das ist nämlich hier gerade was ich anwenden, wenn Dorst kommt. Diven? Oder du gehst die Voidgrubs machen. Weil 5 Minuten Spawn der Voidgrubs und Bart kann so spielen. Bart kann überall sein. Da muss er nicht wirklich am Botnain gebunden sein. Und wenn du die Chance hast, gegen einen Komet Varus, der Lane gewinnen möchte, Jinn alleine zu lassen und andere Sachen zu holen, ist das halt insane für Bart. Ich hätte gedacht, dass Rakan da mehr Druck aufbohren wäre. Nee, Bart kann machen, was er will, du. Das ist halt dumm. Jetzt braucht extra Kickhilfe, weil die Valve nicht richtig durchgepusht ist. Jetzt gehen beide Bays auf Seiten von Komp und Suylus. Komp wird zurück die Pien. Heißt also, dass Suylus wahrscheinlich dann aus Base Richtung Voidgrubs rennen wird. Denn jetzt hat Rakan kurz Zeit und Itemvorteil. Ja. Während halt Komp einfach mit Teleport Bomb B2 spielen kann quasi. Das ist sehr, sehr stark natürlich hier von Rakan. Aber doch, du kannst es beantworten nach Base, Bart ist schnell unterwegs. Das sollte nicht komplett Free sein. Oder aber du tradest halt für Drake. Es gibt jetzt viele Optionen, Minute 5. Die es halt früher nicht gab, ne? Gibt es denn auch diesen Spell-Rotations-Trinket, wo du halt Teleport, Danny Knight usw. haben kannst? Das Spell-Bug, ja. Ja, genau. Könnte man das nicht eher spielen, als einfach die ganze Zeit Teleport? Ja, schon. Könnte man machen. Aber Komp ist für Landing Verstärkung schon sehr stark. Und das ist quasi kein Ski-Stone dann. Aber du hast nicht unrecht. Support spielen das ganz gerne. Also Braum und auch Rakan haben das ab und zu in jener Meter. Weil du hast ja noch doppelt Smite und so'n Scheiß. Genau. Kann nicht schlecht sein. Braum und Rakan haben es zu öfteren gemacht. Bart hat ja nur zwei genommen. Nur zwei, weil Angst hat vor Bart jetzt da ist. Honestly, richtig stark von Makun und Groh generell. Er hat genau abgepasst, nachdem Dostoyev rausgepusht hat Botlane, wann er da sein kann. Er nimmt also zwei, die nehmen durfte und geht einfach raus. Braucht keine weiteren Ressourcen außer halt den T-Lipa von Komp für diesen Play. Und das ist die Sache, die auch Kayle viel angesprochen hat. Riot hat Void Krabs eingeführt. Ja. Weil sie wollen das heute mit Toplane durchspielen und halt Sachen nehmen. Genau wie Herald damals. Ja. Aber Überzahl ist so viel besser, als einfach einen starken Champion. Heißt so, Bart Rakan in Routine, wie es gerade Rogue gemacht hat. Sehr wichtig für Void Krabs. Nehmt ihr niemals einfach nur über Toplane. Ihr braucht noch Support. Die Rolle kann sich frei bewegen. Das ist super strong. Ich muss sagen, es ist okay, dass du die so'n bisschen nehmen kannst. So'n Herald muss ja durchziehen, sonst ist peinlich. So. Und hier kannst du einfach sagen, ich nehme nur einen oder zwei. No, und hab trotzdem für mein Team was getan. Oh, da hat ein Powerplay. Zack. Die Shurima Wall ist stark. Und Larsen Flash los, damit auch ein Chancen los. Ich mag SKs Gameplan sehr. Also wirklich, das ist so unangenehm für Midlaner. Also wirklich, du wirst permanent gegangt von halt Part und Sensaho von beiden Seiten. Larsen macht einen Fehler und hat sich in zwei Devs gesnowballt. Zustürlich dessen sollte man jetzt aus Base eigentlich fast auch noch den Drachen anspielen können. Heißt hier ist es gerade für SK recht nice gelaufen, wo du die Mitte. Und dagegen zu einem Oriana wird nicht leicht sein. So, so weird, dass die Sin am Anfang nichts machen kann. Das ist irgendwie ein kleines bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das bin ich von die Sin nicht gewohnt. Er geht dir diesen komischen Speer an, oder? Naja, ist Tunnelar das Item. Tunnelar kann also Thunder Spear sein, er ist Thunder Sky. Tunnelar. 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 Ist aber ein schlechteres Page. Quasi gleichen Stats ohne Passive. Generell sind die Items ja um einiges, also Items sind nicht mehr so wichtig wie Mythic Items. Sie haben einige Passives weniger, sind günstiger und geben andere Stats. Ja. Trotzdem können sie ja durch frühere Power Spikes immer noch stark sein, wenn du halt irgendwas für früher kaufen darfst. Und Thunder Sky oder sowas finde ich nicht so geil auf die Sin wie halt Gold und ja. Vielleicht trotzdem ist es besser, dass er haben kann. Er kann nicht nur noch andere mit Kanada gehen, aber Thunder Sky würde ja logisch sein für Makun. Ja. Darüber wird es genommen. Smite geht er durch. Level 6 wurde erreicht. Diesmal ist noch ein kleines bisschen behind. Kann also das Farm-mäßig in der Abstand zwischen Sin und Xin Zhao leider eine übelste Katastrophe. Also ich kriege da schon echt Angst, wenn ich tief drücke. Aber Gold mäßig könnte es durch die Kill. Ja, es geht sogar noch. Der Vorsprung ist noch okayisch. Okayisch. Und leider haben wir kein Overlay für die, waren die nächsten Voidcrop Spawner. Wir sind jetzt schon erstmal Nash. Muss ich spüren. Ja, die Spawner ein paar Minuten später die nächsten drei. Und aktuell kann nur eine Seite 5 bekommen. Ab 5 beschwörst du ja so ein kleines Mistvieh. Ja. Bei 6 beschwörst du 2. Ja. Und natürlich 5 kriegen wir nice, aber hier Peter. Das ist diese SK-Gameplan, ne. Das ist einfach immer da. Das hat mehr Level als Selfs. Ja, safe. Weil Bart einfach die kleinen Mist nicht einsammeln. So viel? Die Meeps sind insane. Das ist doch dumm. Vor allem, weil Solis ja auch nicht nicht groben kann. Er muss ja auch mal mit dazu kommen und kriegt er halt gar keine XP. Ja. Das macht DOS gerade nicht schlecht. Du siehst doch schon, er seine Support-Quest fertig. Also bereits Ward Vorteil, das ist super angenehm gerade. Ein bisschen lästig im Parakan, der einfach ein bisschen hinterher hinkt. Er ist wieder Larsen, ne. Der hat diesmal Flash, sollte fein sein. Oh, schön nach Side-Step. Der war gut. Boah, der so hart ist Side-Step, finde ich. Der war richtig gut. Oh, das Side-Step enthüllt dich. Slow ist da, Isma muss nur das W treffen. Amo mal cool ist. Oh, schön nach Flash, das war wichtig. Richtig. Aber er ist jetzt tot. Nächster Strömer Shuffle ist er tot von der Serie. Ja, das ist so brutal. Ganz genau. Nächster Strömer Shuffle, Gauss. Ich bin das so trotzdem gut von Larsen, sein Movement, weil das ist einer der schwersten Dodges finde ich im Game, weil er so inconsistent ist. Weil er auch diesen River runtergeht, ne? Es ist High-Lower-Ground. Jinchis von oben auf jemanden im Fluss rauf und du musst quasi genau High-Lower-Ground-Interaktion kennen und das ist korrekt zu Dodgen. Es gibt ja quasi Momente, wo du im Jin-W drin bist, in der Animation und du wirst nicht gerundet. Ganz genau. Weil du in Wirklichkeit über der Erde bist, ne? Na, es ist absolut dumm. Also diese Stufe da, wo es ins Wasser geht, die ist irgendwie echt, aber für Skillshare. Ich glaube, da gab es irgendein lustiges Video, wo du drüber schießen musst. Du musst drüber zielen, oder? Genau. Ja. Also es ist dumm. Du kannst mit Gangplank Barrels zählen mal so eine rote Verbindungslinie, wenn du die castest. Und die können den Kreis ineinander haben, aber keine Verbindungslinie, weil High-Lower-Ground so funktioniert. Damit sieht man es, glaube ich, am besten im Unterschied. Super roll. Ja, es ist ein bisschen seltsam, was im Game drin ist, aber... Nee, du kriegst doch null Muscle-Memory hin, dass du das ever merkst. Ich spiel das Game seit 10 Jahren und es ist immer noch schwer. Klar gut zu Deutsch, es ist immer noch hart. Deswegen großes Lob an Lars. Na, wird der Tod gesettet? Ja, der leidet auch gerade sehr. Also noch ein Death ist fast unausweichlich. Spätens auf Niskis Flash, wenn der nicht so lange gehen sollte. Jetzt endlich können wir Kuhn und so lässt ein bisschen Covern. Problem ist halt bloß, dass es immer noch keine Wards, um wirklich richtig zu helfen und mit den abzusichern. Was ist das? Das ist ein Lane-Gang. Toplane? Ja, ist okay. Haben die Fieber? Nee, die wollen... Wollt's da los? Wollt's da los? Wollt's da eigentlich, oder? Die Gegend macht das nicht schlecht, der Schilder wird zu dritt. Das tut das gar nicht, ne? Stark! Kriegst dadurch einfach die Vollkrups, ne? Toplane Gang ist nicht gelungen. Mit vier hat noch nichts cooles, ne? Ne, die haben fünf. Ein üblich gelassen, oder? Toplane Gang kommt immer rein, das Portal. Mal, aber kein Stunt hat sich. Aber kein Stunt hat sich. Er hat dafür geflaggt, aber er wird doch gelangsames Todes. Oh, shit. Also das sind Zhao not ban. Wenn er einmal sticken darf, dann ist es auf jeden Fall fantastisch. Immer noch kein Levelnachteil. Oder nach dem Levelnachteil für Joss, ich bin der Bart noch nicht wirklich fertig. Dieser Gang klappt in einer Woche nicht mehr, oder in zwei. Weil, das ist so eine Wand über die Bar drüber geportet ist, damit die Rechnung zu gehen dann nicht. Die gab es noch nie, außer diesen 14. Ähm, äh, äh. Oh, da, die... Der ist schneller Raptor tatsächlich. Niski jetzt ein bisschen sehr alleine. Ne, der ist groß. Ne, der ist halt gut. Boop. Na, wird ja einfach mal gesandet. Das muss man erklären, oder ist das heimlich? Was muss man erklären? Dass er da ist. Er hat hat Powerspeak und er kämpfen. Er hat Nischershub gegen nichts. Gegen den Raptoren. Und sein Team ist halt Toplane. Du hast recht, du hast recht. Also sein Team hat ein Toplane-Play gemacht, da gab es kein Play für ihn. Du hast absolut recht. Boop. Ein bisschen ärgerlich. Muss er durch? Das ist aber nett. Passiert im Solo-Queue selten. Ne. Kriegst du aber sofort ein S. Ich habe heute... Pass auf. Ich habe wirklich unter... Mit einem Bürger im Maul Leona gespielt. Gefiedet bis zum Abwinken. Und wir haben ja meine Games auch gesehen. Ja. Ich habe bei den gefiedeten Leona-Games ein S plus gewählt. Wow. Warum? Riot. Riot. Also ich verstehe null. Wir lieben Riot Games. Aber das Bewertungssystem versteht niemand. Den gesamten Tag habe ich übel getryhardet. Und dann kriege ich auf Leona die beste Bewertung. Das ist voll wirklich schlimm. Ich glaube, ich habe zehn Tore. Du bist immer guter Spieler auf dem. Nein. Du bist still the main. Das ist einfach so. Still the main. Das ist einfach nur schlimm. Na gut. Level 6 wurde erreicht. Das Game ist tatsächlich auf jeden Fall sehr langsam. Also wenn man das mit dem vorherigen vergleicht, da hatten wir so eine langsame Phase. Hier sind die Türme noch da. Ja. Wir haben noch ein bisschen Platten-Action. Ne. Ein Minuten noch? Zwei Minuten? Ja. Zwei Minuten und vierzehnte. Das heißt, da kann man noch ein bisschen was snacken. Ja. Ein Step Play von der Scale jedes Mal. Wir rotieren wieder DOS rein. Niski hat Fletch Advantage gegenüber Larsen. Also nochmal ein schöner Shuffle-Play. Sichert jetzt Erkan ab. Sucht nach Verworts gegen DOS. Sehr sehr stark. Natürlich willst du mit dir save'n, denn Larsen ist schon behind genug. Toplane währenddessen ist irrelevant. Mit dabei sehr sehr stark. Zygender hat zwar Tank-Innes und er rusht auch more of my Mortius. Also er wird sehr squishy sein. Aber das ist doch egal wegen dem 2-Damage eigentlich, oder? Es ist sehr wenig 2-Damage geworden. Früher war es richtig viel, jetzt ist es 50% noch. Okay. Seitdem ist Gwenn halt nicht mehr so strong. Braucht teilweise sogar Voidstuff in einigen Matchups. Wo Drachen-Berdl? DOS wartet Dior. Oh, der Shuffle, der Shuffle, der Shuffle! Nisky! Nisky! Na, also den Zhao ist da schon mal nichts drin. Jetzt geht man sogar defensiv. Nisky ein bisschen Vorsicht, da ist aber ein schöner Teppich hier an der Stelle. Und jetzt irrelevant. Von der Seite, wo geht der letzte Schuss hin? In's gar nichts. Na, einfach komplett daneben. Sehr alles will man Toachasen. Das könnte man auch schaffen, aber ne. Flash dann nicht hinterher. Ne, kann ich gar kein Flash. Ne, es ist einfach Gwenn mit der Schere. Mein Buddy? Mein Buddy sagt er ja? Ne, sagt nein. Aber warum ist Nisky nicht reingejau'n und hat geholt? Ich bin auch idiot. Er hätte doch, also... Ich hätte gedacht, er geht da jetzt hin und drückt... Er kann das doch in der Animation machen, oder? Also die wachen doch auf und können nicht flashen. Ja, aber auch wenn er weit genug hinter steht, können die selbst wenn sie flashen nicht rauskommen. Weil ich hab's falsch gesehen, vielleicht dachte Nisky, er wird sterben, wenn er das tut. Aber es hat sich angefühlt, als würde doch diesen Player zwingen wollen mit dem Tempered Fate und auch irrelevant mit Flank TP. Also du bist ja mit fünf Leuten da. Ja. Ja. Während er sich in der Top-Name bleibt. Das hat sich angefühlt wie ein bisschen verfehlte Möglichkeit, aber... Wir gucken noch mal ins Gwibler ran, ob wir's falsch gesehen haben vielleicht. Und Nisky da zurecht. Er ist doch der einzige Follower auf ne Barthold, oder? Boah, so falls ein Sau drin ist und ein paar Scheren ist auch stark, aber du hast schon recht. Die primäre Aue-E-Ult ist er, klar. Das ist schade. Na gut. Drache aber... Noch da. Also der denkt sich auch, what the fuck. Boah, ich durfte nur zuschauen. Jetzt Haralds Trade für Drake, oder was für TSK genaueranspiel? Ihr seht, in Platten sind sie nur leicht behind. Nicht wirklich ausschlaggebend auf irgendeiner Seite. Und ehrlich gesagt... Wait, das wurde dann... Entschuldigung, das ist nur noch welche. Das wurde dann ja auch geändert. Was genau? Kann der Harald noch in Platten einchargen? Äh... Nein. Nein, nein, nein. Kann er einfach nicht mehr. Oh krass. Ja. Hast du einen Harald? Du hast dafür Void-Crups. Void-Crups sind nicht so tanky. Kleineres Objective. Das hat Bel-Wave bis in OP gemacht. Das ist der einzige negative Teil. Ah, okay. Dir kriegt super leicht die Reform jetzt. Du, Bel-Wave kriegt so leicht ihre Form von den Volt-Crups. Aber das ist aber keiner schon mit Bel-Wave. Ja, in deiner Elo. Ja. In meiner Eloi. Also die Bel-Waves. Also die sind sehr stark. Das ist Bel-Wave. Deine Lucian. Wenn Bel-Wave gespawnt kommt, ist es anstrengend. Ja, aber Drake für Haralds Trade ist okay an dem Punkt. Zwei Drakes für Rogue und Isma. Es gibt den coolen Play-Maxim. Du kannst Harald mit gespawnen. Ja. Dann einsteigen und irgendwo auf Botlane driften. Oder auf Toplane driften. Ja. Und das ist gut. Weil T1-Turm ist relativ einfach oder einfach her. Ja. Und danach wird's Herder. Nicht jeder ist so ein guter Autofahrer wie du vorhin. Ich hab das, also ich hab das ja auch jahrelang geübt. Das ist es. Ich als Pendler bin ja im Herald geboren worden. Als Pendler. Ist kein Problem. Stark auf jeden Fall jetzt hier von Rogue. Sie kriegen immer noch First Turret und Drake oben drauf. Den Nine-Wave. Also durchaus positiver Trade für sie. War auch's damit langsam im Game angekommen. Oh, das war aber viel Gold. Ja. Das ist Stark. Und jetzt wird Mitte getradet. Der Turm ist wichtiger als Botnan Turm. Ja, er steigt ein. Er steigt ein. Ist das ein Missklick? Bam. Bam. Baut mal was aus. Die ist auch ein bisschen weird. Jetzt kommt, die Gertein von der Seite. Erst mit der Ultimate. Jaaa, kann ihn aber nicht. Jetzt ist scheißig-Egal. Der wird einfach gerudeht. Der wird einfach gerudeht. Na, schönes ADC Engagement. Dann ist es gefällt mir sehr. Grüße gehen raus an Zoola. Der Turm hier. Der Turm steht actual noch, ne? Der Turm hat überlebt, wenn auch mit wenig leben. Boah, das ist bitter. Aber ist wirklich bitter. Das extra Kick so weit vorne steht, ohne Flash, wenn halt nicht A30 auf der Wave topwand zeigen muss. Niski, Niski, ist der Dash da? Ist die Ultimate da? Will überhaupt dashen? Ich glaube, er ist okay. Ja, die Chain ist auch nicht so gut. Oder Varus? Nee, Varus old ist da. Das Absurde ist halt, ne? Komp ist ein Level über Niski. Und über beiden Junglern. Der ADC-Wild-Botlane nicht alleine. Da kann ich auch, wo er sieben Level, er hat keine Bard-Meeps. Aber, ja, ADC-Ries mit TP, die viele Waves catchen können. Schon durchaus stark. Er hat sogar ein leichtes Level wie Top-Laner. Also ADC-Ries absurd viel XP. Boah, der Damage, der Turm ist auch nicht egal. Das ist krass. Also hier merke ich. So, im Queue selber habe ich so wenigstens nicht so richtig gemerkt. Das ist einfach so eine weiße 50 oder so. Aber hier war es tatsächlich ein sehr, sehr unangenehm. Das ist auf jeden Fall not bad. Der Level-Vorsprung ist aber weird. Naja, es ist nicht so wild, wenn man in der Weg... Also bedenkt, dass er zurücktippt ist immer wieder, um Waves zu catchen, die alleine dann aufnehmen durfte. Aber auf jeden Fall, der Arcanum, wo er sieben Level hat, ich weiß auch nicht, woher. Wahrscheinlich mit Waves gefahren, also keine Ahnung. Hier war der CS-Abstahlung nicht so groß. Aber man hat ja das recht. So, oder du hast auf jeden Fall recht. Gibt's kommt, 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 kann gar nicht Frischung. So, jetzt haben wir hier einen Tunnel. Er kann ihn nicht stunnen, ne? Es ist kein sinnvolles Minion da. Diven will man hier offensichtlich auch nicht. Kann ich natürlich so ein Stück weit verstehen. Zweite Items nähern sich mittlerweile. Oh, was ist das denn? Jetzt musst du aber näher rangehen, du. Du meinst die, die war aus Items? Boah, also Ghostblade, der kenne ich. Aber vor dem ersten Item habe ich Angst. Opportunity ist das, glaube ich. Wenn ich... Ist auch ein bisschen... Also das ist so ein Item, es gibt den Reset auf deine... Also du kriegst Movement Speed nach der Ult. Movement Speed nach der Ult? Ja, wenn du einen Kill machst. Richtig, Chat? Ist das Opportunity? Ich kann es auch gerade nicht richtig erkennen auf dem Bildschirm. Es ist ein Mantel, der... Es sieht aus wie ein Mantel, der... Violett brennt oben drauf. Ja. Ja, so ist es auch geil auf Arthos gewesen. Champions Q habe ich das nach Spear of the Showtime manchmal gesehen. Du kannst quasi einen Kill kriegen. Und statt das Blade Proc, kriegst du Opportunity. Gib dir 150 Decay Movement Speed nach einem Kill. Und dann hast du halt sehr viel Damage und kannst aber sprinten nach einem Kill. Aber... Ja. Jetzt musst du es einfach runtergerannt. Das ist Nulls? Das ist Nulls? Jetzt die Frage, macht die letzte... Oh, der Flash war weird. Der war nicht weit genug, aber die Ulti mit ebenfalls. Oh, die Cue, die Cue. Irrelevant. Ah, der kommt nochmal dazu. Oh, die Cue. Oh, ehrlich, nimm mal noch. Jetzt ist es auch finally down. Das war ja zehn Tage lang, aber die letzte Instanz ging sonst wohin. Na, da haben die Nadeln tatsächlich nicht ihr Ziel gefunden. Trotzdem, Kill entsteht. Powerplay auf der anderen Seite nicht wirklich möglich. Sie können da so tanken mit nur Moor, ne? Er ist ja komplett out of position. Und runtergerannt dauert ewig. Kriegt der irgendwie einen Lifestyle unseren Scheiß? Ja, kriegt Lifestyle, der kann Omni-Vamp mehr. Omni-Vamp wäre echt OP. Jetzt mal Kuhn stößt dazu, Irrelevant. Ist aber eigentlich zu tanken und zu killen. Also, ich glaube, hier kann keiner von beiden sterben eigentlich. Weil einer ist Hextrinker, der andere ist zu tanky. Die kriegt er nicht tot gegen Omni-Vamp von Riftmaker. Das sollte reichen. Boah, das Item fand ich Sinn. Also, von Weitem sieht es wirklich schlimm aus. Wenn ich noch einen Meter zurückgehe, ist es krank. Ja? Ja, mach mal. Von welchem jetzt? Von Wabos? Von die Sinn? Oh ja. Der gute Standard Sky sieht ein bisschen im Bild aus. Der wird sofort reported, meine ich. Aber was das Geile ist, auf Champions wie die Sinn, du divest ja auf die Backline rein, dann trittst du jemanden, dann willst du raus aus der Backline und hittest Frontliner. Also kannst du Standard Sky auf die einzelnen Ziele gleich mehrmals auslösen. Ach, das geht. Ja, nach sechs Sekunden aufs gleiche Ziel, aber du kannst halt, wenn du verschiedene Leute hittest, einmal Frontline, dann Backline. Also sehr, sehr effizient damit sein, was Heilung angeht. Das ist geil. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist wirklich nur auf ein Champion und dann geht es einfach auf Cooler. Und das Alter, das kennst du, Maxime. Siehst du das bei Gin, der Proofilizer? 1,3,3,7? Ja, hat mich richtig schockiert, weil wenn du den weiterbaust, musst du dann... Das Gold ist so eklig für das Komplimentieren des Items. Ja, aber es ist halt ein Meme. Mit Leadspeak da hinten, also mein Gehirn muss erst mal nachdenken und dann hat sich der Chat auch geklärt. Der Chat ist klug bei dir. Chat ist immer klug. Ist doch immer schlau. Gerade wenn es um Ton geht, seid ihr wirklich gut. Der Ton ist wichtig. Da kracht sonst. Da kracht sonst. In euer Booty. Na gut, wir haben den Drachen. Der wird hier ein kleines bisschen umtanzen. Das dauert noch ein bisschen, der da ist. Das war ziemlich viel Schaden. Exa-Kick ist hier schon halb tot. Das ist unangenehm. Niski interessiert hier gar nichts. Der Root sieht sich ganz jetzt die Bauten aus. So, was machen wir? Powerplay oder nicht? Nicht! Lieber gewartet, man schießt die einzelnen Curtain-Calls. Jetzt ist sie gerne da und der wird mit einer Revan gechased. Es ist jetzt ein bisschen ein Mexican-Stand-Off geworden. Weiß ich, es haben hier keine wirklichen Tools mehr zu committen, bis auf Niski. Ja, das ist schon ein halb-Spanischer-Stand-Off hier. Also die prügeln sich schon so ein ganz kleines bisschen. Aber es ist super vorsichtig. Com steht auch 100 Kilometer weit entfernt. Der traut sich gar nicht rein. Oder beziehungsweise in den Auto-Check-Range zu gehen. Doss ist halb tot. Jetzt Ismar ist da mittendrin. Niski halb tot. Oh, der Stunff! Eine Person nur. Aber er stirbt. Er hat ein bisschen gesaugt. Er hat Lars noch mal rausgenommen. Er hat die Schongwave rausbekommen. Fast kein Damage. Doss ist hier am Chased. Er hat noch ein Stun. Ein ordentlicher. Oh, der ist stark! Sehr gut. Und die Journey haut sogar auch hin. Na, Wahnsinn! Dann nicht mal die Kleine, sondern die ordentliche. Das war fast ein Ace. Well played SK. Das war schockt. Oben drauf. Toller Chase-Down. Niski findet nur ein Ziel mit der Ultra. Wer ist das Opferlamm? Die Opfertaube, die es gebraucht hat, aber alle runter zu chasen. Kein anderer war ansatzweise bedroht bis auf ihn und Doss. Und nur er ist gestorben. Also not bad. Und SK holt sich damit nicht nur die Fights. Und auch Objective noch oben drauf. Das war natürlich sehr, sehr strong. Nachdem man schon die Hälfte der gefühlten Ressourcen verwendet hat. Guckt jetzt hier auf Niski. Der trifft wirklich nur, ich glaube, Larsen. Aber die mussten die Leute sidestampen. Ich glaube, das war halbwegs worth daran. Also wird hier ordentlich bedroht. Der Charme auch eklig. Extra Kick, aber gute HP. Und das war von Mark Kuhn krass gemacht. Na, der hat er durchgekewt irgendwie. Also dem hat das gar nicht gejuckt. Aber die Sinn macht doch für Action gar nichts. Der Kick auch an Ismail, der ist nicht mehr gerettet. Einfach der Chase-Downer. Wirklich, alle können dann nachsetzen mit jeweiligen Chase-Spells. Wie eben der Gwen-Ult. Wie eben dem Bar-Port-Element. Jetzt noch Drake obendrauf, damit das Stacking unterbunden von Rogue, was ja deren Wind-Condition gewesen wäre. Und auf einmal ist SK vielleicht so Richtung Nershtark aufgestellt. Denn ich muss hervorheben, Gwen wird Zeitland mit der Zeit gewinnen gegen Aatrox. Wenn sie möchte. Mit der Zeit. Also ist doch jetzt schon G-Tippe, oder? Ja, also Moor schon ziemlich stark. Sie wird noch keinen Turm in seinem Face nehmen können, aber bald kann sie es. Weil kann sie es ignorieren. Ja, also nicht komplett ignorieren, aber wenn er sie tradet, gewinnt sie einfach so hart, dass er gelieft werden könnte. Nice. Also Gwen, wer hat eigentlich gesagt, dass Gwen eventuell gewinnt wird? Du hast es gesagt, weil du nämlich klug bist. Ach, wer war das? I remember. Ach so. Do you remember? Ja, I remember. I remember. So, guck mal, sie macht das, was sie eigentlich mit Syngenda vorhatte. Aber es ist ja gleich, ja genau. Oriana kann nicht tun, wenn Gwen weh drückt. Gwen ist immun. Das ist eine Mechanik, die ein jeder liebt, ob der Spieler liebt. Ich war ein Twitch-Chat. Immun ist kurz vor unsichtbar. Lieber League-Chat, ihr liebt Gwen ist immun. Immunität ist so toll, toller und dann kommt Warwick. Oh, der Ball. Wenn der gepickt wird, dann reicht es, aber dann mache ich den Stream direkt aus heute. Sie drückt einfach weh wie Warwick. Fantastisch. Gwen ist Hass. Das weiß ich. Weil jetzt kommt Wolfi-Mode. Sehr gut. Sehr gut. Oh, wow. Das ist eine Menge damage. Da hat sich jemand geprügel. Das ist ein langer Balken. Das ist ein langer Balken, Bruder. Das sind auch so Finger. Bei deinem einen Patchen uns Video. Oh, das stimmt. Das war richtig schwer zu animieren. Aber fairerweise hat Artos auch sehr viel damage gemacht, weil Topline einfach vier traden. Das war der Rap-Up für alle. Oh, schöner Side-Stab. Der wurde nicht geroodet. Schätze heute, die Mechanik gerade hat eben irrelevant, einfach Rap-Up gemacht, von Rho er den geklaut und er hat all sein Team als Rap-Up gegeben. Alle kriegen Rap-Slow, Redbuff-Region, sie kriegen True-Damage obendrauf. Das ist so ein inszenes Objektiv. Oder hat er den geklaut? Die haben noch den eigenen gerade. Nein, er hat den geklaut. Die haben aber auch den eigenen gemacht. Nein, er hat den geklaut. Doch, ich muss sie. Nein, ich habe extra hingeguckt, ich wollte ihn nicht fragen. Ich wollte fragen, ey, guck mal, die kriegen jetzt ja alle Redbuffs. Nein, du trollst, du trollst. Ich schwöre bei Jesus. Leute, ihr sagt jetzt bitte, dass der Redbuff vom eigenen Team kam. Nein, das war von Irrelevance-Deal. Nein, also vielleicht auch, dann überlappt er halt. Nein, du trollst, bitte. Ich trolle nicht, ich schwöre. Maxim, ne? Bruder, wir gucken jetzt auf Redbuff-Spawn. Ja, guck, guck. Du bist in der Autor ausbrechst, ich selbst. Du trollst, Maxim, du trollst, Maxim. Nein. Zeugen, geklaut, Stil, Stil. Er wurde immer noch, er wurde gemacht und vielleicht noch Stil. Ach so, jetzt kriegst du also die Rute, wir haben beide recht, ja? Das ist die Rute, du gehst. Auf jeden Fall, amt du Redbuff. Du bist ein Diplomat. Aber sie haben den auch gerade gemacht, ich schwöre. Guck mal, es gibt einen Clip, aber sind davon nicht langkriegt. Es gibt einen Clip. So, ja, das, gegen die Kinder. Oh, der ist tot jetzt, der ist tot, der ist gedächt. Ein Double-Waff. Der hat gegen Bord keine Chance. Er hat einfach einen Double-Waff, alle haben Double-Waff, alle. Ist es gut? Aber der ist schwächer, Jonny hat gesagt, er ist schwächer. Alle haben Double-Waff. Er ist schwächer. Guck doch mal, da ist jetzt Isma Bush mit Double-Waff. Guck mal, die gibt nur 10 EP, der Blue-Waff. Das ist super wenig. Jetzt, ah, nee, das ist one kick. Das war ein Dragon's Rage. Wir haben jetzt wieder ein bisschen so ein Stelemad einfach. Ein Thema der Soul-Stacking unterbunden, das andere kann also damit die Winklage nicht ausleben, aber auch nicht Nash forcen. SK gewinnt langsam, aber ein bisschen über Sightlane, wenn sie wollen. Das heißt, in ihrem Interesse ist es extrem, nicht sofort zu forcen. Sie gehen in Richtung Nash und sie wollen nur einen Turn spielen. Eine Maxima in den Turn. Niemals 50-50. Ja. Beide hier mit Zweit am Start. Ich bin es auch eklig, weil er sehr, sehr nah ran kann. Das war der Grable-Wurbel. Da müssen wir übrigens auch einen Namen finden, wie dieser Dragon Pit heißt. Ah, die sind ein bisschen so ran gezogen. So, jetzt Irillman. Der bortet auf der Seite. Der weiß, ich bin ein Scheren-Girl. Ich muss davor sein. Die stack ich aber ganz schön hart. Jetzt guckt auf die Bartho. Das möchte so und jetzt kommt man dazu. So, die erste Schere, er wartet. Er ist sehr, sehr geduldig. Da hatten die ersten Soldaten nach vorne. Sie ist, sie ist, sie ist die Mood. Er ist irgendwie... Ah, ein Tropf ist okay. Oh, der geht aber sehr hinter die Breite. Er ist so okay. Aber ein Old, ein Old, bitte, bitte nach hinten. Ah! Er hat keine Old nach hinten gemacht. Wo war der letzte Stack? Der letzte Stack hat ihn voll geheilt. Das war schon ein Dritte. War schon ein Dritte? Oh, dann hat er sich verzielt. Aber bis 13 ist auch hart. Das kenne ich auch nicht. Du hast... Da war schon die Dritte raus, Schluss? Ja. Das ist wie bei Freddy, ne? Want to two? Der kann auch nicht bis... Want to two? Der kann nicht bis 13. Boah, das ist schlimm. Der Coach von Rogue. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, danke, danke. Egal. Das war aber auch schlecht. Das ist schlecht doch jetzt doch. Wenn ich ihn nicht verstehe, ist bad. So, wir zählen nochmal nach. Weil das hat mich irritiert. Weil eine Gwen kann sowas actually machen. Ja, aber nicht ohne W. Also hier, guck mal jetzt hier. So, hier ist das W. Eins, eins. Die ist ganz klein. Zwei. Zwei. Drei. Boah, die drei war... Ja, naja, aber scheiße. Also Gwyneth Pellent sagst du, ja? Also dahin... Also er hat nur zwei getroffen, glaube ich. Ich glaube, der nach oben, weil der vier getroffen wäre. Na ja, TP ist raus. Das ist ein sinnloser Drache, basically, oder? M.O.S. Mountainback Nummer zwei? Es ist immer unangenehm, Nash zu machen, wäre so Nash zu machen, wenn du Nash hast du jetzt über Waves spielst, eigentlich, aber hey. Auch mal mitnehmen, wenn du gerade aus Base mit ETPs kannst du über Nass-Setup spielen. Genau. Das heißt, SK würde ja einfach das Game stabilisieren. Sie haben jetzt eigentlich eine sehr sichere Hand mittlerweile. Ja. Und wenn sie einfach ruhig spielen, sollten sie es ausspielen können. Ich bin ganz ehrlich großer, großer Fan von das Gwyn-Item-Bild. Dieses Cycle-Sword finde ich so cool. Also die Mechanik selbst... Wer ist Jyn? Jyn ist der... Nee, aber das sieht aus... Also, was macht der? Das gibt dir schnellere Energize-Stacks auf Fleet Footwork, auf Rapid Fire Cannon... Ah, aber das ist mit Lucian OP. Warum ist das mit Jyn gut? Ja, du kannst du dich ja auch bei Fire & Co kaufen und auch Fleet Footwork ist ja dadurch ausgelöst. Ach, er läuft schnell. Auf Lucian wirkt das Turbo OP. Ja. Finde ich. In so einer Q ist es... Oh, Broke. Ich hab natürlich auch Bröki damit gesehen. Selbst Bröki, der war gut damit. Oh, wow. Dann ist er im OP. Das ist wirklich okay. Muss trinken. Wie... Ach, der hat damit gewonnen? Das weiß ich nicht. Oh, ja. Dann ist er aber auch gut. Ich hab' einen Fehl gesehen. Oh, dann ist er gedacht. So. Also, ist mal ab. Der ist auf jeden Fall zu ziemlich tankig. Den lübt er gar nicht. Aber er hat er gedrückt, ne? Ja. Dann ist noch okay. Na, Ultras wurde verwendet. Gewenden, Pushtunnel ist, fröhlich die Mitte. Das funktioniert. Und jetzt natürlich die Frage, will man das kennen, wenn ihr so ein kleines bisschen noch defend, die sieht nicht so aus. Juckt sich hier an der Stelle wenig. DOS nervt die Leute. Das passt. DOS ist ein... Oh, das ist eine gute Tür. Die war auch so, dass dort nicht ganz. Er geht ja nicht rein. Er geht da rein. Aber sehr, sehr spät. Trotzdem stark von SK. Sie haben jetzt im Endeffekt Drave bekommen und zwei Turtles noch rum drauf. Das heißt, der Nash-Power-Play ist so knapp 2000 Gold, soll das sein am Ende. Wenn er hier gleich ausläuft. Lass es stark. Jetzt Resets anspielen. Game-Stabilisier. Top-Man-Turm ist der nächste Club, den du haben möchtest. Und dann geht's wieder für den nächsten Nash eigentlich. Warum hat es nicht den coolen Woidstuff? Es gibt doch diesen neuen, diese Blume oder so. Das ist Krypto-Blossom. Ja. Ist es nicht so gut wie Woidstuff? Woidstuff ist sonst Deadstick. Dieses Krypto-Bloss gibt dir so eine AOE. Das eine gibt 30, das eine gibt 40, Penetrate. Ja, und auch mehr AP, Woidstuff. Auch nur 10. 10 AP mehr. Ja, aber will er nicht in dem Team heilen? Ist das scheiße. Ja, ist nicht so stark. Sondern es ist eine Fiora-Ult auf Budget. Budget? Auf hartem Budget. Auf AP-Budget. Ja, also ich würde lieber den Statstick gehen. Woidstuff ist so ein Item, du kaufst, man macht mehr Damage, ist alles, was es macht. Aber es macht es halt sehr effizient. Ist der günstiger geworden? Nein. Ja, nein. Ich versuche so möglichst viele fiese Fragen. Ja, weil es ist so Item Gold, das lernst du instinktiv auswendig. Da sitze ich ja kein Himmel mit der Liste und lerne das auswendig. Sondern ich weiß halt irgendwann, wie die Kosten die Items. Und dann weiß ich es in meinem Kopf. Ja. Ja, aber das musst du es auch sagen. Standard, Skar, Spiel of Choden, 3100 zum Beispiel. Na gut, wüsste ich jetzt nicht. Ja, das ist glaube ich schon aufgekauft. Für mich ist das so 3-0, Zweikämpf. Zweikämpf, ja. Und dann ist das ein Teilleiter. So, okay. Also, DOS nervt. Das ist aber geil. So, Chemie, so ein Shit. Oh, das war die erste Boot-Kombo, die gesessen hat. Exa-Kick hat heute nicht so viel Glück gehabt mit dem W. Ist das das W? So, jetzt wird hier Rakan weiter genervt. Der hat genau so Kinnis. So ist ein Outlaw. Ja, jetzt wäre ich es kämpf, wenn wir nur Setup auf Top-Land spielen. Es geht weder um mit noch einen Bot-Wave. Es geht eigentlich nur um den Top-Land anzuspielen. Als wenn sie die Chance hätten, dafür langfristig zu gehen, wäre es der Traum. Das ist das nächste Gold, das sie brauchen. Und auch das Top-Side-Areal ist wichtiger als Bot-Side, weil Nash zu airspawnt. Das heißt, ja, Top-Side ist gerade eigentlich der Weg zu gehen. Das geht nochmal base für neue Wards. Jetzt geht man in den Top-Side rein. Da sind auch schon ein paar Traps und Wards passiert worden. Und es reicht eigentlich auch schon fast aus, neue Wards haben. Ich hätte gerne diesen Switch, diesen Vision-Switch. Ich würde gerne sehen, was die Blue-Side liegt. Das ist so geil an LEC, wenn wir es wirklich ausgespielt sehen. Du platzest einmal komplett Vision und du hältst das Areal. Es gehen nicht alle Base, weil jetzt ist natürlich der Zug von Rogue dran. Jetzt können sie gerade die Vision clean gehen. Das tun sie gerade auch. Aber sie werden davon ist mal so halbwegs bedroht. Man weiß nicht, wer ist da. Und jetzt haben sie ihre Wards benutzt. Und jetzt kommt Doss auf die Karte mit neun Wards, die jetzt man nicht nochmal sweepen kann. Das ist super unangenehm. Und du kannst nochmal die Vision ausbauen, wenn du möchtest. Und wenn es die Kinder was aufpassen, dann wird es vielleicht gescheitert. Die Ult ist da. Aber ich mach noch... Oh, nee, da wäre es doch unangenehm. Oh, das war aber ordentlich. Dafür, dass die Kier ohne Execute hier quasi erfolgt ist. Aber auf jeden Fall noch Dead. Mal cool mit einem leichten Play-Versuch. Sie haben aber eigentlich nur Nerven mit dem Minimale verteidigen. Also hier muss man sagen, Rogue ist hier... Sie schauen bei ihrem eigenen Tod langsam zu. Save. Das ist einfach grausam. Rogue-Krude-1000-S-Galspiel ist echt gut. Also wirklich, sie halten das Arial so lange fest, dass es einfach schwer ist, jemals reinzulaufen. Ihr seht, Top-Tum ist das, was zählt. Und dann ab zum Nashorn in eine Minute. Und das macht sich dann noch bad. Du hast jetzt wieder Base, hat wieder alle Wards platziert, ne? Wieder. Platziert alle Wards und geht wieder Base. Macht ihr die ganze Zeit gerade. Da wurde gerade eben Rapper von Niski geholt für alle. Gestealt. Ja, das habe ich gesehen. Die Ste-Animation, muss ich aber sagen, ist immer noch eklig für mich. Das so in alle Richtungen geht, ist von mir keiner unangenehm. Und jetzt Richtung Nash. Hier spielt eigentlich nichts eine Rolle auf Bot-Line. Niski kann auch eine Wave rauspushen, wenn es vorher gecancelt wurde. Oder dann vielleicht noch, dass wir sehr rabbet uns haben. Genau. Er hat aber rabbet uns schon, deswegen wollte er gerade Base-Gain. Und jetzt halt so die Frage, ja, beide Teams haben zwei Drakes. Nash ist viel wichtiger. Es wird jetzt der letzte Fight werden. Wenn Rogue den nicht gewinnt, dann haben sie eigentlich verloren. Sie brauchen diesen Nash-Fight. Sie brauchen irgendwie hier einen Win, sonst ist Game-Pro. Das heißt, Mitte rauspushen Nash? Ja, Mitte rauspushen wird schwer. Du hast gerade mal Division verteidigt aus Sicht von Rogue. Und das ist natürlich richtig angenehm. Jetzt sucht sogar noch Solis nach einem Flank-Port für Sycenda. Und Front-to-Back-Fight ist winnable für Rogue. So eine Rakan-Oriana-Wombo-Kopo kann tötig sein. Winnable? Ja, also eine Wombo-Kopo halt. Ich versuche gerade, weißt du, ein bisschen was aus den Haaren herbeizuropfen. Da muss aber realistisch auch bleiben. Ja, safe. Also SKs in einer guten Position, Aspektionen. Ich habe heute mir fast eingekackt, als ich den Baron im River gesehen habe. Wie er der langen Kröpflinge. Du hast mir gezeigt, dass der Baron so einen coolen Sound macht. Ja, alles ist ja. Das habe ich heute Brück hier auch gezeigt. Ich wusste es nicht. Ich habe gesagt, mach den Ton an, du Idiot. Ich wusste das nicht. Ja, und dann übelst episch bis Minute 1 und dann Wiggle, 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 Wiggle. Voll cool. Ich finde die Ton, also das fand ich so schlecht. Ich wusste es hier irgendwo. Hier könnte irgendwas Blumiges sein. SKs spielt es gerade wirklich richtig safe, ne? Also der Drag ist halt nur Risiko-Pollektion. Nash-2-1 ist das Ding. Verliest dafür eine Menge Top-Meng-Controlle, also Top-Side-Controlle im Fluss. Also kann es wieder Nash auch verteidigen und vielleicht sogar einen Catch anspielen. Aber das ist SK egal. Ja, sie haben Drake, sie pushen Bot-Namage mit der Gwen durch. Die sind glücklich. Die müssen ja nicht Nash-Force. Die chillen hier des Todes. Oh, Makun würde nochmal genervt werden. Beide bereit. Eventuell wieder zuzutipen. Gwen kann ihn gar nicht abbrechen, ne? Gwen kann ihn nur abbrechen, wenn sie ihn tötet. Das ist auch... Oh, die Overlay ist so cool. Guck mal, die Items sind jetzt da. Locked und Sonja. Das ist cool. Das ist action-geil, das Overlay. Das ist besser, weil nach links gucken die Ults sieht man nicht mehr links. Also sieht man schon, aber du musst halt eine Augen-P-Machen. So, und jetzt hier Nash-9000, Maxim, sei der Play-Per-Play-Caster. So, jetzt ist ja die Frage, darf jetzt hier gesmicede'd werden? Der Baron hat schon seinen Hook so ein kleines bisschen gemacht. Exa-Click macht genau das, was wir bisher erwartet haben. Na, und jetzt natürlich die große Frage. Kommt hier die Barth-Ult wie zuvor? Ist wahr! Ist wahr, was? Was ist mit ihm denn los? Na, ist der HP bereits verloren? Das war ein leichter Shuffle, aber es geht nur nicht. Der ist mal... Oh, der kommt noch weg! Wo kam denn der Ries? Schilt ja bitte. Das war fantastisch. Relift, extrem low. Muss ich zurückziehen. Das ist jetzt der Frontliner. Na, es sind die Memes, die ja einfach nur nerven ohne Ende. Aber es ist basically nur zwei Leute gestorben. Baron abgebrochen dadurch. Ist das ein Erfolg? Das ist ein Erfolg trotzdem. Zwei Kills, man kann vielleicht nochmal nachsetzen. Exa-Click hat noch Free-Hitten. Wo kommt der Deathly-Flash? Oh, der Flash, der Flash. Und Nash-Nommer zwei Starts. Man hat zurück die Pete. HP war aufgesetzt bei Niski. Also kann man den nochmal mitnehmen. Und ehrlich gesagt, ohne Jungle, ohne Mitnäher ist das Ding Free. Exa-Click muss man dazu sagen. Hat es hier jetzt auf jeden Fall not bad gemacht. Aber Jhin ist so eine Katastrophe bei Baron. Ich wollte hier die ganze Zeit bisher schaden nach. Na, aber es passiert tatsächlich so, Mann. Zack, jetzt hier bei 6,5. Stark, es geht, geil. Haben sie smooth gemacht. Ich glaube aber, hier wurde gerade so viel Tempo rausgenommen, dass es der Baron nicht reicht. Der Baron, was meinst du mit nicht reicht? Nicht reicht, um das Game zu beenden. Boah, das stimmt. Die werden jetzt dann damit für Seele spielen. Sie werden mit Nash nicht enden. Meistens ist der Nash, der die Base öffnet. Der erste Nash und dann der zweite. Manchmal, hier ist noch nicht die Basis und Lage nicht offen. Aber es skalt ja super. Die spielen das, wie gesagt, sehr safe. Und machen damit kaum angreifbare Fläche für Road. Woher kam der riesen fette Schild? Ist das so ein Bewahrer-Ding da gewesen? Von wem jetzt? Von Bart. Ist das der Bart? Bart, muss gelockert und Guardian haben, ne? Lockert und Guardian. Das war noch kurz. Boah, das war extra viel. Der Baron hat sogar auch nochmal geschossen. Aber vor allem hat er extra geket geschossen. Der Mann war den ganzen Fall quasi nicht richtig contestbar. Er hat einfach nachgesetzt, dass wir die Schüsse setzen dürfen. Gerade auch mit so viel Movements mit Werten wie von Jumus und Co. Dieses angenehmen. Und jetzt der letzte Turm, der noch belagert werden kann. Außerhalb der Basis wird mitgenommen. Weil er sollte hier easy fallen. SK auf einem tollen Weg. Kommt die Ulti von DOS oder? Ja. Tempered Fate misst aber. Und dementsprechend hier jetzt zwei Lanes belagert von Red Event und den anderen Boys von SK. Ja. Kennen wir uns da. Das zweite ist sogar zur Stelle. Da kann man da eigentlich so einen Turm pushen. Wobei, nee, das tut. Halten die nicht mehr aus? Das kennen wir den kann leicht geklärt werden. Das ist aber sehr, sehr squishier. Komm doch mal durch die Wand. Oh, hat doch mal ein dicker, fetter Schild. Na, ist jetzt aber raus tatsächlich. Das ist actually ein Nachteil. Das heißt, das Ding ist jetzt auf Cooldown für öbliche Zeit. Das kann ein ganzer Mittum sein. Wenn hier Red Event gleich W drückt, kann niemand Damage machen. Alter, der Damage ist so eine Schere. Topline ist so OP in Compatite. Oh, ist mal ein bisschen drinne. Ist gecharpt. Aber die Tanken ist ebenfalls voran. Den tut der gar nicht. Boah, der Schaffel. Der Schaffel von der Seite. Ordentlicher Damage allerdings. Da muss man aufpassen. Lisky actually low and not dying. Starkes Geld. Was ist mit ihm? Eine Spiel noch übrig. Und dann die Gwentty Chase hier für die letzten 355 Spalt. Fantastisch. Und damit SK sehr chirurgisch vorgegangen. Aber ein Win geholt. Was ein Game von SK. Ein toller Auftrag. Und sogar mit Sound. Mit Wunderjet. Verdienter Win, der sich auch immer langsam und langsam und stärker angewandt hat. Großes Komplett mit an die Jungs. Der Gameplan von Sinsau Bart Asir. Wir nehmen den E-Mobile mit Lenner Hops. Der ist aufgegangen. Last hatte wenig Spaß. Die Ohre hat man gar nicht geschwitzt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Ohr gecastet. Und nicht einmal shoppen. Stimmt. Ich habe auch keine Shockwaffe gesehen. War keine Shockwaffe da, die von Impact war. Es war für Lars ein super hartes Spinnendes Game. Und ein Problem mit deiner Skate. Die haben es von Anfang an gewusst, committed und executed. Ja. Das war wirklich ein absolut banger gemacht. Und da sieht man auch, den Zhao ist actually cool. Ich bin halt noch von heute so ein bisschen geprägt, wie man den nicht spielt. Aber das war, das war actually super warm und auch DOS extrem nervig gewesen. Der Bart Asir, der Strong ist. Wir waren da durch. Das ist ein Action-Fall. Das sieht auch so cool aus. Auf dem Mitte des LED-Panels. Ja. Und die Jungs da, das ist schon sehr cool. Mit dem Escale, oh, not bad. Starker Wind für Escale zum Auftakt des Mintersplits. Dinger. Direkt im Anschluss, Leute. Haben wir das Mensch des Tages vielleicht. K-Cop gegen Fanatic. Dafür sind zwei Fangruppen angereist. Eine komplette Fanatic-Gruppe und eine komplette K-Cop-Gruppe. Und ich glaube, die K-Cop-Fans, die hört ihr laut. Die K-Cop-Fans sind auf jeden Fall ordentlich laut. Ja. Die sind sehr laut. Die werden gleich richtig eskalieren. Zack. Ich habe Angst, wenn die erste K-Cop-Spieler da ist, Maxina, wenn die mich uns anschreien. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Warte, 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 ich hatte das gar schon. Warte, mal, kann ich. Talent stand vor, peng. Aber ist der Ton raus. Ja, der Ton ist jetzt raus, wenn ich das drücke. Aber guck mal, also ich sehe nur den... Aber die hören es eh über unser Mikrofon. Ja, das ist richtig. Genau. Also, hey, hallo, Leute, grüßt euch. Hallo, Leute. Na, das ist doch fantastisch. Aber jetzt sind natürlich vergleichsweise ruhig. Aber vor uns war es schon heftig. Die Frage ist, ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht geht. Warte mal, bis ein Franzose von K-Cop die Bühne betritt. Und dann wird hier aber geschrien. Wirklich? Ja, natürlich. So lange warte ich noch. Wenn hier so ein Cabo-Chart und Saken auftaucht, dann Escalini, Leute. Das ist geil. Ist auch ehrlich gesagt cool, weil Cabo und Saken haben ja schon oft LEC gespielt, denn der Ball ist keine Rookies. Ja. Und Cabo-Chart ist mittlerweile auch sehr alt. Ja, und der hat ja auch die Möglichkeit, LEC aufzusteigen, unabhängig von K-C. Er ist Tracy treu geblieben, hat mehrmals EU-Masters gewonnen. Ja. Und damit sich die Chance eigentlich erarbeitet. Er ist kein Spieler, wo man sagen würde, der wird nochmal der beste Top-Liner Europas werden. Ja. Aber er ist ein sehr, so der Top-Liner, der auch ein gutes Potenzial hat, krass zu sein. Phanatic, soll ich Phanatic sein? Ey, liebe Bro, danke. Wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht verteidig sein. Ich habe... Wir dürfen alles sein. Danke, Mann. Vielen Dank, vielen Dank dir, Bro. Danke, Mann. Wir haben vom Phanatic-Fan was geschenkt bekommen. Phanatic win. Broski. Ja, doch. Die Frage ist, hat er die Haare eigentlich auch... Die waren schon sehr orange. Die war schon sehr orange. Da muss man, glaube ich, vorher fundieren. Also die Phanatic-Kurbe müsst ihr euch vorstellen, Chat. Die kam gerade mit drei Dudes und zehn Flaggen. Unter dem ist die ganze Kurve voller Phanatic-Flang. Jetzt sind die alle auf Toilette. Oder beim Essen. Die holen sich was zu essen jetzt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Die ist auch schon spät. Es ist Abendbrotzeit. Gut. Ich werde jetzt gleich gehen. Du musst nach Hause fahren. Das ist krass, oder? Du musst der Pendel. Ich gucke mal kurz, wie spät es ist. Es ist doch nicht so spät, oder? Boah, das ist krass. Mach nach Hause. Du musst ja noch zwei Stunden fahren. Es ist schon so spät. Aber... Süßes Pit. Übel süß. Ich weiche hier manchmal rein, deswegen ist das Handy so kaputt. Das ist ein sehr süßes Pit. Einfach knuffig. So. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verziehe mich jetzt. Vollgegen, das macht sehr viel Spaß. Ey, wenn du mal wieder in Berlin bist, sonst es easy für dich ist. Soll ja nicht so ein riesiger Aufmerkaufpunkt sein. Aber das ist Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. So ein Game, wenn du mal Bock hast. Oder zwei, so wie heute. So ganz auf Schildachs-Basis. Aus Schildachs. Oh, der Schildachs, der ist krass. Gibt es noch ein anderes Tier? Vielleicht Dachs, halt. Die Kiff-Giraffe oder so? Die Kiff-Giraffe, können wir übernehmen. Die Relax-Natter. Ich weiß es nicht. Na gut. Es war sehr schön. Ey, Maxim, liebe Bro. Ich wünsche dir noch sehr, sehr viel Spaß. Lass dich nicht von Kekobergern. Nein, mach ich nicht. Und hier haben wir noch ein schöner Hüter. Klap für Maxim im Chat. Klap, Kek-Has, Kek-Wes. Der fährt jetzt nach Hause. Der Bro ist Kek-U, Kek-G. Danke, Maxi, Mann. Komm gut nach Hause. Das sei dir gewünscht. Ich muss mal, jetzt werde ich dein Mikro vermuten. Kathleen war hier gerade irgendwo. Die muss dich rausbringen. Sonst wirst du vielleicht Probleme haben rausgekommen. Dann ist du dir heute umgebaut, sind eine Menge Leute da. Und ich mach mal, können wir zum Interview rüberschalten? Die wollte ja nicht nur meine Presse sehen. Oh, wir haben den Meeplein. Jetzt habt ihr sogar Sound. Ist der zu laut? Wir müssen immer ein bisschen nachpegeln. Jetzt bin ich auch Solo, also kann ich mich in die Mitte stellen. Muss ich jetzt hier stehen, zentriert. Ja, Maxim, ich hab's verdient. Musik ist, glaube ich, sehr laut für euch gerade, oder? Sehr laut? Besser? Das müssen wir noch anzündig gepegelt bekommen, Chat. Das würde nämlich echt nicht einfach sein. Warum macht denn das gar nicht? Oh, Mann. Tschüss, Maxim. Ciao. Danke dir fürs Kommen, Bro. Oh, shit. Die KCOP-Fans. Die KCOP-Fans. Warte, könnt ihr sie in der Szene sehen? Hier? Alter, ihr müsst euch vorstellen, das geht ja so nach unten runter. Und der ganze Block ist quasi vor mir hier. Und die Fanatic-Fans sind da drüben. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber KCOP macht sich gerade auf der Bühne ein bisschen bereit. Aber die sind echt... Sorgte! Hört ihr das? Ich glaube, ihr hört das. Sorgte! Es geht halt, also es ist schon cool. Weil sie sind auch wirklich aus Frankreich wieder mal angereist. KCOP-Fans sind energetisch, manchmal zu energetisch. Gerade bei Faker gab es dann eine Situation, wo man nochmal so... Aber ja, so wirklich richtig cool, dass die Jungs so viel Bock haben und die Mädels extra angereist sind. Fähre, weite Distanz. Und ehrlich gesagt, sagten K-Bom es auch verdient. Die Boys haben so viel gegeben für ihr Team. Wenn wir da sind, wo sie sind, mit so viel New Masters, 1-Fans-Bitte in der Regularen... In der Regionalen Liga und hätten ja mehrere Chancen für DC gehabt und sind KC treu geblieben. Was ich ehrlich gesagt auch cool finde. Und jetzt ist KC in der RDC und heute haben wir mit Fnatic da einen richtigen Banger-Gegner. Gerade wenn Upset halt dagegen Noah und John dann muss. Er war ja auch mal selbst Fnatic-Botliner. Und ja, die Fnatic-Kurve ist aktuell komplett leer, weil die alle essenholen sind. Also keine Ahnung. Also wir fahren niemand da. Und hier sehen wir gleich das Interview mit Niski. Habe ich gleich drauf rumschalten, aber wir warten noch ganz kurz. Den aktuell starten es noch nicht. Abseits mal in den Stream. Ey, super gerne, Mann. Genau wie du sagst, Captain Fox, ich habe eigentlich schon alle möglichen Spieler gefragt, ob die Bock haben, mal vorbeizukommen. Und alle haben ja gesagt, ich muss jetzt noch darauf warten, dass die Teams alle ja sagen. Und dann können wir die Spieler auch dazuholen und interviewen. Ah, das ist nicht unbedingt bei allen... Oh, jetzt wird Fnatic ausgebucht. Das weiß ich jetzt ja nicht. K-Cop-Fans. Oh mein Gott. Das ist doch geil, dass das organisiert wurde mit halt zwei solchen riesigen Fangruppen live vor Ort. Meine Güte. Könnt ihr hören, was die sagen? Kann jemand Französisch? Meine Güte. Das war so klar. Ja, Chad, das ist ein anderer Vibe, als wir ihn gewohnt sind. Aber wenn ihr jetzt mal ein Fußballstadion geht, ist das, glaube ich, auch nicht anders. Genau wie beim Spiel gegen Tivon. Beim Spiel gegen Tivon war das wirklich uncool. Aber es war nur eine gewisse kleine Gruppe an Leuten. Und I guess das hoffe ich bei großer Leute nicht unbedingt so. Oh, jetzt ist es fertig, wenn sie dann da Leute. Let's go. Okay, die Stimmung wird heiß gehen. Oh, ist das geil, Mann. So geil in der Arena live cast zu können. Ich hoffe für euch, ist es im Audio jetzt langsam besser geworden, dass wir halt... Ich glaube, es wird mit dem Mikrofon-Feedback von den Castern in der Arena auch ein bisschen laut für euch manchmal, ne? Ist schon ein bisschen laut für euch. Ist es fein so? Okay. Okay, 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 okay. Ich bin heute für K-Cop. Sage ich, wie es ist, Chad. Bin ein bisschen biased. Upside ist ein alter Teammate von mir. Ich bin immer für meine alten Teammates eigentlich. Egal, wo sie hinverschlagen hat, ich unterstütze sie gerne. Denn sie haben das geschafft, was ich nicht geschafft habe, LEC zu spielen. Upside ja schon seit vielen Jahren. Und immer einer der besten AD-Carries. War eigentlich der einzige deutsche AD-Carry mit Relevanz seit Candy Panda eigentlich, so gefühlt. Upside auf jeden Fall sehr strong. Und jetzt hoffentlich in K-Cop mit größerem Erfolg bestückt. Denn es war ja immer wieder so ein Superteam rund um Upside gebaut. Man denkt so, hey, hier, da, kann man Erfolg finden. Jetzt mit Bo als Main-Carrier und Upside ebenfalls ist es vielleicht, ja, überschaubere als in Vitality oder ähnlich in anderen Superteams, wo man einfach zu viele Leute haben, die Ressourcen wollen und dann das Ganze zu viel wird. Nicht wahr? Kann ich umschalten? Hört ihr das, oder ist doppelt? Es gibt ein spezielles Rookie, der in der Liga von Isma, die Jungler. Er hat den KIA Player in der Spiel heute. Great game als Rookie, in seinen ersten Steps im LEC. Aber erzähl mir doch noch mehr über ihn, und wie du dir genau ist, dieses neue Stage. Und auch ein bisschen Synergy mit ihm. Ich würde sagen, Isma ist wirklich gut, playing aggressive. Aber manchmal ist er ein bisschen zu aggressiv. Er reminds mich ein bisschen von Blaber, wenn er in N.A. So, ich habe das Erfahrung. Ich fühle mich, dass er echt gut ist. Manchmal hat er ein paar Oopsies in der mid-game. Aber ich fühle mich, wenn er das fixiert wird, er wird wirklich gut sein. Today, wir sehen uns, dass er das nicht interessiert. Das ist das, was ich mag. Also, ich würde sagen, er ist sehr disciplined. Es hilft, dass wir beide französisch sind. Oh, du bist französisch! Ich bin belgisch, aber ich bin französisch. Aber ja, ich denke, wir sind ziemlich gut zusammen. Du hast einen interessanten Spiel heute. Pickingen die erste in den LEC ist wichtig. Aber ich glaube, das für morgen wird es ein bisschen speziell. Vielleicht für dich, Niski, als du auf Mad Lion. Ja. Wie ist es für dich? Ja, ich hoffe, dass wir morgen nicht verlieren. Ich glaube, dass mein Team wissen, dass wir morgen nicht verlieren können. Also, ich will also beat Elioia, wirklich, wirklich mal. So, ja, tomorrow we will smash Mad, no matter what. Very quick words on the next match we have. As you saw behind us, Carmen Corp is getting ready to make their debut in the LEC. You know them a lot. Any good wishes for the team and words of encouragement for the team? I mean, good luck to K Corp. I hope, I hope they win. I believe they're really good actually. We scrimmed them, we scrimmed, we scrimmed KC. and I believe KC will win today. The blue wall is ready, the fans are ready in the studio. Thank you, Niski, thank you so much for the interview. Good luck tomorrow. Thank you. We're gonna take a quick break here, as we watch the KC announcement video for the LEC Roster. Oh, we'll watch the LEC Roster video. Kommen wir gemeinsam. Habt ihr Sound? Ich hör nichts. Hört ihr was? Bruder, ich glaube das ist nur im Mainfeed drin und nicht auf dem deutschen Feed. Kann ich umschalten? Habt ihr jetzt Sound? Also das scheint auch ein bisschen random zu sein auf dem deutschen Feed. Sag ich wie es ist. Ja, ich kann kein Französisch. Lukas, Saken, Freyart. Four time U-Masters Champion. Das ist schon stark. Er hat wirklich oft U-Masters geholt. Ist das die Szene? Wirklich, wirklich oft. Und auch absolut verdient der LEC eine weitere Chance zu bekommen. Er ist kein Rookie, kann man nicht so sagen. Er hat schon viel zu viel LEC gespielt, um als Hockey betrachtet zu werden. Aber einer der großen Favoriten natürlich für die französische Szene, wir gerade auch gesehen haben. Stehen ihn da wirklich hinter jedem. Niski will da seinem, ja, fast Landsmann, wie er gerade zum Franzosen mutiert, wie er gesagt hat. Ja, auf jeden Fall noch mal Glück zu sprechen. Was ist los? Ja, da wollte gerade jemand reinspringen in die Casterbooth. Das ist natürlich nicht so gut. Er wird direkt weggeschoben. Okay, na gut. Aber ich hätte irgendwie... Wäre lustig. Ja. Und generell K-Corp ist halt ein Team, das jetzt viele Erwartungen zu füllen hat. Denn gerade die LFL, die französische Liga, ist ja die stärkste Nationale Liga seit Jahren. Also kann eigentlich keine andere Liga mithalten. Für eine Weile war Spanien okay. In 2020 auch noch Deutschland ganz stark mit der Prime League oder Dachregion. Mittlerweile auf jeden Fall die LFL mehrere Nasenspitzen vorne. Heute ging Fnatic auf jeden Fall ein harter Test. Gerade für zwei Leute, die jetzt seit Ewigkeiten in der LFL gespielt haben. Mit Cabo und mit Saken. Und natürlich zurückkehren. Ich glaube Cabo Chard ist jetzt der älteste Spieler der LEC nach Elisang. Elisang ist 28 irgendwas. Und Cabo ist 27 irgendwas. Ich glaube, damit ist er der älteste Spieler der Liga nach Elisang. Und Cabo, das ist das krasse Spor jetzt auch der Brover im Skim gerade, eine weitere Chance bekommt natürlich auch. Denn bei Vateldi hat es ja nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hätte. Ein sehr gehypter Import. Der einzige Chinesische Spieler in der europäischen Liga, der in Solo-Q extrem krass ist. Und Obsess hat immer wieder gesagt, als er ihn auch in der LPL, ich glaube Regional Liga gesehen hat, in der Challenger Series der LPL quasi, hat Bo komplett gesmurft. Und jetzt bei einem Team wie KCOP, wo auch man ihn zuarbeiten kann, das ist vielleicht ganz angenehm, ihn zu haben als Carry gemeinsam mit Upset, ohne halt zu viele Ressourcen teilen zu müssen. Gerade auch das wird heute im Match des Tages relevant werden für Siege oder Niederlage auf jeden Fall. Ja, es tut mir leid, dass ihr keinen Sound habt, Leute. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt für dieses Video keinen Sound in meinem Broadcast. Solange Ingame klappt, bin ich heute erstmal glücklich. Da bin ich heute erstmal glücklich. Ja, Jankos hat ja nicht mal mehr Haare. Natürlich ist der 30 plus. Natürlich! Ihr seid ja so tut, ihr seid so klug. So klug, so klug. Nicht schlimm so, ja wir machen das Beste draus, so gut es geht. NNO, die haben Yamato geschrieben, nicht NNO. Ich glaube, wenn ich sitze, Philipp, ist die Kamera nicht mehr optim. Sollen wir kurz die Sitzszene testen? Ich werde jetzt noch stehen für das Game. Können wir mal hinsetzen und ein bisschen Just Chatting mit Chat machen. Über Dinge reden. Und dann durchkasten natürlich ebenfalls. Ich werde auch nicht alles aus der Arena-Steam-Chat. Natürlich heute und morgen und übermorgen komplett. Aber dann nochmal von zu Hause. Und da muss natürlich auch cool sein, dass wir da einen geilen Vipe hinkriegen. Sollen wir mal hier pengen. Eigentlich geht das voll fit, oder? Ja, bin ich fast zentriert. Das ist gut. We take those. Ja, ist fein. Können wir so nehmen. So nehmen wir das. So, wir gehen wieder zurück auf den Feed. Beide Mannschaften haben sich schon hingesetzt. Geht gleich los. Wir haben, glaube ich... Oh. 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 Okay, es geht... Bruder. Digga. Was ist los, Alter? Look at her. Bruder, ist das krass. Ist das geil. Ist schon eine geile Stimmung trotzdem. Ich weiß, sie sind nicht die größten Menschen, aber ist schon geil. Armin, ist schon geil. Was denken sie, Parkamin? Die sind auch versucht, reinzuspringen in die Booth gerade. Irgendein Typ wollte reinspringen in der anderen Szene. Das geht schon ab. Ich weiß nicht, was sie sagen, aber... Parkamin habe ich verstanden. Und die Fanatik-Kurve kann gar nicht mithalten, by the way. Die können gar nicht mithalten. Die Fassos sind organisiert. Das ist schon cool. Das ist trotzdem cool. Ja, ich glaube, der Cast wird ein Wilder heute in dem Game. Ob ihr mich hören könnt oder nicht, finden wir gemeinsam heraus. Das ist schon eine krasse Stimmung, die die reintragen. Ich kann nicht mal mehr Schocks verstehen. Ich habe den Main-Feed versucht, auf den Einbau zu hören. Ich kann nicht hören, weil die Franzosen zu lauten. Haben die gerade einen Teleprompter bekommen, um abzulesen, was sie... Nee, 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 das ist für jemand anderen. B-Roll Yamato. Alrighty, glaub ich gleich, ob es die Kluft gibt. Der Twitter-Twitch-Chat sollte gleich starten. Ich sitze nicht mehr in der Mitte, das tut mir leid. Aber ich muss platt machen für die französischen Fans. Französische Ultras, wir hören dich gut, geil. Ich bin jetzt auch saukool. Die Stimmung, die sie reintragen, ist schon geil. Klar, das August Pool, Leute, bin ich auf eurer Seite. Das muss ich unbedingt sein. Aber diese inszenen Stimmung ist schon extrem geil. Das heißt, die extra dafür ausfangen anreisen ist nice. Teuge, wenn man sich später das Video angucken, auf jeden Fall. Wir haben sowohl das Video, die für euch auf Twitch und Elbit, als auch auf YouTube bin ich gerade auch am Stream. Sind auf beiden Plattformen am Start. Damit ihr da sowohl die Edith hier als auch dort genießen könnt. YouTube hat dann den Vorteil, man kann ein bisschen zurückspulen. Twitch hat den Vorteil, wir könnten miteinander reden. Was auch geil ist, weil ich Twitch-Chat hier anhabe. YouTube-Chat ist aus. Das ist auch schon ganz geil. Hanno ist da für dich. Hanno ist hier. Ja, und that's the idea here, because they won everything in the EMEA Masters scene. There's a lot of expectations on the player. And I love the fact that they went into the offseason thinking, we're gonna think small, right? We're gonna start low with a... Maxime ist schon weg. Ja, Maxime. Du bist nicht dort. Achso, du bist im Chat. Boah, ich dachte gerade, du wärst hier, Hanno. Wär sehr lustig. So komplett random, hätte ich sehr gefühlt. Oh, geil. Keck weh, er ist nur im Chat. Ja, wer weiß, ich kann auch was machen. Der Maxime und Hanno mit. Da hab ich wirklich so die OGs der deutschen League of Legends-Szene. Das wär doch auch geil. Und dann wär's so insane, jemand lockt einfach Master Yi ein. Stellt euch vor, was Hanno da machen würde. Da hätte ich quasi den Präsidenten, den League of Legends-Spieler, den Korea Bootcamp, und auch zeitgleich jede andere Rolle, die jemals verkörpert hat. Am liebsten nicht den Gollum. In Süd hab ich nämlich komplett geguckt. Und der Gollum, der war... Der war geil gespielt, aber der hat mir Angst gemacht. Wahrscheinlich war er so geil gespielt, wa? Aber da hätten wir alles live vor Ort. Das wär verrückt. Ey, Jaro, liebe für den Zap-Roman. Eins forever. Ja, Plymic schaltet ja auch bald. Und vielleicht seht ihr da schon die nächsten Talente, die bald hier auf der Bühne spielen werden. Das war damals für mich so eine crazy Motivation. Ich hab meine allererste Lagen gespielt in Dänemark, gemeinsam mit Upset, lustigerweise. Gegen Wanda. Und es war so geil, weil ich war dann erst in Dänemark und hab gegen Wanda verloren. Auf die Fresse bekommen, wäre 0-3 verloren. Und dann bin ich hier nach Adershof gefahren, wo wir jetzt sind, und hab dann Wanda auf der Bühne spielen sehen. Das war so eine erzählende Motivation für mich, auch selbst besser zu spielen, zu grinden und die League richtig anzunehmen. Und vielleicht sind wir bei 1 oder bei den Prime-D-Teams allgemein. Die Spieler von morgen, die wir hier auf der Bühne dann sehen werden, vielleicht noch im nächsten Split. Wir haben ja drei Stück in der LEC, wir haben ja viel, was los ist. Das kann schon alles sehr, sehr geil sein. Danke, Nuss Phantom. Danke auch Chris Bevers, Tag-In. Liebe Lutz-Boys, Lutz-Lazen-Daddies. Oder eins in der LEC. Boah, ich muss echt sagen, es gibt ja wirklich jetzt viele mittlerweile national gebrandete Teams, sowas halt wie Mad Lions, das ist ja Hardcore-Madrid, Hardcore-Spanien, Heretics ebenfalls Spanien, dann K-Cop und Co, Hardcore-Frankreich, Wettelty ja auch. Dass SK nicht hart auf das deutsche Branding geht, das ist ja auch so eine easy Zielgruppe zum Angreifen für einfach easy-Fans quasi. Ich denke, eins würde das auf jeden Fall machen, die sind ja auch sehr regional gebrandet, halt mit Spandau, in dem Fall. Also safe, ein deutsches Team in der LEC, das so richtig, wäre auch cool. Obwohl ich es sagen muss, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich könnte mir gerne mal Feedback gleich da lassen, das ist ja heute letztes Game des Tages, Mad Lions gegen Heretics. Das Mad Lions Roster ist für mich zu viel Roleplay. Das sind ja vier Spanier und Frescovi, ein polnischer Spieler, der Spanisch sprechen kann. Und das ist schon sehr auf Spanisch-Fanbase gebrandet. Und auch, dass sie halt alle Spanisch sprechen können, ist ein Vorteil vielleicht in den Game, kann ja auch ein großer Vorteil sein. Aber es ist halt ein Roster, das in der LEC durchaus schlecht aussehen kann, einfach weil der primäre Faktor war halt, du musst Spanier sein, könnte man sagen. Und das kann halt auch schwer ausgehen. Bruder, die armen Fanatic-Fans, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oh Mann. Die Franzosen sind zu viel. Oh, ist das schön. Spam this static to support Fnatic. Ich glaube, Fnatic braucht auf jeden Fall mehr, mehr Support als Casey. Den haben sie nämlich selbst eingeflogen. Der ist schon da, der ist live in der Arena vor Ort. Und ob die Jungs überhaupt was hören können, keine Ahnung. Spieler müssten aber gleich einlaufen. Die haben gerade nochmal eine Delayed, haben alles auf der Bühne aufgebaut, Kassaturn angesteckt. Und wir sollten nicht reingehen mit dem Einlauf der Spieler. Fnatic gegen K-Corp, Match of the Day. Ihr seht das so, oh, ihr seht die Fnatic-Flaggen ja sogar. Ihr seht den Block ja halbwegs in der Szene. Die Flaggen da hinten hängen auf der Schuhe zur Autobahn. Ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt so ein alt Halbkreis geworden, die Arena. Mit Kino-Sesseln, also viel bequemer als zuvor. Ich war ja früher, ey, grüß euch. Ich war ja früher auch oft hier, bevor es dann selbst mit mir Pro Play so richtig angefangen hat. Und es ist auf jeden Fall ein großes Upgrade-Debüt der Arena. Sehr, sehr angenehm, sowohl in der Zuschauer-Arena selbst als auch im Aufenthaltsbereich, wo es so Essen, Trinken und Co. gibt. Sehr, sehr nice in Adlershof. Da lohnt es sich auch immer, Berliner zu sein. Kommt da nicht so auch vor. Berlin hat ja auch viele Nachteile. Aber die LEC und generell der europäische E-Sports hat hier durchaus einen Brennpunkt. Brocks Analyse. Ja, Mann, die LEC. Ihr könnt euch das nicht forschen, Leute. Hier neben mir sitzt jetzt Ibai, die Spanien sitzt neben mir, dann darüber sind die Franzosen, dann ist da der LEC-Broadcast und vorhin war noch Cadell sogar da. Ich glaube, der muss da wieder nach Hause fahren, weil irgendein Technisches Problem war oder so, glaube ich. Also es ist wirklich, wirklich stacked. Es sind so viele Leute hier. Finn, Brocks Analyse, es ist echt richtig cool. Also, ja, ist schon sehr, sehr geil für die League of Legends E-Sports-Szenen, dass halt das Ganze so zentral stattfindet. Die LEC ist einfach, einfach toll. Safe. Teugen, ich finde, das Stadion zu klein für die Switch, diese Swiss Stage dieses Jahr. Ja, da würde ich zustimmen. Die Arenas ist voll cool für den regulären Saisonsbetrieb und auch generell die LEC, aber World Swiss Stage, ja, stimmt mich, Entschuldigung, stimmt mich dazu. World Swiss Stage ist dann schon nochmal ein ganz anderes Level auch noch. Wir haben nach wie vor Delay und ich kann euch leider nicht sagen, wieso. Aber ich kann euch sagen, dass es die Cake Offensee juckt. Wo, in welcher Stadt bist du gerade? RDRC ist in Atlas Hof das in Berlin. Da seht ihr die Blau Wall, die wir auch bei der League of the Zone gesehen haben. Da waren, glaube ich, 500 Wanzosen dafür angereicht. Sie sind, glaube ich, jetzt so, vielleicht 50, 60. Es gibt da 210 Plätze in der Arena. Und davon ist eine Kurve komplett bei denen. Vielleicht sind es auch 100 oder irgendwas. Genau. Auf jeden Fall einige Leute, die Hälfte der Arena könnte man meinen. Sind auf jeden Fall die lautesten bei weitermachen, wenn sie nur ein Sechstel der Arena werden. Wer weiß. Die würden Energie mitbringen. Wo, beziehungsweise wann, wie kann man der Plätze für die Arena kaufen? Google einfach LEC. Das sollte LEC-Tickets, da kriegst du. Das ganze Wochenende ist jetzt schon ausverkauft für den Season-Start, aber bestimmt im Laufe der Saison haben wir noch einige Möglichkeiten. Und jetzt geht's los. Da kommen die Teams eingelaufen. Ihr seht Fanatic und K-Corp. Haben wir Sound. Sagt bitte einfach, ja, Chat. Sagt mir bitte, dass wir Sound haben. Cabochat, großer Fan-Favorit der französischen Szene natürlich. Upset vielleicht Favorit von uns. Wer weiß. Vielleicht tut er mit. Auf der anderen Seite Jun, ein ganz neuer Spieler. Frisch aus Korea nach Europa. Importiert. Wobei vielleicht die Botner mit Noah zu komplementieren. Ihr habt Sound. Ist er laut genug? Ist alles gut so? Geil. Yamato Keller natürlich auch ein Urgestein der DC-Zene. Vor allem für seine Motivationsansprachen bekannt. Und da seht ihr Freeze, den Coach. Der war früher auch bei U-Masters wieder aktiv als ADC. Dann war, glaube ich, in den A von der Wahl. Jetzt wieder zurück in der DC. Also auf jeden Fall da gut. Unterwegs und am Start. K-Corp gegen Fanatic. Wir sollten auch hoffentlich... Eigentlich kann die Kamera nicht bewegen leider für die Draft. Es tut mir leid, meine Kamera wieder ein bisschen drüberlegen. Aber da ist die Fnatic-Kurve. Fnatic, wir sehen sie mal. Always Fnatic. Karmin Korf wird geklappt angehen, sagen sie. Und mit 15 Leute von unten, damit man sieht, das sind nicht ganz so viele Leute wie bei K-Corp. Es sind weniger als bei K-Corp. Die Franzosen sind einfach zu organisiert dafür. Und wir haben ja sogar einen Fnatic-Banner bekommen von den Fnatic-Fans, der Brolay gerade da war. Fnatic-Win. Ich glaube, ich bin für K-Corp, Leute. Wie gesagt, ich bin für Upset. Alte Teammates tragen Sympathie in sich. Und wir gehen rein in die Draft. K-Buschard ist für seinen Rumble bekannt. Er hat gegen mich ja Rumble gespielt. Auf der großen Bühne, die wir vor einem Monat im Dezember hatten, hat er Rumble gepickt. Und hat er gut ausgesehen gegen meinen Ohren. Das Game haben wir auch recht zugefallen mit Daniel Noah, aber war auch klar gegen einige der DC-Pros. Das liegt auch aus gegen so einen DC-Midlaner und Toplaner. Und ja, jetzt sehen wir hier eine relativ normale Draft, ehrlich gesagt. So, Varus-Bun, Kalista-First-Bick interessant. Nocturne-Rumble raus, superstarke Item-Abuser. Du weißt, kannst auch über Kali reden. Botlam-Tower ist super wichtig. Ich denke, Varus-First-Bick kann easy angespielt werden. Der Champion ist einfach stark. Gerade, weil er so gut kombinierbar ist mit fast allem. Ihr könnt ihn auf solche Möglichkeiten spielen. Kalista ist raus. Varus auch raus. Ich trolle komplett. Und damit ist AD-Carry-First-Bick raus. Was das Ganze auf Luz beschränkt. Und das ist interessant. Luz haben wir den Champions-Q quasi immer Mitte gesehen. Ich habe mindestens fünf oder sechs Perks, ganz alleine Perks gesehen, wo der immer Luz mit der gespielt hat. Und jetzt hier ist aber eigentlich Luzian primär ein AD-Carry-Pick geworden, in meiner Wahrnehmung der Solo-Q. So viele Luzians sind entweder Krak, Navori oder eben dem Stormraiser, Cycle, Sword und Rapid-Fire-Build, die dann einfach mit Nami, Milio und vor allem auch Braum viel machen können. Milio und Nami. Milio wird sogar weggepickt, weil er zu gut mit Luzians synergiert. Dieses neue Item sorgt ja für, dass Luzian mit seinen Dashes die Stacks aufbaut. Er kann quasi permanent seine Passive auslösen, weil so viel Reichweite er hat durch Rapid-Fire-Cannon oder durch Milio durch beides. Und er kann permanent Dash, weil er halt seine Passive oft auslöst. Das harmoniert so gut miteinander, dass Luzian wirklich sehr OP aussieht. Er ist halt auch mit Land-Viable, aber ich denke, Bot-Land mit Nami jetzt hier was covered wird. Sorry, dass ihr das nicht richtig sehen könnt. Das klappt ja noch nicht. Das hier ist die Draft-Szene, ich zeig sie euch mal. Oh, es geht! Oh, ich trolle! Oh, never mind! Wait, wer hat das denn gefixt? Das muss, das muss, der Typ muss Sido gefixt haben, als er da war. Ich trolle! Ja, ne? Die Szene geht! Ja! Oh! Lacher-Streamer! Lacher! Lacher-Streamer! Ja, Luzian Nami, ne? Chat? Luzian Nami. Das tut mir leid. Sido-Macher. Ja, mein Fehler, mein Fehler ist zu mir leid. Das ist absolut my bad. Absolut my bad. Akali-Pick gegen Azir. Haben wir schon sehr oft natürlich auch bei Worlds gesehen. In Händen von Faker und gegen Faker. Von vielen Mitländern gespielt. Akali kann da einfach mal hemmen gehen, all-in gehen, auch gegen Oriana und der Control-Mages. Kann sehr stark sein. Und gerade Akali mit Storm Surge, mit Prode-Belt, mit Shadow-Flames. Jetzt hat so viele Synergien. Wir haben gerade eben Shadow, äh, meine Güte, Storm Surge into, äh, Blitzspielen gesehen. Man sieht, bevor sich Humanoid jetzt hier entscheidet. Humanoid natürlich auch ein sehr, sehr, sehr alter, erfahrener Mitlainer. Der immer wieder gehypt wird, dann ein bisschen so die Rolle des alten Nukeduck einnimmt. Das ist nicht das Jahr, der Ende ist nicht das Jahr von Humanoid. Aber so kurz davor, dass er komplett eskalieren könnte. Und ich bin super gespannt darauf, wie vor allem Bottin ausgeht. Das ist für mich das Match-Up des Tages, beziehungsweise die, die Lane-Begegnung des Tages. Da sind die beiden Jungs, Noah und Jun, die beiden Fnatic-Spieler aus Korea. Und Noah natürlich jetzt auch schon länger am Start. Und Jun ganz früh dazugehört, ganz frisch dazugekommen. Und die beiden waren in Champions-Crew absolut lustig. Also gerade Upside Noah haben sich permanent gemimt. Noah wollte permanent, ähm, er wollte quasi Global-Bannon, das Lucien. Und ich glaube, bei Calista Global-Bannon sind, weil die jede Runde gespielt werden. Und dann Upside so gemeint, ja, du kannst ja ihn bannen, ne? Und dann ist es so gegenseitig gebantert. Weil Global-Bannon ist eigentlich ganz normal, wenn du halt üben möchtest, Champions-Crew schon kennst. Aber Noah und Upside gönnen sich da keinen Meta-Zenimeter. Und ich glaube, die werden auch hier auf der Kluft das Gleiche machen. Aphelios, Emilios meint sich deutlich schlechter an Lane als Lucien Nami. Aber Bottin ist meine schlechteste Lane. Die Lane verstehe ich am allerwenigsten. Und genau deswegen haben wir morgen Sola mit am Start als Gast. Der uns dann wahrscheinlich unterscheidigt nochmal eine Menge Insight geben kann. Heute war Maxim, morgen ist Sola. Hoffentlich Kaiser mit hier. Der Jax-Pick überrascht uns alle wenig. Der Charakter war schon viel gebannt hier. Sehr stark mit der Tendek Hydra. Auch mit Thunder, Skyrim, Tripos, Viable. Also mal sehen, wie man das hier anspenden kann. Ey, der Fackelzug, hallo? Hallihallöchen. Ey, danke dir, Freddy, für den Raid. Und willkommen alle, die Fackel ziehen hier zu Fanatic gegen K-Corp. Wir haben wirklich einen fetten K-Corp-Block hinter uns, Leute. Also spart euch die Trommelfälle auf. Ich hatte ja einen fantastischen Sudoku-Klame. Ich habe gesehen, Freddy hat mich ja komplett überrundet. War an erster Rang 17 und dann Freddy hat uns auf 85 oder so verbannt. Und hoffe ich heute weiterhin erfolgreich gewesen. Wir kommen zum dritten Game der DC. Wir haben gerade mit Maxim zwei schöne Runden gecastet. Der Bro ist jetzt aufgebrochen. Und jetzt gehen wir weiter rein in die Begegnung des Tages. Ja, wir haben viele, viele Match-Ups, die eigentlich halt bekannt sind. Es wird der Bo Jacks. Und das haben wir auch in Champions-Corp gesehen. Und es war okay. Denn du spielst gegen einen anderen Titanic-Hydro-User. Du kannst das in Auto-Tax blocken gehen. Du kannst die Auto-Tax blocken gehen. Wenn ich jetzt Obsess im Board geläutze, würde er über Broxer auf dem Jacks reden. Denn Broxer auf dem Jacks, der gerade in der Analyse-Ecke da drüben ist, der hat damals im World-Srounder Jacks gepickt, ne? Gegen Entwicktes Gaming. War nicht so strong, aber gegen ihn sah aus natürlich was ganz anderes. Gerade in der aktuellen Meter nach all den Item-Reworks und Boxer. So, wir sind auch ein krasser Experte natürlich für vielleicht noch dieses Match-Up. Auf jeden Fall, ihr Kerminkor, der Fan-Favorit vor Ort. Was ist euer Favorit-Chat? Wer wollte die gewinnt? Spam-Campereien? KC oder FNC? Fnatic oder KC? Einmal in den Chat eingeben. Game des Tages. Wir werden uns gleich erheben, um das Game für euch zu kommentieren. Ich sehe eine Menge Fnatic im Chat. Wow. Überrascht mich nicht so sehr. Weil KC hatte ja ein bisschen auch Probleme mit der Wahrnehmung, nachdem sie Dinge getan haben. Aber ihr schreibt Fnatic. Ich bin, wie gesagt, leicht beißt für KC. Ich bin für Upset. Ich sehe alte Team jetzt gern gewinnen. Aber ich verstehe eure Haltung. Fnatic, glaube ich, auch ein großer Fan-Favorit. Und ich bin sehr gespannt auf Noah John. Aber auf dem man auch im Screening gerade sagt, der Mann ist eigentlich so überfällig für DC. Viermal IOMA ist das gewonnen. Viermal. Und jetzt spielt er wieder DC. Immer wieder ein französischer Mittender, der kurz an der Grenze steht. Da seht ihr den Fnatic-Fan-Block. Und jetzt schauten wir oben auf die blaue Wand, wie sie sie selbst nennen. Die Blue Wall. Und da sind die KC-Fans wieder. Digga, ist es so schlimm, ne? Es ist noch Umschalten. Oder ist es so, oder? Ist schon geil. Ist schon geil. Anyway, wir gehen rein ins Game. Wir gehen rein ins Game. Wir gehen rein ins Game. Es ist Game 3 des heutigen Tages. KCorp gegen Fnatic. Das ist vielleicht das Spiel, das heute vieles entscheiden wird. Ich fand so, dass ich versuchte, meine Boof reinzuspringen. Es ist krass. Es ist wirklich eine Energie im Haus. Es ist eine Menge Energie im Haus in der Arena, sage ich, wie es ist. Fnatic muss sein Gegenhalt. So, so auf der Kluft, also im Game. Jun, wirklich auf Milio. Das ist so ein Champion. Du hast ja quasi einen einzigen Spell, der Damage macht. Deine Q. Die Rest ist ja auf deiner Pässe. Darauf gibt es zu anderen Leuten. Und die Q du hast, um Spells zu canceln. So Jaxxjump, den Azirjump oder auch halt sowas wie Kragas. Das macht den Skill am Ende aus auf dem Charakter. Klar, das Cozy Campfire, mehr Reichweite, Nice, Breath of Life. Du kannst die Leute einen AOE-Clanze geben. Alles stark. Am Ende ist das so die Skill-Expression. Und Noah, Jun sind sehr eingespielt. Wir haben einen Champions-Crew gesehen, dass eigentlich alle Botlane-Dews immer versucht haben, zusammenzuspielen. Aber keins so viel wie diese beiden Koreaner halt, weil auch gerade Noah natürlich ein bisschen mit Übersetzen geholfen hat, dass schon einen besseren Start findet in der europäischen Szene. Und einen guten Start in dem Game findet Jumanoid auf jeden Fall nicht. Denn er kriegt die ordentlich auf die Fresse. Sarkin, Boe schlagen ihn da auf Half-HP runter. Und Jumanoid spielt hier nicht Fleet, Conqueror oder Co. Er geht für Electro-Cute. Währenddessen Azir kann jetzt ja auch nicht Effekte besser auslösen mit Fleet, Footwork und Co. Ist er damit auch Sandsadaten besser bestückt. Und ehrlich gesagt, sollte Jumanoid jetzt ziemlich lästig vorkommen. Markkali ist sonst einfach mit Pull-Tank in Lane gefühlt. Doran Schild, Second Wind macht es fast unmöglich für Oriana, Sia und andere Control-Mages, sie rauszuressen. Aber hier wird es erstmal hart. Chat, Feedback von euch. In-Game-Sound. Zu leise, zu laut. Einmal sagen, bitte. Sound, hört ihr nicht? Wir haben wieder keinen Sound. Erzähl mir nicht. Ich mache es so laut, wie ich kann. Können wir das mal ein paar Minutes lasteten hier? Haben wir Sound? Bisschen leise? Okay, jetzt besser. Jetzt haben wir ein paar Last-Linutes. Jetzt hört es vielleicht besser, oder? So ist gut. Zu leise. Lauter geht nicht mehr. Ich habe es komplett aufgedeckt. Ich habe es komplett aufgedeckt. Zu laut ist sehr geil. Wenn ihr zu laut sagt, liebe ich die. Das sind die beiden schönsten Worte heute. Das laut macht mich so glücklich. Ich mache es runter. Leiser geht. Lauter ist unmöglich leider gewesen. Sehr gut. Jetzt ist perfekt. Tendenziell noch zu laut. Ich habe ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, jetzt sollte es nicht happy sein. So ist perfekt. Klasse. Geil. Sehr schön. Das wird nicht für immer alle passen. Na klar. Der eine ist am Handy, der andere am Tablet. Der nächste am Fernseher und der nächste hat ein Handset auf. Also es wird nicht für alle perfekt sein. Aber ich hoffe, so sind wir alle recht glücklich. Wir sehen erstmal einen relativ langweiligen Early-Game-Start. Wir haben gerade eben in dem zweiten Game gesehen, dass Sinsauer nach Level 3 direkt gankt. Sinsauer klärt aus und froh schon schlecht in der Jankos-Zielliste. Habt ihr gesehen, er hat Sinsauer sehr hoch eingerankt, weil er so ein guter Blind-Pick ist. Denkt auch noch daran, hier ist der Tendik-Halter doch nicht genervt. Um den NDC-Patch hier. Nicht der B-Patch von heute Abend. Oder gestern Nacht. Meine ich, gestern Nacht meine ich. Das heißt, wir sehen oftmals auch in Sinsauer, der vielleicht einen früheren Clear anspielt und dann einfach ganken geht. Denn sonst würde er auf dem ersten Clear einfach schlichtweg schwächer aussehen. Aber natürlich auch Jax. Nicht das beste Clear-Tempo. Wir gehen da nicht vor einem Brand von Argo hin geführt, wie er den ganzen Wald verbrennen kann oder so. Sondern hier wirklich ein relativ langsames Early-Game auf allen Lanes. Damit also zu erwartende Begegnungen. Sarka hat leichte Parameter. Irgendwo noch tradet aber gerade besser und währenddessen ist Spotlight vor allem in Belagerung. Und das ist das Problem. Lucian-Nami-Draft, die in Sane gut scaled und einfach mit Reichweite und vor allem diesen permanenten On-Hit-Effekten brillieren kann. Ich weiß nicht, was es wird. PTA Ignite spricht für mich für den Stormraiser, Cycle Sword und Rapid-Fire-Build auf Lucian. Es kann aber auch immer noch Kraken und Nawogi werden, aber ist eher unwahrscheinlich. Gerade mit Nami möchtest du da auf Reichweite Menge auslösen, viel dashen und die Spades auch von nahem Ende gegen den Rand tragen. Und das sollten wir hier sehen von Upset. Bo ist jetzt dabei zu diven, das ist einer der unangenehmsten Changes. Also ich finde, ich weiß wie lange Rare-Game das im Game behalten wird. Ich glaube, diese Wand ist für Pro-Play cool und auch der Invade ist cool. Aber für Solofu ist das so toxic. Das kann, oh, Top-Land, so ein Cabo. Der ist raus, oder? Ist er raus, ist er raus. Cabo. Er hat noch zwei Cookies. Wirf sie ein Cabo. Und die Franzosen freuen sich. Und ich schreibe die Fanatik-Spieler an. Er ist das verrückt. Die Franzosen, Alter. Ja, also hier diese O2. Oh, er wollte reinflaschen. Ey, ich konnte das Stück gemacht. Und wollte rein und ein Q. Und er hat sich nicht ganz getraut. Jetzt geht Jun da hin. Die Wave ist gestackt, Upset und Hagamas sind auf bestem Weg. Die Fanatik-Botten zu Dive. Man hat WTV bei Oskar und auch bei Umoleut. Die müssen aber jetzt gesündet werden. Guckt auf Oskar. Oskar-TP aus Base. Und damit ist der Dive zu Ende. Man kriegt die Platte nicht mal. Und jetzt ziehen wir den Dive nicht mehr. Jetzt sind wir die Französischen Fans. Und wie sie ein bisschen abdriften, ein bisschen tanzen. Okay, jetzt sind wir den Dive-Dondom. Jetzt sind wir wieder bei Live. Okay, da weiß ich nicht, was passiert ist. Aber das war abgespaced. Und ja, einem hat das Gefallen-Bot-Lane. Aber nicht wirklich ausschlaggebend. Dive abgewendet. Das Wichtige ist natürlich, dass der Oskar-Rin-TP auf Cooldown ist. Denn der ist jetzt erstmal weg. Das heißt, eine Menge Ressourcen werden nur um the night. Razorog versucht, diese jetzt aufzujoinken. Oskar hat damit sehr gelitten. Kabo ist richtig happy. Ne Kabo hat gerade einen Gank getankt auf Top-Lane. Überlebt und das trotz des Summoner-Spails. Dann kriegt er den Summoner-Spail dank seiner Borderline-Crossman-Play rausgebaitet. Den hat jetzt eine fette Wave gegenüber Oskar unter TP-Vorteil. Also Kabo ist hier sehr happy. Jetzt seht ihr TP-Top-Lane, was er nur deswegen tut, weil dieses No-Objective da ist. Guckt jetzt nämlich auf Bow. Der erstattet die Void-Grubs. Dafür braucht er die Tresher seines Top-Laners. Der hat also TP direkt aufgewendet. Hätte man sonst nie gemacht, TP behalten. Weil halt kein Objective da wäre bis Minute 8. Aber Minute 5 jetzt sportet nicht nur der Drache da, sondern auch die drei Void-Grubs Nummer 1. Jack ist natürlich ein unglaublich guter Void-Grubs-Nehmer. Attack-Speed und er blockt die ganzen Auto-Tags mit seinem E. Heißt, diese ganzen kleinen Viecher kann er mit E beantworten. Strong nimmt da kaum Damage und kann damit die Dinger mitnehmen. Die machen 2-Damage an Turrets. Wenn du 5 bekommst, beschwörst du kleine Viecher. Wenn du 6 bekommst, beschwörst du noch mehr. Die spawnen gleich nochmal. Wir werden in der ersten Woche noch eine Menge versuchen zu erklären. Wir werden auch gemeinsam Dinge herausfinden, die Item-Bits und Co. von Pro-Plane vielleicht auch uns ein bisschen abgucken. Aber ja, gerade die Effekte von neuen Items oder Champions oder auch Objectives. Stellt ja gerne Fragen, Chat. Also ich bin auch nicht allwissen, was angeht. Ich habe auch erst zwei Tage so Lücke gespielt, aber eine Menge, Menge geguckt und Champions-Cue und Co. verfolgt. Aber die neue Season sind ja für uns alle etwas ganz Frisches. Können wir gerne gemeinsam drauf gucken. Ja, Luz geht auf die... Oh, Sarken misst er leider den Emperor's Divide-Proc. Humanoid mit dem Fancy-Footwork schafft es rauszukommen. Und das ganz ohne irgendwie überhaupt den Shuriken-Flip zu benutzen oder auch seine Ult oder den Flash. Das blowt für Sarken gerade jetzt. Humanoid hat einen Winkel auf ihn, blowt ihn hier. Der 3-Point-Strike sitzt. Kein Electric-Proc oder ähnliches. Sarken ist fein, aber trotzdem ist es lästig für ihn. Und Botan ist auch extrem lästig gerade. Denn jetzt geht Upset nach vorne. Kurt Chase-Chart. Das bedeutet, dass beide Seiten Stormraiser und Co. kaufen werden. Weißt du, wir haben diesen Insane-OP-Bild. Und Leute, also das war so witzig als... Was heißt witzig? Ich habe mit Upset zusammen gespielt. Vor, keine Ahnung, in 2017 in Dänemark. Und er war der beste Spieler von uns allen damals. Und er hat so gemeint, Leute, wir müssen alle Challenger sein, sonst ist Lacher. Und wir waren alle nicht Challenger bis auf ihn. Und da waren alle so, okay, ja, sorry, tut es leid. Und damals war auch Lucian mega in der Meta. Und Upset war jemand... Das war der alte Lucian, der mit E die Slows geklänzt hat. Und der hat das immer absurd gut getimt. Lucian Spacing ist er da wirklich komplett... Es cracked mir. Und das muss er auch sein. Denn Nami ist ja quasi nur ein Bot, um Lucian zu buffen. Buff ihn hoch, gib ihm eh. Du machst die V-Auf-Luschen rauf, wenn er rein ist, dann fliegt die rüber, hat Bock. Bock auf die Gegner fliegt hin und her, damit Nami ihren Damage rauslösen kann. Lucian ist da ein bisschen so auch... Ja, das Sprungbrett für die Nami. Und da muss Upset hier eine Menge mehr Carry-Potenzial beweisen. Und das ist so geil, weil das war das, was Fatality und generell anderen Super-Teams immer wieder wehgetan hat. Wo auch so ein Bowmer drin war, ein Upset, was auch immer. Es war halt problematisch, zu viele Carries zu haben. Zu viele Leute, die Carrien wollten. Und jetzt hier vielleicht mit Bow und Upset hast du, ja, zwei starke Carries. Cabo und Sacken können die einfach unterstützen und dann mauern. Also wir brauchen nicht für den Landing-Face der Supersolide. Kragas auch Supersolide, wird hier gegankt, muss vielleicht aufpassen. Ich hab ihn vielleicht gecastet, gehört. Er hat noch das Explosive-Cask, aber Oskar ist da. Explosive-Cask sitzt sehr gut von Cabo, wirft Razog weg. Oskar ebenfalls nicht in der Lage, weiterzukommen und weiterzuchasen. Also das ist jetzt so die Möglichkeit halt für Bow und für Upset in Szene zu treten. Und zeigen, dass wir mit Ressourcen, wir machen können uns, ja, die Main-Carries ihres Team zu werden. Da hat Kacob auf jeden Fall keine schlechten Spieler gedraftet, gezogen für ihr Team. Und jetzt kommt der nächste Bot, der Oskar, diesmal kein Teleport und das könnte jetzt durchgezogen werden. Cabo kann ebenfalls nicht dazukommen. Es ist 3 gegen 2, geht man rein, Bow wird gecancelt, was macht er da? Was macht die denn bei dem Drive? Das rollt er komplett. What is this? Er wollte reingehauen, er sollte doch nicht reinjumpen, dann jumpt er raus. Der Jump wird gecancelt von Nami-Q, äh, von Milio-Q. Und dann muss er sogar rausflashen, die Fensie von 3 gegen 2. Warum? Ich dachte, er läuft einfach auf die rauf und verdroht zu difen. Am Ende negativer Trade. Du verlierst einiges an Summoners-Bails, aber vor allem, dass er 3 gegen 2 gespielt hat. Rassourc konnte in der Zeit sein Defizit im Ball ein wenig ausgleichen. Sau klirrt, wie gesagt, extrem langsam. Und dementsprechend ist es angenehm für ihn gelaufen. Dass Bot denn da den Turm verteidigen kann, überlebt und ich meine, der Patte droppt. Absatz der Tag, wenn wir es jetzt nochmal nach und sollten hier die erste Patte wirklich mitnehmen können, ohne dass sie dafür einen Dive gebraucht haben. Unangenehm, dass es nicht besser gelaufen ist auf Bot-Side. Karbo muss dafür einiges an Gangs tanken. Aber gerne, Leute, gank nicht Top-Lane. Der Top-Lane ist so schwer zu ganken. Diese Wand da oben, dass es keinen zweiten Zugang gibt, das macht es fast unmöglich. Da kommst du nicht durch. Das kommst du einfach nicht durch. Was willst du da machen? Das geht einfach nicht. Also dementsprechend seid ihr wirklich, Bot-Lane ist einfach wichtiger, viel angreifbarer und besser zu ganken. Aber aktuell hat es ja gut geklappt eigentlich aus Sicht von Fnatic. Sie haben überschaubar Sachen verloren, sind 200 Gold behind. Das ist okay, klar, sie haben drei Void-Clubs verloren. Das nur wird sich vielleicht ins Late-Game, wenn die nächsten angespielt werden. Jetzt Bowie gefokust, das könnte es fast sein. Man geht nach, Bow ist tot. First Blood-Führer Sorg. Und da geht die Fnatic-Kruppe her. Und da ist man gleich ganz ruhig hier drüben. Okay, komm. Fnatic freut sich, guter Kill-Führer Sorg. Da wollte Bowie sehr früh bereits zu den Void-Clubs gehen und wurde von einem U-Monat abgefangen, der eben nicht Base-Fahr, der eben nicht das Reset-Tempo aufwenden musste. Der Halter, Valentin, dann kriegt er mit First Blood. Fnatic holt sich den ersten Kill und damit können sie auch in Void-Clubs aufholen, aufschließen und ausgleichen. Damit also drei jeweils und hat First Blood für die Boys in Orange. Und die blaue Wall ist natürlich nicht aus dem Game raus oder Behind oder irgendwas. Es ist wirklich ein sehr ruhiges und ausgeglichenes Game. Und was sagt ihr, Chat? In welchem Interesse ist das? Seht ihr da eher so Late-Game Milio Aphelios vorne? Oder sagt ihr Azir, Kragas und vor allem auch Lucian Nami, Scan and Saint? Deswegen, ich würde sagen, der Sensor schreckt mich halt ab. Ich würde nicht mal vor Fnatic abgeneigt sein, aber der Sensor schreckt mich halt ein bisschen ab. Und Saur's Late-Game hat einfach immer einen faden Beigeschmack. Also ist einfach... Er ist so ein Zwei-Item-Champion. Titanic Hydra und dann vielleicht Spear of Children, Standard Sky, Black Cleaver, was auch immer. Irgendein Bruiser-Item halt danach. Und dann bist du happy. Aber danach wird's härter. Noah Carry. Ja, Noah ist schon ein sehr guter AD-Carry-Spieler auf dem Hyper-Carry. Kann ich deine Meinung verstehen, mein Dud. Jax größer als Zinn. Jax ist aktisch schon sehr stark, aber er geht in Tri-Force-Bild. Und hat nicht diesen Titanic Hydra, weil er halt nicht pushen muss. Er ist ja kein Laner hier gerade. Heißt, Jax ist mehr Auto-Tag-basiert als sonst. Sonst hat er hier einfach weniger Auto-Tags mit Divine Sun-Roll gehabt. Oder halt mit Hydra hat er ein Auto-Tag-Reset. Tri-Force-Musst du sehr viel mehr für Attack-Spieler spielen. Was ihn Angriff-Fahrer macht, will ich damit sagen. Es ist schwerer, der Mensch auch zu teilen mit dieser Art-Bild. Ohne Maxim auf dem Sinsau sehe ich das nicht. Ja, Maxim Sinsau ganz gefährlich. Das haben wir heute Morgen gesehen. Das war effizient. Effizient gefarmt. Stormraiser bei Upside ist fertig. Sehr starkes Item. Man sieht, er geht insane mit dem Item-Build, den er gehen möchte. Er löst einfach immer die Nami-Procs aus. Natürlich danach Cyclesword erhöht seine Stacks, die er bekommt bei Dashes. Dann stolt er den Gegner mit Stormraiser. Und dann macht er... Und dann Rapid Fire mit von Reichweite. Also Upside wird hier gefährlich werden. Der Champion spiked auf zwei, auf einem, auf drei Item. Lucian ist wirklich immer gut. Und dann mauert man halt Supports für Milio oder Nami. Und das zu beantworten ist nicht so free. Das ist nicht so free. Der Triple Dagger auf Jax. Ja, Triforce wurde da vielleicht ein bisschen wirr angekauft. Von Bowe. Und Top-Man haben wir den Seraphs in Brace Rush gesehen jetzt tatsächlich. Den haben wir sehr viel von Weiß gesehen. Also tatsächlich Perkz hat es auch des Öfteren gepickt, den Mitteln und versucht damit aufzutrumpfen. Und Seraphs in Brace Rush ist okay. Du steckst es halt schneller, aber es ist nicht das, was du willst. Weil es ist nicht unbedingt so ein Mage-Item, wo du denkst, ey, das ist der Traum. Seraphs in Brace ist okay als Rush, aber es ist durchaus eher Scaling. Und genau das ist ja auch, was Top-Man aktuell verkörpert. Top-Man ist super OP-ing-Competitive. Und du musst eine Weile scannen. Du musst eine Weile scannen. Hast du auch so starke Items und Champions. Gerade ist das was wie Rumble aktuell. Meine Güte, Storm Surge. Auch Cannon und Co. Akali, wenn sie Top-Man gespielt würde. Gleich ist wie auf Mitteln halt. Und jetzt hier Casey, Invaded, Blue-Buff. Das erste, was wir wirklich in 4-Mann-Invade sehen, auf der Bot-Seite. Und Razorg, der kommt jetzt hier mit seinem Team hinterher zu. Die wollen das fighten. Jun ist da und da hat man kurz einen Lag gehabt. Da waren viele kleine Spiele zu sehen. Und jetzt irgendwann rein auf Razorg. Der macht den Cress and Guard. Das ist eine Spielbund nachgeschäft. Jetzt absetzt. Das ist natürlich eine Lage. Damage aus dem Einkauf noch mal nach. Und Bo kriegt easy den Kill. Also ein bisschen aggressiv von Razorg. Ja, du kannst Contest mit deiner Bot-Lane. Aber du bist ja trotzdem maximal 3 gegen 4. Und damit gleicht K-Corp aus. 1 zu 1 gegen Fnatic. Das Game ist wirklich... Es trennt 400 Goldiebein-Teams. Ein Drake, jeweils die 3 Void-Crups. Das ist alles nicht unbedingt insane. Wenn der Ross in welche Richtung sich noch weiterentwickeln darf. Denn ja, Fnatic mit Noah braucht noch eine Weile. Du musst nicht auf Storm Racer. Kann man nicht einfach reingehen? Absintheit kannst du dich einfach fighten? Du bist auf einem Power-Spec-Item. Du hast durchaus eine Menge Power, wenn du nach vorne das schon möchtest. Aber ich verstehe es auch. Er hat gerade Ignite benutzt, den Fight genommen und auch einen Assist erhalten. Bei Soutar City Wave. Der Unkartner Messi. Cancel das Culling. Noah geht jetzt vielleicht auch Richtung der Basis und möchte dann den Harald Spawn anspielen. Ein Harald ist ein wichtiges Objective. Harald ist ein extrem starkes, wichtiges neues Objective. Das ihr werdet vielleicht kennen. Oh, was ist das für ein Screen? Was ist das? Konntet ihr erkennen, was das war? Was wird da kurz eingeblendet bei uns? So ganz viele kleine Dinger? Was war das? Das waren ganz viele kleine LEC-Logos, oder nicht? Oder was war das? Ich habe es nicht erkannt. Ganz viele kleine Maxims, die verlassen uns nie. Sie mögen nach Leipzig fahren, aber im Herzen bleiben sie. Der Vater der deutschen Castingszene. I guess. Maxim schon weg? Ja, Maxim ist nach Hause gefahren. Der Bro war für zwei Games so geplant. Ich will auch nicht, das ist ja das Ding. Ich kann, also es ist ein super Game heute Morgen mitzucasten, aber ich will auch nicht den ganzen Tag einfach blocken, weißt du? Maxime ist nach Hause gedüst und hoffentlich kriegen wir nochmal die Tage dann ran. Irgendwann mal, er ist ja immer mal wieder in Berlin. Morgen, wie gesagt, Sola und wir haben auch eine Menge Pro-Player-Interviews angefragt. Kaiser hat gesagt, er kommt am Montag dazu, nach seinem Game. Macht ein bisschen mit uns Interview und Pick-Ban-Analyse des nächsten Games, vielleicht sogar das Game selbst. Aber vielleicht kommt er auch nicht. Also, wenn es halt 0-3 ausgeht, die Woche hat er vielleicht keinen Bock. Engage of Targermast, der hat gar keinen Bock zu sterben, man muss trotzdem den Tod entgegennehmen. Noah setzt er mit Flash nach und wird er den. Dementsprechend also ein zweiter Kipp für Resorger gezwungen worden, wenn man da gemeinsam auf den Kohlfisch klapsen kann. Die Rotation war logisch, Landingfest zu Ende, 14 Minuten, Karten sind weg. Zweiter, äh, nee, sorry, erster Harald Spons, es geht kein zweiter Harald mehr. Ja, und jetzt Engage von Sarkin, aber Humanoid kann vielleicht sogar so gut gelohnt, oder? So gut, so gut, oh, schön gewartet von Humanoid. Das war so frech, was ich gerade gesehen habe, bei Humanoid hat ihn auf 30% runtergewürztet, dann kam Storm Search Proc. Und dann muss man Angst haben, gelastet zu werden von dem zweiten Old Proc der Akali. Jetzt Bowie hat noch Counter-Strike, die Antwort ist ja. Er jumped auf Up-Set raus, Jena Stoad, schöner Black von Camo-Schaden, aber Up-Set wird gefokust, zerstört sich raus gegen den 3-Talon-Strike. Jetzt Harald Dead und man kann nachsetzen, Sarkin wird gechased. Und Sarkin, kann Humanoid vielleicht, na, oh, Up-Set, 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 was ist, oh, no! Und das eben ist sogar die Akali. Fnatic räumt auf, aber Tag am Astrid immer noch eingezogen und jetzt ist Cabo wieder da. Noah stimmt jetzt drauf, tausend noch, ist ein reiner Fissbatt geworden. Razorgsetzt nach, meine Güte, was passiert hier gerade Europa? Ist eine Fissbattregion, Good Dead Evening Gold, Razorg. Aber jetzt sind viermal Leute drin, kriegt er noch einen Kill gegen Bow? Niemals, oder? Ja, he dead. Und damit K-Corp, leicht, leichter Win. Am Ende reden wir wieder von 500 Gold, aber ein kompletter Fiss-Fight im Blooper-Barriere. Und Leute, hier gibt's den Mängel zum angucken und ich weiß gar nicht, wo man beginnen sollte. Wir starten am Anfang des Fights, Boast quasi Half-HP, wenn nicht niedriger, bevor er überhaupt seinen E anmacht. Also super spät, da muss er raussteppen, kann niemanden Slank, Cabo smurfed Loki, erlaubt Up-Set super viel DPS-Zeit. Up-Set-Flash sehr gut und jetzt übernimmt sich der Lucian. Lucian trifft Humanoid und er möchte ihn jetzt Last-Hitten, also jetzt hinterher mit der Blast-Cone. Und wird aber komplett Hops genommen von der Shroud, wie auch Flash von Razorg. Damit stirbt Up-Set früh und Cabo misst gerade so den Bodyslam. Auf einmal Humanoid stirbt an Tagermassen und Rina wird jetzt unbedingt mit Cabo noch weiterfighten. Noah mit der Lifestyle-Bombe kann sich hoch-Lifestyle und auf einmal wird man aufgeräumt. Nur Razorg ist letztendlich in der Backline überlebt und dann sollte auch er sterben. Also durchaus nice, aber ich will aus dem Repair raus, ich will den Drag sehen. Weil ich glaube nach dem Drag, jetzt würden sie sofort aus dem Repair rauskommen und den Drag angucken. Denn er wird gerade von Bo gestartet, aber darf er das? Darf er das? Wir wissen nicht, wie laut er ist. Kann man nicht dazu-Move und Razorg ist fast neben ihm und der Stream laggt. Oh nein, bin ich auf, nein? Nein, hallo, ich mach anderen Feed an. Der geht, der englische Feed geht, da muss ich aber wieder sitzen. Okay, er hat Drag gemacht, aber der englische Feed geht. Der englische Feed klappt. Da haben wir jetzt keine deutschen Sponsoren drauf, die ich eigentlich machen muss, sonst werde ich von der DC reported. Aber mein Stream ist angehalten, oder? Ja, der laggt. Riot, I require assistance. I require assistance. Kann in-game-Sound auch, du heilige Makrele. Kann ich das fixen? Habe ich bei dem englischen Feed in-game-Sound? Guck mal hier, Chat. Der Wort ist nein. Okay. Hilfe, Riot Games, Riot Games, Riot Games, we need assistance. Ja, Riot Games, I need assistance, please. Habt ihr irgendjemandes? Nee, ne? Ja, Riot Games, I need assistance. Kurs, euer Knie vieles tot. Ja, ja, wir kasten weiter, was soll ich machen? Kabosha wird gechased, er wird gefogst und er wird sterben. Boah, der in dementsprechend ein Play, der jetzt auf Top 5 antwortet, der muss gesaken, muss. All-in werden, er stirbt gerade so nicht. Human-Leute findet das in den grauen Bildschirm wieder, während, ja, Saken auf einem ins Spiel davon kommt. Und ich werde kurz, ich hab actually, also ich muss mich setzen, ne? Ich sehe so meinen Kopf gar nicht. Aber wir brauchen kurz vielleicht mal wieder Sido hier in der Analyse-Ecke. Oder in der deutschen Cast-Ecke, denn, äh, der muss kurz hier den Clean-Feed fixen, bitte. Geht der? Ich kann mal kurz mal wieder gucken. Ja, nein, okay. Ich guck in 5 Minuten nochmal. Und ich hoffe, dass jemand dazu kommt, denn ich kann den, ich hab halt keinen Sound jetzt. Ich brauch Sido. Wo ist Sido? Der Typ sieht halt wirklich aus wie Sido. Der hat so einen, also der sieht wirklich aus wie Sido, ich könnt's euch nicht vorstellen. Ja, der hat die Kamera mal gut gedodcht, aber es ist basically Sido. Guter Techniker. Viel geholfen. Macher. Aber trotzdem, ich hab's noch nicht ganz. Ist der erste Tag in der neuen Arena, wurde komplett umgebaut. It happens. Ich glaub, okay, du musst sogar wieder abreisen. Da haben wir noch richtig Glück gehabt, denn hier geht's eigentlich alles gut. Das ist ein Game, kein Sound. Jetzt hoffentlich kriegen wir das Game noch den Clean-Feed zurück. Denn ich, äh, ich muss ja auch eigentlich die deutsche Ponsoren zeigen. Aber, I can't. Die sind nicht hier, oh, die sind nicht hier. Ja, irgendwie, nein, was soll ich machen? Der Tenecai überfährt dich natürlich bei Razorg. Sehr starkes Auto-Agreaser-Item, um Leute hochzunocken als Nsau. Kannst du damit sehr früh deinen Three-Talon-Strike auslösen, eben weil du den Auto-Agreaser-Tast hast, eben weil du damit viel Damage austeilen kannst und den dritten Proc auslöst. Dementsprechend hier fünf Kills auf Versorg, alle von Fnatic, denkbar schlecht verteilt. Denn Jadensau ist nice to have, aber wie gesagt, Chad, also nach zwei, drei Runden hört sie noch auf. Nach zwei, drei Runden hört sie noch auf. Ab da haben wir der Champion-Recht-Ustas. Ich werde mal ganz kurz in meine WhatsApp-Gruppe schreiben, dass ich Hilfe brauche. L-E-C, ja, hier. Warte, ich muss auf Englisch schreiben. Hello, my clean feet died. I require assistance. Do you require my assistance? Falls ihr den kennt, Anton Hides, gute Karte. Feuerball und Empengen. Ah, sie sind on it, sie haben es schon mitbekommen. Strong, thank you. Oh, wir sind eh auch in Top-Lane-Explosion des Haralds. Wir haben wieder kurz einen kleinen Leg-Feed gehabt, aber es ist okay. Resort wird gefokust und weggeworfen von Capuchat's ult, aber Capuchat sollte sterben. Auch das Schild, und Joke, das Schild rettet ihn easily und sein Flash ebenfalls. Ult von Oskar führt Bo einfach wirklich nach Nazuma. Oskar dementsprechend jetzt in der Lage, den Top-Lane zu disengagen. Und man tradet mit Harald, da ist jemand eingestiegener Sorge, aber der Harald wird getötet von Upside Sculling. Jetzt kommt die Nami-Wave rein, aber wird niemand drauf surfen, denn Cinch ist nicht im Spiel drin. Und auf einmal trennen sich alle mit nichts, aber Capuchat, Flash, Service and Brace of Crudon, sehr tanky, sehr tanky. Also wirklich stark. Kragas da nicht schlecht gepickt, sondern er ist einfach super safe, super self-sufficient. Steht da seinen Ground und wird gedeift, aber er kann es auch plain, not bad. Wir haben gerade den neuen Nash-Spawn sehen. Es gibt jetzt verschiedene Nash-Pits, die je nach Game variieren. Was sie alle gemeinsam haben, ist, sie korruptieren die Map. Der Red Buff, der Blue Buff und auch die Krabbe werden verändert. Red und Blue Buff gehen in jedem Fall an alle eure Teammates. Ihr müsst nicht mehr tauschen oder teilen oder was auch immer, es geht einfach an alle. Und der Krabbenprog selbst zeigt das Ganze real an, mit echter Sicht. Also du kannst dann alle Wards aufdecken und sie dann auch wegnehmen. Der Gegner wird also hädlicher Vision beraubt. Beraubt. Steric Sketch auch neu geändert worden. Es ist noch ein bisschen Nostalgie-Saison. Es ist das alte neue League of Legends. Das alte Steric Sketch ist zurück mit wieder Tenacity drauf. Sowas wie Brutalizers zurück. Storm Raider Surge ist jetzt keine Rune mehr, aber ein Item. Die alten Tiamatze sind zurück, die alten Hiders sind zurück. Sehr viel Nostalgie-Vibe. Und das auch in der LEC spürbar, denn wir haben heute ganz am Ende des Tages The Red X gegen Mad Lions. Und The Red X ist ja quasi G3. Denn die haben Jankos Wunderperks. Die wollten nochmal die Tour aufbauen und haben damit G3 gegründet. Und da auch natürlich einen europäischen Favoriten vereint, denn sie sind ja verantwortlich gewesen unter anderem für den größten europäischen Erfolg aller Zeiten. Den MSI Sieg 2019. Und wer irgendwer im Chat schreibt jetzt Europa Season 1 Weltmeister. Bruder an Season 1 hatte Korea und hier nur noch kein Server. Das war keine Weltmeisterschaft. Das war Freaks Basement in Schweden. Freaks Basement. Also wirklich, G2 da richtig, richtig strong gewesen. Haben wir heute auch schon G2 gesehen im ersten Game des Tages gegen BDS. Und heute G3 am Abend im letzten Game des Tages. Spanien gegen Spanien. I bei I ist ja auch hier. Der Kurs findet ja gerade das Ganze für Mad Lions Koi. Und auf Spanisch. Und ich nehme an, da würde aber die Hütte brennen, Leute. Oh, Sido ist da. Oh, it works again. Oh, thank you, mate. I'm checking. I'm checking. It works. Wait a second. Wait one second, please. Maybe I don't have sounds. Chat, habt ihr Sound? Habt ihr Soundchat? One second. Habt ihr Soundchat? Chat, 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 chat. Habt ihr Sound? Ja? Oh, mein Gott. Sido ist der Macher. Thank you so much, mate. Thank you. Awesome. Es ist fixed. Wir sind back in business. Aber wir können wieder aufstehen. Jetzt haben wir ja wieder die Szene, wo wir aufstehen können. Sogar. Strong. Da kann ich im Stehen, Carsten. Habt ihr mehr Lohnvolumen. Das werden wir vielleicht für Nashwert auch brauchen. Nash ist angegangen. Man hat Smile auf Seiten Razorks. Hätte ich nur fünf Kills. Und auch die Hoffnung von Paneric, dem Herzen trägt. Er wird gesund von Kabushat. Und jetzt muss er ranferschen. Und jetzt zählt ihn nicht ganz. 89 Leben. Und damit setzt man nach. Razork Tresden Gartes zu Tanki. Jun macht jedenfalls Wörf auf Live an. Wird damit sehr, sehr, sehr Tanki. Ihr Bowe opfert sich selbst mehr oder minder und kriegt damit Nash Secured. Aber man tradet negativ. Jetzt natürlich Finanthic am Zuge. Was kriegen sie jetzt? Zwei Mann sind tot. Die Leute haben Nash Reset. Kriegen sie einen Mitturm? Schaffen sie das rechtzeitig? Oder wird man es da finden gehören? Man tippt sogar dafür, um es zu verteidigen. Upset auch rechtzeitig darum, den Turm zu beschützen. Und ja, alle noch mal bitte Danke an Sido in den Chat reinschreiben. Der Bowe hat gerade den Clean Feet gefixt. So lobe ich mir das. So ist das wundervoll. Absolute Liebe. Es ist eigentlich nicht lustig, dass die ganze Zeit Sido sagt, ihr habt ihn ja noch nie gesehen. Wenn ihr ihn sehen würdet, ihr wüsstet genau, was ich denke. Das ist auch so geil, dass Maxim das einfach erfunden hat. Ja, ganz genau. Danke Sido. Absolut. Das ist so true. Das ist so true. Oh mein Gott. Anyway. Ja, am Nash 89 Leben. Das war wirklich knapp. Schöne Uzi. Also sowohl der Explosive Cask als auch die Welle von Nami halten ihre Sorgen halt fern von einem frühen Flash. Der Armand dementsprechend ist halt ein sehr später Engager auf das Nashorn ist möglich. Ja, findet die Gewinn den Fight. Weil hier trotzdem Nash ist eigentlich fünf Kills wert. Jeder kriegt 300 Gold. Zwei Kills sind natürlich 900 Gold wert. Die 300 plus halt die beiden, äh, plus die Assist Gold, also 450 Explosionen. Und damit Fnatic hier mit einem leicht positiven Play. Ihr seht, noch ist der Nash Power Play negativ bei K-Cop. Aber jetzt, wenn sie Waves-Farm und Turrets kriegen, wird der Nash am Ende doch positiv werden. Anderhalb Minuten gut sind noch drauf. Und jetzt erstmalig hier ein Gold-Verteil für KC seit vier Minuten. Und zwar jetzt durch diesen Turret. Wirklich, die beiden Teams sind so nah beieinander. Aber ich muss nochmal betonen, das waren gerade die ersten beiden Kills, die nicht an Razor gegangen sind. Sondern eben an Oskar und an Jun. Und noch immer noch keine Kills für den Assassin auf Midlane. Noch immer noch keine Kills für den Eddy-Carry, der ein Hyper-Carry sein soll. Und der Upset-Jul geht einfach mal rein mit The Culling. Auch ebenfalls Sarkin super strong hier mit seinem Death-Care bereits fertiggestellt. Kann da auf hohe Reichweite viel Damage ausüben. Und ich muss sagen, ich hab in Top-Lane in Solo-Q, weil ich immer gegen Cassante gespielt hab, einfach irgendwie Rumble gepickt und war fein. Aber, wenn du am Late-Game Cassante bist aktuell, du gehst tolle Radiance, wie es hier der Fall ist. Wie auch Dantforsen haben, ist halt so ein günstiger Alte-Bild. Oskar kann hier richtig OP werden. Gerade weil Luschen ist es mit DPS-Sat, aber hier ist der DPS erstmal nicht wirklich wichtig. Noah muss seine Barriard zünden und wird weggesohnt vom Turret. Die Reichweite, die mittlerweile auch gerade die Sansa da hat, wenn's Game rein tragen, werden den Platic-Edit-Carry gerade bis ins Überhängnis. Er kleed aber den Cannon-Minion, der den Turm ja auch rangeen kann. Und damit ist man okay auf Seiten von Adix. Sie werden wahrscheinlich noch ein Tor abtreten müssen, aber Nash endet in 30 Sekunden. Alter, das ist okay gelaufen. Aber wenn ihr verlierst, du zwei Turrets, Bot 1 und Bot 2 Turrets. Oskar am leichten Flank und guckt auf Humanoid. Der wird vielleicht sogar noch einen großen Flank anspielen, aber der ist noch sehr weit weg. Oskar, startet sie böse an, Humanoid dreht oben, hier wird nichts passieren. Kassant ist so ein useless Engage-Champion, der kann wirklich nicht engagen. Wenn ihr Engage-Tanks spielen wollt, dann Sion, Orren, I-Fight, eure Kandidaten. Eigentlich ist es halt auch so ein Peeler, der eigentlich nicht spielen soll, so wie Braum, ein Warden-Champion, aber hier sind wir ehrlich gesagt, das ist alles. Und das ist auch ein Assassin-Gameplay, das hier gespielt wird, Humanoid einfach tot. Jax viel zu P. Was denkst du dir bei Humanoid? Limits falsch eingeschätzt, dachte, der kann dann den Burst durchbekommen, aber Jax hat Spell of Trojan und Triforce. Heißt, er deckt den Amage extrem hoch. Der Jax ist ja ein sehr guter Triforce-Champion gewesen, bevor Divine Thundra kam. Und dann war er nie wieder geil mit Triforce, aber im Wald, wenn du viel Autotecken kannst, du löst die Spells aus, du hast keinen Three-Fold-Strike mehr. Du machst nur noch den Spellblade-Schaden von Sheen. Selbst der Skate mit Base-AD. Jax hat sehr guten Base-AD und dazu dann noch der Spear of Trojan. Der Spear of Trojan gibt ihm nach vier Fähigkeiten zwölf Prozent mehr Schaden auf Fähigkeiten. Jax castet die ganze Zeit Spells durch seine Ult-Procs. Und da kriegt man einfach genug Damage durch, um den Kali rechts nicht runterzubursten. Die Synergie der Bow-Items greift ineinander. Und das war das erste Mal, was wir Jax wirklich haben. Autotecken sehen, weil halt jemand ihn Power-Dipen wollte. Jumon heute da. Auf jeden Fall zu aggressiv. Auch der Gear auf der Suche nach Kates. Und Jax belohnt sich da selbst mit einfach einem Easy-Easy-Pickup. Und das sorgt jetzt auch für Setup, denn Jumon ist gerade erst gespawnt. Also hat man Priorität im unteren Fluss. Es ist, glaube ich, relativ egal eigentlich. Ja, der Jax ist nice, aber Flandic wird einfach reinlaufen. Und das ist geil. Kionic Rookian. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht, was die Worte heißen. Die sind, glaube ich, Eigennamen. Aber Oskar hat jetzt ein fettes Magic-Damage-Schild. Auf diesem Item drauf. Das ist super, super stark. Alle zwölf Sekunden kriegst du ein neues Schild. Und kannst damit dein Magic-Damage absorbieren. Jetzt muss hier Oskar wieder auf die Ult blocken mit seiner W. Macht er. Dein Team kann da... Oh, Oskar, pass auf! Sehr viel Field-Damage getankt hier auf Seiten Phanatics. Sie haben natürlich ein bisschen Heilungs-Power durch das Cozy-Campfire. Aber Leute, also es ist das Match des Tages. Beide Teams bleiben eng beieinander. Der Jumo Neut suchte nach einem Zugangsplay. Aber ehrlich gesagt, Kacob sieht hier sehr, sehr strong aus. Wer soll den Geld spielen? Es kann nur versorgt sein. Er sucht auf einer Markierung seines Wind-Bekams-Lightning-Strikes. Und er bekommt nur eine Markierung of Drake. In Jumo Neut war der Blasco. Und jetzt kommt hier die erste E. Kann man nach vorne gehen mit Oskars. Dritter Q, der ein Tofu-Strike sitzt nirgends. Also auch eine Spiel muss bereits Crescent Guard anwerben. Dann setzt man nochmal nach. Der Drake geht immer nach E. Und jetzt kommt Jumo Neut rein. Und hat er weggeworfen. Aber guckt auf jeden. Da geht er noch mal ein Kehl. Von der Backline ist Fnatic, absolviert den Fight mehr als positiv. Holt sich da einfach direkt den Bower ab und auch den Grachen oben drauf. Und das ist sehr, sehr strong. Fnatic wird lauter in der Arena. Und jetzt muss Kacob gegenhalten. Wirklichkeit ist auch, was organisiert wurde. So eine komplette Kacob-Fan-Gruppe und eine komplette Fnatic-Fan-Gruppe, die gegeneinander Pist-Fighten werden nachher. Hinterhalle 8. Währenddessen fest wird man hier auf der Bot-Lane. Und da wird man weggeholtet. Sarkin nimmt den 2-Damage entgegen von einem Cassante, der sehr mobil bleibt. Oskar schlägt ihn runter. Cassante krägt zu seiner Sun-Disk. Aber er kann nur dank des Teleports von Oskar, von Cabo überhaupt mit dem Leben davonkommen. Jetzt kommt ein Gage durch. Rasoak in der Weckland-Drehen. Er ist tankig genug. Die Bombe von Nafilos. Zündung ist die ersten Kills. Noah braucht sie dringend. Und er darf sie bekommen. Bordner ein Stück die Sun-Disk. Cabo ebenfalls. Und Fnatic panischt hier. Ein overextendenden Sarkin, der damit zum allerersten Mal den grauen Bildschirm findet. Ja, Chat, wo ist eigentlich der N-O-Chance? Warum schreibt er keinen N-O? Oh, es geht weiter. Jumeloid, du bist schon wieder in den 2-Intents. Intent, Intent. Wir dafür überleben bei Melio, Smurf, Breath of Life und Cozy Campfire. Wichtig und richtig. Aber Jumeloid schon wieder von Flash und sein MTP erlöst, ohne viel machen zu dürfen. Das ist ärgerlich auf der Akali. Aber Breath of Life, Melio, coming in class to save the day. Ja, wo sind die N-O-Chance hier vor Ort? Mal ein paar Fans herbeikommen, ein paar Flaggen schwenken, sage ich. Bis, wir sind keine DT-Team, man will, I get it. Aber, wie ist das, was ich meine, ist er? Es gibt halt wirklich einfach kein DT-Team in der LEC. So, SK, die sind nicht so auf Dach gebrandet, wie jetzt mit Lions auf Spanien, ne? Oder wie Spandau mit 1... Keine Ahnung, Scheiße. Nash wird aber nicht drauf geschissen von K-Cop. Die müssen dazukommen. Die haben keinen TP auf Cabo, also haben sie safe in Unterzeit-Situation. Die Frage ist, wie Poker die durchbekommen. Die Antwort ist eigentlich gleich 0. Upset, kein Culling und noch keine Sattdatenreichweite. Nash sollte tot sein. Fandadik macht das hier gerade überragend und kriegen damit das Nashor Nummer 2 Flight Secured. Boe ist schon wieder eine HB-Bütige weggeworfen. Ihr seht, Jack Struggles hat Autotec. Ne, er kann aber nicht Autotec. Wenn er darf, ist er OP, aber er darf einfach nicht. Oskar rennt runter und das tut er ebenfalls mit dem Käufisch. Davi Kill für den jungen Mann auf der Top-Line von Fandadik. Meine Fresse, Top-Line ist so verdammt OP. No joke, du Skates von 1,5 bis der 10, dann bist du einfach unaufhaltbar. Drei Eitens, die auch so günstig sind, weil Tosenhaft jetzt ja 400 Gold weniger kostet. Kriegt dafür immer noch 20 Abo weniger? Ja, aber das juckt ja gerade Oskar nicht. Dieses Magic-Damage-Schild ist so insane. So insane. Es energiert ja auch extrem gut mit deinem eigenen E-Schild und mit jedem anderen Schild, das du kriegen kannst von deinem Champion selbst. Also sehr, sehr stark von Oskar gemacht. Zone ist mittlerweile 1.000 Gold wert und der Cassante, der geht mehr als auf. Ich würde nicht sagen, dass Cabo-Shad-Belt gespielt hat. Der hat auch mehr gut early game gelöst. Dein Champions-Scale ist aber tendenziell schlechter und ist schlichtweg wahrscheinlich aber härter zu spielen. So eine geile Bombe-Gragas-Kombo. Du brauchst schon einen Spieler von dem Karat, eines Frederiks oder eines Karmas, so gute Gagespieler. Und Cabo ist nicht bad drauf, aber es ist auch ein Koppel-Diff einfach sehr hart, so eine, ja, Mondage-Plays wirklich zu finden. Ja, Oskar, basically einfach ist der Checkt. Also an dem Punkt kannst du dir halt einfach stehen runter. Sind wir mal ehrlich. Da ist gestern ein Bot-Champion. Der kann ich darunter. Der hat mit so viel True-Damage in absurd kurzer Cast-Zeit. Der kauft sogar Lock-It. Interesting. Lock-It auf Oskar als letztes. Ich hatte auch überlegt, geht ja jetzt Jack-Show. Sehr gute Synergie mit seiner Pass-League natürlich, aber eigentlich ist es egoistisch, für dich selbst Items zu kaufen in der Position. Du wirst eh nicht sterben. Wenn du stirbst, dann ins Letzte ist. Also beschütze auch deine Teammates. Was ist mit Knights-Vao? Was ist mit Lock-It? Oah, dann würde ich sogar über Redemption nachdenken. Der geht jetzt hier Richtung Lock-It, um ein anderes Schild aufzubauen. Ich finde nicht nur sich selbst, sondern für alle seine Kollegen in Orange. Und die Orangen-Broskis spielen doch erstmalig für die Inner-Turrets der Franzosen, der K-Cop-Fans und der K-Cop-Spieler natürlich. Und hier wird gerade der Bot-Land Tier 2 eingegangen, der Mitteln Tier 2 und der Top-Land Tier 2. Heißt überall Belagerung in Sicht. K-Cop muss sich dagegen wehren. Ihren Gage ist halt überschaubar. Wenn Bo-Orth-Neck ist, dann fucking OP, aber er kommt nicht dazu, ne? Das ist doch das Ding. Deswegen sehe ich mehr Triforce-Tetanic Hydro-Jacks. Denn Triforce auszulösen, das ist einfach schwer. Divine-Sandra, easy. Dafür brauchst du nicht viele Stacks oder viele Orther-Tacks. Triforce ist halt wirklich ein Tech-Speed-Item. Kein Spellcaster-Item. Das ist ein Tech-Speed-Item. Und ja, Top-Land-Turm jetzt in der Belagerung. Du hast doch Nash, das Ganze zu spielen. Bot-Land sollte auf jeden Fall fallen. Noah hat hier genug Reichweite und auch Lifestyle mittlerweile, um das zu spielen. Die Reichweite wird erhöht nochmal von Medios. Kose-Campfire kann hin, kommt durch. Das ist auf Range natürlich. Heilung ebenfalls jetzt auf Cooldown, aber das war wieder so viel Heilung von Noah. Oder von Jun, auch Noah. Und dementsprechend die beiden koreanischen Broskis von Ternatic verteidigen hier unten gegen vier. Währenddessen fällt der Mid-Land-Turm, denn da war niemand. Währenddessen fällt der Top-Land-Turm, denn da ist gestern das stärker als Azir. Ternatic hier, by the book, spiele Nash mit drei Waves. Absolut fantastisch. Nash ist ein Buff für Minions. Du willst die Waves durchbuffen. Das ist dein Traum. Du willst nicht unbedingt, ne? Du willst nicht feiten, du willst einfach die Waves buffen. Ternatic spielt das komplett clean. Drei Turrets, ohne dass sie kämpfen mussten. Denk dran, Top-Land-Turm ist 800 wert, Bot-Land auch. Allein das sind 600 Gold, dann noch Mid-Land-Turm obendrauf. Du bist so reich. Nimm einfach nur Turrets, nimmst. Jetzt schön mal Baves anspielen hier und du kannst die letzten paar Sekunden von Nash nutzen, um zu resetten. Und auf einmal geht dein Red Bull Powerplay sehr positiv aus. Komplett clean von Fnatic. Kann man nur blauweiräuchern, komplementieren, äh, nee, ein Kompliment aussprechen. Ich sag das immer falsch. Ich wurde dafür schon oft geflamed. Komplimentieren ist falsch, da ging ein Kompliment aussprechen, willst du sagen. Fnatic macht das super. Und ja, können das Gegner mit Snowballen. Kriegen den nächsten Rake. Das ist also jetzt so Point für die Jungs in Orange am Match des heutigen Tages. K-Cops Auftakt in der LEC und mittlerweile die Franzosen ruhiger geworden, ne? Jetzt kommt ein paar vorbeigelaufen. Warte hier, guck mal. Nee, passt gerade eh nichts. Jetzt geht's nochmal los. Es laufen hier ein paar Leute vorbei. Kann ich die Tür wegtreten? Man sieht's nicht ganz. Aber jetzt geht's los. Die Fnatic-Fans sind ruhiger geworden. Nicht ruhiger geworden, aber Franzosen wohl jetzt auch nochmal. Ein bisschen die Stimmung an Kurbeln. Letzte paar Sekunden braucht ihr Team auf jeden Fall Unterstützung. Ansonsten wird es sehr, sehr rough. Ruffy to the McTagney. Ja, jetzt haben wir dann Aufbau spielt. Es wird super ruhig weitergehen. Man wartet quasi auf Nash spawnen. Es soll jetzt nicht direkt ein Fist-Fight geben, weil keine der beiden Seiten auch gutes Engage-Potenzial hat. Ja, weder Fnatic noch K-Corp. Und jetzt hört es so nochmal nach. Der beste Fight für K-Corp wäre eigentlich, um die P-Word zu finden und dann mit Gragas wirklich in den Montage-Player anzuspielen. Es klingt dumm und es klingt einfach doof, aber so ein Flank, wo halt die Explosive-Kars-Gold oder auch der Schlimmer-Schaffel des Aziers Leute reinschieben können, Leute wegschieben von dir, wär der Traum. Ansonsten wird es sehr, sehr hart auszuspielen. Abseh geht's doch langsam, aber sicher vielleicht Richtung Rapid-Fire. Er brauchte treffendiefe Armor-Pan, denn sonst kannst du mit Oskar nicht fertig werden. Ich glaube, auch mit Armor-Pan wird er schwer. Das Game war für ewige Zeiten recht ruhig und mit der Weizges Snowball. Ihr seht jetzt sogar wirklich Redemption, ne? Ihr seht Redemption auf Oskar. Er sagt, ich bin so tankig, ist mir doch scheißegal, was ich kaufe. Meine Items sind absurd effizient. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, doch. Denn eigentlich der Einzige, der ihn killen kann, ist Upset. Und er hat halt nur ein Armor-Item. Er hat Hollow Radiance, das ist quasi das Magic-Existenz-Sunfire-Cape. Er hat Karonic Rook-Kern, das ist das Schild-Item mit dem magischen Damage-Schild. Er hat Lock-It, was halt ein bisschen beides so gibt, aber vor allem hat Krozenhart sein Armor-Item. Dann noch Mercsum drauf und ja, wenn jemand gefällt, wird er eigentlich Upset. Mal sehen, was er gegen den macht. Wir erzählen die letzten paar Sekunden. Das hat absolut lang gespielt. Der Nash-Spawn nämlich in 50 und so weiter. Der Nash da ist. Müssen beide Seiten feiten gehen. So ist es nochmal einfach in League of Legends. Den abzugeben bedeutet quasi auch das Garaus des Spiels. Und ich finde das so cool, die neue Map-Änderung, dass da die beiden Wände sind, sowohl bei Drake als auch bei Nash. Denn du hast damit einfach halt einen fairen Ausgleich für beide Seiten. Blue und Red-Side war ja oftmals sehr unterschiedlich. Gerade bei Blue-Side. Ja, Pick-Bun auch ein Vorteil hat mit First-Pick, klar. Aber auch, weil sie einfach Harald rausziehen konnten und auch Nash-Bit sehr einfach angehen können, indem sie einfach rauslaufen Richtung Blue-Buff. Jetzt geht das nicht mehr. Das ist eine Wandeweg. Genau das Gleiche bei Red-Side. Da ist ja auch jetzt die Drachenwand im Weg. Heißt, die beiden Seiten sind in-game relativ ähnlicher geworden. Nicht gleich, gerade mit der Bot-Land-Wand. Auf gar keinen Fall, aber denn was den Fuss angeht, die Objective-Fights, ist das ausgeglichener mittlerweile. Objective-Fights, komm bitte durch. Oskar tankt, dass ihr seht. Upset macht Damage. Oskar ist fast tot, wird gechased und fast ist das denn Oskar. So, Tanki, bist du nicht. Ein Spiel darf man überleben. Aber Noah kann das gleich nicht von sich behaupten. Die Bombe kommt durch, aber macht keinen Schaden. Und auf einmal gewinnt K. Kommt den Fallen aus dem Nichts heraus. Findeck in der Mitte der Lane einfach gecatcht worden, sterben. Oskar ist nicht so Tanki wie er gerne wäre mit Full-Support-Items gefühlt. Und auf einmal stirbst du. Und nicht nur du, sondern dein Team-Band ebenfalls. Razog schübt vielleicht gleich zweimal. Und das wäre extrem bitter. Triforce, ähnlich Triforce, GA. Hat hohen Kudon. Bowsetzt nach, aber das ist aggressiv. Macht doch lieber das Nassau, mein Freund. K. Copp soll die Situation ausnutzen, denn Noah ist nicht da. Der Großteil von Phanatics, DPS, damit nicht anwesend. Du brauchst diesen Aphelios. Riecht trotzdem schwer, den Ash wirklich zu fordern, weil sehen wir, die Franzosen müssen das tun. Borgi drauf, Numerator von Cabo gecancelt werden. Das ist natürlich nicht so einfach. Er hat keine Old Ready, das heißt, er kann nicht canceln. Er hat nur seine Ehe und er kann nicht... Warte, er gecancelt. Er hat die Q-Ready. Nice. Starkes Ding. Er muss botnet flashen und Jumanoic geht rein, wird zu Jumans erster kill botnet. Nash währenddessen ein HP und Nash wird hier... Oh mein Gott, er spielt! Razorg rasiert die letzten HP des Nashs runter. Jumanoic stirbt währenddessen nicht botnet, er holt den kill. Phanatic secured Nash. Riesiger Fehler von sowohl Oskar als auch ganz Phanatic, die in der Mitte der Lange standen, einfach gestorben sind. K. Copp hat einen Vorteil, forst zu spät Nash und Razorg wird hier vielleicht zum Helden der Stunde für die Jungs in Orange. Und damit meine ich nicht die PSR. Und auf einmal kickt man botlane. Ja, noch ein Solo-Killin für Jumanoic. Der erste Kill für ihn in diesem Spiel. Phanatic jetzt im Game angekommen. Zweiter Nash, komm. Jungs, jetzt muss er anspannen. Ansonsten ist Game noch rough. Macht gerade einige Fehler. Die Jungs von Verdenk machen gerade einige Fehler, die natürlich von K. Cop einfach ausgenutzt werden. Sinnvoll natürlich. Aber Nash 50-50, schmerzhaft. Wir gucken mal, ob es selbst drauf. Nash ist bereits auf 11k. Ja, ne Vogue ist auch super low. Jürgen und Oskar sind zur Stelle Razorg. Es ist am Ende einfach gnadenlos 50-50. Oder ist es das, Oskar? Ja, es ist am Ende. Oh, es geht 50-50. Oskar Smurf hat sich gesehen. Es war von Oskar gesmurft. Totten ist so fucking OP. Bitte nerf die Rolle. Ich kann das also nicht mehr. Richtig stark habe ich nicht gesehen. Stinker Cast. Ich habe mich gerne beim Chat beleidigen. Zeug ihn, du stinkst schlecht. Und ich hasse dich. Und du siehst hässlich und macht bitte den Streaming. Bad von mir. Schöner Sohn von Oskar. Kriegt er sowohl den Pathblocker durch als auch den Nazuma engaged über die Warte durch. Und auf einmal ist der Jungle gesund und kein Smite of Nash möglich. Ja, Chad, ich habe verdient. Ich sehe, ich sehe. Ja, du steht. Ja, toll. Ja, ich weiß. Ich weiß, Chad. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Oh, Brasock, was du nicht weißt, ist, dass du nicht so tankig bist, wie du gerne wärst. Cabo-Shirt holt es nicht mehr. Trennt das Team auf, aber wow, du bist auch nicht tankig. Und er wird von Oskar und Oskar als tankes out. Jumanoid 1 HP und man trade it for. Vielleicht für Jumanoid. Jumanoid lebt mit einem HP. Doch einmal Fnatic hier in Überzahl, aber nur leicht. Jumanoid hat kein Teleport, das ist 1 HP. Kann man nachsetzen. Casey hat bessere HP-Bars, obwohl sie in der Unterzahl sind. Fnatic muss jetzt die Beine an die Hand nehmen. Ansonsten werden sie runtergespundet. 4 gegen 4, denn Jumanoid hat kein Teleport ready. Deswegen ist der Drake-Fight spielbar für die Franzosen. Camin Coa läuft nach vorne. Und man wartet auf Seiten von Fnatic auf die Wiederkehre nach Kali. Dieser Drake wäre ihr Seele. Es wäre Seele, wie man spielen könnte. Das ist im Endeffekt ein Smite-Fight, den es nicht geben kann. Denn der Eindranger ist tot. Oskar ist aber auch vielleicht gleich tot. Seele wird Fnatic und man wird nicht sterben. Cabochard, Sonja ist wegen seiner Serious Negation. Das ist nicht gut. Man stirbt auf Seiten von K-Kopf. Und auf einmal kommt Fnatic da rein. Sind jetzt 5 gegen 2 für noch mindestens 10 Sekunden bis 6 zu kommen. Reicht das noch zu Händen? Nash läuft gleich aus. Halbe Minute noch. Es könnte aber nicht, es könnte ausreichend sein. Denn Afflelos hat gute Waffen mit Shark Arms und Turrets zu hiten. Und Fnatic läuft hier nach vorne. K-Core muss alles anspannen. KC hat noch das Kali und hat hier die Wave da mit halbwegs trimmen. Oskar innen blockt das Ganze. Nash läuft gleich aus. Noah will rausgehen. Der Rest von Fnatic will weitermachen. Fnatic will enden gehen. Fnatic geht für den Nexus. Nami-Lot kommt durch. Und jetzt ist Engaged. Ich glaube, es ist zu spät, oder? Ach, jetzt geht Rassok rein. Kann das nicht mehr möglich, aber jetzt noch ein Aufpassen. One-Wid-Aufnahme. Tag am As-Easy-Upset. Aufdruck von Jumodol. Fnatic in einem 40-Minuten-Banger durch Nash-Stil von einem tollen Oskar angeführt. Der, der den Bowe wechseln konnte. Schnappen sich dieses Game weg. Oskar auch mit 0-2 in diese Runde. Starker Cassante mit wirrem Alterbild am Ende, muss ich sagen. Aber ansonsten insane. Und damit ein toller Wind für die Jungs-Tor-Range zum Auftakt der LEC 2020 Winter-Split live aus Adlershof. GG in den Chat. Well played, auch an K-Core. KC, man kann sich da nicht, ja, müssen sich nicht verstecken. Gutes letztes Game gespielt. Fnatic ist natürlich eins der Franchise-Teams in der europäischen Szene. Gegen die zu verlieren alles andere hat eine Schande, sondern wirklich stark gelöst. Handshakes kommt durch. Das ist unser jungsstes, neuestes Team in der LEC. Stark abgeliefert, kann man nicht lügen. Aber eben nicht stark, nur für Fnatic. Toller Wind von den Jungs. Teamfighter am Ende war überlegen, nachdem er auch nicht ganz so gelaufen ist, wie Kacys wollte. Wir haben es heute recht oft gesehen. Ein Team kriegt frühe Drags, kann aber nicht ganz Seele anspielen. Ein Team macht dann den Comeback und spielt für die Drag-Fights schlichtweg irgendwie besser oder halt für ein Erspiel auch immer. Und kann dann ins Game zurückkommen. Damit eine Verfolgung und damit auch ein erfolgreicher Auftakt für Jordan in Europa. Außer cool, die Französisch-Fans aber auch komplett applaudiert gerade, während Fnatic gewonnen hat. Absolut verdient. Da wurde auch mal Respekt gezollt, ne? Beim Einlauf wurde ein bisschen gebucht, das war nicht so cool. Das Klatschen gerade eben. So gehört sich das, ne? So gehört sich das. Fnatic-Fans, sehr glücklich da drüben in der Kurve. Und ihr seht, das nächste Match-Up ist Vitality, angeführt von Hillesang. Kasi damit auch einer Villenfrisur, Alter. Drags ist für mich auch ein Rookie, den man sich angucken muss. Mal gucken, wie das wird. Finde ich auch gerade, wenn du gegen jemanden sowas spielst wie Giant-X, das alte Exit-E-Sport, das jetzt ja Giant-X ist. Angeführt auch irgendwie von Odo Amne, einem der Veteranen der europäischen Szene. Unser einziger rumänischer Spieler in der DC und das seit Jahren. Sehr, sehr sympathischer Dude auch, weil einfach es halt irgendwie gefühlt, ja, in die Top-Lean irgendwie anfühlt. Mal bei Schalke, mal da, mal bei Excel, jetzt hier bei Giant-X. Das wird ein Banger werden. Und ist das, wer für das Interview ready gemacht mit Lore? Ich weiß gar nicht, wer das Interview ready gemacht wird. Wer ist das? Ich kann es nicht sehen, es ist zu weit weg. Es ist Oskar. Oskar wird interviewt. Cool. Oh, hier macht Lore was anderes. In Echtzeit ist sie gerade am Interview vorbereiten. Ich muss kurz mit einem Rioter reden. Sekunde, ja? Okay, chat, wir müssen, okay, kurze Erklärung für euch. Ihr müsst euch vorstellen, die Rhenas hat so einen Halbkreis. Und der Klippelt ist eh gerade wieder tot. Also mach ich ganz kurz sehen hier an, ja? Die Rhenas quasi so einen Halbkreis. Und die Spieler, die dort sitzen, die dort sitzen, können auf meinen Monitor gucken. Heißt, wenn jemand von denen auf meinen Monitor guckt, während hier gerade, ich sehe in der Spectator-Perspektive, wie man Nash macht, dann können die wissen, dass jemand Nash macht. Deswegen muss jetzt mein Tisch verschoben werden. Deswegen, wenn wir jetzt kurz, glaube ich, hoffentlich kein Kabel rausziehen, dass der Stream abstürzt. Oder so. Sonst wäre es echt nicht gut. Es wäre echt wild, wenn es passieren würde. Deswegen machen wir ganz kurz den Giga-Move, ja? Wie bitte? Ich glaube, ihr zieht es lustig, oder? Also ich finde es lustig. Oh, da ist schon ein Monitor tot. Jetzt ist er wieder am Leben. Kathleen, wo sollen wir anfassen? Wo machen wir jetzt hier? Wir sind Handwerker. Ich bin der Handwerker-Teugie. Wir machen das. Ja, 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 das machen wir. Reicht das schon? Ist das geil? Wir sollen nur die Kamera dann fixen, ne? Ja, ist besser? Ist das geil? Ja, ich bin mir über die Co-Strimer gecheatet, ne? Ich bin der Cheat-Knopf. Man guckt auch auf meinen Bildschirm. Egal, dann sieht man alles. Ganz an Nash is free zu nehmen, sage ich. Ja, der Bohr auf der Bühne guckt gerade, ob er nichts mehr sehen kann, nichts mehr erkennen kann, weil die Bildschirme weit genug weg sind. Dann müssen wir ihn vielleicht nochmal runter machen. Dann wird es für mich natürlich schwerer am Stehen zu casten, weil die Bildschirme nicht mehr angewinkelt sind. Aber mal sehen, ob ich das trotzdem hinkriegen kann. Und wir ziehen nochmal. Oh, wir ziehen. Wir gehen auf die Reise. Okay, wir gehen nochmal auf die Reise, ja. Ist das verrückt? Ich komme mal zu euch, Chat. Die machen das eh ohne mich. Ich lese mal Twitch, Chat. Pausen, Nettik, Classic. Nee, FanDik ist schon durch. Die Reise, ja, mein Bruder, das Leben, wie sie sich lebt. Komm mal wieder? Du wirst hier stehen, oder? Ich würde hier stehen, meistens. Vielleicht sitzen von Zeit zu Zeit. Ich kann die Sicht, wenn du willst, ich kann in fronte stehen. Ich kann sitzen, wie ein Städter oder so. Wenn das die Sicht für die Spieler blockiert, wie das. Ja, ja, sicher. Geht. Ja, ist verrückt, Chat, ist verrückt, ist verrückt, ist verrückt. Das ist halt der erste Tag. Wir müssen ein bisschen warm werden. Der Sound, die Kamerasperspektive ist auch richtig geil, honestly, von Riot. Wir lieben Riot Games in diesem Stream. Denn, dass sie halt sicherstellen wollen, dass die Competitive Integrity geil ist, auch absolut richtig. Ist natürlich unwahrscheinlich, dass jemand wirklich da hingucken kann. Es ist schon sehr weit weg. Also, das heißt, sehr weit. Der Monitor ist auch klein. Es ist 24 Zoll, ist jetzt nicht ein LED-60 Zoll-Brett oder sowas. Also, ich glaube nicht so wahrscheinlich, aber Details sind wichtig. Na klar. Ist auch sehr geil, dass die Arena halt so offen ist, ne? Also, dass du halt so ein Zuschauerfenster quasi hast. So weit, wo stehe ich eigentlich die ganze Zeit? Die machen ja eh gerade nichts. Die gucken gerade mit dem Ref-Video, ob der was sehen kann. Ist das geil? Ist schon verrückt. Leute, Liebe aufhören, wenn ihr die Nelly's Team gerade enjoyed. Freut mich extrem. Wir haben mal eine andere Szene an, wenn ich mich hinsetze. Talent 4. Ist das... Wow. Jetzt sieht man mich. Man sieht mein Gesicht. Seht er mich? Tschüss. Liebe und geil, wenn ihr Spaß habt, Leute. Lots boys, lots and ladies. Winters Blitz gestartet von höchsteuropäischen Liga und das wollen wir gemeinsam enjoyen. Aber wo guckt der Referee denn? Er ist auf der Bühne. Er muss irgendwo so hier sein. Da, wo er jetzt gerade steht. Ja, da so irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwo da hinten. Sido Co-Stream 1. Wir holen Sido gleich dazu. Guys, is it fixed? Ja, okay. Wir sind fine. Wir sind secured. Wir sind happy. Geil. Dann schalten wir mal um die Szene. Haben wir dann ein Interview? Ich glaube, wir können mich gleich zurückgehen. Es ist fixed. Wir sind happy. Hey, welcome back to the Riot Games Arena. Ich habe meine Fresse. Wir hören Lore und Oskar zu. The first victory here in 2024. And I have Oskar Renin with me to talk about this game. You smurfed so much at this game. It was incredible. And there was a lot of back and forth. But I also want to mention the audience with the KC members on one side and the really, really loud Fnatic fans on the other. I feel like it's the first time we have a mood like this in the LEC Studio. Oskar, how did you feel it as a player? I mean, honestly, it was crazy to have such two big crowds. Like one cheering for KC and one cheering for us. Like it was, you could really feel the tension in the crowd. And it was honestly really nice to feel that because like I didn't really feel it before. And yeah, now with this big crowd, with the new stadium, it feels insane. New mood, louder fans. That's the new resolution we're going to say for the studio this year. But what is your new resolution for 2024, Oskar? Because this is your second year in the LEC. You came in last year at a rough time for the team. And when the team was trying to rebuild itself, walls for the first time as well. What is going to be Oskar-ing in this year? What is new for you? I mean, this 2024, I just want to be the best. I think last year I proved that I could be one of the best for sure. And yeah, this year I just want to play as best as I know and be the best top laner in the LEC. And I think this is the right way to do it, at least for the first game, because you won the Kia player of the game. Strong, verdient. Thank you. I mean... 7 or 8. You expected it. I mean, not really. All right. I mean, no, no, of course I expected it. Like, I completely smurfed, you know? Smurfed out of control, honestly. But I love the confidence that you're bringing in this year. He's also on the show, Chad. Why should we not like it? So on the show. I mean... Thank you, Colin. But yeah, MVP, what is your main goal going to be as a player? You say you want to be the best. Yeah. What is it going to take to be the best? What did you learn from walls on that sense, playing against stronger top laner and other opposition? I think playing walls is a really insane experience, because playing against Asian top laners, I feel like you learn a lot. About laning, about how they move and everything. And yeah, I just want to prove what I learned on water-sand this year and yeah, just improve what I have to be the best. And Fnatic, I feel like he's keeping a solid base when it comes to the composition and the players you have, because you only replaced one member, bringing in June in the bot lane, alongside Noah. Tell me about how has it been working with him, because we were talking about this at the desk. The fact that they can communicate well on the bot lane being two Korean players, but how does it translate to the rest of the lineup? And how do you think Fnatic is going to change, having this new player? I feel like June is different from TripMe, at least. I feel like he's really aggressive in lane, and he has a lot of weird picks. And what also improved a lot, I feel like, is that Noah and June understand each other really well. I feel like they have a lot of synergy, and they bring a really good mood into the team. And, yeah, I feel like they feel really close to each other, and that's really important for a bot lane, right? And, yeah, I think they have a really aggressive bot lane, and, yeah, they are going to show that, I guess. We'll see what is the revamped version of Fnatic about in 2024. That's all for us on the interview, Oscar. Thank you so much for joining me today. Congrats again on getting the MVP. We have Razorg on the other side with Shouts. Anything you want to tell him? Will you be the best L.C. Toplaner? It was just a great game over that. That's what I mean by saying, that this game was pretty good. I will leave it to these Shouts, back to you. Thank you so much. Yeah, of course, the Asian Toplaner, who you mentioned, have often stomped in Europe, but, to be honest, that's generally on every one or so. You know, on top lane, it's just the most important thing, because the role is so damn isolated. And, yes, that's the first game of Fnatic in L.C. It was really cool to cast, I'm honest. So, the 40-minute Fistfight-Banger-Performance just made fun of it. Und Sola geradet, ey, liebe Sola für den Raid. Der Bro ist ja morgen auch mit am Start. Ich bin super dankbar, weil Simon und Sola sich beide die Zeit genommen hat. Lass da auch gerne mal ein Volleyball-Sola da. Der Bro kennt ja vielleicht auch noch den OG-Zeiten in der deutschen Szene. Ich freue mich, dass ich da extra noch warte. Ich wechsle mal die Zähne, peng. Da ist eh nichts mehr zu sehen im Clean-Feed-Ride. Also freue ich mich sehr auf die nächste Begegnung, denn da haben wir... Jetzt, glaube ich, erst mal ein ruhigeres Game. Kommt vielleicht sogar am Sitzen machen, das erste Game, mal gucken. Oder nachher natürlich Spanien gegen Spanien. Da wird es mal komplett die Halle abfackeln, wahrscheinlich. War ja schon hype as fuck, aber Fanatic gegen ja nicht. Mad Lions gegen Reddix war auch mal richtig hype. Ich habe fast Bock, dass wir irgendwie ein Mikrofon rüberbringen zu Ebay, weil wenn der Typ rumschreit, dann geht es richtig los. Er hat auch irgendwie mal so 500.000 Zuschauer auf. Der Bro. Und der, wenn er seine eigene Org quasi spielt, weil er war ja erst bei Rogue mit drin, jetzt wurde ja Koi und dann wieder Rogue und jetzt ist es bei Mad Lions Koi. Und drückt. Einfach rübergehend, ich könnte rüberrennen, aber das ist auch ein bisschen weird. Das ist ein bisschen weird. Das ist ein bisschen sehr weird. Wer hat gewonnen bei AFK? Hey Bro, du hast viel verpasst. Endless Games mit Nash, Deals, Mide, Peng, Explosion. Sehr, sehr geil gewesen. Ich will es dir gar nicht spoilern. Wenn du es nicht gesehen hast, dann skip am besten mal ein Video dir zurück. Stream auch auf YouTube, wenn du auf YouTube eh schon bist. Kannst du auch da zurückgehen. Stream gerade auf Twitch und auf YouTube natürlich. Weil einige meinten, sie können am Fernseher keine Twitch-App anmachen, aber sie wollen das mit ihren Freunden gucken. Ich habe gesagt, okay, wir streamen auf beiden Plattformen. Ich wollte gucken, ob es gut ist, weil du willst auch nicht, dass deine Viewer dann verteilt sind auf mehreren Plattformen. Dann hast du einen ruhigeren Chat vielleicht oder so, je nachdem. Der Hype geht dann vielleicht ein bisschen flöten, wenn sich die Viewer-Gruppen zu sehr fragmentieren. Aber natürlich auch doof, wenn du auf dem Fernseher nicht gucken kannst oder so, weil es da keine App für gibt oder? Keine Ahnung. Wenn Twitch dann nicht klappt. Deswegen beides. Chat auf jeden Fall ist er ruhiger. Ja, aber das Game war ja auch geil. So, I mean, das war Fällig gegen K-K-Koppen, Bro. Wenn es nicht Fällig gegen K-Koppen ist, sondern vielleicht jetzt Giant-X gegen ein ruhigeres Team. Ich gucke, wie ihr dann drauf seid, Chat. Wir wollen Energie von euch haben. Ich brauche euch ja. Wo soll ich dann sonst überreden? Ich sitze hier in meinem Stuhl und ich brauche euch. Wenn wir in den Games sind, dann kann ich über irgendwas drehen, was passiert. Aber jetzt, ich brauche euch. Was mache ich auch noch? Ich bin auch noch useless. Hey, nein, die Smoke für den Sub, Bro. Vielen Dank für den sechsten, Mann, Dude. Du bist toll, genau. Ich weiß. Wo ist Maxim? Maxim ist schon nach Hause gefahren. Der Bro war für zwei Games heute da, aber musste zurück nach Leipzig düsen. Ob man natürlich, bevor es zu dunkel wird oder keine Ahnung. Und war für zwei Games am Start. Morgen ist so, glaube ich, für drei Games am Start. Und dann kaiserholen wir uns noch mal am Montagrand für hoffentlich zwei Games. Und dann, die erste Woche, woher ich komme, das ist der Arena machen. Und ich werde auch immer wieder jede Woche mindestens einen Tag in der Arena sein. Aber ich wollte gucken, was für euch geil ist. Denn von zu Hause kann Großzümer auch nochmal einen anderen Vibe haben. Denn jetzt ist es für mich, also ich habe halt hier, ihr könnt euch das nicht vorstellen, es ist so eine crazy LEC-Software mit 50 verschiedenen PC-Setups und Monitoren und Kameraeinstellungen. Von zu Hause kann ich halt super easy einfach Dinge tun, die halt nicht schwer sind, so passieren, weg sind und keine Ahnung, in der Queue. Oder während wir warten, jetzt Lolle machen oder sowas. Das ist halt von hier aus deutlich härter, aber ist auch geil, weil die Arena halt viel Zeit mitbringt. Hey, danke dir, Kromnick, Jaro, Naya-Fund, liebe Lutz-Boys-Lutzend-Ladies. Danke euch. Ich weiß noch nicht, ich könnte mal kurz Feedback geben. Wie ist für euch die Arena vom Sound her? Ist es zu, too much? Mein Mikrofon hat ja ein paar von den französischen Chants auch mitgenommen. Mir gibt das mega viel Hype. Ich finde das geil, weil ich kriege halt richtig viel Hype mitgegeben. Aber ich kann mir vorstellen, ein Mikrofon, wo es halt da, kann es ein bisschen auch störend sein, so, I guess. Kommt drauf an, wie laut es ist. Aber ihr sagt, es ist geil. Am Anfang wart ihr ein bisschen kritischer eingestellt. Als K-Cop kam, war es ein bisschen kritischer am Anfang, sind wir ehrlich. Aber nach dem Game scheint ihr Laune bekommen zu haben. War auch ein Banger-Game. Hype, mega, okay, geil. Ja, das ist ein Mehrwert. Apropos, ich habe ja gerade mehr Zuschauer wahrscheinlich als sonst. Habt ihr eine Wohnung an das Hof für mich? Ich wollte eh umziehen. Ich muss aktuell von Spanner nach an das Hof pendeln. ICBA. Wenn jemand eine Wohnung hat, ich tausche. Ich miete. Ich komme vorbei. Ich ziehe ein. Wenn ihr einen Kollegen habt, einen Kumpel, eine Schwester, ich ziehe da ein. Kein Problem. Dann sagt mir Bescheid. Das Networking, ja, kann ja sein. Man kann ja mal probieren, oder? Wo ist das Problem? Ich komme vorbei. Ich ziehe da ein. Ich will nicht pendeln. Ich hasse pendeln. Ich habe kein Auto, keinen Führerschein. Und die Anbindung von Adlershof nach Spandau ist komplett erst mit den Öffentlichen. Dann streiken die auch noch oft. Ich bin lost. Ich muss vielleicht wirklich mal einen Führerschein machen. Aber dann mit Kia. Grüße gehen raus an RDC-Partner. Ja, ja. Und wichtig, also wirklich, ich habe keinen Bock zu pendeln. Ich bin nur nach Spandau gezogen, weil ich nicht pendeln musste. Als ich noch Prime League und so gecastet habe. Deswegen bin ich da hin. Als ob ich pendeln will. Bruder, stellt euch mal vor, ich muss dann den Stream ausmachen. Ich kann ja nicht auch die Anfahrt streamen. Das war echt der Weg. Ich kann nicht die Autobahn streamen. Ich kann meine Fahrschule streamen. Das wäre echt cooler Content. Da würde ich mich auch mega sehen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wieso? Du bist gerade eine Networking-Naturtalent gerade. Boah, ich hoffe, wenn ich heute Abend meine Instagram-DM's oder wo auch immer, Twitter-E-Mail lese, das ist voll mit so, zieh doch bei mir ein, Bro. Ich wohne in Adlershof. Komm vorbei. Das Ding ist auch, hier ist super viel Industriegelände und halt so Studioproduktion für verschiedenste Sachen. Ich glaube, The Voice of Germany wurde auch irgendwo hier gedreht und andere Dinge. Ist ja ganz viel hier. Der ist nicht so viel Wohnfläche. Es ist halt basically Produktion und Industrie. Gewerblich genutzt. Da gibt es keine Wohnung, I guess. Es gibt nicht so viel Wohnungen. Ein Kollab mit dem Fahrerlehrer, der streamt. Der Fahrlehrer streamt auch noch. Oh mein Gott, die Synergien. Sie greifen ineinander. Es ist ja so geil. Danke, Nayala für den Zabodang und Coco Bella für den Spam. Liebe, Lutz-Buy-Lutz-Lutz-Lutz-Ladies. Oh, ist das verrückt. Bei uns gibt es viele Fahrräder, die streamen. Wirklich? Darf man einfach streamen, wie du Fahrschule gibst? Ist das erlaubt? Boah, als ich noch bei Atock gespielt habe, in Gera, die hatten eine Fahrschule als Partner und diese Fahrschule hat ein Fahrschulinternat angeboten, wo du innerhalb von einem Wochenende oder einer Woche den Führerschein machen kannst. Du ziehst da dann ein und machst einen Führerschein. In einem Wochenende und einer Woche. Verrückt. Das geht wohl irgendwie. Verrückt. Das war in 2018, 18, 18 Sommer. 18 Sommer. Das ist ja so, das ist eigentlich auch. Du machst mal ein Wochenende, ne? Wochenende, hast du mal Off-Season, nach Worlds, ist ja nichts los. Führerschein machen Zeug in Leuten. Fischer Fahrstuhle, genau so hießen die. Ja, 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 kann sein. Automatik aber, ja, ist das, ist das schlimm? Ist Automatik schlimm? Braucht man noch, braucht man noch nicht Automatik? Muss man noch manuell was können? Oder kann man ein Bot sein? Ich hatte in meinem Leistungskurs Englisch eine Mitschülerin, eine Klassenkamerade halt, in der 12. Und Bruder, die war so dumm und die hat einen Führerschein machen dürfen. Ich war mindblown. Und dann hatten wir eine Exkursion zu einer Berliner Museumsinsel, Pergamon Museum glaube ich damals oder so. Und du kannst dir nicht vorstellen, Leute wollten bei ihr mitfahren. Ich konnte nicht mehr. Die sind freiwillig bei ihr eingestiegen. Ich will sie nicht flamen, aber sie war halt einfach nie, also, I'm just saying, so, ich werde da nicht eingestiegen. Aber, das ist, was es ist. Ich wäre auch, also, ich bin noch einmal, das muss ich dringend erzählen. Agurin, Kani und ich sind in Agurins Auto von Berlin aus gefahren zu irgendeinem Event, ich glaube nach Leipzig. Und, war es nach Leipzig? Ich glaube es war die Kaktus, oder? Oder war es Erfurt? Ich glaube es war Erfurt, die Maxi. Und Leute, Agurin, Freddy ist glaube ich eine halbe Stunde nach uns aufgebrochen, eine halbe Stunde oder so und er ist zwei Stunden vor uns angekommen. Wir sind durch Halle gefahren, wir haben noch eine Exkursion mitgenommen, noch hier und da mal geguckt und wir haben, es war so eine wilde Autofahrt, auch komplett lost, aber, und das war das Geile, ich habe so mit Kani Agurin gebondet. Da habe ich festgestellt, dass Kani und ich die gleiche Person sind. Kani und ich sind die gleiche Person und wir haben über, so über unseren Werdegang geredet, über unsere Familien, also über all sowas, so richtig gebondet, voll die geile Autofahrt. Es war lustig, dass wir so drei Stunden länger gebraucht haben, aber es war am Ende geil, weil wir halt wirklich, wir haben gebondet, war geil. Wir haben richtig geredet, nicht so gemutet im Stream oder auf den Kost, sondern wir haben richtig geredet, richtig über irgendeinen Scheiß, über Kani's wildeste Fantasieträume und alles, das war halt geil. Also es hat sich gelohnt, aber Agurin ist genauso, da bin ich auch nicht eingestiegen, bin in meinem Leistung, also vielleicht schon. Agurin fällt gut, er hat bloß irgendwie, das Problem war, er hatte kein Internet mehr auf der Hälfte der Fahrt oder so. Also er ist komplett gut gefahren, aber sein Navi ging halt nicht, also keine Ahnung, war auf jeden Fall geil. Ja, sein Navi ist irgendwie halt, ich weiß nicht mehr, er hatte kein Internet und dann haben wir es nicht richtig mitbekommen und auf einmal waren wir in München, obwohl wir nach Erfurt wollten. Es passiert den besten, aber keine Ahnung. Scheiß drauf. Fährt er so wie in PUBG? Oh, ich hoffe nicht. In PUBG vertraue ich Agurin nur auf dem Fahrrad, nicht woanders. Schon zu Ende? Nee. Wir haben, aber ich kann mal umschalten, ich weiß nicht, ob wir da, oh, ja, wir haben gleich den Einlauf. Geil, Leute. Ah, da seht ihr bereits LEC-Spieler Ready and Waiting. Zumal hat er mich gerade ein bisschen im Monot verloren. Ach so, du haben das Giant X gegen Vitelletayi. Unser anderswanzösisches Team gegen unser, ja, britisches Team. Ehemann, ich excel jetzt Giant X, damit ihr euch nicht wundert, das zuordnen könnt. Durch Giants, auch eine große Org, auch aus Spanien. Ja, ja, viel auch früher dabei. Ich habe ja auch LEC gespielt mit dem Gilius-Jizuke-Lineup, ne? Gilius-Jizuke und wer war Top-Lane? Gilius-Jizuke auf seinem Rise mit der Sonners-Interaktion und wer Top-Lane bei dem Land-Up-Chat war das Cabo-Chart? Chat? War das Cabo? Wer war Top-Lane bei Giants damals? Naja, ist auch egal, also doch, eigentlich nicht egal, ich will es wissen. Tagermass war Support bei dem, oh, das kann sogar sein. War As-Cabo und wer war AD Carry dann? Boah, das ist zu lange her, um sich daran zu erinnern. Das war wirklich, wann war das? 2017 oder sowas? Naja, auf jeden Fall die Lutz-Boys Lutz-Boys gleich einlaufen, um das vierte Game des Tages anzuspielen. Die LTC startet es ja dieses Jahr immer eine Stunde früher um 17 Uhr. Auch aus einer ganz neuen Arena, die hier präsentiert. Seht, wundervoller Anblick. Geile Bühne mit vielen krassen LEDs und auch irgendwie einem eingebauten Green Screen dahinter, also keine Ahnung, für Instant Interviews mit geilen Stuff. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Das müsst ihr die Leute von der Production fragen. Und der Screen da oben scheint gerade auch ein bisschen zu backen. Ja, der Screen-Bug gerade. Oh, soll ich wieder umschalten? Riot, ja, ich versteck das. Ja, ich mach das nicht auf sich. Ich mach das nicht offensichtlich. Ich heide das. Ah, jetzt müsst ihr mich angucken. Jetzt müsst ihr meine Augenringe bewundern, wie sie ausgeleuchtet werden. Ist das verrückt. Ja, Giant X gegen Vitality. Ich bin ein bisschen Odoamne-Fan. So, für mich, einer der Top-Länder gewesen, der ist so die Definition vom Stern in der Brandung. Oh, shit. Laufen wir ein? Wir laufen ein. Let's go, let's go, let's go. Habt die Sound? Sagt bitte, dass ihr Sound habt. Ihr habt Sound. Ihr habt Sound. Ist zu laut? Ist zu leise? Ist zu laut? Trommelfell weggeballert und der Trommelfell noch drin. Trommelfell drin. Super Sound. Perfekt. Latz, boys, latz and ladies. Wir gehen rauf auf Game Nummer 4 des heutigen Tages. Igna ist nach Europa zurückgekehrt. Auch ein Talent. Damals war Missfurtz gespielt. Und nach dem Mann, den ihr seht, der Mann ohne Haare auf der linken Seite. Das ist mein Ex-Coach, Coach Carter. Er hab ich auch gefragt, ob er auf jeden Fall vorbeikommen möchte. Er hat auch Ja gesagt. Muss sich leider auch noch approven lassen von Vitality. Der hat uns damals Obsessed und mich bei Maus gecoacht. Damals hatte er noch Haare. Lang ist er. Auch wieder vier Jahre oder so. Aber Coach Carter wird uns besuchen. Natürlich großer Fan des Films der Bro. Er guckt auch alle Ligen. Er liebt Basketball und alles mögliche. Er hieß früher Candyfloss. Jetzt ist Coach Carter mittlerweile, weil er mit Nachnamen Cartwright heißt. Heißt, wenn er als Coach Cartwright bietet es ja an. Der Bro ist auch irgendwie der bestperformendste Student gewesen in seinem Jahrgang auf der Uni in Liverpool bei irgendwas. Also der Bro war im Screen gerade. Ich weiß nicht mehr genau was, aber er war irgendwie der höchste Durchschnitts Summa, komm, lauter NC, was auch immer in seiner Uni in Liverpool bevor er halt Coach geworden ist wieder. Er war auch vier Jahre Pro-Player, war ein Jungle-One-Trick, Jungle-Spieler, Evelyn-One-Trick für eine Weile und dann halt später hat er mehr gespielt, auch Pro-Player gespielt in der britischen Szene und dann natürlich jetzt Coach in der LEC. So, wir gehen rein in die Draft, leiten wir eine Kamera ein bisschen über den Namen drüber, da bei den Coaches muss ich noch fixen. Tut mir leid, wir heute nicht mehr drin sein. Tut mir leid, da steck ich mal wieder, aber ich kann euch nicht den Namen zeigen, da steht aber auf jeden Fall Carter und keine Ahnung, wer der zweite Coach ist. zu beneid, warte, war das nicht Janen sogar? War nicht Janen der zweite Coach bei Vitality? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, war ich was letztes Blit. Und ja, natürlich, die Bands sind ziemlich Borderline-zentriert, wir sehen fast jede Runde viel Kalista und Varus-Fokus. Lucian ist gerade eben durchgekommen, auch der ist mal mit einem Band versehen, der ist jetzt aber auch für Double Hell of Blades, die rausgewandt wird. Und ähm, war ich falsch? Alles falsch? Nee, sorry, nicht falsch. Hinter dir, was hinter mir? Oh mein Gott, was ist das? Wo ist das hergekommen? Warum ist das da? Wer hat es da hingestellt? Aber warum? Oh mein, okay, ich muss kurz, ich muss, aber, aber, was ist das denn? Aus dem Trailer, ich kann das nicht, ist das respektlos. Ist das respektlos. Und ich muss mit diesen Leuten arbeiten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dann arbeiten die einfach nie und wenn sie arbeiten, machen sie nur so eine Scheiße. Warum freut ihr euch so sehr? Was macht ihr da unten? Ihr müsst jetzt die Draft machen, geht weg. Meine Güte, was soll sowas? Na, ist geil. W steht für Victory, das ist Fatality. Ja, und Fatality sollte hier definitiv aufpassen, was sie mit Kalista tun. Sie haben First Back. Kalista ist geil. Kalista ist strong. Kalista macht Dinge mit dem Enemy Team, wenn sie reinpushen darf. Und Giant X, Fatality und Igna, gerade Fatality auch ein sehr guter Kalista-Spieler. Und sind sich das natürlich bewusst. Und werden sie vielleicht rauspannen? Rumble ist auch noch offen. Wer heute das erste Mal Rumble offen wäre, ich würde sehr gerne ungenurften Rumble sehen. Rumble mit so Stormsert, Scheiße, Liandris und ebenfalls Shed and Flame des neuen Sonjas. Das ist geil, das ist ja auch Rumble, das war ein Scheiße. Was das Geile an Rumble wäre, ihr müsst euch vorstellen, alle neuen Items geben keine Ability Haste. Was für Rumble der Traum ist. Weil der will ja gar keine Ability Haste haben, er wird so zu behitzen. Also du willst so 10 oder 15, aber du kriegst am Ende ja eh überall Blubuff. Also will Rumble nicht unbedingt Items kaufen, die das geben. Du gehst Sonjas, gibt jetzt 120 AP, 50 Armored, das Item ist stark zu kaufen. Statt früher war Sonjas immer so, du kaufst es und das ist halt kein Powerspike, du bist halt keiner weak an dem Punkt. Liandris ist geil, ist ja wieder kein Mana-Item mehr drauf, also ist wieder ein Bruiser-Item auf Toplane, so wie früher. Und der Shadowflame ist auch interessant, aber nicht ganz so gut wie Stormsearch. Stormsearch ist besser, wurde natürlich genervt, noch nicht hier, aber bei euch, wenn ihr jetzt super gespielt, wer ist genervt? Hier ist noch nicht genervt. Auf dem NDC-Fetch, 14.1 ist nicht 14.1b. Und ja, ich hab's natürlich gesagt, Kalista-First-Pick, nicht unerwartet. Bumbe wurde rausgebannt, Kalista ist offen geblieben, Vitality sagt, wir nehmen die Gute mit, den Champion mit. Und womit werden wir sie abrunden? Wird's Renata werden, Botlane? Natürlich ne Standard-Kombo. Gegen Draven, aber durchaus riskant, Botlane nicht stark zu sein. Es wird der Jax-Pick vielleicht auch wieder im Wald. Ne Jax gegen den Sinsau kann schon durchaus gut sein, wie gerade eben im Game zu sehen war. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Chat seid ihr für Vitality? Also warum eigentlich? Nur wegen dieses Memes? Ich bin eigentlich auch ein bisschen für Vitality. Ich bin immer biased. Immer biased, wenn ich die Teammates habe. Oder halt, in dem Fall mein Coach. Dann bin ich biased. Dann bin ich biased. Jetzt kommt hier vielleicht noch der Classic Igna Blitzcrank. Der pickt den so oft. Ne, für mich hat sich Igna einen Namen gemacht mit Blitzcrank und vor allem Leona. Die gute alte Favre of Battle, Leona in diesem Banger Best of Five gegen SKT, wo er einfach, ne, mit Leona rein eht und dann einfach auto-deckt. Favre of Battle auslöst. Und das gegen SK Telekom. Cool. Matchup ist nämlich sehr skill-based. Das kann man auf beiden Seiten für sich entscheiden. Sowohl die, sowohl die Jack-Seite als auch die Arthur-Seite. Lustigerweise haben wir in Champions Crew von Wanda sogar Ray Toplane gesehen. Mit mäßigem Erfolg. War, glaube ich, nur ein Game und war nicht so geil. Aber Arthrox, ich habe ihn natürlich auch selbst gespielt, einer meiner Lieblings-Champions. Spirou of Shojin ist geil. Sunrise Sky kann besser sein. Ich glaube, dieses Game ist kein Sunrise Sky-Game für den Arthrox, weil er nicht auto-tacken kann. Er spielt quasi gegen einen einzigen das heißt, Sunrise Sky wäre natürlich insane, weil es halt so gut mit seiner Passive-Syndern geht und mit seiner Ult. Kriegst halt die bessere Heilung. Sunrise Sky ist dieser Sperr, der dir Leben gibt. Wenn du Low-HP bist, noch mehr Heilung. Das Syndern geht extrem gut mit Arthrox allgemein. Und ja, das Game Lord ist heute ein Banger werden in schneller, 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 schneller Manier. So viel Pressure auf beiden Seiten. Wenn es darum geht, dass Ellie-Game zu Snowball. Beide wollen hart den Botan rein contesten. Beide Jungler farben nicht so krass gut. Sind Sache auch nicht mit den besten Clear. Rell, guter Clear, hier aber nicht mehr so krass wie vorher. Dafür aber gute Invades, wenn du möchtest. Und auch, ja, Gang-Potenzial. Und gerade Kylister und Renate werden das benötigen. Also ab rein auf Botan. Ich freue mich extrem oft morgen, wenn Solo am Start ist. Denn so ein Match-Up gerade so wichtig wie Botan aktuell ist. Da braucht man auch einen Eddie Carey-Experten, der seit Jahrzehnten diese Rolle spielt. Ja, denn, ja, also Botan mit diesen geöffneten Wänden, wenn du da Botan Priorität genießen kannst, das ist so schnell, so oppressive. Leons von Giant-X sind ready. O'Dramne ist happy mit seinem Match-Up. Jack-Arthrox gegen Jacks hat er bewusst selbst gedraftet. Ich glaube mal, dass er dieses Match-Up auch beherrschen wird. Zuletzt, als ich ihn auf dem Charakter gesehen habe, hat er gegen Yon gespielt und nicht so viel zu lachen gehabt, aber das ist der kein Yon. Das ist keine Art und dazu Arthrox, im Gegenteil. Absolut playable. Wegen rein ins Game of Fields heutigen Tages des Wintersplits der LEC. Wir wechseln die Szene, Chat, geben mir gerne Feedback. Zwecks Sound in-Game. Ich glaube, die Kamera ist, wenn ich sitze, jetzt zu groß, oder? Ich muss, glaube ich, dann bin ich so riesig. Will ich so riesig sein, oder bin ich jetzt stören, Chat? Bin ich stöhnt? Bin ich stöhnt? War das okay. Spielt Mad Lions erst morgen? Nee. Habe ich gerade letztes gesagt? Ich meinte vorletztes. Sorry, dann ist deine Frage sehr berechtigt. Als letztes ist Reddix gegen Mad Lions, das spanische Duell. Das ist jetzt hier Giants gegen Vitality. Sorry, ich habe mich vielleicht, mein Kopf ist manchmal am Längen. Ja, ich glaube, kleinere Facecam. Nee, ich habe die, also die war halt für Maximo mich zugeschnitten. Zu zweit ist die auf jeden Fall nice gewesen. Damit machen wir hier den Stand-Up-Angle, kleinere Cam, Explosion. Dann sollten wir happy sein. Das Problem ist jetzt, mein Monitor ist viel weiter weg. Weil die halt, die muss dann weggestellt werden, damit ich, damit ich, damit ich, damit die Leute nicht auf meinen Bildschirm gucken können von da unten auf der Bühne. Naja, wegen der 1 ins 4. Game des heutigen Tageschats. Wir sollten ruhiges, äh, wir sollten schnelles Game erwarten. Kein ruhiges wie davor. Kein Pot auf Douglas. Argon wäre stolz, was er nicht getan hat. Kann er so dementsprechend ein bisschen Gold einsparen und vielleicht schon früher für die Welt gehen. Ich erwarte hier fast 3 Camps Botlane into Invade. No? Er schattet jetzt hier wirklich Raptoren. Währenddessen muss Peach runterjunglen. Du kannst Botlane keine Pressure abgeben. Ist nicht so ein Crossmap-Ding. Vor einer Seite der Happy wäre, einfach Draven oder Kalista respektive alleine zu lassen. Beide Seiten war Botlane hart reinkontesten und beide werden wahrscheinlich 3 Toplane Camps into Botlane spielen müssen. Und dabei ist Douglas vielleicht sogar zu bevorzugen. Eben war jetzt die Hook auf Kudan und war gegen Casio, Tillissang einen Easy-Push rein. Und damit ist Level 2 gleich anspielbar auf den nächsten 3 Medis von dieser Wave hier. Und währenddessen Path dargelassen Richtung Crux. Und wo sind Crux? Auf Botlane. Danach ab Richtung Blubaff, ab Richtung Gromp mit den neuen offenen Wänden. Das wäre sehr, sehr nice. Oh, Dravenis startet hier den Umber-Dash gegen den Counter-Strike von Photon. Super nice, natürlich da den Stunt zu Deutschland kaum Damage zu nehmen. Arthrox Q macht im Lick eh kein Damage. Der Spell ist fucking useless. Bis Level 4 oder 5 eigentlich. Und dann wird er richtig stark, weil er halt jedes Level 2 Sekunden Kudan verliert und Damage an Minions macht. Starkes Deck der Wave hier von Vitality und spielen sie direkt den Dive an. Nein, sie gilt für den angesprochenen Wade. Ich glaube, sie sollte nicht diven. Ich glaube, sie ist der angesprochenen Wade. Naja, du kannst jetzt halt das Spotline sofort dazustoßen und Douglas aushelfen, wenn er den Blubaff angeht. Blubaff ist auch direkt neben Gromp. Die Wände sind da super offen und diese riesige Wave sorgt dafür, dass Patrick und Igan eigentlich keine Chance haben zu move. Und jetzt sieht man den Water und weiß man, was Sache ist. Die Waffe ist richtig gestackt. Level 1, Level 2 und Level 3. Der Dive kommt durch. Oh, die Combo sitzt nicht gut. Cleans kommt direkt raus. Douglas ist tot. Der muss loslassen. Oh, das war auch 2 gegen 2 nicht gut. Douglas, das war gar nicht der Play. Der Play war da, der Gromp. Na, das war der Play. In seinem, also er hat er gedacht, er wird Level 1, Level 2 diven, aber selbst wenn, also Instant Cleans von Patrick, Instant Flash und auf einmal ist Draven safe. Igan erhuckt einfach und der Kicker folgt halt quasi 2 gegen 3 auf einer riesigen Wave. Also das hat so ein Ding, du kannst ja für Bordländer oder für Jungle spielen. Deine Bordländer hat so viel Zeit mit dieser riesigen Wave, dass die auch beim Gromp helfen können. Dazu muss man auf jeden Fall der Play. Wir sind jetzt quasi hier. Igan erhuckt gerade so mal Hillis sagen. Der hat sich da vor Kasi geworfen. Die Speere steckt in Patrick drin, kann man sie rausziehen? Die Antwort ist ja, aber der Damage ist, oh, ernüchternd. Und auf einmal ist da auf jeden Fall Giant X richtig glücklich auf Bordzeiten. Das ehemalige XL Esports heißt jetzt Giant X für die, die vielleicht verwirrt sind, woher dieses Team kommt. Aber ja, Giant X. Und ja, Peach is happy, kommt alle Bordline-Camps, rennt jetzt mit seinem Speer aus Demacia dazu und will vielleicht helfen, denn Patrick und Igna sind eigentlich sehr glücklich gerade. Draven hat ein paar Stecks bekommen, nicht viele, hat auch nicht gebraucht, aber die riesige Wave aufzugabeln. Jetzt da, er ist immer noch 11 CS behind, aber ja, den Kill zu kriegen, hilft ihm in Gold, die Platte auch auszugleichen, damit es da 300 Gold vorne. Jetzt kommt der Hook durch gegen Hillisang und Hillisang ist Hilly dead. Und jetzt noch Kasi, vielleicht noch den Flash. Ich glaube, man eine Feature hat. Oh, er flammt auf den Raum. Solo-Kill, basically. Er hat die wirklich gesolo-killed. What the hell? Ich habe ja gesagt, für ein exklusives Game, aber ich habe nicht gedacht, dass es so gehen würde. Ich hätte gedacht, das spielt Vitality mit ihrer Pressure für die Camps. Und sie gehen auch für die Info, aber dann nicht für die Camps, sondern für den Dive. Und der scheitert wirklich brutal. Auf einmal ein Fest für die Jungs von GiantX auf Worteil. Sie starten mit einem 3-0-Auftakt auf dieser riesigen gestackten Wave, wo er Vitality alle Karten in der Hand hatte. Und meine Güte, haben sie einfach weggeworfen. Ja, 2-0 Draven, geht's rated Dirk, kann hier super schnell sehr viel Schaden austeilen. Gerade die Early-Athelity gegen Ziele, die sehr squishy sind, wie halt eine Kalister wie meine Renata, ist gefährlich. Und dementsprechend suffered man da vielleicht mehr, als man es wollte. Auf der unteren Linie. Praktik also, ja, mit 2-0. Jetzt würde ich Botlane gehen, für ihn spielen. Guck mal, jetzt liegt die Candy Camp Spawns Chat. Jetzt geht einfach Peach nach allen Camps Botlane auf Topside. Er fand Crux, er fand Raptoren, er fand Wölfe. Er hat so viele Timings. Er kann für Drake spielen, Botlane Dive, er kann Dude schon auch noch Raptoren sagen, ich gehe für die Voidlinge, die sind schon gespawren. Die Void Crubs, wir brauchen noch guten Spitznamen für die Void Crubs, denkt euch da gerne was aus, denn Void Crubs ist ein Kackname, wie nennen wir die? Malsachs Mistviecher, Bellwebs Familie, Yoricks Scheißgule, keine Gule eigentlich. Er geht für die Voidlinger, die Void Grubbies, die Voidlingies, Douglas wiederum mit einem Dive dafür und deswegen bricht man hier vielleicht sogar den Call-Up bei Peach wieder an eine gestackte Wave und wieder Douglas da, aber bitte diesmal braucht ihr Erfolg, Jungs, denn ihr spielt einen Tank-Jungler mit wenig Impact, wenn es nicht gesnobelt wird für Botlane. Die Mistmaden, der Maximweg, ja Mistmaden ist nicht schlecht, aber ich glaube die Mistmaden sind eher die Dinger, die beschworen werden, wenn du sechs Stück hast, oder? Oder fünf? Ja, wieder, es ist Botlane, 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 du beantwortest hier auf jeden Fall diesen Dive mit Teleport und auch Peach ist gleich da, Peach hat keinen Flash mehr und Douglas, der Play scheitert, ganz Giant X ist versammelt und jetzt ist da der Speer aus dem Ars, der hat Knock-Up Ready, Hook sitzt, Igna gibt den Kill damit an Peach rüber und das muss man sagen, Kompliment an die Jungs von Giant X, die kennen genau die Wind Condition von Vitality, auf jeder gestackten Wave sind sie da und damit ist es auch easy, also es ist auch ehrlich gesagt nicht schwer zu lesen, also wir lesen das gerade, die wissen das auch, die Pro Player, natürlich wir haben das Playtator an sich, wir sehen mehr als sie, klar, aber, I mean, gestackte Wave Botlane, was könnte passieren in dieser Meta, wir diven halt, Kalista First Pick mit Rail Jungle, sehr, sehr ärgerlich, also jetzt hier ein 0-4 Auftakt, gerade auch für Douglas, einen jungen Rookie hier an der DC, nicht das, was er wollte, aber ey, es ist ja der erste Spieltag, you know, manchmal flippt man was und es geht, Game geht schief und auf einmal wird es sehr, Bethelty kann sich auf jeden Fall noch behaupten, wenn sie im Smith Game reinscannen dürfen, Spieler wie auch in Hiddlestang trotten ja nur so mit Erfahrung, Hiddlestang bekannt für viele verrückte Plays und Toplane wird ein verrückter Play von Photon angegangen, denn Udo Amnir gewinnt das easily, denn er hat noch viel mehr Leben und Jax kaum noch Mana, trotzdem respektiert hier, respektiert, meine Güte, respektiert Udo Amnir gerade den Little Tempo Attack Speed, zieht sich damit halt zurück, Photon geht für die Honigfrucht, um eben genau diese wichtige Mana-Ressource wieder aufzustocken und parallel dazu macht Douglas drei Voidgrubs, also Mistmaden-Scheiß-Viecher, das ist natürlich schwer, das zu beantworten, ist aber auch kein Problem für Peach, der nimmt einfach parallel zu den Drachen, das ist doch das Geile, weil es ist wirklich ein fairen Cosmere-Play, wenn du Toplane-Gangst und Toplane-Diven könntest, kannst du vielleicht Voidgrubs nehmen, Botlane kriegst du halt den Drachen, beide Spawnen in der 5. Minute und nicht nur eine Seite, jetzt mit deinem Objective bestückt, gerade der erste Drache ist teilweise deutlich besser als die ersten drei Voidgrubs, aber dafür sind die Voidgrubs halt auch ohne großes Risiko zu nehmen, wenn der Drache hier ordentlich Damage austeilt oder aber ordentlich Zeit kostet, so halt wie der Mountainback zum Beispiel, der ist ja wirklich schwer zu nehmen oder der Oceanback, der Slow-Dich, das macht es gefährlich ihn zu nehmen, wenn jetzt Toplane-Douglas ja sucht vielleicht nach einem Camp Invade, wartet auf die Krabbe, will natürlich nicht so sehr kämpfen und guckt jetzt auf Igna, der ist Level 5, der bewegt sich auf der Karte, direkt Toplane-Gang, um das zu beantworten, denn ja, hier ist Giant X permanent ready für all die Plays, die Vita-Di versucht aufzusetzen und dementsprechend wird es ja auch keinen weiteren Play geben und warum auch, denn du bist ja komplett fein für deinen Draven zu spielen, der Mann ist happy, der hat einen schönen kleinen Slow-Push, jetzt kann Igna sich langsam zu ihm bewegen oder am Ende darf seinen Slow-Push durchpushen und die Basis aufsuchen, Tabis sind fantastisch viel in dem Matchup, aber vielleicht will er sie nicht direkt kaufen und ich bin sehr gespannt auf Odos Entscheidung hier, welches Item man denn in den First Item gehen soll, wird es der Spear, wird es der Sundra, der Sundert Sky meine ich, Entschuldigung, nicht Sundra, Sundert Sky, wird er kommen? Ich glaube eigentlich nicht, aber er kann nicht Auto-Attacken, er geht für Tandala, da Belongsort, also das spricht natürlich durchaus für Sundert Sky, mal gucken, ob er viel Auto-Attacken kann, wie wenn es hier rausfällt, und ja, Botan Imperial zu, Patrick einfach am Farm der Wave, ging das zurückgekehrt, ganz eggg, Giant X ist vorne in Gold, alle sind happy, Blake für sie, World Cup ist natürlich an Douglas gegangen, das ist okay, Flash Engage, und man kriegt die Stacks, kriegt man sie durch, Kasi wird wiederbelebt, aber wie lange, kriegt die Schere rausgezogen, nope, er stirbt einmal, er stirbt zweimal, Hillis-Sang, jetzt Auto-Attack von Patrick, das ist vielleicht sogar möglich, wie Tandala zu spielen, oh mein Gott, Hillis-Sang mit dem Straightkill, kriegt er mit, aber natürlich trotzdem, nur ein 1 für 2 rausgespielt, das Ult, die Ult, der Ult-Trock von Blitzung, er endet in Fight, Proton, keinerlei Counter-Strike-Friedigkeit mehr, er muss den Flash tun, oder? Odo Amde geht für den Solo-Kill, und er kriegt den Flash nicht ganz, er kriegt den Flash, Entschuldigung, und danach muss die Boardjump, sehr stark von Odo Amde gemacht, damit jetzt die Wave durchpushbar, und Plattenanspielbar, richtig nice, wenn du so eine riesige Wave, und Platte oder zwei nehmen kannst, ist Jack Sofa behind, Odo, checkt gerade, was passiert, keiner ist bei ihm, Gegner einfach zu stark, quasi wird geäht, von den Draven, damit also zurückgeworfen, und geslowed, easy aufsammelbar, für den Blitzcrank, der hier im Endeffekt, beide Kills kassiert, nicht der Traum für Giant X, aber immer noch 1 für 2 Trade, dementsprechend also in Ordnung, gerade auch, weil natürlich, ja, du einfach positiv getradet hast, aber fairerweise, kein Draven Cash-In, das macht es schon ein bisschen unangenehmer, das macht es ein bisschen unangenehmer, habe ich glaube, gerade eben im Live-Play falsch gesehen, ja, Proton hier noch flashen müssen, kein Boardjump, beziehungsweise Leap-Strike, aber am Ende ist es nur ein Summoner-Spell, das ist vertraffbar, ja, und jetzt Top-Land, Tiamat Item Rush, ist natürlich gutes neues Item, oder altes neues Item, generell ist ja unsere Nostalgie-Saison, mit vielen alten, ja, Stats und Möglichkeiten, die ins Game zurückgefunden haben, aber trotzdem sehr better, mit zu spielen gerade, also wirklich, du willst ja gar nicht mehr pushen gegen Aatrox, du bist ja viel schwächer, und der Mann ist jetzt beinahe, bei seinem Standard Sky-Power-Spike, dann kann er einfach permanent auto-attacken, und den Damage davon auslösen, und vor allem auch die Heilung, Proton wird er vielleicht, ja, bereuen, dass er jetzt immer pushen muss, zusammen kann er die Wave-Torme anders managen, welches Push auf Top-Land mittlerweile, viel wichtiger als je zuvor, eben war gleich zwei leicht nehmbare Objective-Sporen, also die ersten drei, und dann die nächsten drei World-Crups, Proton ist beides Spell zu fahlen, sowohl die infernalen Ketten, als auch seine Darken-Blade, den Gedge kommt durch, kein Pop-Lossom, ist ja, schöner Doppelstand von Douglas, jetzt Jackies, wird die Old treffen, und das ist nicht ausreichend, Pop-Lossom wird hier beantwortet, schöner Play, der erstmal nicht positiv ausgeführt, für Fatality, während der Spot-Lane, da kommt der Fates-Call, er rettet Hillis-Sang, Hillis-Sang jetzt hier, mit seiner eigenen Old dabei, besorgt die Feinde, und jetzt TP von Photon, wo ist der Vorlauf, Peach hat Flash ready, muss er entzünden, aber das ist gestand, er ist 1HP, und da ist der Wiederbelebungs-Pock, wird er wiederbelebnis, die Antwort ist ja, jetzt Patrick, er ist low, stirbt er, oh mein Gott, 1,2 und es war super knapp, aber sehr geil von Vitality, die jetzt auf der Karte antworten können, das ist huge gelöst, huge, geradeauf kriegt der Power-Spec von Draven, dass du mit TP dann nochmal was, einen Ausgleich finden kannst, ist insane, und wenn jetzt Vitality so noch, die Void-Klops oben drauf bekommt, haben sie 6 Stück geschafft, was ich nach diesem LD-Game, niemals erwartet hätte, dass er desaströs lief, aber das sieht jetzt nicht bad für sie aus, das sieht jetzt nicht bad für sie aus, sie kriegen die beiden, ja die 3 noch oben drauf, 6 Stück sind nice, von diesen Mist-Maden-Piechern, die jetzt gleich spawnen werden, und wir gucken mal auf den Bot-Lane, der Top-Lane-Fight drauf, dann ist hier wirklich mit einem tollen Kombo, also der Double-Stunt, was so ausschlaggebend, dass Nico halt nicht sofort das Weltkasten kann, guck dir drauf, ne, er geht jetzt erst rein, jetzt, da wird es dann von hinten, mit dem Shattering-Strike, Jacky's und Oda und damit sehr, sehr abgeschlagen, und kann nicht mehr wirklich kämpfen, Photon kriegt den Kill, und jetzt spielt er mit Half-HP quasi, Bot-Lane, um diesen Fight auszugleichen, kritischen Ohl von Kasi, Fates Call rettet seinen Support, Hillisang sagt, ich bin Hillisang, ich kämpfe auf 2 gegen 3, 2 gegen 10, ist mir auch egal, ich bin Hillisang, ich nehme jeden Fight, und das ist auf jeden Fall auch korrekt von ihm gewesen, das 2 gegen 3 wird schnell zum 3 gegen 3, dank der globalen Fähigkeit des Jaxx, und das würde damit also, im Double-Kill für die Jungs von Giant, der für Vitality gegen Giant X, sehr, sehr stark, und huge, dass du diesen Raven jetzt zweimal in Folge gekillt hast, dementsprechend also seine Stacks gleich 0. Mistmahn ist schon 10 von 10 Name, ja, die nennen sie jetzt Mistmahn, wenn sie beschworen sind, guckt, ob die Mistmahn, jetzt hat jeder 2 Stück von Vitality, in den Turmhitten, der nimmt 2 Damage an Mass, und die Mistmahn kommen, Rocket Grab Mist, kann man hier fighten ohne Holz von Kasi, Renata hat in 2 Sekunden wieder ready, jetzt guckt der Philisang, der will schon wieder kämpfen, ne, Hillisang darfst du aber auch nicht nach vorne laufen lassen, nicht wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, Pike spielt oder sowas, Hillisang geht hier für den nächsten Fightversuch, wäre dessen halt Mitte, Mitte fallen 60 Platten, glaube ich, an diesem Asil mit Boy Crubs, die Mistmahn, oh no, die Hux sitzt Kasi, oh mein Gott, der Stunt nicht ganz, Kasi stirbt, der wird nicht wiederbelebt, insane, Double-Kill, Trippel-Kill, du wirst nichts machen müssen, wenn er einfach Asil den Turm bilden kann, glaube ich, aber du wolltest den Fighters spielen und auf einmal ist Giant X da, holst den Kill, Kasi stirbt Basel, die außer nichts heraus, an der Kombo von Jackies und Ignaar letztendlich, und ja, währenddessen ist Veto halt nie gemovt, der hat einfach, ja, den Turm geltet, was ich auch verstehen kann, ehrlich gesagt, du hast so viel 2-Domach auf den Turret, warum nicht, da habe ich auch eine verschiedene Stimmen gehört, was Void Cups angeht, manche Team sollen dafür wohl Full-Swap-Man-Scrims, andere ignorieren die Void Cups komplett und sagen, das ist useless, einige andere sagen, ey, mein Top-Liner, wenn er Atox Rumble spielt oder sowas, kann man vielleicht einen nebenbei solo'n, aber bisher, der Void Cups Impact ist, der ist ein Talking Point, ich will darüber reden, was irgendwie auch was Neues Cooles ist, aber man sieht jetzt halt nicht sowas wie, ey, du hast halt nach 4 Void Cups, oder 4 Drakes, ist halt Seele, der bist halt Bro, da ist halt ein bisschen True-Territure-Damage, was nice ist, aber vielleicht nicht komplett, komplett cracked. So, jetzt der Drake, Nummero 2, Giant X, die ist natürlich nicht gerade in Position, für den Drake selbst, um ihn zu starten, Odoramne geht Base, er hat jetzt Pause-Bike-Item fertig, kein Odoramne-Rantipi, Top-Lentum ist jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig, weil die Platten ausgelaufen sind, aber Odoramne-State, okay, Odoramne hat safe ein Item mit Base, aktuell ist halt Kasi mit Blade sehr stark in seinen Duelanten-Möglichkeiten, natürlich auch Draven mit Half-Bound-X und Collector, stark bestückt, auf dem Weg Richtung Triforce. Wir haben gesehen, in den Patch-Notes von Riot Froxon, dass er gesagt hat, einige der die Carries, die den 3-Fold Strike von Triforce gebraucht haben, sind zu genervt, er wollte da Richtung Corki und Ezreal Buffs austeilen, meinte aber sowas wie Vayne, braucht die Buffs nicht, sehr gute andere Items, vielleicht gilt das auch für Draven, Patrick sagt, nein, ich kaufe weiterhin Triforce, ich mache weiterhin den Onnit-Part, ich möchte auch ein bisschen Off-Tank sein, es ist ja nicht wirklich Tanki, aber ein bisschen Leben zu kaufen, ist nice auf einigen dieser Frontline-Eddie-Carries, Draven kann man da definitiv dazuzählen, jetzt Thunder Sky bei Artox fertig, für die, die von euch dieses Item nicht kennen, es ist 3.200 Gold teuer, Kauf braucht sich aus Caulfields und aus dem neuen Tannela-Item, Tannela heißt das, mit euch ein bisschen Leben und ein bisschen AD, und das Item selbst Thunder Sky, auf jedem Auto-Attack, auf deinen Gegner, macht ihr einen Crit und von dem Crit heilt ihr euch, wenn ihr Wegeleben habt, heilt ihr euch mehr, das hat 6 Sekunden Codon pro Ziel, also ihr könnt also 5 Auto-Attacks aus, dann haben verschiedene Ziele, wie Sparathos funktioniert das meistens, du hast einen Fight, du machst einen Auto-Attack, dann Lifestits du und hast noch einen Auto-Attack und dann nochmal absurd für Lifestits, weil du halt Low HP bist und gerade halt mit Aatrox Passes und dann geht das echt sehr gut, weil du erhöhte Reichweite bekommst und der Magic, der damit mit einkalkuliert wird, mit den Schaden, den du gemacht hast, also der Heilungs-Prock ist wirklich sehr stark, Aatrox Crew wurde erst gerade vor kurzem, sorry, Aatrox Passive, wurde erst vor kurzem auf Magic-Damage geändert, das ist natürlich recht nice, gegen viele Champions, die Rüstung gegen ihn kaufen müssen, weil der Rest halt physischen Schaden macht, erlaubt Aatrox ganz gute Match-Ups in sowas wie Siren und Co., wo er einfach entgegen Lifestigen kann, gegen die Armor-Items und, ähm, ja, sein Match-Up gegen Siren war eh schon crack davor, also es macht es noch besser. Ja, Game ist aber wieder recht ruhig geworden, also Early-Game-Eskalation, Igna hockt hier, aber Vethio sollte nicht wirklich Angst haben, Shifting, Sands & Ready, beschwört der Einsatz der Daten und dash zu diesem. In Champions-Crew habe ich eigentlich nur Jackies auf der Niko gesehen, wirklich jede einzelne Runde, es war sogar schon ein Meme in den Voice-Comps, dass er jede Runde Niko spielen will, wenn Niko auch spielt, und, äh, ja, auch hier selbst in allerersten in der C-Game hier heute, im Winter-Split, ist es Niko geworden, jetzt kommt der unten, der Busfahrer, das ist nicht Algurin, und da sind die Mistmaden beschworen, ganz viele davon, man kann Harald einsteigen, geht da Twitch-Share, dann kann man über die Karte driften, man schlagt wieder ein, fährt er mit Lane, no, Maxim ist der beste Busfahrer, weil, ey, jetzt, okay, er driftet, Peach, Peach, er hat einen Führerschein mit Kia gemacht, natürlich, kommt er mit rein, gedriftet niemals, nein, und Harald ist tot, ja, super, ne, aber er hat jetzt effizient gejungelt, kann man nicht lügen, ne, Bot-Turm genommen, dann ab zu Wurf gefahren, so, und dann Peng, jetzt Harald hat tot, tschüss, aber das Bot-Turm bekommt, ist nicht so bad, es ist natürlich irgendwie ein seltsames Minigame, ich glaube, Route Games hat sehr gut gefallen, wie sehr diese Mechanik irgendwie in Nexus Blitz funktioniert hat, wo man diesen Schneestippen hat und was das da ist, und es ist auch, es ist lustig, es gibt auch wirklich absurd coole Plays, guck mal gerne bei Maxim Sutter vorbei, heute hat nämlich auf Sensor da wirklich, der hat, ja, auf Lockdown, der ist ja gedriftet, der ist gedriftet, mit den neuen Wänden, und es gibt halt das Open, du kannst Mitte reinfahren, den Turm hinten lassen, und dann Top-Turm rein driften, wenn du über den T1-Turm spielen möchtest, das kann natürlich ganz lustig und auch effizient sein natürlich, je nachdem, wie das Game für dich läuft. So, Game hat es aber trotzdem in einem ruhigeren Spot, Bottom getradet, für letztendlich nicht so viel, und ja, Trifor ist fertig bei Draven, er würde super gerne kämpfen, er darf aktuell nicht, keine gute Engage, denkbar, Plitzing, hoch ist alles, was du hast, und das muss jetzt mal reichen. Er ist der Pendler, ja, Maxim ist Bürki, der Pendler, gib ihm kein Herald, in seinen Händen sehr gefährlich. Drift Herald broken, so kann man es definitiv ausdrücken, wenn du es gut drauf hast, das ist nice, mit Lending Gage kommt durch, aber die Mistmaden blocken, die Hook, das ist ja ziemlich OP eigentlich, hier ist es, ich muss jetzt rauskollt werden, Fadescall kommt durch, Feature weggeholtet von der Empress Divide, und auf einmal Photon gegen Odo Abner, und der hat Lifsteer, er flasht rein, aber kein Thunder Skyprog, wo war der denn Odo, der war auf cooldown gegen Kasi, also keine Anerhaltung durchgekommen, jetzt geht noch Peach ran, das sieht sehr miskoordiniert aus, von Giant X gerade, jetzt Jack ist mit dem Treuver Boss, auf zwei Mann, rettet den Fall, der aber scheint ja zu sein, und da ist Patrick da, auf einmal der Fight gecleanuppt, großes Kompliment an Jackies, und den Follow-Up von Patrick, der Fight war wirklich sehr miskoordiniert, so wie Peel's, so do Abner sind quasi alleine reingeflasht, und dann kommt Jackies mit dem Follow-Up, seine Seiten, die Carries, kann die Fight aufräumen, sehr stark gelöst, und damit Giant X jetzt erstmal, nicht wirklich mit einem Vorteil, den ich als solchen benennen möchte, 2000 Gold sind nice, gerade auch mit zwei Drakes, die diesen Vorteil untermauern können, gerade auch im Hinblick darauf, dass halt Giant X noch zwei Turrets weniger hat, als Vitality, weil sie können auch das ruhig stehende Gold, einfach einsammeln, diese Outer Turrets auf Top und Midlane, die fahren doch mal ganz schnell, wenn du Feinds gewinnen kannst, geht das durchaus flott, ja, also jetzt gucken wir mal auf, wo du haben, der dachte, er hat auf Karte, er hat einen Stack, aber er hatte keinen Stack für Thunder Sky, also hat er keinen Lifestyle bekommen, dann stimmt er einfach an Sperren, jetzt sagt du Peach, okay, das reicht mir nicht, ich gehe rein, holt es halt, und sieht einige Flash, und jetzt ist Jackies dann, also wirklich alle, One by One von Giant X, aber es geht am Ende auch, denn Patrick hatte den Damage, um die ganze Kill zu holen, kann am Ende einfach alle Hitten, die basically vor ihm stehen, ja auch One by One, damit behauptet sich Giant X, ganz nice, Triple Kill, damit also für den eh, ohnehin schon gefeated Draven, und der scheint jetzt Richtung Lot Dominik zu gehen, Yggner auf der Jagd, auch noch eine Hook, Fails Calls of Cooldown, also niemand darf Facetanken, nicht mal die Renata, Yggner wird jetzt runtergechased, aber der Slow von Renata, ist nicht ausreichend, ein Drake Nr. 3, möchte man Giant X nicht geben, achtet jetzt darauf, vor allem wie die Hooks sitzen, denn diese neue Wand, macht die Hooks gefährlich, du siehst da nichts, auf jeden Fall gut rein, Odo Amne ist nicht so, denk ich, wie er gerne wäre, kann ausdenken, aber das erstmal nein, jetzt ist er besorgt, der ausdikt seinen eigenen Teammates, und damit gewinnt man den Fight, mit Renata Auftaktkill, und jetzt Chased Vito nochmal Yggner, Yggner, aber was ist das denn hier, alle 1HP, what the hell, what, das muss man wie versehen, was da passiert, war Hillisang so P, oder wie, Hillisang, ultetag glaube ich, drei Mann oder sowas, Odo Amne ist gezwungen, seinen Teammates zu attacken, kann nicht mal live stilen, und auf einmal gewinnst du den Fight, mit einem 05, du aced komplett, Giant X raus, was zur Hölle ist passiert, ich bin dumm, und hab's nicht gesehen, was soll der Diffelswerger, guck mal richtig klappen, also wirklich in Zwickler rein, Lissang, Uldet hier, in dem Chokepoint drin, trifft vier Mann mit der Uld, und alle Hinten währenddessen, jetzt kommt Jackies, mit der vier, fünf Mann Uld sogar, holy shit, die AOE Ulds im Chokepoint, Smurfen komplett, aber Jackies ist halt nicht ausreichend, Renata besser, Loy, meine Güte, boah, was für eine AOE-Fight, Jackies auch mit insane, für Damage, also ich bin ehrlich, Leute, ich hab ja, also Jackies, 4.500 Damage, I mean, I don't know, I don't know, wo der überhaupt herkommt, hat der Storm Surge fertig, hat Proto-Belt eine Milliarde Damage gemacht, der geht jetzt Rollstab als nächstes, kein Storm Surge, trotzdem so ein sehr viel Damage, von einer crazy AOE-Uld, aber trotzdem, ein so leichter Win für Vertelte, in dem Fight, kriegen da mit Draco drauf, und das 2-Secen ist unterbunden, und das ist der Punkt-Chat, das haben wir heute jetzt schon 3, nee, zweimal gesehen, aus 3 Games, das Team, das im Early Game Rakes bekommt, und dann Team Pads verliert, und die Soul in weite Zukunft verrückt, das verliert am Ende, und gerade irgendwann sogar 4 Drakes, Cam-Take-Drakes, für Fnatic, gegen Casey, und jetzt hier mal sehen, ob man die Infernal Zone anspielen kann, denn irgendwie, ja, scheint es das Motto des heutigen Tages zu sein, Jacks ist auch sehr, sehr stark, gerade mit Triforce und Hydra, darfst du dann auch für die Auto-Attacken eben wegen, der Attack-Speed-Werte, und das Auto-Attack-Resets, das heißt, Jacks hat gleich 2 Auto-Attack-Resets, B und Titanic-Hydra-Proc, das dann mit Triforce untermauert, ist extrem mächtig, Proton wird jetzt hier weggezogen, und Uamne kriegt starken Damage durch, und Proton, ja, der Life-Seed erstmal nicht entgegen, das sieht auch nice aus, also ich muss sagen, Standard Sky, Potential, Potential definitiv, selbst von behind, Yigna hat die Azir-Hood geblockt, oh, really, wie hat die denn geblockt? Ah, Azir gehockt, Entschuldigung, nicht geblockt, da muss er aber die Wecklein gut gefunden haben, gutes Auge von dem Bro, können wir uns vielleicht nochmal ein Replay gleich angucken, nach dem Game oder sowas, ich hab das nicht gesehen, bin ich ehrlich, das waren 50 Milliarden A-Speed, da muss man nochmal analysieren, was genau das Movement da war, Yigna ist auch so tanky mit dem neuen Support-Item, da kurz kein, also nicht viel Damage zu nehmen, ist immer nice, damit du auch mal face-checken kannst, warden kannst, und nicht direkt gewandert wirst, jetzt sollte das Game auch wirklich, also für Nash und Co. zu spielen, ist halt so großes Risiko, aber ist es im Interesse von Vitality zu chillen und zu warten, für irgendeinen Nash-Spawn-Fahrer, oh, starker Stil, das finde ich, was Chat, da müsst ihr mir eure Meinung mal geben, findet ihr das gut? So, das ist der einzige Change, den ich nicht mag bisher, auf der neuen Karte, das gerade Douglas Blue-Buff zählt, ist geil, und der kriegt quasi für alle Blue-Buff verteilt, jetzt haben alle Blue-Buff, alle Blues, ich weiß nicht, irgendwie, ich mag die neue Krabbe, ich mag die neuen, gegen die neuen Nashs Plural, ich mag die neuen Wände, die Items sind auch cool, weniger Power in Items drin, mehr in Champions, keine Mythics mehr, aber irgendwie, dass alle Blue-Buff kriegen und alle Red-Buff, ist weird für dich gar nicht, ist super OP, in meinem Kopf ist halt so, ich spiele Jax gegen Fiora Top-Line oder gegen Arthrox, ich gewinn das ganze Game, oder ich gewinn gut, und er kriegt auf einmal randomly Red-Buff und auf einmal Auto-Stand er mich und ich kann nicht mehr Split-Pushen, und ist ja irgendwie auch cool, ne, ist ja vielleicht auch okay, dass du halt, dein Team kann halt dir helfen, auch wenn sie dir nicht helfen, so viel Gold wert, natürlich abhängig davon, wie gut ein Champion, mit halt Lebensregeneration, True Damage, Slows und auch Mana und bla bla bla, aber es kann so strong sein und echt einen Unterschied machen, gerade so bei mir in meinem Kopf, wenn ich ja Drumble picke und ich habe gerade keine Ability-Haste-Items, weil es keine mehr nicht so gibt wie früher, Blue-Buff reicht im Late-Game, den kriege ich ja eh, Blue-Buff habe ich ja so oder so, oder auch auf Akali, Cannon, Zett, die Energy-Champions, die ja auch durchaus darum gebalanced sind, dass sie eben wenig meine haben, natürlich kriegen die oftmals trotzdem Blue-Buff, aber jetzt kriegen sie den halt wirklich immer, schon sehr stark, weiß nicht, ob mir die Änderung so gefällt, ist halt ein Objekt mehr, um das du kämpfen kannst, was auch interessant ist natürlich, ich schreie nicht direkt nein, aber ich bin kritisch gesinnt, während ich halt wirklich sagen muss, was hat jetzt Items, das sind Entscheidungen in der League of Legends, es gibt immer noch Stat-Sticks, aber nicht mehr so krass wie vorher, früher hat ein Item alles gegeben, so, der meint Zando, du hast alles, von Ability-Haste zur Heilung, über Damage, bla bla bla, einfach alles, jetzt halt, wenn ich auf Rumble Damage haben will, dann muss ich auf Ability-Haste verzichten, hab ich halt weniger Spells, ist natürlich doof in manchen Situationen, aber es ist eine Entscheidung, die ich treffen kann, gefällt mir sehr viel besser, als einfach alles in irgendeinem Item zu haben, wo quasi alles Ability-Haste gibt, oder alles gibt AD und AP und was auch immer, eine sehr coole Änderung, die überfällig war von Riot, das Game wieder zurück zur Vergangenheit zu bringen, wo halt Items weniger wichtig sind, als die Champions, ob wir da noch hinkommen, ist natürlich noch nicht alles balanced, es sind die ersten drei Tage der neuen Season, einige Nerfs müssen noch durchkommen, definitiv, gerade bei AP-Items, aber ja, AP-Champions waren für so lange Zeit so bad, und hatten so wenige Items, die haben Liebe verdient. Ob Liebe hier auch an Vitality gehen sollte, werden wir im Plus herausfinden, denn der ist in 40 Sekunden, der Drake quasi macht hier recht wenig Schaden aktuell, jetzt wird ein Gage von Odo, der muss direkt flashen, aufgepasst, denn jetzt kann man auch dazu kommen, mit dem gesamten Vitality-Kader, wie auch bei Giant-X, beide wollen für den Drachen kämpfen, und kein Zerbein-Teams hat sich wirklich in Position gesehen, einen frühen Nash zu erzwingen, heißt Drake ist das Objective der Begierde, für beide Seiten, Soul-Stacking immer eine gute Win-Condition in League of Legends, eben weil Drachen halt verhältnismäßig wenig Schaden macht, und dementsprechend ohne Risiko zu nehmen ist, im Gegensatz zu seinem lilanenem Counterpart, auf der anderen Seite der Karte, Proton hier abflenken, und der ist gefährlich, also der Jax mit 650 Gold-Bounty, der geht hier rein, blockt alles an Damage mit seinem Counter-Strike, aber ist zu tief gegangen mit dem Jump, muss flashen, hier völlig schön sitzen, der wird zurückgezogen, oh nein, Proton, er trollt und in sitzt und stirbt, kriegt der Reset, oh my god, er kriegt Reset, er lebt, Jack ist mit der OE, kriegt eine gute Wetter-Kombo durch, und damit der Gläs ebenfalls sehr, sehr schnell, sehr low, man kann nachsetzen, die Sand-Sortaten machen aber komplett aktuell, der stirbt da an der Stelle, und jetzt kann man nachsetzen, Video flashen, trifft niemanden, die Empress-Divide ist sehr, sehr bad, und jetzt kommt die Sand-Sortaten, niemanden töten, auf einmal Kasi alleine gegen Patrick, der hat keine Ahnung mehr, aber muss wegrennen, und das war ein Fight, den Proton eigentlich hätte carryen können, aber ist aber zu tief gejumpt, und jetzt muss Kasi alleine ran dauert, das kann ich schaffen, er wieder überlegt, er schafft es, junge Renata mit zwei Überlegungen, eine Fight, trotzdem Ende ein Win, für die Jungs von Giant-X, ein Fight, der sich lange angewandt hat, und sehr chaotisch endet, ich muss sagen Leute, für euch, das ist das Game bisher, mit einer anderen Qualität, als einigen der anderen Games, wenn es darum geht, wie schnell was gemacht wird und so, aber beide Teams schenken sich trotzdem, nichts ist, auf jeden Fall eine Banger-Begegnung ohnehin, dennoch, aber ja, Proton mit diesem kleinen Leap-Strike zu weit nach vorne, die Infernal-Chance-Odo Amnes, ziehen ihn nach hinten, das tötet ihn direkt, Renata kann ihn wiederbeleben, und das sogar doppelt, einmal der zweite, der spielbar, und dann der dritte quasi, dann eine geile Hult von Douglas, der Abbau von Jacky, und dann kann am Ende, schlichtweg Patrick Kreml-Outrex austeilen, und dann ist es, der Odo Amnes schuld, der Zeitzeit für die Hult, geht nach vorne, trifft zwei, drei Dark and Blade Sweet Spots, macht er echt gut auf den Dämonenkönig, ein Champion, der auf Top-Land, der mittlerweile, wirklich, wirklich ein Klassiker für jeden Spieler ist, über Artok, so ein Nischen-Champion, den nicht jeder gespielt hat, so Whipo zum Beispiel, in der DC hat sehr viel Artok gespielt, mittlerweile, der Champion ist ein Must-Have, für jeden Top-Liner, in seinem Repertoire, der Champion ist seit Jahren OP, von Kingen, vor zwei Jahren, zur Weltmeisterschaft getragen, dann von Zeus, das hier, Odo Amnes mit wirklich viel Schaden, im Fight, aber auch Patrick, und auch trotzdem Photon, der hat zwar viel Schaden genommen, aber auch guten ausgeteilt, Top-Line generell, wirklich OP in Compellative, ich glaube die Rolle, ist halt, die ist halt so, inaktiv im Early-Game, aber Compellative ist ja oftmals, so ruhig im Early-Game, und das ist einfach dann geil, wenn du skatest, kriegst du Items bis Bro, wir haben den Cassante gerade gesehen, von Oskar, der war strong, O'Dramne und auch Photon, hier beide an einem richtig guten Punkt, also die Jungs, machen Damage, so, jetzt geht O'Dramne in Richtung Steric Skate, Photon jagt ihn, Photon gewinnt das auf jeden Fall, One-Wir-One, er hat auch vor allem Nabe-Waff gerade ready, aber er weiß nicht um die Position, des Dravens, dementsprechend will er sich lieber abwarten, O'Dramne findet auf jeden Fall eins gegen eins, und das ist problematisch, kann er ihn langfristig halten, ich denke mal einfach ja, also eigentlich Realistik gesehen, können wir jetzt kurz das Chatting machen, und Giant X wartet bis der nächste Drake spawnt, denke ich, also ich glaube nicht, dass sie für was anderes als Seele spielen werden, sie haben Powerspikes wie Deathcap in der Pipeline, Infinity Edge bald bei Draven, auch natürlich ebenfalls Sterics Gage, guter Powerspike für den Aatrox, die ist sehr angenehm, wenn du in der Frontend spielen musst, musst du auch attacken, da war gerade der Puber von alle verteilt, und ja, währenddessen muss, ja, Verteilte eigentlich eher aufpassen, nichts zu verlieren, das neue Item, das ihr seht bei Kalista, ist Terminous, das macht so quasi magischen Damage, wie auch physischen, aber vor allem gibt es euch halt auch Tankiness, Hurt's End gibt jetzt euch keine AD mehr, sondern stattdessen Tenacity, was es ein bisschen unattraktiver macht, Terminous kann diesen Platz einnehmen, auf Champions gerade wie auch Kalista, auf Kogma, auf Yon kann es auch okay sein, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, weiß nicht wie gut es ist, aber ja, Varus ebenfalls, diese On-Hit Champions quasi, die diesen Hybrid-Part mögen, und auch ein bisschen Tankiness eigentlich ganz gerne haben, cooles Item vom Designer, denke ich, weiß nicht wie stark sagt er das, da werden wir noch ein paar Numbers warten müssen, ein paar mehr Solo-Küttage, Ash meinst du? Maximen, ja, ja, doch, ja, können ich auf Ash realisieren, ist nicht ganz so gut glaube ich auf den anderen, aber maybe, Tolkien muss Maximen, Maximen ist nach Hause gefahren, nach zwei Games, war auch der Plan, wir machen morgen die ersten beiden Games auch allein, und dann ab Game 3 mit Zola, ab dem Banger Game, G2 gegen, was war's morgen, G2 gegen, Club Fatality morgen, bin ich gar nicht genau sicher, wer morgen Game 3 war, aber genau, das heißt, ich will ja auch nicht die ganzen Tage von dem Bros belagern, weißt du, kommen wir extra dann vorbei nach Atashof, ist ja nicht so entspannt irgendwie, in deren Wohnung, sondern müssen halt dafür echt eine halbe Weltreise antreten, Ah, Hook kommt durch, ging der Glas, aber der sollte tanken genug sein, sollte überleben dürfen, der Antwort ist, ja, aber nur für den Moment, Patrick macht Schaden mit auf Dominik, wo kommt die Holt, da ist sie, der World in Death, bringt ihn auf den Tod, keine Widerung möglich, aber Draven kürtet der Igna, oh mein Gott, Igna Half-HP von den Draven-Exten, und das ist der große Vorteil, Moton gewinnt Side-Land, das ist so frech, denn Jax kannst du nicht aufhalten, jetzt Igna 1HP muss direkt rausflaschen, oh oh, absolut light gerade auf der Kluft der Athleten, aus Sicht von Giant-X, denn sie wollen Nash forcen, weil sie reingepusht werden, sie kriegen den Catch auf den Jungler, aber dürfen sie Nash machen, Photon hat Teleport, geht also aus der Botline raus, um tippinen zu dürfen, er muss auch tippinen, gleiches Bild für Vetyo, der geht Base, und wofür tut er das, wahrscheinlich für Zika's Armgarde, das ist ja die neue Stopwatch quasi, tippik kommt rein, es ist Photon, der gecancelt, was, was, was passiert, wait, der Nash war weg, Photon wurde gecancelt von Odo Amne, Odo Amne hat ihn gecancelt, der Fight muss abgegeben werden, what the hell, Odo Amne kommt raus, im Busch tippit, er war auch davor safe, er wird gecancelt, kein Nash flank mehr, auf einmal Free Nash für Giant Diggs, und das aus dem Nichts heraus, Odo kriegt den Catch durch, aber das verstehe ich nicht, warum ist Photon dann weggegangen, er war quasi in den Busch, kurz vor Gott, und dann ist er in den Busch gelaufen, in der Lane, bei Botlane, wird gecancelt, tippiflankt weg, überall hat er dazu bei Nash, die nicht gepantischte, wodurch hat einen starken, starken Toplaner, der den Großteil eines Goldes in sich trägt, Photon damit im großen Fehler, Odo Amne sehr stark, das canceln zu können, ohne dann sogar zu überleben, weil manchmal, wenn du cantillst, stirbst du dafür, Odo Amne sagt nein, der hat zwar Sturk's Gage verloren, in diesem Fight, aber sein Leben bewahrt, ebenso wie seine Summoner Spells, das kann man nicht von Photon behaupten, ja, und jetzt bist du also auf Seiten von Giant X, richtig happy, denn du hast nicht nur Nash, damit kannst du vielleicht endlich den nächsten Tom holen, das gerade erst den zweiten holt, kannst du vielleicht auch endlich den vierten Drake anspielen, dieser Drake wäre die Seele für dich, Inferno Soul, ein huge Power Spike auf deinen Burst Champions, mehr AD und AP, aber auch halt die AOE, Proc Zone rund um an deinen ersten Schadensfeld, den du anrichtest, ist sehr, sehr stark von dem Burst, gerade Champions, wie auch Jackies Pop Lossom können das richtig gut verwerten, das heißt jetzt hier, haben wir einen Stand-Off für das Objective, Photon sollte in den Flank eingehen, am besten mit Flash, irgendwie die Backline betäuben, hat sich natürlich mittlerweile sehr tanky auch einfach deswegen, weil er so viel Lifestyle haben kann, jetzt geht ihn da rein, sucht dann hoch, trifft jemand Jackies, wird hoch, dabei trifft nur zwei Personen und da kommt der Fight, Renata holt es stark, aber der Auftakt-Gill direkt für die Nasir, Renata ist da auch wirklich huge gewesen, sie kann hitten, hitten und hitten, Giant X, finde keinen Zugang, oh du haben, der muss aufpassen, der hat Flash, der muss unbedingt was, der vielleicht tut er auch, kommt damit raus und meine Güte, sie engagen frontal, laufen einfach rauf und das ist Renatas Traum, es ist egal, du machst einfach old auf dem Boden, keiner kann hitten, außer sich selbst halt, und ich glaube das ist fast Game, du hast Nash auf Seiten von Giant X, engaged, Stradio in den Midlane, statt die Gegner zu dir laufen zu lassen, du kannst sie hinten dich reinlaufen lassen, du musst nach dir kommen, weil du das Areal kontrollierst, den Drachen, und der Drache gibt dir Seele, stattdessen läufst du auf Vitality rauf, sie lieben das, Disengage mit Azir, Disengage mit Renata, und dann ist der Fight Easy Win, 5 gegen 2, kann man in der nächsten Zeit, vielleicht Giant X versucht es auf jeden Fall, mit allen Mitteln, die sie haben, Odo Amde ist ziemlich close, Dregs Gage ist auf cool, da und sie schaffen es gerade so, im Nexus Turn Nummer 2 zu verteidigen, jetzt heißt es Richtung Drake laufen, und das macht hier Giant X gerade, not bad, wenn sie den Chasedown bekommen, TP flank, barrt sich nämlich an, Vitality könnte in den großen Weitwof anspielen, denn da kommt Jackies und Odo Amde, Poplossum auf drei Mann, und damit Easy Catch up, meine Güte, das ist ein bisschen, also das Game macht die Fiesta Musik an, sagen wir es ist, all that game ist ein bisschen, es ist ein bisschen Fiesta Ingle, aber ist ja auch geil, ist ja auch geil, der Counter Throw Baby, Europa, die Region, die gegen die ECS bei Worlds verloren hat, oh yeah, ja, okay, wenn sie jetzt nicht für Seele gehen, welch irgendwie auch lustig, ein Rumpf von dir jetzt enden, also sie haben noch Nash für 10 Sekunden, das könnten, amin, Leute, chat, enden die jetzt, machen die, machen die Schluss, machen die Schluss, die machen Schluss, die machen, okay, ja, 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 warum nicht, kann man auch mal nächstes mitnehmen, hast du nicht genommen, Giant XG für die nächstes rauf, man chased, gegen die überfordern, ist dann zwei Mann, in der nächsten Thomas gefokust, in fünf Sekunden hin, ist das, ja, ja, GG, auch mal GG in Chat schreibt, gutes Game, ja, das war High Quality heute, muss aber sein, die anderen Games waren echt, drängend an High Quality, aber das war also, das Ende war der Fiesta, das muss man auch mal betonen dürfen, als objektiver Streamer hier, ich bin ja nicht biased, also nur ein bisschen manchmal, aber ja, GG, das war auch ein Game, Banger, Banger, Banger heute, die Zeit in dem Spiel, es war immer Augenhöhe, was ja geil ist, das war ja von beiden Seiten, auch ein Countertop, weil ihr seid, ihr Nexus Turrets hier da, links, rechts, getrailt, am Ende ist es der Double Flank, die eben beiden halt nicht, den Flank respektiert hast, weil du dich für den Drake gehen wolltest, du wolltest selbst enden, das war zu viel des Guten, natürlich trotzdem wild, dass Vertel diesen Fall überhaupt bekommen hat, nachdem ja Giant X Nash hatte, und dann enden sie mit dem Nash, nachdem sie alle tot waren, bis eben auf Odoamne, und der Patrick, die da den Nexus verleiligt haben, sehr, 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 sehr strong, und damit endgap 4, GG an Giant X, die mit dem Auftakt des Win, in der Wintersaison bestückt werden, Vertel die da mit 0,1, und müssen sich morgen, nochmal von der anderen Seite zeigen, GG ist in den Chats, oder fährt er nur da ab, und Patrick und gerne dann, ja, die Jungs von Giant X, die vor allem fürs Olli-Game gelobt werden sollten, da haben sie Vertel die gelesen, wieder hoffenes Buch, Kompliment an Vertel, die jetzt zurückgekommen sind, nachdem den 0,4 Worte in der Auftakt, am Ende halt nicht genug, right, am Ende einfach, wow, ihr bitte doomed, Solo-Key-Weibs in der LEC, vielleicht ein bisschen, Bro, da würde ich dir fast sogar beiflächen, ein bisschen war ein Fistfight am Ende, sagen wir mal, wie es ist, so Chat, letztes Game des heutigen Tages, uns erwartet ein spanischer Fistfight, ja, mit Lions gegen Heretics, ich habe hier Ibai direkt in dem Buff neben mir sitzen, und der Typ kann schreien, wie sonst wer, dessen Stimmbänder Escaladen oft, also wirklich, ich hoffe, da können wir gleich gemeinsam richtig reindeuten, uns enjoyen, denn ich habe eigentlich fast los, wirklich ein Mikrofon rüber zu bringen, und ich will I bei I hören, weil er streamt ja für Koi, also für Mad Lions Koi, ist jetzt ja nicht mehr Rogue, und das gegen Heretics, wird schon knacken, wird schon krachen, kein Postgameinterview, ah doch, da kommt wer, wer ist das? Ne, das sind immer nur Spieler, die jetzt auf die Mühle laufen, darf ich es überhaupt zeigen, ist die Frage, das weiß ich gar nicht, aber ihr seht es ja so oder so hinter mir, also in meiner Kamera, nicht nur in meinem Bildschirm, Let's go G3, ja G3 ist halt ein sehr sympathisches Team, wer will nicht Yankos, Wanda und Perk sehen, ich fand immer Wanda, war einer der geilsten Toplane aller Zeiten Europas, und ich werde diese Meinung auch nicht ändern, I think, weil in 2019, als die 2 so stark war, haben so viele Anlisten gesagt, Wanda ist der beste Spieler aus dem Westen, und als die 2 da so einen geilen Run hatte, vor allem Papa Swiffy hat da sehr viel drüber geredet, und Wanda mit so crazy Picks, Pike Toplane, hat mich verzaubert damals, mit Pike Toplane zu spielen, in so komplett Mad Scientist Style, und dann noch Jenna Toplane, war einfach was ganz besonderes, und es war so gegensätzlich, dass es auch zeitlich sehr cool war, okay es muss irgendwann das Hose gerade eingelaufen sein, denn ich höre die Fans Escaladen, Ashkeladen, die KCOP Fans, ey da hat er ein Wortspiel und Fire Rocks für nachfeuers, Habs Leute, liebe das was was in Ladies, Dankeschön, Yankos und Wunder richtig nice, Perk ist mir unsympathisch, verstehe ich zu einem Degree, aber ich finde Perk ist auch sehr sympathisch auf der anderen Seite, ich glaube du meinst so ein bisschen, der manchmal rüberkommen kann in Streams oder so, aber diese Anführer Eigenschaft, die er hatte in G2, finde ich so geil, dass er halt wirklich sich selbst an den Bus geworfen hat, gesagt, ich spiele eine Rolle, die mir keinen Spaß macht, auf der ich nicht so gut bin, aber ich lerne nicht performen auf AD Carry, damit Caps Mitte gehen kann, obwohl damals Perk und Caps ja gleich gut waren, wenn nicht sogar Perk vielleicht ein bisschen besser zu dem Zeitpunkt, war schon sehr strong von Perk, also wirklich, und auch so das Ingame Leading, das Shotcalling und so, das ist schon, also ich finde, als Pro Player finde ich das cool, wenn jemand halt sagt, ich tue alles für den Win, ich mache meine Teammates so gut, wie ich sie in Position geben kann, tue ich es, und ich werfe mich selbst unter den Bus, starke Eigenschaften für einen Anführer zu haben einfach, für einen Ingame Lead, wie man in Valorant Terms sagen würde, wie lange die ein Wortspieler und Laughing Mario, viel nach für die Subs. Ah, ich erinnere auch Nick Fade, liebe Bro, Dankeschön. So, die Spieler machen jetzt kurz ihre Tastaturen auf die Bühne und so, Maus und Co, das alles passt technisch, und dann werden sie wieder runtergehen, und dann nochmal episch einlaufen, und das ist dann der Moment, wo wir reingrätschen und abgreifen und filmen und Dinge tun. Ey man, liebe Bro, der Cast ist so geil, danke Bro, vielen Dank, Junge, was denn jetzt los? Ah, es sind jetzt die Koi-Fans, Mad Lions Koi, könnt ihr das sehen? Ich mach mal die Szene an, dann seht ihr es vielleicht, warte. Ah, hier seht ihr das nicht, in der Szene maybe? Nein, hier seht ihr es aber nicht. Zack, für euch, ich kann euch eine Instagram Story machen, wenn ihr sehen wollt, aber sonst geht es nicht. Ey, nochmal in Panther, Alamedin, liebe Bro, wie siehst du neue Inferno Map? Die Cinderflames sind ein cooles Minigame, ich halte sie für kaum relevant. Das ist so wenig Ability Haste, dass es mich nicht richtig juckt, ehrlich gesagt, also, der Movement Speed ist ziemlich angenehm. Manchmal kannst du über die Karte sprinten und auch noch was machen, wenn du Movement Speed bekommst. Ob der Ability Haste ist fast irrelevant. Also du hast wirklich so 40 Stacks oder sowas von den Cinderflames. Wenn das realistisch ist, dann vielleicht cool, ansonsten eher unwahrscheinlich. ist der Sound jetzt laut vom Replay, das ist fein so, das ist so ein paar Highlights. Ich würde auch einmal den Fight sehen wollen, kurz vorm Gromp, weil den habe ich einfach nicht gesehen. Da meinte ja ein Brom-Chat vorhin, er hätte mit dem Adlerauge gesehen, wie er die Blitz hinguckt, den Asir erwischt hat, mitten im Kampf, das wäre natürlich absolut cracked. Würde ich auch noch mal gerne sehen. Das habe ich hingegen nicht geschafft. Generell, ich bin ja eher Colourcaster als Play-by-Playcaster. Natürlich mache ich jetzt beides, ich mache auch sonst in Kostüm, oftmals beides, das ganze Jahr schon, letztes Jahr. Aber ich möchte noch besser als Play-by-Playcaster werden. Als Play-by-Playcaster, du musst halt wirklich ein Auge haben für den wichtigen Spell und die wichtige Person. Und das ist halt eigentlich nicht so schwer, weil es oftmals sowas gibt wie Nico-Ult oder Oriana und sowas. Aber dann, wenn du noch zeitgleich danach Analyse machen musst, dann verpasst du halt einfach viel, weil du achtest halt nicht auf alles. Du guckst halt auf dann so zwei, drei, vier Leute mit irgendwelchen Ressourcen, wie halt Protobelt, Flash, irgendwelchen Stopwatches, Ults. Und dann noch die kleinen Details zu sehen, wie halt so ein Blitzkrank guckt, der vielleicht sich durch fünf Leute... Oh, hier ist es, hier ist es. Guck mal auf Blitzkrank, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ah, der Asir über die Wand gejoinkt, Veto klingt immer eine geile Ult durch. Aber er wird währenddessen dann Renata, von Renata Baisley, die beschützt, right? Heißt, das war gar nicht mal so geil, Asir gehuckt zu haben. Du huckst Asir rein, währenddessen bist du ein ganzes Team Renata holtet und Asir schiebt dich in die Renata-Holt nochmal rein. Also der Hook, hast du absolut recht, aber es war eigentlich einfach Terriby. Einfach Terriby für den Fight. Kommt noch ein Game. Ja, das letzte Game des Tages. Heretics gegen Koi. Ich glaube, großer Fan-Favorit wird der Heretics sein, einfach wegen halt den XG2-Spielern. Aber ich bin auch, ich bin auch für Heretics, denn ich habe da auch wieder, Kaiser ist halt auch ein alter Teammate, für den sind wir immer, wir sind immer für alte Teammates. Hoffentlich kann Heretics heute mit einem guten Auftrag starten, denn es ist Matcher, der Slider ist auch ein ziemlicher Banger eigentlich. Wanda, Jankos, Perks, Flaket und Kaiser, schon Potenzial. Generell wird es halt so geil, dass er irgendwie so gefühlt in die Saison der Nostalgie, wir haben viele alte Items, viele alte Spieler, jetzt diese alten Spieler vereint zu sehen, meine Over-Prediction, ist, dass die Worlds gewinnen, sag ich, Heretics, die gewinnen Worlds. Es ist einfach, du musst halt sehen, dass die Items, die Leute sind alt, die kennen, die haben die Erfahrung, die wissen, wie Tiamat funktioniert, wie Stormtro funktioniert, das kann easy klappen, dass dieses Line-Up zusammenfindet, wie früher und dann mit jemandem wie Kaiser auch nochmal einen Support hat, der ja Micky absolut ebenbürtig sein kann, mechanisch. Ich glaube, von der Mad Scientist Art ist Micky deutlich besser als Kaiser, aber Kaiser ist mechanisch sehr gut und da habe ich große Hoffnung auf die Jungs. Denn Reddicks ist ein Team, das einfach mitnehmen sollte. Jankos, habt ihr Jankos gesehen, wie gut er war? Mit schlechteren Teammates teilweise? Das war ein 10. In Champions School wurde gesagt, mit Jankos spielen, ist wie mit Mapek spielen, über den Jungler komplett lesen kann. So, wenn Perkz auf sein altes Level zurückkehrt, Perkz hat so ein Fragezeichen, weil er nicht so gut ist wie früher. Perkz hat früher richtig cracked auf mit Lane, aber seit seiner NA-Zeit ist er nicht mehr so krass zurückgekommen, obwohl NA war auch geil, der hat ja auch so die Meisterschaft geholt in NA. Und ja, Wanda ist eine WoW-Expansion draus. Wenn die Antwort nein ist, dann easy. Ist auch das Krasse an Wanda irgendwie. Selbst wenn er kaum League spielt, ist er besser als so viele andere Top-Lainer. Mit WoW ist er gedebuffed, natürlich, aber ohne WoW, selbst mit WoW ist er halt besser als viele. Ist halt krass. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass du ohne Solo-Q so crazy bist. Dann spielt er auch viel, wenn er dann Solo-Q spamt, dann ist er auch crazy. Das ist wirklich beeindruckend. Gerade letztes Mal fand ich es so aufregend, als das LEC-Finale war in Frankreich, wo ja Oskar sich die Hand verletzt hatte und dann Wanda eingesprungen ist, wo er nicht damit gerechnet hat, einzuspringen. Er hätte ich mal League gespielt gehabt und er hat so gut gespielt. Also wirklich beeindruckend. Das ist heute halt von krasser Spielerqualität. Oh, warte, Ibai. Wird er gerade interviewt? Er wird ja nicht für mich interviewt. Wird er hier interviewt? Er wird nicht für uns interviewt, Chad. Ich hätte gerne ihn gesehen. Jetzt sehe ich hier direkt neben mir. Scheiße, aber wir kriegen ihn nicht auf unseren Feed drauf. Nein, gut. Aber er ist ja auch spanisch, also Hut auf Eis. Also es ist am Ende auch egal, er ist. Kommt noch ein Game, oder warst du für heute? Es kommt noch ein Game. Noch Mad Lions gegen Reddix. Richtiges Bang-A-Game des Tages auch. Ich glaube, Kate Copp-Fanelic war am coolsten, so vor einem Skill her. Es war auch das knappste Game. Über 40 Minuten komplett nah beieinander und das letzte Game des Tages ist halt Spanien gegen Spanien, das halt auch nochmal eine gewisse Realität mit sich schwingt, aber das Game sollte von der Qualität ja auch geil sein. Aber Mad Lions ist aus meiner Sicht das schwächste Team der LEC, wenn ihr mich fragt. Haben halt ein komplett spanisches Line-Up gedraftet mit einem polnischen Mitländer, der Spanisch sprechen kann, mit Frescovi. Viele Hokies in dem Team drin und ist so ein bisschen halt ein Team, wo, ja, es ist halt ihnen wichtig gewesen als Madrid, Lions, Koi, dass sie halt vor allem, also, ja, spanische Leute auch als Zielgruppe haben natürlich. Und das Line-Up ist nicht bad, aber Heretics sollte großer Favorit sein, in my opinion. Wenn sie ihrem Status entgegenkommen entsprechen jeweils. Wir haben eine krass Kur. Vielen Dank von den Zappmann. Willkommen. Danke dir. Danke auch, du Bertus, mein Dude. Wie soll dein Stuhl keine Arme, den Polster? Das haben ihn, weil die hier sind. Nice, oder? Wo ist das andere? Ja, keine Ahnung, wo das andere ist, aber hier ist das eine. Ich weiß nicht, die hat Maxima mit den rumgespielt, glaube ich, und hat die weggenommen. Ah, da ist das andere, die liegt auf dem Boden. Oh, da ist es. Hier. Da. Jetzt habe ich wieder Armlehnen. Nice. We take those. Easy. Joink. Budgetcast. Keck W. Ja, Giga-Budget. Nicht mal Armlehnen kann er sich leisten. Logo. Erstmal im Studio randaliert. Ey, wenn jemand randalieren würde, dann Maxim. Fühlt sich hier direkt wie zu Hause. Erstmal auseinandergenommen am ersten Tag, so muss das. Musst du im Studio sein? Ich muss nicht. Ich kann auch von zu Hause machen. Ich werde auch von zu Hause mal testen, wie es euch gefällt. Ich finde es aber sehr geil. Und ich habe halt das Glück, in Berlin zu wohnen, das Pech in Berlin zu wohnen, je nachdem, was man wissen. In Berlin ist ja auch Schattenseiten. Aber ich sei halt E-Sports-Mekka Europas. Und ich finde, die Rehn hat halt richtig viel Mehrwert. Also hier live vor Ort zu sein, die Stimmung mitzunehmen ist geil. Und auch Gäste vor Ort zu haben. Wir werden die ersten Tage erstmal ruhig angehen lassen. Aber eigentlich ist mein Plan, dass wir eigentlich an jedem Spieltag, wenn ich hier bin, regelmäßig halt mit jemandem Casten, also heute mit Maxim, morgen Sola und Montag mit Kaiser. Und noch regelmäßig einfach ProPlayer reinholen, die interviewen können. Weil am Ende ist halt richtig geil, wenn du Leute hast, die wirklich dieses Leben halt noch leben. Das ProPlayer leben, wo ich nicht mehr drin bin und denen uns alle Infos geben können, die sie geben wollen. Und auch über Scrims reden können, über Item-Bits, die vielleicht OP sind, was der nächste Trend von morgen sein könnte, damit wir den aus uns können in unserer Solo-Cue-Chat. Deswegen ist es in der Rede schon sehr geil. Obsess noch mal kommen. Obsess ist geplant. Obsess ist geplant. Obsess ist auch easy geplant. Obsess ist auch leicht geplant, weil das Problem ist halt bei Spielern, ich muss den Spieler fragen, dann das Team und dann Riot. Bei Obsess muss ich eine Riot-Frage um zu ihnen approven. Broadblade, ich habe Broadblade schon geschrieben. Er meinte, er hat mega Bock, aber ich muss Romain fragen. Und Romain hat leider seine DMs zu. Deswegen muss ich jetzt auf LinkedIn gehen und sein E-Mail-Adresse rausfinden. Das habe ich Katlin als Auftrag gegeben. Weil ich habe versucht, ihm zu schreiben und er hat seine DMs noch Twitter zu. Aber Broadbatter-Bock. Was geil ist. Irrelevant hat auch schon gesagt, dass er Lust hat und Crapo hat es approved, also SK hat es approved. Das heißt, das ist schon approved, das heißt, das kriegen wir safe. Das muss nur noch Riot ja sagen und Riot wird ja sagen, wenn ein deutscher Spieler vom deutschen Broadcast interviewt wird, ja, werden ja sagen, vielleicht wollen sie ihn selbst haben, das ist der einzige Grund, warum sie nein sagen könnten. Kenny Toss hat ja gesagt, also der Vitaly Dude, aber den werde ich dann auf Englisch machen natürlich und Upset hat auch ja gesagt, aber ich glaube Upset, wenn wir mal gucken, wie viel Bock er hat. Weil wir vier deutsche Spieler und da bin ich halt direkt in die DMs geslidet. Sobald der Post rauskam, habe ich direkt alle gefragt und eigentlich haben alle gesagt, dass sie gerne mal auch das gemacht hätten, weil es ist ja auch das erste Mal, dass wir in der Arena einen deutschen Broadcast haben. Ist auch für die Jungs cool, mal reden zu können, I think. Für mich ist halt das ein mega Mehrwert, deren Meinungen und deren Wahrnehmungen der Meter und etc. zu haben. Und für die ist halt auch cool, wenn sie vielleicht mal gehört werden. Kann auch ganz geil sein. Folgen setzt mit den Headset richtig auf, aber meine Ohren sind zu groß, Bro. Es geht wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich habe es auch vorhin schon gesehen. Es geht nicht. Meine Ohren sind immer zu riesig. Mit Hanno wäre nice. Ey, ich bin der League of Legends-Bubble, die Closed mit League sind, alle in die DMs geslidet. Nach dem 19 habe ich sofort Freddy gefragt, Agurin, Bröki, Kani hat direkt gesagt, der kommt vorbei. Das war eine riesige Anfahrt. Wenn Hanno Bock hat, ist nicht mehr so nah an League of Legends dran. Aber für ein Game würde ich uns sehen. Wenn Hanno Bock hat, für ein Game würde ich uns sehen. Wir danken dir, Infinite Grind. Vielen Dank für den Zappmann. Willkommen. Danke dir, Bro. Solution. Ja, mein Solution mag der beste Fisch in Madeira sein. Oder auch Madeira, aber er ist halt nicht in Berlin. Ich habe schon Bock, die heute hier noch vor Ort zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Vibe auch. Klar, online geht auch und dann ist auch fein, aber in der Arena schon immer mehr Hype. Das hat Berlin dann quasi the dream. Das ist halt, was soll ich sagen, die meisten Leute hier. What can I do? Hanno war vorhin im Chat, ich weiß, er war vorhin im Chat. Er ist immer noch im Chat. Ja, wenn der Bro Bock hat auf dem Game, Hanno mit dem Bock hat auf dem Game, du weißt, du weißt, dann acht Stunden und wie nach Berlin fahren musst, so wie Obsessed, das macht man halt nicht jeden Dienstag. Faker, oh mein Gott, lasst Faker den Cast holen. Ja, ja, bitte. Hol mir jetzt Faker her. Direkt ran da. Apropos Chat, was richtig geil wäre, ist, wenn ihr Discord joint und in den Feedback-Channel einfach mal Feedback reingeht. Weil zum Beispiel jetzt, ich finde, die Pause ist gerade geil, weil es was Neues ist. Wir können das Chatting machen und es ist cool, aber für die Routinenwochen, wenn sich das einprägt, würde ich was in der Zeit jetzt machen wollen. Also zum Beispiel, was mir jetzt direkt angefangen ist, ich würde super gerne einfach Discord aufmachen und mit euch irgendwie Guess My Elo machen, wo ihr Clips ansenden könnt. Ich vermute eure Elo. Weil die Downtime ist länger, wenn du halt alleine bist. Ich habe jetzt keine krassen Analyse-Desk halt, right? Ich würde super gerne mit euch, also ich, das Ding ist glaube ich jetzt mega geil, aber können wir gerne nach den Wochenenden mal richtig Feedback geben, damit wir halt auch was Cooles zwischen den Games machen können, weil ich kann jetzt die Szene hier zeigen, ist nice, ist alles, den englischen Cast geben und den englischen Feed von der Lüsecke, da können wir denen auch streamen und dann darüber reden, was die sagen, ist ja auch cool, die meisten von uns können Englisch, wahrscheinlich, von eigentlich können wir ein paar Sachen übersetzen natürlich, da können wir mal gerne gucken, was da gemeinsam für uns cool ist, das ganze Ding, Community-Ding, also wir machen das gemeinsam, was immer euch gefällt, werde ich machen. Das muss am Ende bei euch ein cooles Ding sein, der E-Sport, Indic of Legends in Europa, das ist genau was ich will, dass halt die Europäische Liga so cool wie möglich für euch ist. Weiter, also wenn das bedeutet, dass ihr permanent Gäste haben wollt und ich meine Fresse halten soll, dann ist das geil, dann machen wir das. Wenn das heißt, ihr wollt, dass ich jeden Tag in der Arena bin, dann mach ich das. Wenn das heißt, ich soll von zu Hause auch mal streamen und chillen, so wie bei, keine Ahnung, LCK-Streams, machen wir das. Da müssen wir auf jeden Fall was cooles in den Mini, weil zu Hause würde ich jetzt in OBS, keine Ahnung, irgendwas machen und wir würden jetzt Lolle spielen oder keine Ahnung, irgendwas tun und hier bin ich halt, ich trau mich nichts anzufassen. Bruder, die Technik von Riot, was ist das denn hier für eine Software? Zu Hause, ich mach OBS auf Willow, hier ist halt so irgendein riesiger, gemischter V-Mix mit dem Player und was auch immer. Shit is crazy, bruv. Jo, danke dir, hier kommt Alex den Zappmann, liebe Bro. Wie bitte? Ich muss nicht auf Toilette, ich will LTC spielen, Carsten gucken, machen. Jo, danke schön, das ist ja nett, vielen, vielen Dank. Gerne ab und zu einer englischen Analyse des Carsten. Ja, 100 Prozent, also wenn ich, das hier ist der Clean Feed auf Englisch, als ich das hier anhabe, dann hören wir den Clean Feed, also kriegen wir den Feed mit den englischen Castern, aber es ist nicht der Feed für die Dingens und das hier ist der Deutsche. Basic ist eigentlich der einzige Unterschied, dass oben die Sponsoren, die deutschen Sponsoren der LTC sind, LV-Modesperados seht ihr da oben? Genau. Genau, genau. Und ich hab dann halt keine Caster auf Englisch, was halt auch geil ist. Alleine Cast ist immer geil, natürlich auch mit Englisch Castern, Cast kann auch geil sein, aber je nachdem, wie die Zielgruppe ist, ist es dann vielleicht schwerer für einige, das Englisch auch dann zu verstehen oder so, was weiß ich. Kann drauf an, mit wem wir gerade reden, ne? Soll auch für alle zugänglich sein. Jo, moin! Grüß dich, Andrea! Wunderschönen guten Abend. Die Pausen haben einfach den Einzheimer des In-Vibe, ich liebe alles daran, ey, liebe Bro. Ja, die Einzheimer des In-Pausen waren auch so geil, weil der Maxim angefangen hat, Storytime zu machen, ne? Fragt mich was! Ich mach Storytime! Hit me! Wann fängt das Spiel an? Das Spiel ist geschedult um neun. Dauern wir jetzt kurz nach neun. Ich seh grad ein paar Spiele auf der Bühne, die machen grad noch hier Maustests und Co. Und dann sollten wir eigentlich rein starten mit dem Walk-In. Ihr seht sie auch da hinten sitzen, Also ihr seht sie ja, da und da. Also wir müssen eigentlich noch einlaufen, dann geht's eigentlich los. Ich weiß nicht, woran's gerade hapert, weil wir werden wahrscheinlich irgendwas einstellen, irgendwas geht nicht. Keine Ahnung. Verlangt ihr den Noxar und Vanilla. Vielen Dank für die Subs. Kommt nochmal Uwe Tolki irgendwann. Ey, Uwe Tolki mit dem Great Comeback weiß ich jetzt nicht. Das war ich für ein Video auch genug, aber wenn du es willst, ziehen wir es vielleicht in der Bewegung. Mal sehen. Wer gewinnt die Prime League? Ah, NNO würde ich sagen. Weiß nicht, ob ihr so ein neues Land-Up gesehen habt, aber die beginnen alle mit S. Bis auf Lucky. Ich hab ihn gefragt, ob ich einen Schlacki umbenennen möchte. Aber so Scarface, Schlatan, Serin, Shiganari und Schlacki mit Coach Scanani werden da einen Skandal daraus machen. Ah, NNO. Chat, auch mal anfangen. Wer ist Hand of Blood? Ein Giga-Random, wenn irgendein Team das nie gewinnen kann. Egal wie viele LEC-Importe sie reinholen. Zanzara hier, da, ey, Lilip irgendwie kommen. Nein, Leute. NNO. Mit dem spätesten Announcement, das es je gegeben hat. Es gab, glaube ich, noch nie ein späteres Announcement als von uns. Es war überall bekannt. Legit, auf der LoL-E-Sport-Seite, auf Lickpedia, auf Liquidpedia, auf, keine Ahnung, LoL-Pros. Es war überall bekannt und dann kam sein Announcement. Geil. Bruder, es hat alle aus den Socken gehauen. Es war überraschend. Junge. So, ich spiele runter von der Bühne, oder? Was passiert da gerade? Ich höre ein Perks-Interview. Das seht ihr auch, da oben ist Perks-Interview, aber wir hören es halt nicht. Ihr könnt sehen. Das werde ich safe noch für morgen oder vielleicht für nächste Woche, dass wir das dann auch alles mitkriegen können. Das wäre schon cool. Einfach so halt ein Feed, dass ich einfach den Hauptfeed mitnehmen kann. Dann kann ich den euch zeigen und dann irgendeinen Kommentar dazu abgeben halt, aber sowas wie das Perks-Interview hätte ich jetzt schon gerne gehört, ehrlich gesagt. Das kriegen wir safe. Das kriegen wir safe für die nächsten paar Wochen. Kein Stress-Chat, das ist alles machbar. Tolkien, bist du jetzt Maincaster für die LCS? Nein. Ich bin nicht Maincaster für die LCS, weil ich nicht durfte. Ich habe letztes Jahr die LCS angefragt und habe ich die Antwort bekommen von Riot Games. Du darfst die LCS kurz streamen, Tolkien, LoL, aber du musst zu 90% der Zeit auf Spanisch oder Englisch streamen. Und El Tolkino, er ist noch nicht ready. El Tolkino ist am warten. El Tolkino wird practicen. Ich hätte gedacht, die wollen eine deutsche Zielgruppe abgreifen und deswegen auf Deutsch Carsten erlauben, aber sie wollten das nicht zulassen letztes Jahr. Deswegen werde ich die LCS nicht co-streamen. Ist auch ehrlich gesagt nicht so interessant, weil es halt startet teilweise um nachts um zwei oder so und ich mag schon irgendwann mal schlafen. Aber die LCS streamst du komplett? Ja, LCS wird komplett gestreamt, jedes einzelne Game. LCS werde ich glaube ich auch fast jedes einzelne Game streamen, bis auf einige Games um sieben Uhr morgens, die nicht so cool sind. Wenn da zum Beispiel Vier spielt gegen die Bros, werde ich vielleicht nicht gucken. Wenn der T1 spielt gegen Gen.G, werde ich gucken. Natürlich, also ja. Ist ja manchmal sehr früh in Korea und dann in LCS am Abend, aber das kriegen wir hin. Das Ding ist halt, die LCS und die LPL wollen unbedingt Kostüme haben, gerade die LPL war richtig happy, weil die haben halt quasi im Westen nicht so eine Fanbase wie die LCS. Die LCS hat ja mit Faker und so eine riesige Fanbase, aber die chinesische Liga ist ein bisschen schwerer zugänglich für den Casual-Fail, beziehungsweise für den, der halt nicht seit 10 Jahren eSports guckt. Und die LPL, die vorhin spricht über Kostüme, deswegen bin ich da letztens in Obsess die Ems geslidet. Den Bro werde ich jetzt noch mit rüberbringen. Dann können wir gemeinsam vielleicht sogar ein paar LPL-Games gucken. Denn der war früher auch unser chinesischer Korrespondent und der darf halt auch die LPL-Kostüme. Dann machen wir es zusammen. Dann ist es auch chilliger für mich. Dann kann ich quasi die LPL-Games, die ich nicht schaffe zu streamen, weil ich kann was anderes, man muss schlafen, also keine Ahnung. Er kann Obsess machen. Dann werde ich euch rüber und peng. Kriegen wir isieren. Wer Obsess da Bock drauf hat, muss halt dann auch für viel früher aufstehen als sonst, aber er streamt ja aktuell meistens nachts. Ist vielleicht doof ihn? Mal gucken. LPL möchte keine spanischen Caster. Ne, die freuen sich mega über deutsche Caster. Die würden, also no joke, wenn du 30 View hast, wird die LPL dich nehmen. Trust. Na, ist übertrieben. Aber die freuen sich sehr über Co-Streamer. Was auch Sinn ergibt. Wie viele, also es gab ja noch nie einen LPL-Costream, noch nie einen LPL-Offizienz-Stream. Die freuen sich halt über die deutsche Zuschauerschaft, die hat Bock auf die LPL hat und ich hab Bock auf eine gute Liga-Fetimes-Liga und die LPL ist nochmal die stärkste Liga mit den meisten Teams und auch den stärksten Teams insgesamt. Korea ist manchmal in der Top 1 besser, zum Beispiel dieses Jahr und letztes Jahr auch, zum Glück. Aber, ähm, ja, die LPL hat 17 Teams. Das hat cracked. Jede andere Liga hat 10. Die LCS hat jetzt 8. die LPL hat 10. 17. Oh mein Gott, wir gehen endlich rein. Walk-in-Chats. Es ist das finale Game des Tages. Spanien gegen Spanien. Heretics gegen Mad Lions. Koi. Ihr hört, die Stimmung in der Arena geht wild. Die Mad Lions-Fans sind versammelt. Und da kommt der Walk-in, der Lutz, Boys, Lutz and Ladies. Und, äh, wir kriegen keine krasse Ansicht. In der vielleicht? Nope, keine krasse Ansicht. Da hat jemand nicht umgeschaltet bei Rito Games. Da, Riot. Den Walk-in haben wir jetzt nicht wirklich gesehen, aber ist okay. Diesmal vielleicht. Haben wir heute den ganzen Tag sonst gerade irgendjemand vergessen, den Schalter zu drücken, glaube ich, bei mir. Na gut, also nicht ich, aber halt Riot. Wir lieben Riot den ganzen diesem Stream, aber da muss jemand einen Knopf drücken. Für meinen Feed. Als werde ich mich nämlich high-off-fieten an den tränenden Hater. Ja, jedenfalls eine weniger Begegnung, die wir heute jetzt noch vor uns haben am allerletzten Spiel des heutigen Tages. Fnatic hat sich bereits positiv vorkristallisieren können. Gleis geht für die Two. Giant X gegen natürlich gerade eben Metallity triumphieren können. Jetzt die große Frage, gewinnt Spanien oder Spanien? Mad Lions auf jeden Fall underdog. Mad Lions Koi. Ibai ist ja eingestiegen bei den Mad Lions. Davor war ja, ne, hat er sein eigenes Z-Team gehabt, die sind dann wieder zu Rogue zurückgewechselt. Jetzt ist Mad Lions mit Koi untermauert. Degendessen hier Reddick natürlich mit dem halben D2-Line-Up. Die sind da auf jeden Fall Favorit aus meiner Perspektive. Viele Rookies am Start bei den Mad Lions. Also er hat wirklich fast ein komplettes Rookie-Line-Up gedraftet, dass er komplett Spanisch sprechen kann. Das ist strong. Aber die Frage ist, reicht es für ein Team wie D2 aus, der durchaus seit Jahren... G3, nicht G2 natürlich. Ups, zweites Händezeug, du stinkst. Mein Fehler. Ja, Mad Lions wieder halt wirklich mit vier Rookies in der L.E.C. Bis auf El-Joya hat noch keiner von denen in der L.E.C. performt. Denn er ist natürlich das gesamte Reddick-Signal mit deutlich mehr Erfahrung. Also hier ist klar, David gegen Goliath am Start. Mal sehen, auf wem wir hier wetsetzen sollen. Den Dude mit der Steinschleuder oder aber den Titanenriesen, der eben den größten Erfolg Europas aller Zeiten Gold hat mit Wanda Jankos und Perks. Letzterne Mauer noch mit Flaket und Kaiser. Die waren zu überraschend so wenig. Viele Champions, die wir heute viel gesehen haben. Gerade Ash und Niko waren hohe Priorität, was Bands und Perks angeht. Kalista, Varus, Rumble sind die nächsten drei Namen, die ich nennen möchte. Auch das Thunder mit sehen wir sehr oft mit sehr viel Push-Bio, wie rausgebracht wird. Generell ein hoher AD-Carrier-Fokus, der immer gegeben ist in Pro-Play. Der AD-Carrier hat einfach die wenigsten Champions. Für jede andere Rolle gibt es halt einfach mehr Charaktere. Also da gibt es oftmals so ein oder zwei richtig krasse Champions, die man einfach mal mit, ich kann jetzt Kalista, Renata leichter anspielen. Und ihr könnt nicht Lucien, Milo dagegen spielen zum Beispiel. Milo ist ziemlich geil gegen Renata. Die Aoi holt von ihr, kann gecleart werden von der Aoi holt von Milo. Das Prep of Life Kauter da Berserk recht angenehm. Und das ist einfach cool. Das heißt hier, Kalista, Varus und natürlich ebenfalls der Lucien ist interessant. Was spannt man? Es wird die Kalista werden. Also jetzt kannst du theoretisch Lucien gehen und dann später Nami picken. Dann geht die Leblanc für Frescovy. In der Frescovy ist der polnische Spieler in Mad Lions Keulernab. Aber er spricht auch Spanisch. Heißt hier wird auf der Bühne nicht in Englisch kommuniziert wie sonst immer eigentlich. Eigentlich auch cool. Ich muss sage, meine eigene Erfahrung. Ich habe einmal in Ad-Hoc haben wir komplett auf Deutsch. Wir hatten ein komplettes deutsches Team und No-Joke-Chat. Wir haben nach kurzer Zeit aufgehört auf Deutsch zu reden, weil wir nicht konnten, es kann nicht geklappen, wir mussten Englisch reden, um uns richtig gemeinsam zu kommen. Es war komplett verrückt. Warum schreien jetzt TSM, was soll das? Seid ruhig, nicht TSM. Weg mit TSM. Hier gibt kein TSM mehr. Oh, Perkz geht den Ryze, den auch ein Champs-Q gespielt hat. Das ist cool. Den Charakter haben wir wirklich, wirklich nicht viel gesehen. Ansonsten, außer von ihm eigentlich. Zeraf ist ein Brace Rush und wird recht tanken, hat viel Priorität Mitte. Ist auch gegen L'Bong nicht bad, weil du halt den Point-Click-Root hast nach deiner E-Markierung, der ja auch Point-Click ist. Denkt an Shatnil-Bong, spielt den AD-Build an, Stormraiser und an sehr viele Dashes. Sehr ärgerlich natürlich, wenn du das beantworten musst, ohne eben Point-Click zu haben, weil sie eben so viel und her bläh, dashed und blinkt. Da seht ihr Yoja, der so ein bisschen der Anführer von Bad Lines ist. Der eine Veteran in ihrem Line-Up und er geht den Wolf. Nein, 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 der hat das, nein, der hat das, nein, 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 nein. Oh ja, das ist schon schöner. Das ist doch schon schöner. Ja, für mich würde jetzt einfach klar Luz-Nami gedraftet werden, außer du kannst irgendwie Braum reinbringen gegen den Medi-Support. Also, wenn es hier Aphelios-Leona gewickt wird, dann ist Braum auch gut für Luz-Nami, man würde niemals Luz-Leona-Bline picken oder Nortis oder so. Ne, wenn du halt Angst... Luz-Nami wird sonst rausgewandt. Was machst du, wenn du nicht Luz-Nami pickst? Du musst Luz-Nami picken. Das ist eine geile Draft-Dynamik jetzt, weil die eine Seite hat jetzt Draft okay, also, oder gut. Für den Draft ist okay, weil Leading-Face okay ist und Team-Watts sind halt nice. Garas kann Leblanc canceln, wenn sie reinjumpen. Den sind Sau, Dick Wen. Er hat viel, viel Möglichkeiten zu spielen, wenn er halt auch playen kann. Ich finde bloß, wenn du halt Lange gewinnen willst, dann gibt es da bessere Optionen. Aber Wunder sagt, ich handshake Lange und wenn er nach stark, kann man machen. Ja, G3 ist hier das auf jeden Fall Favoritenteam, denn sie haben einfach mehr gute Veteranen, namhafte Spieler und auf der anderen Seite gibt es halt vier junge Spieler, die sich beweisen wollen. Vier Rookies in der LEC, die noch nie zuvor auf dem höchsteuropäischen Level in Berlin, in Adershof, gespielt haben und jetzt hier antreten dürfen. Absolut auch cool irgendwie, da neue Trennen zu sehen, denn man muss ja sagen, die europäische Szene, sie funktioniert. Das ist eines der coolsten Dinge in Europa und so motivierend für junge Spieler, die Szene klappt. In der N.A. was für eine Wirklichkeit so, es spielt keine Rolle, wie gut du bist in der N.A. CS oder N.A. N.A. Challenger Series, du steigst eh nicht auf, weil die Teams werden recycelt, Talente werden importiert, blablabla, der Adork spielt um die 60 Teams zeitgleich und in Europa ist es so, du gewinnst EU Masters, du kannst aufsteigen. Das ist halt so geil, das hat K-Cop jetzt gemacht, das hat davor natürlich Rogue Academy, davor Missfits Academy mit Larsen und sowas in Rogue Academy damals, Missfits Academy war mit Afari und Co und ja, jetzt hat die Weltleinsungste Chance, wir gehen rein ins Game, ins allerletzte, des heutigen Tagesliebter Twitch-Chats, Game 5, Mad Lions gegen Heretics, großer Favoritenstart ist auf jeden Fall bei Heretics, Mad Lions muss sich beweisen. Spanien gegen Spanien, eine Seite komplett spanisch sprachig, die andere Seite europäischer Mix, aber ein spanisches Team und ja, G3 hier auf jeden Fall mit gutem Setup, wenn es rund um Perks geht, Point League ist wichtig für ihn, Frescovi spielt hier Fleet Footwork und Dorans Blade First Item, also es wird auf jeden Fall die AD LeBlanc, ich wollte bloß sicher gehen, das ist auch stimmt, was ich gesagt habe, aber es war eh klar, die AD LeBlanc ist wieder zurück im Game, auch wegen Cycle Sword, das war auf ihr richtig gut funktioniert und die Stacks kommen sehr schnell durch bei so vielen Dashes und die Dashes werden ja sogar noch angehoben durch das Item, da gibt es verschiedene Variationen, die ich schon gesehen habe, Stormraiser, Tripos wie früher, Stormraiser into Cycle Sword, into Rapid Fire, ganz viele Variationen, deren Bluschen recht ähnlich sein können, denn alle Charaktere können diese Reichweite oder den Vorteil durchaus ausnutzen, ist aber die Frage, wie gut ist Lethality für dich, denn das Item Cycle Sword gibt ja Lethality und das ist nicht unbedingt so toll auf LeBlanc, die ja keinen einzigen Speller hat, der mit AD scalt, die scalt dann nur mit Auto-Attacks, muss man dann gucken, wann ist es worth, wie ist es worth und genau das möchte ich kennenlernen, überall halt die ADC-Spieler, die obviously besser sind als ich, auch mit den Charakteren wie der AD LeBlanc. Was spielt der Lucian für Runen? PTA und wir sollten gleich eine Runenübersicht bekommen, weil ich sehe halt auch unter auch nichts, PTA wahrscheinlich mit Persons of Mind, dann ein bisschen Lifesteal und will halt einfach die Nami-Damage-Procks ranbringen. Aber richtig Standard-Setup eigentlich, also da ist nicht wirklich viel besonders bei Flaketitz geändert worden. Ich habe gerade eben nachgerucht, Redside hat bisher 100% Winrate. Geil, Mann! Also das wäre auch cool, weil Redside war für Ewigkeiten ja auch unterlegen und wie gesagt, ich finde die Änderungen der Karte halt richtig cool, was die Objectives angeht, das hat der Wende dahinter. Das macht halt Redside und Bruce halt deutlich ausgeglichener. Ich glaube auch noch, es ist schwer zu sagen, welche Seite wirklich besser ist in Draft, denn auch der Karte ist jetzt ähnlicher, wie stark die Seiten sind, aber in Draft ist es super schwer zu wissen, was wirklich OP ist. In Champions-Q ist zwar ein bisschen Info, aber es ist halt super viel Fake-Info und ja, die ersten Wochen der DC werden uns der erst wirklich die Info geben, die wir brauchen, um zu wissen, was OP ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende keiner mehr so richtig viel Kalista-Varus-Lusion spielen möchte für Landing-Face. Ich kann mir vorstellen, am Ende spielen Leute wieder, keine Ahnung, Ciri und Lulu und so eine Hyper-Carries mit Tank-Top-Lanern, weil Ornzauern echt nicht weak sind. Wir haben heute noch nicht einen einzigen Tank-Top-Lan gesehen, bis auf den Gesandter von Oskar. Der hat auch direkt MVP bekommen, ist nicht einmal gestorben in seinem Tank. Tanks sind nicht bad auf Top-Lane. Man muss hier bloß irgendwie durch Lane durchkriegen und dann sind die Items sehr, sehr stark, die sie kaufen können. Wunder kriegt hier viele Trails auf die Fresse. Mervyn macht das geil. Auch ein spanischer Top-Laner, der jetzt seit Ewigkeiten schon spielt und den finalen Aufstieg in den DC geschafft hat. Viele Fidorkis, wie gesagt, alle bis auf Ayoja und genau der Mann führte gerade gemeinsam mit Alvaro ihr Bot-Line-Dive oder Invade an. Die suchen wahrscheinlich eher nach einem Play-Off-Gromp als andere, aber auch das ist schwer. Jetzt geht Ayoja dafür, denn Jankos ist da und Jankos weiß es wahrscheinlich und die Wave ist gestackt, das ist nicht schwer zu lesen. Er ist secure, sein Gromp, hat er noch Smite vielleicht ready für den Blue-Buff und da muss Ayoja jetzt gucken, was er wirklich da spielen möchte. Jankos ist nämlich in Position. Jetzt aufgepasst, Jett, er sieht das. Ayoja ist da, Jankos ebenfalls. Ayoja ist jetzt schon zwei Camps vorne. Sorry, Jankos, das heißt, das ist eine Investition, die für Ayoja aufgehen muss. Wenn das Camp hier nicht kriegt, ist es ein Desaster. Jankos wird da mit 4, des 3 Camps vorne. Er flasht auch super, der muss rausflaschen. Ja, Perks währenddessen ein Mana. Blastkrone in Sicherheit und er wird vielleicht sterben. Ignat ist drauf und jetzt kommt Alvalo. Er hat noch flasht. Engage von Ayoja, volls Blatt für den jungen Mana aus Spanien. Engage auf Jankos, ebenfalls ein HP, muss flasht mit Router und Double Kill für die Mad Lions Koi, die mit dem rohen Investment durchkommen und genau das ist diese Bot-Zeitstärke. Der Invade rund im Blue-Up-Ariat ist so insane. Perks war einfach um, wird ja geroutet von den Ethereal Chains von Frescovi und damit Double Kill und Blue-Up oben drauf. Das hohe Investment ist aufgegangen. High Risk, High Reward wird von Mad Lions großgeschrieben und guckt auf Perks. Der rotiert dazu, weil er halt eben überhaupt muss. Wird von Frescovi angegangen, Ethereal Chains sitzen, Perks geht rüber, ist aber trotzdem geroutet. Flasht dann einfach ein bisschen zu spät und wird von Ayoja mit der hohen Reichweite des Flash plus E's angechargt. Stürmt auf einmal und Jankos folgt ihm ins Grab. Traurig für die G3-Spieler, die damit dementsprechend einen großen Defizit vorzuweisen haben. Guckt auf die Goldverteilung, die einzelnen Rollen. Wir reden hier wirklich in jeder Rolle von 400 Gold League zu 100 Gold League. Gerade wenn die WFs dann noch gecatcht werden, wird es krass werden. Denn das ist im Olli-Game durchaus viel wert. Die Teileitams sind stark für an den Face und Co. Manchmal seht ihr ja sogar auf Champions League sind Sau, weil die sind ein frühes Dorans Blade im Jungle. Einfach nur, weil die kein Teileitam kaufen wollen, sondern starkes Olli-Game-Item, nachdem die Dorans-Alms gebacken wurden, um ihn noch weiter zu fistweiten. Und genau da möchte El-Juja nachsetzen und nachtreten. Die Bot-Pap ist nicht kollapsed. Er will ganken gehen. Jena-Gang ist auf jeden Fall schwer zu machen, wenn beide Seiten Flash haben. Kaiser muss sein Flash-Fact killen. Und Double-Kill nicht möglich. Aber der nächste Kill, der wird an Super gegeben. Das ist richtig super. Stark gemacht von Mad Lions. Und Heretics wird Tier-Hops genommen. Also wirklich im heute-Game. Sehr, sehr strong. Und ich höre die Fanatic-Fan, die Fanatic-Fan sag ich schon, in der Fanatic-Kurve die Mad Lions-Fans super chanten, denn das ist wirklich crazy, dass der Auftakt so geil läuft. Der Invade runter Bot-Side punished Tier-Heretics extrem und mündet im Endeffekt drei Kills. Jetzt geht man zum ersten Mal Base auf Seiten der Jojas. Er hat direkt Tiamat oder ein Ruby-Crystal erworben. Heißt, er ist jetzt richtig stark, sowohl im Clear-Speed, Iancos voraus, als auch eben in der Tankiness. Vaskovi hat ja immer noch Vorteil gegenüber Perks. Er kann mit den Durchpushen dazumouven. Denn LeBlanc hat halt eben nicht die hohen Mala-Kosten. Und sie ist auch primär Autotech-basiert mit dem Alter-Bild. Dann denkt er, das ist die AD LeBlanc, also wirklich viel Wave-Clear durch kaum Mala, weil du einfach Autotechst halt. Und dann willst du mit deinen Stacks hin- und herjumpen und deinen Curl-Chast-Chart auslösen mit der W hin- und her. Dann pushst du noch schneller. Das Ganze ist super, super strong und auch sehr, sehr langweilig und oppressive. Topic guckt man das Inventar von Wanda. Was ihr da seht, ist der neue Elixir auf Adaptive Force. Sie sind jetzt wieder drei Elixiere, denn die Stopwatch wurde ja entfernt. Also auf Top-Land haben wir jetzt, oder nicht auf Top-Land, in dem Inspiration-Tree haben wir jetzt statt der Stopwatch-Rune eine neue Potion-Rune. In der gibt euch einen ersten Pot, der gibt euch fünf True Damage auf Minions für eine Minute und dann gibt ihr euch 40 Gold. Dann gibt ihr euch einen Pot, der gibt euch Adaptive Force für eine Minute und einen Pot, der gibt euch Elixir auf Scale. Könnt ihr einen Punkt in eine andere Fähigkeit reinstecken. Und hier braucht man eine Menge Punkte der Fähigkeit, denn schon wieder sind die Mad Lions sofort inaktiv. Pluckett hat noch Flash, muss den Zücken, der Handshake sitzt und der nächste Kill für Elioja, der Veteran seines Teams, führt sie mit Invades und Gangs zum Erfolg. Richtig starkes Gameplay von den Jungs, die aus meiner Sicht klar analog sind, aber sie spielen in die Rimmelkondition rein und damit nehmen sie gerade Heretics sehr, 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 sehr hops. Und ja, das spanische Matchup geht gerade wirklich mit Bravour letztendlich an die Jungs von Mad Lions im Early Game. Die Frage ist, wie krass könnt ihr das Snowballen? Ein relativ ähnliches Verhältnis haben wir auch in der anderen Beginnung heute bereits gesehen, wo BDS gegen die 2 im Early Game sehr krass aussah, dank Adam, aber es hat einfach nicht gejuckt. Die 2 ist ruhig geblieben und einfach gescaled und auf einmal bei Broken Blade im Late Game OP nachdem im Early Game sehr behind war und dann war es auch egal. Die Frage ist, kann man hier auf Seiten von Heretics ebenfalls so spielen? Die Erfahrung haben sie im Kader, aber haben sie den Scale oder sind die Hände schon alt? Bist du washed up oder bist du noch jung? In meinem Fall ist auf jeden Fall ersteres die Antwort, ich bin fucking washed up. Ob das für Perks sein, was Wunder trifft, ist eher unwahrscheinlich. Die Jungs sind dann so langer Zeit auf so hohem Level am Start und gerade Jankos immer wieder am überzeugen. Wunder und Perks aber ebenfalls. Wunder ist gerade der Einzige noch ein Gold lead hat in seinem Team. Der ist nicht wirklich nennenswerter Natur, denn unter Turm sollte es ausgeglichen werden können von der Gwen. Aber er hat die 100 Gold, daran nagelt man sich vielleicht fest und hängt daran. Teuken, du bist beides. Ich bin washed up und gut, das widerspricht sich, mein Dude. Magst du die Szene wieder wechseln? Ne, ich glaube, es ist alles richtig gerade. Wir haben alle die Szene richtig. Den Dorons haut ist viel zu laut. Oh, soll ich leiser machen? Den Soundchat? Ist zu laut? Gerne Feedback geben, wenn der Sound zu laut ist. Das ist mein Fehler, mache ich leiser. Entschuldig bitte. Ist fein so. Vielleicht hat der Bro einfach nur ein anderes Audio-Setup. Ist alles gut? Okay. Ja, sorry, dann hast du wahrscheinlich irgendwie so ein Headset auf oder andere Kopfhörer in-ears und der Rest, der gerade vielleicht über Lautsprecher guckt oder so, ist happy. Aber der Chat sagt es gut. Der Hintergrund ist echt laut. Ach, du meinst Tier über mein Mikrofon. Das kann ich eh nicht ändern. Wenn die Fans Bock haben, haben sie Bock. Ist ja auch cool. Vorher habt ihr euch auch beschwert, während K-Cop gegen Fanatic und dann war der am Ende doch Fan davon. Also ist ja auch geil. Deswegen ist man ja auch in der Arena. Da hast du nicht das cleanste Audio. Die Fans will sie auch mal hören. Du willst auch mal die Stimmen wahrnehmen. Crowd ist mega gut. For real, for real. Okay, alles klar. Chat. Check, 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 check. Check. Got it. Vermerkt, verbucht, geglaubt. Aufgeschrieben. Ja, Void Drops und Coat natürlich in dem Antisant. Die nächste Void Drop Angle wird auch gleich erscheinen. Die Frage ist halt wirklich, hm, kannst du aus Sicht von Reddix irgendwas proaktiv traden? Weil du bist Botzeit halt so weak, aber Topzeit eigentlich auch und jetzt geht Broken Blade. Äh, meine Güte. Geht vielleicht Wunder noch in den Öl rein gegen Mervin und Mervin hat hier besseren Schaden. Wunder muss flashen. Das ist für Ghost geradet nicht worth it. Denn Kurs hat einfach kurz den Cooldown. Jetzt kommt auch noch der Jungle zu. Ayoja will den nächsten Dive vielleicht anspielen oder aber die Respawn in den Mistmaden, die man auch Voidlinge nennen könnte. Wunder wird auch zu Stehlen und guckt auf Perks. Der hat nämlich seinen Realm Raw ready. Er kann sich reinporten, aber Rice will eigentlich noch scannen. Das ist nicht der Traum, direkt jetzt reinzugehen und zu fighten. Und dann haben wir jetzt schon, oh mein Gott, jetzt schon Static's Schiff. Der Power-Spec ist ja crazy bei Fresco. Wie ein Skyline-Block, das wisst immer viele, also das werdet ihr wahrscheinlich wissen, weil ihr klug seid, geliebter Twitch hat. Aber Blanc kann quasi, du baust der Stacks auf, auf den Foot-Perk und auch auf Static's Schiff, auf Stormraiser, auf Rapid Fire etc., in denen du dich bewegst. Und die Dashes von LeBong zählen. Also wenn du nach vorne wehst, kriegst du Stacks, dann machst du einen Autotack, du wehst zurück, kriegst nochmal Stacks, machst wieder einen Autotack, kriegst dann 50 Procs die ganze Zeit. Macht halt den Long-Build so stark. Das spielt Frescovi gerade richtig gut an und er ist halt als einziger schon gespiked, der hat einen Eiter fertig ersetzt nach. Wieder ist Perks der Geroutete und wieder wird er nochmal gechained, zwei Zero Chains und back-to-back ist es Perks, den Auftakt-Grill gibt. Frescovi mit tollen Chains, so Robert Cooper fight, als auch jetzt vor den Raptoren findet er eben genau diese Skillshots, die er finden musste, um Perks festzuhalten. Der Champion ist nicht mobil, Weiß hat nur Flash und selbst der wurde aufgewendet. Long wiederum hat halt 60 Dashes. Sie hat ihre W hin und zurück, ihre Ult hin und zurück und den Flash, also ein Dash gegen fünf letztendlich. Das macht es sehr schwer für Perks, so auf lane, damit schlubbt er back-to-back und ja, in diesen Void-Cups fallen, sehr, sehr stark von der Mad Lions, die echt viel besser aussieht, als ich ihn credit gegeben hätte. Ja, so vier Rookies, die sich erstmal beweisen müssen, aber ihr Anführer, Julia, sagt, ich hol das und er ist bisher an jedem Kill beteiligt, hat alle Void-Cups geholt. Der Mann macht ein geiles Game für sein Team. Jetzt Crossman-Play von Jankos, er möchte super diven, der ist aber gleich von Alvaro unterstützt, nicht divebar, das ist das Problem. Jankos gesamter Crossman-Play ist jetzt scheiße und guckt jetzt auf Frescovi, der ruft nämlich runter. Jankos entscheidet sich jetzt nichts zu machen, du hast keine Plattweck kommen, kein Drake, kein Dive und das Top-In, die Void-Cups hat verloren. Jetzt haben wir trotzdem noch den Drachen-Contest, also Julia und die Mad Lions hier spielen auf jeden Fall einen guten Denken an. Submachet muss ja eigentlich immer Mad Lions und Koi sagen, oder darf ich Mad Lions sagen? Der heißt ja Mad Lions Koi. Ich will ja niemanden auf Händen. Ich weiß, Ibai sitzt neben mir, der Typ kommt mich vielleicht umboxen. Der kämpft dann an den Gewichtskleider, das sage ich. Mad Lions Koi, Mad Koi, sag MDK. Sag einfach MDK, aber Mad Lions ist halt so ein cooler Name eigentlich. Die wütenden, verrückten, sauren Löwen. Keiner cool. Weil es auch auf Mandrit ja auch noch anspielt, ist auch keiner cool. Sad Lions. For real, for real, Mad Koi, Mad Koi, okay, okay. Ingame soll ich dauernd machen, ey, gerade was den Leuten viel zu laut ist, ist es dir zu leise? Ich habe nichts geändert die ganze Zeit, Leu. Ja, so Respekt am Aljoja, also no joke, Mad Lions Koi, super Job, alles zu holen. Ihr seht jetzt sogar First Item bei Flagge, das neue Cycle Sword. Ich sage, Psychopathenschwert, ich weiß nicht, was heißt, Cycle-lo-Sword, genau. Auf jeden Fall cyclest du deine fucking Stacks durch, du kriegst halt permanent die Resets darauf, durch schnellere Dashes. Oftmals sieht man trotzdem Stormraiser first item und nicht dieses Item namens Cycle Sword, aber du kriegst halt Nefellity gekauft und wieder Perks, ne? Er ist halt geroutet, er kann nichts machen. Ryze ist so angreifbar gegen Mobilität und du hast dir bewusst reingedraftet, eh die du long rein, weil du point-click wurdest bei Ryze und es kann auch funktionieren. Das sieht jetzt terrible aus bei Perks, weil er halt permanent angegriffen wird. Andersrum kann es ein Zähn aussehen, wenn du halt selbst angreifen darfst. Aber jetzt ist er 0-3-0 und er hat kein Counter-Flash. Er wird einfach runtergesprintet von long-double-Ult, einen Chain, kein Flash bei Ryze, tot. Der Angrost ist im Bordeon gegen Ayoja und der Mann führt überall die Jungs zum Erfolg. Also, ich kann nicht Komplimente für den Mann aussprechen. Wirklich gut. Von Botlane Invades zu Voidcrubs zu Botlane Invades zu Drachen auf Sinsau und du kriegst einen Auto-Tech-Reset angespielt. Anders als früher, bevor Hydra reworked wurde in Season 11. In Season 10 hat Hydra ja 20 Sekunden Q-Lan gehabt auf dem Auto-Tech-Reset. Er hat ne 20 Sekunden, jetzt noch 10. Heißt, ein Champion wie LeBlanc, äh, nee, sorry, Sinsau, kann gleich mehrmals den Auto-Tech-Reset auslösen und oftmals Q auslösen. Also noch mehr als vorher. Auch auf Shen interessant. Shen ist zwar noch sehr weak, weil er halt schlichtweg Platten verliert, wenn er wegultet. Das ist bei Sinsau kein Problem. Aber er hätte ich hoffentlich nicht. Und, ähm, trotzdem super interessant, ob wir dann noch mehr sehen werden in die Richtung von Hydra Champions. Geiler Kang Gang und endlich mal ein guter Play für Heretics. Das brauchen sie dringend. Well played, Unwander hat den Beta gut gespielt und einen schönen Explosive Cast getroffen, damit Yankos rankommen kann. Die Assault & Battery mündet im ersten Kill Aussicht von Heretics und dementsprechend also ein Yankos, der mal ein bisschen Gold bekommt. Black Cleaver Power Spike ist da. Jetzt nochmal oben drauf. Guter Kill. Platten ebenfalls. Voidcraft Box hier. Peng, Explosion. True Damit of the Toy is nice. Jetzt Back to base for Wanda. Alles entspannt. Auf Topside. Auf Botlane überhaupt nicht entspannt. Da kommt der nächste Dive. Flashing Edge for Yoja. Die ist überall. Aber ich muss auch sagen, es ist geil zu spielen als Jungler. Wenn du Erfahrung hast und du hast einfach permanent Prime-Midlane, wie sie halt eben gerade von Frescobie generiert wird, weil Perk kann ja nichts machen. Wenn Perk die Wave hitten will, wird er einfach gegankt und stirbt. Haben wir jetzt mehrmals gesehen. Wenn er nicht die Wave hittet, kann Frescobie weggehen und tötet andere. Toller Play hier wieder von dem Midland Jungle Duo Demand Lines. Äh, ja, der Mad Lines ist richtig. Damit stirbt der Vorteilturm an den Shark Ramsen. Das ist huge. First Turret für Super. Der kann es gleich reinrotieren, in den Midland Turm reinzwappen und der sollte auch in kürzester Zeit fallen. Starkes Early Game von Mad Lines Koi. Die jetzt Midland Turm werden. Unter anderem auch für den Herald, aber auch für den Midland Turm natürlich. Wie findest du First Strike of Gwen? Bruder, er spielt First Strike of Gwen. Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Er rollt. Er rollt komplett. First Strike von dem First Strike of Gwen. Okay, First Strike of Gwen kannst du nur dann gehen, wenn du Protobelt spielst. Aber ich spiele kein Protobelt. Aber da bekommst du immer Conqueror. Du hast ja auch Mercs. Warum? Es gibt wirklich keinen Sinn. Ich meine es ernst. Also wirklich. Es gibt einfach keinen Sinn. Also ich verstehe es jetzt nicht. Vielleicht bin ich zu dumm zu sehen, aber Gwen ist so ein guter Autotack-Champion. Gerade gegen eine Draft wie hier, wo du auch viele tanky Frontliner hast. Selbst Rhyse kannst du autotacken. Gerade wenn du Ghost spielst. Und der einzige Weg wie ich sowas wie First Strike und Protobelt spielbüro ist halt gegen so Timo Toplane oder sowas. Oder gegen irgendeinen Ranged Arsenal an Charakteren. Aber hier ist es nicht der Fall. Also du hast genug Charaktere zu hitten. Ja, Gagas hittet man schwer, der kite dich viel. Aber First Strike ist deswegen nicht unbedingt besser. Bin ich kein Fan von. Ich bin immer gerne bereit zu lernen und etwas eines Besseren belehrt zu werden, aber ich bin nicht überzeugt. Und aktuell ist Landingface ja auch Toplane die einzige, die vor 100 gut läuft. Mit einem Kill auf den guten Mörrowin erhalten oder ein Assist und das eine Grenziers vorne. Jetzt Biddy wird eingestiegen und wieder ist es, dass Bad Lions Kullers hier gemeinsam mit den Mistmaden die Turm anspielt. Denn es wird losgefahren. Handshake sitzt und da kommt Frescovi. Kaiser ist einfach tot, aber vielleicht geht das leichter auch für Frescovi. Aber das nein, sein Klon blockt das Sculling von Fluckett und damit stirbt der Timo hier mit Land sowohl an Minions als auch an Charakteren selbst. Und das ist huge für Bad Lions Kull. Kriegen Kill und zwei Turrets oben drauf und das ist absolut cracked. Also sie gehen da nicht vom Gasperler runter. Im Gegensatz, sie steigen den Harald an und fahren durch. Richtig stark zwei Turrets direkt zu nehmen mit einem Harald Play. Und ich hab ehrlich gesagt kaum, wie sie wieder ins Game zurückfinden sollen, die Reddicks. Sie müssen das Game halt beruhigen. Wenn sie es schaffen, wie heute BDS gegen G2, dass BDS auch für die beiden nichts machen kann, während G2 scaled, dann kann das geil werden für Reddicks. Aber aktuell, ihr hört die Koi-Fans, sie sind laut. Die spanische Kurve eskaliert gerade komplett vor dem spanischen Koi-Cast. Ja, das sind alles E-Bike-Fans und das verstehe ich auch. Der Mann ist echt lustig und sehr energetisch und hat sein Team hier unter anderem mit Lines Koi-Heist und die Jungs liefern ab. Sehr geiler Auftakt. So, die Frage ist, was machst du mit Dublonk? Ich weiß es nicht. Habt ihr eine Antwort, Chat? Was machst du mit Dublonk? Gehst du die Point-Click mit Vy? Du fliegst halt über die ganze Karte, die kann ich ja mit in Dublonk. Du musst ja nicht Point-Click mit Rhyse und dann Point-Click mit Vy. Aber weder Jagdmars noch Perkst an den Schaden dazu. Kannst du lange genug scannen, ohne permanent alles zu verlieren? Guckt euch die Camps an. Die sind einfach weg. Seines ganzen Games spielen El Goya und fressen Kobe und Bonnen rein. Super. Und Alvaro schlagen sich auch fantastisch. Spiel komplett minusclaim, pushen die Waves gut, stacken die Waves und sorgen dafür, dass es fast am Playboy wird gerade für die Radix Boys. Und das ist alles halt durch Pryo und Pressure. Und das ist richtig schön zu sehen. Weil es sind halt wie gesagt vier Rookies, aber das ist halt das Geile an der europäischen Szene, die Rout ja auch gestartet hat mit den IRLs. Die funktionieren halt. Die vier Top-IRLs sind allesamt immer wieder sehr interessant für die ADC auch, da ein Spiel rauszuholen. Also die vier IRLs, die guten IRLs sind ja die spanische Szene, französische, die türkische und die deutsche. Und aus der deutschen Szene haben wir viele Leute, die ADC verloren, oder bekommen. So jemand wie White Knight, Kasi, The Broth, Kaiser, Shadow und Co. Und natürlich ebenfalls aus Spanien eine Menge Leute und unter anderem dieses Mad Lions-Kader, die allesamt hier gerade abliefern können. Und das ist nicht selbstverständlich. So ein Marco-Game zu beherrschen und Push-Pessure-Waves zu verstehen, ist durchaus schwer. Immer wieder gut die Waves zu stacken und Co. Und das zu Kontinien bei einer Solo-Cliff von Urban gegen Wanda, ein HP und er wird gerettet von Jankos und da kommt Ayoja. Ayoja sagt, kein Kill ohne mich. Ich bin da und hol mir den. Oh, Joe, ganz schön ein Kill. Alles ist verloren. Ich drolle. Aber ja, also, gerade noch meiner Solo-Kill. Jetzt Crescent Guard aktiviert Ayoja, nimmt keinen Schaden mehr außerhalb der Kuppel und damit fällt der nächste Turm. Währenddessen Solo-Kill von Frescovi gegen Fluckett. Der ist sogar beides haben wir das verloren und ich sag, wie es ist. Jurex war Favorit für mich. Die Namen, die ich lese, sind crazy gut. Und der Rest sind Underdogs und die Underdogs, Alter, 10-1. 10-1, knapp 10.000 Goldlead. Bruder, beide Drakes. Drei von sechs Voidklops. Geil, Harrod bekommen. Zwei Meter Turtles mit dem Harrod, der Top-Lane-Play mit einem Kill und vielleicht sogar noch mal zwei Turtles. Jetzt kommt die Old durch, Berserk sitzt sehr gut, kriegt bei den Kill auf Perks. Er stellt nach vorne und stirbt. Was macht Perks da? Ich weiß es nicht. Einfach easy Dive. Wir haben uns auch noch gechased und meine Güte, was ein Stopp. Das Schmerz zum Zugucken, aber fettes Kompliment an Madlines. Also wirklich, ich sehe Kaiser Ungern verlieren. Ist ein Rumpel der Vergangenheit, keine Frage, aber ich Kompliment an Madlines. Geiles Gameplay, wirklich geil. Sie gehen nicht runter mit dem Tempo. Das ist was BDS' großer Fehler war, weil sie auch nicht forcen konnten. Sie hatten keine Plays zu forcen, keine Tools. Überall erfolgen Kids hier, überall erfolgen Plays. Harrod direkt zwei Turtles Mitte. Jetzt Catch Choplan direkt zwei Turtles genommen. Jeder hat Wäldgang gespielt. Tempo hochgehalten. Sie werden nicht auf Scale tendenziell, aber sie wollen halt Rise auch kein Roll of Ages zulassen mit Serious Embrace. Gragis Skill für Gragas, der seine Träne durchstacken möchte. Zeit spielt jetzt nicht für sie, aber auch nicht unbedingt direkt gegen sie. Heißt, dieser Sobekill auch geil. Beides haben es raus. Heal und Flash von Fluckett. And it doesn't matter. Die Aide LeBlanc, die jagt dich runter. Toll gemacht vom polnischen Mitleiner, der Spanisch sprechen kann natürlich. Spanischsprachiges Team. Und ihr seht, er geht den Static-Schiff Cycle Sword Damage. Das heißt, ich habe auch absolut keine Ahnung, wie viel Damage LeBlanc macht. Weil das Items, die gekauft hat, das Cycle Sword gibt ja Dethality. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen Dethality LeBlanc gespielt, bis auf gestern. Also seit der Fetscher draußen ist, seit zwei Tagen. So. Ich glaube, Fluckett hat keiner was passiert. Er weiß nicht, wie viel Schaden da ist. Er hat das Item selbst gekauft, aber LeBlanc hat halt nicht ein AD-Spell. Aber der Fakt, dass er hin- und herjumpen kann die ganze Zeit, ist halt so absurd OP mit diesen Items. Sie hat quasi permanent Stacks auf Static und auf Cycle Sword. Das ist einfach zu viel Schaden. Jetzt noch mit Sheenum drauf, ist ein reiner On-Hit-Bot. Und das macht Verskobi fantastisch. So. Das spanische Duell kann also jetzt ins Late Game reingezogen werden, denn Nash spawnt. Und so wie ich die Jungs einschätze mit ihren Gameplays, da starten die einfach direkt. Die rotieren jetzt die Waffen auf Super durch, dass er die richtige guckt. Ja, macht. Ja, haben sie schon. Ich trolle. Haben sie schon lange gemacht. Er hat die richtigen Waffen drin. Er hat gut die Waffe gemanagt, wenn sie in der Waffe gemanagt, jetzt macht die einfach Nash. Und wenn jetzt nicht irgendwie der Realm Orb Vision gibt, damit Jankos reinflickt und steilt, ist halt Nash weg. Und das machen die toll. Die spielen das so gut. Das sind vier Rookies, Leute. Das ist eine Julia mit vier Rookies. Fantastisches Gameplay. Wirklich. Early Games deckt der Wave into komplette Maschinerie. Wie das Games-Nobol. Ich hab ein Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, eure Träumeplätze nicht explodiert. Es tut mir leid. Also ich hab gesagt, meine Leid ist das schwächste Team der Liga. Und ich werde eines komplett besseren im ersten. Also ist eine Overreaction natürlich. Ist ein Game. Ist ein Game. Alles entspannt machbar. Aber hier zeigen sich viele sehr gute Fundamentals. Sehr gute Fundamentals. Turl wird belagert. Sie spielen zwei Waves, die sie halbwegs synchronisiert haben. Frescovi braucht keine Hilfe. Er ist so safe. Das Einzige, was gefällig werden kann, ist Jankos Ult auf Frescovi. Aber selbst dann, er kann einfach rausulten. Und dann halt das Dorschen und Mimic Dorschen benutzen. Seine Ults. Kriegt mit dann Tommi Easy mit dem Super-Minion, der halt gebufft ist. Also der Cannon-Minion, der gebufft ist. Jetzt wieder ein kleiner Pokeplay. Kann man vielleicht auch Top-Lay-Mef-Gruzieren sogar. Mit den Anklang gespielt. Frescovi hat nicht mehr so viel Mana. Heißt, er ist schon recht schwach. Aber ich verstehe die Freude der Koi-Fans, die da drüben eskalieren in der Fernandek-Kurve. Wo er ist mittlerweile keine... Da hängen noch dreifällig Flaggen und die Menge Koi-Flaggen hängt da jetzt auf. Und ich verstehe sie. Also, Bruder, das ist ein Aufzeigen, den man sich gewünscht hat. Safe. Mad Lions Koi sind hier am aufspielen. So, Hörwettix, was macht ihr jetzt? Womit spannt ihr an? Macht ihr irgendeinen wilden Rainbow-Play? Weil ihr müsst was versuchen. Es steht 12-1. Ihr seid 12.000 Gold-Paint. Es ist doomed. So, ab jetzt ist alles Bonus. Wartest du noch eine Minute auf Perks, World of Ages? Okay. Und dann würde ich einfach sagen, Bruder, Ulte, Jankos, Ulte Wanda rein. Mache irgendein Ult-Play. Wenn es klappt, könnt ihr vielleicht gewinnen. Wenn es nicht klappt, ist halt verloren. Ist es eh schon verloren. Who cares? An dem Punkt wirklich. Man muss nicht loslassen, aber man muss halt versuchen, ein Bonus-Play zu finden. Ein Bonus-Play, Mechaniken testen, versuchen Comeback zu spielen, überhalten, absurden Auf-Play. Whatever. Ja. Aber wirklich, Leute, also, ich bin absurd. Guckt euch fest, Kovian. Meist gott im Game. Erstes Game in der LEC. Spielt einen auf mit Permanent Pryor gegen einen der besten Midländer, die Europa jemals gesehen hat. Klar, ist ein paar Jahre her, dass Polk so krass war im Midlane, aber ist immer noch extrem guter Spieler. Im Namen hin und auf. Hier nicht in der Performance. Hier hat er nicht gut performt. Hier spielt er nicht gut. Kann man nicht lügen. Aber Preskobi spielt einen auf. Wirklich, holt mich komplett ab. Das unterbunden, das kombiniert mit El-Joyas Shotcalling und Leadership, kann halt die Leute auf der Karte rumführen, wie er es ohnehin schon getan hat, davor in seinen anderen Lineups in den gespielt hat. Und es sieht geil aus. Mad Lions. Mad Lions Koi. Jetzt als Zweitens ist natürlich fertig bei Lucian. Ich lag jetzt auch Stormazer mit Cyclesword unterstreichen können. Während dessen auch bereits mit Triforce ein gesamtes Item quasi mehr von dieser On-Hit-Variation. Ist ja ein sehr vergleichbare Item-Bild. Beide Champions waren das gleiche machen. Fährt erst schnell viele Stacks auslösen. Aber Long ist halt ein ganzes Stück weit da vorne. Denn der Bro ist halt der gefieldesten Mann im Game. Und Mad Lions, wenn ihr die Player Games guckt, Player Camps guckt, von Albert und so, die sind alle ruhig. Keiner schreit rum. Keiner ist, also eine gesunde Nervosität ist da, würde ich behaupten. Aber halt eine Nervosität, die die fokussend lässt. Wie so von einer wichtigen Klassenarbeit. Bei Herrn Hirstius, Mathe, damals siebte Klasse oder so. Zweites Jahr Gymnasium. Good shit. In Berlin ist erster der sechsten Gymnasium. Sorry, wenn hier eine süddeutsche verwirrt sind. So, und ja, jetzt haben wir ihr nehmt es, die man anspielen kann. Easy. Du wirst verteidigt von Nash beatmen müssen. Aber das Ding ist, durch diese Dashes hier, das war ein Autotacker. Was ist das für ein Champion? Das kann die ganze Zeit auslösen mit den On-Nit-Effekten von... So wieder. Seht ihr das? Jump rein, jump raus. Ist so dumm. Und jetzt wieder. Wieder ein Stack. Die ganze Zeit stacks. Euer Double-Buff. Weil jetzt hier jeder Double-Buff kriegt. Wie hältst du Frest-Kobi auf? Ich weiß es nicht. Ein sehr geiler First-Pick von der Donk. Wenn man so abliefern kann mit so einem First-Pick. Einfach geil. Einfach cool. Also wirklich, wirklich schön. So, jetzt bitte den Nimm einfach mal Nebenfrisko, wie du musst nicht respektieren. Du kannst Shabits hinten, aber auch den Indibitor selbst. Jetzt kommt der Play von Jankos. Level 11. Und ja, das Rainbow kommt rein. Die Nabel wird auch. Und Jankos ist viel zu lieb. Wir können nichts machen. Er muss halt mitfliegen. Und das ist... Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Ich kann ja für dich kritisieren, Jankos. Du musst irgendwas machen. Du buchst halt einfach aus. Und jetzt hast du halt die Wunde noch weiter geöffnet. Aber die Wunde war eh schon... Du bist beinahe verblutet. So ein Catch kann das Game auch die Blutung stehlen. Wenn du Glück hast und 1000 Gold bekommst oder so. Keine Ahnung. Wenn es nicht klappt, hast du nichts verloren. Das Game ist eh verloren. Es war ein guter Versuch wert. Hat nicht funktioniert. Heretics wurde komplett upplayed. Schlechtes erstes Game. It happens. Es ist Week 1. Day 1. Es ist alles in Ordnung. Du kannst easy morgen zurückkommen. Die Woche hat jetzt halt drei Spieltage. Morgen werden die Heretics Boys und auf die Mad Lions Leute nochmal spielen. Jeden Tag spielt natürlich jedes Team. Hier im Spieltag spielt jedes Team. Wenn es drei innen ist. Leute. Großes, großes, großes Kompliment an die Jungs von Mad Lions. So clean ist Marco. Vom Early bis ins Late. Ein Panzer. Also... Boah, das ist laut. Die haben eine Trommel mitgebracht. Die haben eine Trommel. Warum haben die eine Trommel? Haben die die ganze Zeit eine Trommel? Die ganze Zeit eine Trommel kann das sein. Warum haben wir kein deutsches Team mit Trommeln? SK auch mal arbeiten. Ich will auch so eine Stimmung bei einem Kanal, wenn SK gegen was auch mal spielt. Wir haben kein deutsches Derby oder so. Gib mir mal hier Dach-Action. Nicht immer Frankreich gegen Frankreich, Spanien gegen Spanien. Wir erst mal hier mit... Die beiden deutschen Lieben. Die Tour gegen SK. Die Tour ist ja... Basically. Also Hauptsitz in Deutschland. Ja, also großer Fan. Ich kann... Ich hab's genug gesagt. Ich denke, ihr habt's verstanden. Ich will mich nicht anhören wie eine Schaltplatte, die sich die ganze Zeit wiederholt. Ja, ihr habt's gecheckt. Mit Line spielt krass. Wollt. Machen sie wirklich geil. Großes Kompliment. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wann NNO in der ADC? Es wird Zeit. NNO in der ADC. Es ist Big Time. Notwendig. NNO hatte Trommeln. Richtig. Wir hatten Trommeln. Bei unserem großen Event. Das ist natürlich ein Fun-Event. Das hier ist richtig hartes Business. Denn wenn du hier nicht gut spielst, kannst du aber schnell aus dem Team rausfliegen und dann... Was machst du dann? Bei NNO warst du so? Wir wussten, wir verlieren. War halt nicht so schlimm. Weil hier, wenn du viel verlierst, ist es schon nur ärgerlich. Es ist Day One, Week One. Alles entspannt. Aber entspannt jetzt für die Basis nicht aus von Heretics. Es ist ein wirklich sehr konsequentes Game. Jetzt spielt man einfach noch den letzten Nash an. Du hast sechs Super-Minions. Die lassen nichts an. Sie könnten auch ohne Nash enden, wenn sie wollen würden. Aber sie wollen nicht. Sie sagen, wir gehen lieber Nash. Heretics muss jetzt dealen mit am besten Rise, Ulted, Y rein. Aber es ist nicht drin. Ja, Gott ist ein Base. GG. Heretics auch faire Weise. Ich finde, zu wenig Versuch in einem verlorenen Game. Weil ja, also... Sie werden halt safe verlieren, auch wenn sie was versuchen, werden sie wahrscheinlich verlieren. Aber so ist halt auf jeden Fall verloren. Die Chance, so zu verlieren, ist bei 99%. 99%. Und wenn du halt was aktiv versuchst, ist die vielleicht bei 95%. Also ist... Je nachdem, über welchen Punkt wir reden, ne? Oder 90%. Aber du musst halt was versuchen, bevor die Gegner jetzt einfach sechs Super-Minions-Waffen können. Jetzt muss Mad-Lions-Koi nichts machen. Sie waffen jede einzelne Wave hoch. Die sechs Super-Minions erscheinen ja auf jeder einzelne Wave. Und das kann man nicht besiegen aus Sicht von Mad-Lion... Äh, von Heretics. Der Wave-Klade ist bei weitem nicht ausreichend. Und jetzt kann man vielleicht sogar im Game... Oh, schön von Vescovi. Das Store schnell war zurückgemimickt und jetzt kommt Super-Minions auf Boardlane rein. Toplane ist ja schon da. Mit den Folgen gleich die nächste Wave nochmal oben drauf. Und die Belagerung ist untermauert von den Basalen, die dir jetzt eben zum Win helfen wollen. Ihr könnt schon mal euch vorbereiten, dass ihr schon mal euer GG kopiert habt im Cap-Slot, damit ihr gleich spammen könnt im Chat. Denn das GG warnt sich an. Das ist ein gutes Game, das sich angewandt hat für die Mad-Lions-Boys, die nichts falsch gemacht haben. Wirklich, wirklich geiles Game. Ein einziger Dept auf Mervin und Lennig fällt jetzt die geile Plays. Double-Kill zu Mervin auf der Gwen. Triple-Kill für ihn. Nexus fällt. GT. 17 zu 1. Der Auftakt für vier Rookies und El-Jolja von Mad-Lions-Koi. Und er hätte besser nicht sein können. Wow. Wow. Und damit endet das El-Klassico mit einem Win für die Mad-Lions. Heretics muss sich geschlagen geben. Natürlich noch kein Problem. Morgen geht es weiter für die Boys. Und am Montag ebenfalls. Es ist alles week one. Wir wollen keine Overreaction haben. Aber damit haben wir unseren allerersten Blue-Side-Win gesehen. Ja, die Mad-Lions haben eben auch plus hat triumphiert. Red-Side 100% über die ist gebrochen. GG's in den Chat. Lieber an euch fürs Zugucken. Generell von allen Games. Ich hoffe, ihr den Spaß hat. Klasse, Maxim und mir. GG's, liebe Chance. El-Klassico, Keg B. Ja, aber ist es nicht El-Klassico? Also ist ja eigentlich so Barcelona gegen Madrid, right? Also Spanien gegen... Ist es nicht? Also komm. Eigentlich ist der El-Klassico und der LEC ja eher so G2 gegen Canadiq gewesen. Aber es ist halt keine spanische Org dabei. El-Klassico ist ein heiliger Name. Ist das so? Sorry, ich bin furchtbar nicht drin. Jetzt haben uns immer die LEC-Caster gesagt, die ich geguckt habe. Mad-Lions ist sogar Madrid. Ich weiß. Mad-Lions ist ja Madrid-Lion. Also Mad-Madrid. Es sind bloß halt nicht die besten beiden Teams for real, for real. Also Leute, Mad-Lions sah gerade getrackt aus. Wirklich. Von Draft-Philosophie über Landing-Face in Mid-Game und Late-Game fehlerfrei. Komplett weiße Weste. Eine Rüstung, die durch keinen Bolzen durchbrungen werden konnte. Und warum nicht? Weil auch kein einziger Bolzen geschossen wurde von Reddix. Die haben einen Playversuch im ganzen Game. Adiakos einmal über die Wand gecued, als die 10.000 Gold behind waren. Einmal. So. Also es war wirklich geil. Die Permanent-Push-Presher von Mid-Lane in Bot-Lane rein hat wirklich einen Unterschied gemacht. Also Fresco, wie muss der MVP kriegen? Oder El-Joya, einer von beiden. Weil einfach dieses Permanent-Pushing into Bot-Lane macht es dann doch wirklich unmöglich zu spielen aus Sicht von Reddix. Perkst kann nichts machen. Der macht einen Fehler. Das war ein Fehler. Zu spät geflasht. Beim ersten Depp und ab dann ist er tot. Weil der Block macht halt zwei Dashes. Gigi, gute Nacht. Schlaf gut. Hey, danke dir Kasima für deinen Sub-Raw. Chat, wenn ihr Feedback habt, bitte, bitte, ich brauche es. Wir brauchen dringend noch mehr Szenen und mehr Sachen zum Rüberswitchen. Das werde ich an Riot auf jeden Fall weitergeben. Ich brauche unbedingt noch ein, ja, dass ich zwischendurch was machen kann, damit es euch nicht langweilig wird. Ich glaube, erste Woche ist es fein. Ich muss meine Haare dringend fixen. Vielleicht muss ich das Friseur. Das ist auch gutes Feedback. Und wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Szenen, dass wir auch den englischen Cast mal sehen können und so. Aber ja, klicken auf Discord drauf. Da gibt es ein Feedback-Channel. Da ist es auch aktuell für Merch, wenn ihr noch kein Merch bekommen habt. Wir haben glaube ich alle oder die meisten. Dann könnt ihr euch noch noch reinschreiben, aber ansonsten super gerne zum Co-Stream, denn ich will das für euch geil wird. Es soll nämlich für uns alle geil sein, gemeinsam hier die Elite zu machen, so oft wie es geht aus der Arena und natürlich in der höchsten Qualität, in der wir es hinkriegen. Denn wenn wir vor Ort sind, ist es ja wirklich fast ein echter Podcast. Natürlich haben wir nicht direkt eine Lüseecke und alles da. Das bin alles ich und Gäste, aber ja, wenn wir die englischsprachigen Lüseecke mal mitnehmen können, dann ist es ja auch cool und dann kann ich da Expertise mit ranholen. Ansonsten werden wir natürlich oft auch Leute da haben. 20.000 Zuschauer GG, Alter, liebe, ich habe Zahlen aus, weil ich Angst hatte. Ich wusste nicht, wie das Ganze ankommen wird. Ich hatte mega Bock zur LDC, aber ja, ich bin generell, ich mache jetzt immer alle Zahlen aus, weil sonst, wenn die runtergehen oder so, dann bist du vielleicht Tilted, keine Ahnung, will ich nicht. Jetzt habe ich nämlich, wenn ich ein Game spiele wie Assassin's Creed, dann, oh shit, haben wir... Wir haben Interview. Ich meine, für mich, wenn ich erst Superliga spielte, ich erinnere mich, weil ich auch ein Renata-Games spielte, und es war komplett das gleiche. Und das ist toll, ich bin auf der Welt und 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 ich bin wirklich glücklich. Und das ist toll, dass in deinem ersten LDC-Games managte diese Hoffnung und diese Hoffnung und es ist auf der Stelle. Absolut. Was war dein Mindset? Steppen auf der Stelle und wissen, dass du deinem ersten Spiel in front von dieser großartigen Zuschauer für dich? Es gab viele Fans für dich heute. Ich denke, ein großer Punkt das ich habe ist, ich bin nicht nervös zu spielen. Ich fühle mich wirklich an, dass ich zu Hause spielen. Es ist etwas, dass wir wirklich arbeiten, und ich denke, wir haben es gewonnen. Wir waren hier der letzte Tag und wir haben hier zu starten zu spielen und es fühlt wie ich immer in diesem Setup und für mich ist es nur zu dem Rest der Menschen das wir wirklich glauben, und wir werden es tun. Sie hatten ein fantastisches Jahr letztes Jahr. Was erwartet, dass du dich auf die LDC-Games auf die LDC-Saison oder es kam als eine Überraschung? Wenn wir in der MA-Masters-Games spielten, wir waren bereits in der LDC-Games und ich glaube, dass der LDC-Games auf die LDC-Games nicht so hoch ist. Ich habe es bereits erwartet, weil ich bereits spielte mit dem. Aber ich denke, dass nicht ein Team, man kann nicht relaxen, auf jeden Team, alle Team hat ihre strengths. Und ich denke, wir auch. Also, wir müssen das wirklich arbeiten. Und für mich, ich bin wirklich glücklich, weil ich fühle mich wie ich etwas gelernt. Okay, we're talking a bit more about you, yourself, for people who may not know who you are. What are you looking to prove this year? Why should people remember Alvaro and get to know you on stage? I mean, I want to prove the people that don't really believe in us, that they are grown. I don't know, put a smile also on the fans, because I think it's insane what they are doing here. They are cheering for us. There is a lot of people that I don't even expect from them. So, like, I really want to give them a big hug. And thanks for coming, because it's really, like, it feels so good when there's people cheering for you. You'll see them a bit later. I'll let you join the fan meet in a couple minutes. But I have two more questions for you, because you mentioned not the pressure, but the expectations of playing in the LEC. And I know that most of people put your team last or in the last positions. I know that Elioia said, you know what, guys, you'll see on stage and they will show results. How did you take the fact that people did not believe in you and the fact that they did not believe that rookies could surprise that much? And is it something that is motivating you a bit more? For me, it's a bit of motivation, but especially for my teammates, because some of them, they have, like, some wallpapers of people saying bad comments about them. So they get even more motivated. But for me, it's just the feeling of proving people wrong is, like, it makes me feel well. Anyways, I find my own motivation in what I play, in what I do, because I love it. I mean, let's see how the time proves wrong, and that's it. Just wait, because the results will come, and I'm really happy that today we could prove it. And eat the haters in the meantime. Last question for you, we have Elioia waiting at PGL with Shox and the rest of her panel. Anything you want to say to your jungler with the way he's been leading you? And what can you tell me about Elioia helping you guys getting ready for the list? I already knew Elioia since before, because we were, like, talking in Discord, we were kind of close friends. So it was, like, easy to play with him. But I think the thing that he kind of made me improve the most is about vision and soft calling. I think he's, like, a really good leader, and he's helping a lot. And sometimes we are even taking the lead, because we already know what he wants to do. So I think he's, like, a big impact, and I think he's a really good player, and I can learn a lot from him. You're in good hands, of course, in your first steps in the LUC. Congrats on winning your first game. Thank you. Thank you for the interview. I hope I did not butcher this. And, yeah, thank you so much today. We'll see you tomorrow, and Shox back to you for PGL. Mega-geil. Mega-geil. Also, I must also say, he was very confident, but what he also said, when you play the E.O. Masters Finale, you play often against LUC-TOP-Teams. That's the absurd thing, when LUC to the end, they don't have any more. Because all the teams are out. So, the top two teams of LUC have no more. Because the LUC teams have no more practice partners. So, when they play against the top E.O.L. teams, they still play for E.O. Masters. That's the time with the two and fanatic. There were even skimps against E.O. in Maus. And that's the E.O. probably in the same situation for E.O. Masters and LUC Finale. And that's why it's often time to getimed is. That's why it's a really good practice. And he said, he had good games against them. And they were from the level here quite similar. And I must say, in the game had man it seen. Also, ikonische LUC-Spieler, like Yankos, Perks, and Wunder, and Kaiser, and Plucket, who are already started, have not mechanically outclassed or what else. So, it's really cool. Beeindruckend to see for this other roster. He said, he will the haters wrong-proven and look. What he said, that's right. Confidence, but also sympathisch. Finde ich nice. Ganz wieder an Tolkien, ey, liebe Bro. Machst du noch ein Bild nach dem Casten? Ey, super gerne, man. Super gerne. Ich komm gleich raus zu der Fanzone. Kein Stress, Broski. Aber wir sind ja eh... Es ist ja voller Franzosen und Spanier hier, Alter. Werden wir streamen? Niestens mal bitte Codecast mit Kathleen. Oh, bitte nicht. Nicht mit Kathleen, Alter. Ja, ich hätte lieber an euch. Also, alles mit Code-Stream ist nur dank euch möglich, weil ihr Bock hattet, alle LCK, LPL und Co-Code-Streams zu sehen. Jetzt machen wir LTC so gut es geht, so geil es geht mit euch. Und ja, ich werde jeden Tag jedes einzelne LTC-Game machen natürlich. Morgen geht's weiter und dann am Montag. Und dann machen wir einfach Banger, so gut es halt möglich ist. Kathleen, muss ich Riot raiden? Also, die LTC raiden? Muss ich die LTC raiden oder kann ich Freddy raiden? Muss ich die LTC raiden oder kann ich Freddy raiden? Okay, cool. Cool. Bitte mit Maxime. Maxime war heute schon da. Zwei Games. Guckst sie gerne an. Guckst sie gerne an. Gerne rüber. Also, ne? Die Interview, die uns gucken. Ist auch alle auf YouTube gelimestreamt. Ich habe keine Ahnung wie viele Viewer YouTube hatte. Aber bestimmt auch. Haben einige Leute da Spaß gehabt. Würde mich mega freuen. Werden Freddy zurückraden. Der hat uns ja vorhin geradet. Ich werde den Stream jetzt gleich ausmachen. Chat, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne mal noch zu zwei Minuten oder drei. Morgen geht's alles weiter. Ich freue mich extrem. Ich wusste jetzt auch die Leute, die vor Ort jetzt vielleicht noch warten, nicht lange stehen lassen, so gut es geht. An die Berliner Crew, die auch gerade im Chat noch drin war. Absolut lieber an euch. Hier der Tafelbanger. Morgen ist Solo am Start. Ab Game 3. Und dann am Montag werden wir dann gucken, wen wir da rankriegen. Ich freue mich extrem. Wann morgen? Morgen geht's um 17 Uhr wieder los mit den Games. Ich hoffe, ich kann live sein um so 16 Uhr oder so. Ich glaube, wir müssen um 15 Uhr hier sein oder um 13 Uhr wieder. Heute war ich um 13 Uhr hier. Wir hatten einen ewigen Test. Das halt alles stimmt vom Sound her und so. Hat nicht ganz geklappt, aber war trotzdem. Und ja, Liban Riot. War echt ein geiler Stream. Guckt doch gerne bei LVM und bei Desperados vorbei. Den beiden deutschen LDC-Partnern. Elfo hat da, glaube ich, wenn ihr Skins erratet, könnt ihr Sachen gewinnen. Puckt doch mal rein auf der Website. Und checkt die mal aus. Denn die machen es ja unter anderem nicht mehr mit möglich, dass ich für euch Co-Stream darf. No bad. Und ja, dann würde ich sagen, wählen wir euch zu Fatty rüber. Ich muss unbedingt den Namen kopieren, weil ich Angst habe, den sonst falsch zu schreiben mit dem Unterstrich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Chat, vielen Dank fürs Zuschauen. War eine fantastische LDC mit euch. Ich freue mich sehr auf den morgenden Tag. Hat richtig viel Spaß mit euch gemacht. Und Co-Arena war Maxim rein. Lasst ein Like bei Sido da, der die Technik gefixt hat. Viel Spaß bei Freddy, Leute. Haut rein. Bis morgen. Danke, dass ihr am Start wart. Tschüss. 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 Danke, Sido. Reingehauen. For real. Peace. Danke, Sido. Ja. Lurk. Hey, danke, man. Asien The Hazel für den dritten. Liebe, mein Dude. Ciao, ciao. Bis morgen. Bis morgen, man. Danke, dass du dabei warst. Liebe, mein Dude. Guter Stream. Danke, man. Ihr müsst bei dem For real. Ich werde verwirrt, weil ich habe hier kein Seven TV. Deswegen sehe ich das nicht so, wie ihr es seht. Also, ich kann nur halt. Ich sehe das For real. Aber ich sehe nicht Papa Platte, wie er gerade irgendwas kaut. Wie er schmatzt. War ein geiler Stream. Ey, danke, dass du mit deinem Start warst. Anthropologe. Lieber Mann. Danke an dich, Timothy, für deinen Titschbein. Ja, für den Stream toll gehen. Ey, danke, dass du am Start warst. Lirian. Ich hoffe, du bist morgen auch mit dabei. Einser Toll gehen. Ey, danke, Mann. Ich will jetzt auch keine schreiben. Du bist hässlich. Könnt ihr mal kurz schreiben, dass ich hässlich bin? Ich kann so viele Kompläne nicht ertragen. Könnt mich kurz beleidigen? Das gefällt mir. Ein bisschen. Also, ich denke, ich kann ja nicht nur einen positiven Feedback-Look haben. Ich muss ja auch aus dem Echo-Chamber raus. Ich muss ja mal sagen, Toll, gehen deine Augen. Die sind scheiße. Du stinkst. Du bist hässlich. Danke. Oh, das ist mein Twitch-Chat. Jetzt fühl ich mich wieder wohl. Oh, ja. Schreibt es mir. Sagt, dass ich stinke. White Yago, liebe Bro. Oh, ja, ja, ja. Viel Spaß bei Freddy. Der ist schön. Tschüss. Dann ist er da was. Wie zum Fick mache ich den Stream hier aus. Das ist eine andere Software. Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß bei Freddy. Ist es hier? Ja, hier.